Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch. Also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. Abschnitt 1 von Anna Karenina Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Abschnitt 1 Die Rache ist mein. Ich will vergelten. Erster Teil 1 Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich. Der ganze Haushalt der Familie Ablonski war in Unordnung geraten. Die Hausfrau hatte erfahren, dass ihr Mann mit einer französischen Gouvernante, die sie früher im Hause gehabt hatten, ein Verhältnis unterhielt und hatte ihm erklärt, sie könne nicht länger mit ihm unter einem Dache wohnen. Drei Tage schon währte nun dieser Zustand und er wurde sowohl von den Ehegatten selbst wie auch von den übrigen Familienmitgliedern und dem Hausgesinde als eine Qual empfunden. Alle Familienmitglieder und das Hausgesinde hatten das Gefühl, dass ihr Zusammenleben gar keinen Sinn mehr habe und dass in jeder Herberge die Leute, die sich dort zufällig zusammenfänden, in engerer Beziehung untereinander stünden als sie, die Mitglieder und das Gesinde der Familie Ablonski. Die Hausfrau verließ ihr Zimmer nicht, der Hausherr war zwei Tage lang nicht nach Hause gekommen. Die Kinder liefen im ganzen Hause wie verloren umher, die englische Miss hatte sich mit der Wirtschafterin gezankt und einen Brief an eine Freundin geschrieben, ob sie ihr nicht eine andere Stelle verschaffen könne. Der Koch war schon gestern vor dem Mittagessen davongegangen, die Küchenmarkt und der Kutscher baten um ihren Lohn, um den Dienst zu verlassen. Am dritten Tage nach dem Streite erwachte Fürst Stepan Arkadievich Ablonski, Stiva, wie er von seinen Bekannten genannt wurde, zur gewohnten Stunde, das heißt um acht Uhr morgens, aber nicht im gemeinsamen Schlafzimmer, sondern in seinem Arbeitszimmer auf dem Ledersofa. Er wälzte seinen gut genährten und gepflegten Körper auf dem Sofa ein paar Mal hin und her, als ob er noch weiter schlafen wolle, umfasste das Kopfkissen fest von unten her und drückte die Wange dagegen. Plötzlich aber fuhr er in die Höhe, setzte sich auf dem Sofa aufrecht hin und öffnete die Augen. Ja, ja, wie war das doch nur, dachte er, indem er sich auf seinen Traum zu besinnen suchte. Ja, wie war das doch nur, ja, Al-Abin gab ein Diner in Darmstadt. Nein, nicht in Darmstadt, es war irgendwo in Amerika, ja, aber Darmstadt lag dabei in Amerika. Ja, Al-Abin gab ein Diner auf gläsernen Tischen, ja, und da waren solche kleinen Likörflaschen, die sangen Il mio tesoro, oder vielleicht nicht Il mio tesoro, sondern ein noch schöneres Lied, und auf einmal waren die Likörflaschen Weiber, erinnerte er sich. Stepan Arkadjewitschs Augen leuchteten fröhlich auf, und lächelnd überließ er sich seinen Gedanken. Ja, schön war es, sehr schön. Es war auch sonst noch viel Vergnügliches dabei, aber wenn man aufgewacht ist, kann man es sich nicht mehr in Gedanken klar machen und es nicht mit Worten ausdrücken. Und als er einen Lichtstreifen bemerkte, der sich an dem einen Fenster neben dem Stoffvorhang ins Zimmer stahl, hob er in heiterer Stimmung die Beine vom Sofa herunter, suchte mit ihnen nach den goldfarbenen Safianpantoffeln, die ihm seine Frau gestickt und im vorigen Jahre zum Geburtstag geschenkt hatte, und streckte nach alter neunjähriger Gewohnheit, ohne aufzustehen, die Hand nach der Stelle aus, wo im Schlafzimmer sein Schlafrock zu hängen pflegte. Dabei kam es ihm auf einmal zum Bewusstsein, dass und warum er nicht in dem gemeinsamen Schlafzimmer geschlafen hatte, sondern in seinem Arbeitszimmer, das Lächeln verschwand von seinem Gesichte und er runzelte die Stirn. »Ach, oh weh, oh weh!« stöhnte er, da ihm alles Vorgefallene wieder ins Gedächtnis kam, und vor seinem geistigen Blicke erschienen wieder alle Einzelheiten seines Streites mit seiner Frau und die ganze Misslichkeit seiner Lage und, was ihn am allermeisten quälte, seine eigene Schuld. »Ja, das wird sie nicht verzeihen und kann sie nicht verzeihen. Und das Schauderhafteste dabei ist, dass ich selbst an alledem schuld bin. Ich bin an alledem schuld und kann doch eigentlich nichts dafür.« »Das ist das Tragische bei der Sache«, dachte er. »Oh weh, oh weh!« sagte er verzweifelt vor sich hin, in Erinnerung an jene Einzelheiten des Streites, die auf ihn den stärksten Eindruck gemacht hatten. Am unangenehmsten war jener erste Augenblick gewesen, als er, heiter und zufrieden aus dem Theater heimkehrend, seine Frau, für die er eine gewaltig große Birne in der Hand trug, zu seinem Erstaunen, weder im Salon noch in ihrem Zimmer vorgefunden und endlich im Schlafzimmer erblickt hatte, in der Hand den unglückseligen Brief, der alles verraten hatte. Sie, die sonst stets sorglich geschäftige und seiner Ansicht nach etwas beschränkte Dolly, hatte mit dem Briefe in der Hand regungslos dargesessen und den Eintretenden mit einer Miene des Schreckens, der Verzweiflung und des Zornes angeblickt. »Was ist das hier? Was ist das?« hatte sie auf das Schreiben deutend ihn gefragt. Als peinlich und beschämend empfand Stepan Arkadiewicz bei dieser Erinnerung, wie das oft so geht, weniger den Vorfall selbst als vielmehr die Art, wie er auf diese Worte seiner Frau geantwortet hatte. Es war ihm in diesem Augenblick ergangen, wie es nicht selten Leuten ergeht, die unversehens auf einer recht schmählichen Tat ertappt werden. Er hatte es nicht verstanden, seine Miene der Lage anzupassen, in die er seiner Frau gegenüber durch die Aufdeckung seines Vergehens geraten war. Anstatt den Gekränkten zu spielen, zu leugnen, sich zu rechtfertigen, um Verzeihung zu bitten oder auch einfach nur gleichgültig zu bleiben, alles dies wäre besser gewesen als das, was er in Wirklichkeit getan hatte. Stattdessen hatte sein Gesicht ganz unwillkürlich, »Reflexe des Gehirns«, dachte Stepan Arkadiewicz, der sich gern ein bisschen mit Physiologie abgab, sich zu seinem gewohnten, gutmütigen und daher in diesem Falle dummen Lächeln verzogen. Dieses dumme Lächeln konnte er sich nicht verzeihen. Beim Anblicke dieses Lächelns war Dolly wie infolge eines körperlichen Schmerzes zusammengezuckt, hatte mit der ihr eigenen Heftigkeit einen Strom scharfer Worte hervorgesprudelt und war aus dem Zimmer geeilt. Seitdem hatte sie ihren Mann nicht mehr sehen wollen. »An alledem ist dieses dumme Lächeln schuld«, dachte Stepan Arkadiewicz. »Aber was ist zu machen? Was ist zu machen?«, fragte er sich in seiner Verzweiflung und fand keine Antwort darauf. 2. Stepan Arkadiewicz war sich selbst gegenüber stets aufrichtig und wahrheitsliebend. Er war unfähig, sich selbst zu betrügen und sich einzureden, dass er das Getane bereue. Zur Zeit war er nicht imstande, Reue darüber zu empfinden, dass er, ein 34-jähriger, hübscher, liebeslustiger Mann, nicht mehr in seine Frau verliebt war, die ihm fünf noch lebende und zwei bereits verstorbene Kinder geboren hatte und nur um ein Jahr jünger war als er selbst. Das Einzige, was er bereute, war, dass er es nicht besser verstanden hatte, seiner Frau die Sache zu verheimlichen. Aber er empfand in vollem Umfange die Misslichkeit seiner Lage und bedauerte seine Frau, die Kinder und sich selbst. Vielleicht hätte er sich auch erfolgreicher bemüht, seine Sünden vor seiner Frau zu verbergen, wenn er geahnt hätte, dass diese Nachricht auf sie so stark wirken würde. Klar nachgedacht hatte er über diesen Punkt allerdings nie, aber er hatte die undeutliche Vorstellung gehabt, seine Frau ahne schon längst, dass er ihr untreu sei, sehe aber dabei durch die Finger. Er war sogar der Ansicht, eine schon so welke, gealterte, bereits unschöne Frau, die nichts Besonderes an sich habe, sondern lediglich eine einfache, brave Familienmutter sei, müsse aus einer Art von Gerechtigkeitsgefühl heraus sich nachsichtig zeigen. Und nun hatte er gerade das Gegenteil davon erlebt. Schauderhaft! Oh weh, oh weh, schauderhaft! sagte Stepan Arkadiewicz einmal über das andere vor sich hin, ohne dass er einen Ausweg ersinnen konnte. Und wie nett war alles bisher, wie gut haben wir miteinander gelebt! Sie war zufrieden und glücklich über ihre Kinder. Ich kam ihr in keiner Weise in die Quere und ließ sie bei den Kindern und beim Hauswesen herumwirtschaften, wie sie wollte. Freilich, dass sie in unserem Hause Gouvernante gewesen ist, das ist übel, das ist übel. Es liegt immer etwas Gewöhnliches, Unwürdiges darin, wenn man einer Gouvernante der eigenen Kinder den Hof macht. Aber was ist diese Gouvernante auch für ein Weib? Er erinnerte sich lebhaft an Mademoiselle Rollands schwarze Schelmenaugen und an ihr reizendes Lächeln. Aber solange sie bei uns im Hause war, habe ich mir ja auch nichts erlaubt. Das Schlimmste ist, dass sie jetzt, das muss auch alles wie mit Absicht gleichzeitig über mich hereinstürzen. Oh weh, oh weh, aber was in aller Welt soll ich nun tun? Eine Antwort gab es darauf nicht, außer jener allgemeinen Antwort, die das Leben auf alle Fragen gibt, selbst auf die verwickeltsten und unlösbaren. Und diese Antwort lautet, man muss sein Leben ausfüllen mit dem, was der Tag bringt und fordert, das heißt, man muss dadurch zu vergessen suchen. Aber durch Schlafen und Träumen Vergessenheit zu suchen, das war nicht mehr möglich, wenigstens nicht vor der nächsten Nacht. Es ging nicht mehr an zu jenem musikalischen Genusse, dem Gesange der Likörflaschen, die dann auf einmal Weiber waren, zurückzukehren. Also musste er Vergessenheit suchen in der Ablenkung, die das Leben mit sich brachte. Na, es wird sich ja bald zeigen, sagte Stepan Arkadjewitsch zu sich selbst, stand auf, zog den grauen, mit blauer Seide gefütterten Schlafrock an, schlang die in Quasten ausgehenden Schnüre zu einem Knoten zusammen, sog in kräftigen Atemzügen die Luft in seinen breiten Brustkasten, trat mit dem gewohnten, munteren Schritt der auswärts gerichteten Füße, die seinen vollen Körper so leicht trugen, zum Fenster, hob den Vorhang auf und klingelte laut. Auf das Klingeln trat sogleich sein altvertrauter Kammerdiener Matwe ins Zimmer, der die Kleider, die Stiefel und ein Telegramm brachte. Hinter Matwe kam auch der Barbier mit seinem Rasiergerät herein. »Sind Akten von der Behörde gekommen?« fragte Stepan Arkadjewitsch, indem er das Telegramm nahm und sich vor den Spiegel setzte. »Sie liegen im Esszimmer auf dem Tische,« antwortete Matwe und richtete einen fragenden Blick voller Teilnahme auf seinen Herrn. Dann, nach einer kurzen Pause, fügte er mit einem schlauen Lächeln hinzu, »Es ist jemand von dem Fuhrherrn hier gewesen.« Stepan Arkadjewitsch gab keine Antwort und blickte nur im Spiegel nach Matwe hin. An den Blicken, mit denen sie sich im Spiegel trafen, konnte man sehen, wie gut sie einander verstanden. Stepan Arkadjewitschs Blick fragte gleichsam, »Wozu sagst du das? Weißt du etwa nicht, wie es steht?« Matwe steckte die Hände in die Taschen seiner Jacke, setzte den einen Fuß ein wenig seitwärts und blickte schweigend mit gutmütiger Miene und beinahe mit einem Lächeln seinen Herrn an. »Ich habe ihm gesagt, er möchte erst nächsten Sonntag wiederkommen und bis dahin weder Ihnen noch sich selbst unnötige Mühe machen,« antwortete er mit einem offenbar vorher zurechtgelegten Satze. Stepan Arkadjewitsch erkannte, daß Matwe einen kleinen Scherz machen und die Aufmerksamkeit auf sich lenken wolle. Er riß das Telegramm auf, las es, wobei er die wie stets entstellten Worte sinngemäß verbesserte und sein Gesicht leuchtete auf. »Matwe, meine Schwester Anna Arkadjewna kommt morgen,« sagte er und hemmte für einen Augenblick die dicke, fettglänzende Hand des Barbiers, der dabei war, den rosigen Zwischenraum zwischen dem rechten und linken krausen Backenbart reinzuputzen. »Gott sei Dank,« rief Matwe und zeigte durch diese Antwort, daß er die Bedeutung dieses Besuches ebenso wohl zu würdigen wußte wie sein Herr, indem er nämlich zuversichtlich glaubte, daß Anna Arkadjewna, Stepan Arkadjewitschs Schwester, die dieser sehr liebte, eine Versöhnung zwischen Mann und Frau werde zustande bringen können. »Kommt die gnädige Frau allein oder mit dem Herrn Gemahl?«, fragte Matwe. Stepan Arkadjewitsch konnte nicht sprechen, da der Barbier mit seiner Oberlippe beschäftigt war und hob einen Finger in die Höhe. Matwe nickte nach dem Spiegel hin mit dem Kopfe. »Allein! Soll ich oben alles instand setzen lassen?« »Melde es meiner Frau, sie wird das Nötige anordnen.« »Der Frau Gemahlin?«, fragte Matwe wie im Zweifel, ob er richtig gehört habe. »Ja, melde es ihr, und da nimm das Telegramm mit und gib es ihr. Was sie wohl dazu sagt?« »Das soll ein Fühler sein«, dachte Matwe verständnisvoll, aber er antwortete nur, »zu Befehl!« Stepan Arkadjewitsch war schon gewaschen und gekämmt und wollte sich eben ankleiden, als Matwe mit seinen knarrenden Stiefeln langsam daherkommend das Telegramm in der Hand wieder ins Zimmer trat. Der Barbier war nicht mehr da. Darja Aleksandrowna hat befohlen, zu melden, daß sie wegfährt. Sie sagte, »Es kann alles eingerichtet werden, wie es ihm, das heißt ihnen, genehm ist«, berichtete er, dabei lachte er nur mit den Augen, schob die Hände in die Taschen und blickte mit seitwärts geneigtem Kopf seinen Herrn unverwandt an. Stepan Arkadjewitsch schwieg ein Weilchen. Dann erschien ein gutmütiges und etwas klägliches Lächeln auf seinem hübschen Gesichte. »Nun, Matwe,« fragte er und wiegte den Kopf hin und her, »Das ist weiter nicht schlimm,« »gnädiger Herr,« »es wird sich schon alles wieder einrenken«, erwiderte Matwe. »Du meinst, es wird sich wieder einrenken?« »Ganz gewiss.« »Meinst du?« »Wer ist denn da?« fragte Stepan Arkadjewitsch, da er auf der anderen Seite der ein wenig geöffneten Tür das Rascheln von Frauenkleidern hörte. »Ich bin es«, sagte eine fest und angenehm klingende weibliche Stimme, und in der Tür erschien das ernste, pockennarbige Gesicht der alten Kinderfrau Matrona Filimonowna. »Nun, was gibt es, liebe Matrona?« fragte Stepan Arkadjewitsch, indem er zu ihr an die Tür trat. Obgleich Stepan Arkadjewitsch seiner Frau gegenüber durchaus im Unrecht war und dies selbst fühlte, waren doch fast alle im Hause auf seiner Seite, sogar die Kinderfrau, die sich mit Darja Aleksandrowna außerordentlich gut stand. »Nun, was gibt es?« fragte er in bedrücktem Tone. »Sie sollten doch noch einmal hingehen, gnädiger Herr, und sich schuldig bekennen. Vielleicht hilft Gott. Sie quält sich sehr, es ist kläglich anzusehen, und im Hause geht alles drunter und drüber. Die Kinder, gnädiger Herr, die Kinder können einem Leid tun. Bekennen Sie sich schuldig, gnädiger Herr, was können Sie auch sonst tun? Wenn man etwas erreichen will, darf man sich keine Mühe verdrießen lassen. Aber sie wird mich gar nicht empfangen. Tun Sie nur das Ihrige. Gott ist barmherzig. Beten Sie zu Gott, gnädiger Herr. Beten Sie zu Gott. »Na schön, geh nur«, antwortete Stepan Arkadiewicz. Er war auf einmal ganz rot geworden. »Nun, dann hilf mir beim Ankleiden«, wandte er sich an Matwee und warf mit einer entschlossenen Bewegung den Schlafrock ab. Matwee hielt bereits das Hemd, von dem er etwas Unsichtbares wegblies, in Form eines Kumtes zum Überstreifen bereit und hüllte mit sichtlichem Vergnügen den wohlgepflegten Körper seines Herrn darin ein. Ende von Abschnitt 1 Nach dem Ankleiden besprengte sich Stepan Arkadiewicz mit Parfum, zupfte die Manschetten zurecht, steckte mit den ihm geläufigen Bewegungen in die einzelnen Taschen die Zigaretten, die Brieftasche, die Zündhölzer, die Uhr mit doppelter Kette und Berlocken, schüttelte das Taschentuch auseinander und fühlte sich nun sauber, wohlduftend, gesund und körperlich munter trotz seinem Unglück. Auf jedem Bein sich ein wenig hin- und herwiegend ging er in das Esszimmer, wo der Kaffee bereits auf ihn wartete und neben dem Kaffeegeschirr seine Briefe und die von der Behörde eingelaufenen Akten lagen. Er las die Briefe. Einer darunter war ihm recht unwillkommen. Von dem Händler, mit dem er wegen des Verkaufes eines Waldes auf dem Gute seiner Frau in Unterhandlung stand. Er mußte diesen Wald unbedingt verkaufen, aber jetzt, vor einer Versöhnung mit seiner Frau, konnte davon nicht die Rede sein. Am peinlichsten war ihm dabei, dass sich auf diese Weise Geldfragen in das bevorstehende Werk seiner Versöhnung mit seiner Frau hinein mischten. Und der Gedanke, dass es scheinen könnte, als lasse er sich von diesem Interesse leiten und als veranlasse ihn die Aussicht auf den Verkauf dieses Waldes, die Versöhnung mit seiner Frau anzustreben, dieser Gedanke hatte für ihn geradezu etwas Beleidigendes. Als Stepan Arkadjewitsch mit den Briefen fertig war, zog er die Akten zu sich heran, durchblätterte schnell zwei Sachen und machte darin mit einem großen Bleistift ein paar Bemerkungen. Darauf schob er die Akten wieder zur Seite und machte sich an seinen Kaffee. Während des Kaffeetrinkens breitete er die noch feuchte Morgenzeitung auseinander und begann sie zu lesen. Stepan Arkadjewitsch hielt und las eine liberale Zeitung, nicht ein extremes Blatt, sondern von der Richtung, zu der sich die Mehrheit des gebildeten Publikums bekannte. Und obgleich weder Wissenschaft noch Kunst noch Politik ihn sonderlich interessierten, so hielt er doch auf allen diesen Gebieten energisch an den Anschauungen fest, denen die Mehrheit und seine Zeitung anhingen, und änderte diese Anschauungen nur dann, wenn auch die Mehrheit das Gleiche tat oder richtiger gesagt, er änderte sie nicht, sondern sie änderten sich von selbst unvermerkt in seinem Geiste. Stepan Arkadjewitsch wählte sich weder seine Grundsätze noch seine Ansichten aus, sondern diese Grundsätze und Ansichten kamen von selbst zu ihm, ganz ebenso, wie er die Formen seines Hutes oder seines Rockes nicht auswählte, sondern einfach die nahm, die allgemein getragen wurden. Und Ansichten zu haben war für ihn, der in einem bestimmten gesellschaftlichen Kreise lebte und ein Verlangen nach einiger Denktätigkeit verspürte, wie es sich gewöhnlich in reiferen Lebensjahren herausbildet, Ansichten zu haben war für ihn ebenso eine Notwendigkeit wie einen Hut zu haben. Wenn wirklich ein Grund vorhanden war, weshalb er die liberale Richtung der konservativen vorzog, der doch auch viele aus seinem Gesellschaftskreise anhingen, so lag dieser Grund jedenfalls nicht etwa darin, dass er die liberale Richtung für vernünftiger gehalten hätte, sondern darin, dass sie mit der Gestaltung seines eigenen Lebens mehr übereinstimmte. Die liberale Partei behauptete, in Russland sei alles schlecht. Und tatsächlich hatte Stepan Arkadievich viele Schulden und konnte mit seinem Gelde absolut nicht auskommen. Die liberale Partei erklärte, die Ehe für eine Einrichtung, die sich überlebt habe und unbedingt umgestaltet werden müsse und wirklich machte das Eheleben Stepan Arkadievich wenig Vergnügen und nötigte ihn dazu zu lügen und sich zu verstellen, was doch seiner Natur sehr zuwider war. Die liberale Partei sagte, oder richtiger ausgedrückt ließ als ihre Meinung durchblicken, dass die Religion nur ein Zügel für den ungebildeten Teil der Bevölkerung sei und, in der Tat, vermochte Stepan Arkadievich nicht mal einen ganz kurzen Gottesdienst ohne Schmerzen in den Beinen auszuhalten und konnte gar nicht begreifen, was dieses ganze großartige, hochtrabende Gerede von jener Welt für einen Zweck habe, da es sich doch auch auf dieser Welt sehr vergnüglich leben lasse. Außerdem fand Stepan Arkadievich, der ein munteres Späßchen liebte, seine Freude daran, ab und zu einen harmlosen Menschen durch Äußerungen wie diese zu verblüffen, wolle man den Stolz auf die Abstammung einmal gelten lassen, so sei es nicht recht, bei Rurik stehen zu bleiben und den ersten Stammvater, den Affen, zu verleugnen. Auf diese Weise war die liberale Richtung für Stepan Arkadievich eine Sache der Gewohnheit geworden und er liebte seine Zeitung »Wie die Zigarre nach dem Mittagessen« wegen der leisen Benommenheit, die sie in seinem Kopfe hervorrief. Heute las er den Leitartikel, in dem auseinandergesetzt wurde, daß in unserer Zeit völlig ohne Grund ein Jammergeschrei erhoben werde, als drohe der Radikalismus alle konservativen Elemente zu verschlingen und als sei die Regierung verpflichtet, Maßregeln zur Überwältigung der revolutionären Hydra zu ergreifen. Ganz im Gegenteil, hieß es, liegt unserer Ansicht nach die Gefahr nicht in der vermeintlichen revolutionären Hydra, sondern in der Starköpfigkeit der Reaktionäre, die jeden Fortschritt hemmen. Auch einen zweiten Artikel, finanziellen Inhalts, las er durch, in dem Bentham und Mill zitiert wurden und einige gegen das Ministerium gerichtete boshafte Sticheleien vorkamen. Mit der ihm eigenen Schnelligkeit der Auffassung verstand er die Bedeutung einer jeden dieser Sticheleien, von wem sie ausging und gegen wen sie gerichtet war und welcher Anlass ihr zugrunde lag, und das machte ihm, wie immer, ein gewisses Vergnügen. Indes wurde heute dieses Vergnügen durch die Erinnerung an Matrona Filimonownas Ratschläge und an die unerfreulichen Umstände im Hause stark beeinträchtigt. Er las auch, dass Graf Beust, wie Verlaute, nach Wiesbaden gereist sei und eine Anzeige, keine grauen Haare mehr und über den Verkauf einer leichten Equipage und dass ein junges Mädchen eine Stellung suche, aber diese Nachrichten bereiteten ihm nicht das stille ironische Vergnügen wie früher. Als er mit der Zeitung einer zweiten Tasse Kaffee und einer Buttersemmel fertig war, stand er auf, klopfte sich die Semmelkrümel von der Weste, reckte seine breite Brust und lächelte dabei heiter, nicht, als ob ihm gerade besonders froh zumute gewesen wäre, vielmehr wurde das heitere Lächeln durch die gute Verdauung hervorgerufen. Aber dieses heitere Lächeln brachte ihm auch sofort wieder die ganze Wirklichkeit zum Bewusstsein und er wurde ernst und nachdenklich. Zwei Kinderstimmen, Stepan Arkadjewitsch erkannte die Stimmen seines jüngsten Sohnes Grigori und seines ältesten Töchterchens Tanja, wurden vom Nebenzimmer her durch die Tür vernehmbar. Die Kinder fuhren mit etwas umher und es fiel etwas auf den Fußboden. »Ich habe es dir doch gesagt, auf das Dach darfst du keine Fahrgäste setzen«, rief das kleine Mädchen auf Englisch. »Nun kannst du sie auch aufheben!« »Alles ist aus der gewohnten Ordnung gekommen«, dachte Stepan Arkadjewitsch. »Da laufen nun die Kinder ganz allein im Hause umher.« Er ging zur Tür und rief sie zu sich. Sie ließen die Schachtel, die einen Eisenbahnzug darstellte, liegen und kamen zu ihrem Vater herein. Das Mädchen, des Vaters Liebling, lief dreist herein, umarmte ihn und hängte sich ihm lachend an den Hals. Sie freute sich wie immer über den ihr wohlbekannten Duft des Parfums, den sein Backenbart ausströmte. Nachdem sie endlich sein von der gebückten Haltung gerötetes und von Zärtlichkeit strahlendes Gesicht geküsst hatte, löste sie die Arme von seinem Halse und wollte wieder weglaufen, aber der Vater hielt sie zurück. »Was macht Mama?« fragte er und strich mit der Hand über das glatte, zarte Hälschen seiner Tochter. »Guten Morgen«, sagte er lächelnd zu dem Knaben, der ihn begrüßte. Er war sich dessen bewusst, dass er den Knaben weniger liebte und gab sich stets Mühe, die Kinder gleichmäßig zu behandeln, aber der Knabe empfand das und erwiderte das kalte Lächeln des Vaters seinerseits nicht mit einem Lächeln. »Mama? Die ist schon aufgestanden.« Stepan Arkadiewicz seufzte. »Da hat sie also wieder die ganze Nacht nicht geschlafen,« dachte er. »Nun, und ist sie vergnügt?« Das kleine Mädchen wusste, dass es zwischen Vater und Mutter einen Streit gegeben hatte und dass die Mutter nicht vergnügt sein konnte und dass der Vater das wissen musste und dass er sich verstellte, wenn er so leicht hin danach fragte und sie errötete für ihren Vater. Er verstand das sofort und errötete nun gleichfalls. »Ich weiß es nicht,« antwortete sie. »Sie hat gesagt, wir sollten heute keinen Unterricht haben, sondern mit Miss Hull zur Großmama gehen.« »Na dann geh, meine liebe kleine Tanja.« »Ja, so, warte noch mal,« sagte er, indem er sie doch noch zurückhielt und ihr zartes Händchen streichelte. Er nahm vom Kamin-Sims eine Schachtel Konfekt herab, die er gestern dahingestellt hatte und gab ihr zwei Stückchen. Er wählte solche, die sie am liebsten aß, eine Schokoladenpraline und einen Fruchtbonbon. »Für Grigori?« fragte das Kind und zeigte auf die Praline. »Ja, ja.« Nochmals streichelte er ihr die Schulter und küßte sie auf die Stirn beim Haaransatz und auf den Hals, dann ließ er sie fort. »Der Wagen steht bereit,« meldete Matve. »Es ist auch eine Bittstellerin da,« fügte er hinzu. »Ist sie schon lange hier?« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Etwa ein halbes Stündchen.« »Wie oft habe ich dir befohlen, mir die Leute sofort zu melden.« »Sie müssen doch ihren Kaffee in Ruhe trinken können,« erwiderte Matve in einem freundlich groben Tone, über den sein Herr nicht zornig werden konnte. »Na, dann bitte sie jetzt schnell herein,« sagte Ablonski, ärgerlich die Augenbrauen zusammenziehend. Die Bittstellerin, eine Frau Hauptmann Kalinina, bat um etwas ganz Unmögliches und Unvernünftiges, aber nach seiner Gewohnheit ersuchte Stepan Arkadjewitsch, sie Platz zu nehmen, hörte ihr, ohne sie zu unterbrechen, aufmerksam zu und gab ihr ausführliche Ratschläge, an wen sie sich zu wenden habe und wie sie es angreifen müsse und schrieb sogar in gewandtem, bündigen Stile mit seiner großen, sperrigen, hübschen, klaren Handschrift einen Brief für sie an die Persönlichkeit, die ihr behilflich sein konnte. Nachdem er die Frau Hauptmann entlassen hatte, nahm er seinen Hut und stand noch einen Augenblick da, um zu überlegen, ob er auch nichts vergessen habe. Er überzeugte sich, dass er nichts vergessen hatte, außer dem einen, was er gern vergessen wollte, seine Frau. Ach ja! Er ließ den Kopf sinken und sein hübsches Gesicht nahm einen sorgenvollen Ausdruck an. Soll ich zu ihr hingehen oder nicht? erwog er. Und eine innere Stimme sagte ihm, es sei zwecklos hinzugehen, es liefe doch alles nur auf Lüge hinaus. Ihre gegenseitigen Beziehungen wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen, sei unmöglich, weil es weder möglich sei, Dolly wieder zu einem anziehenden, reizenden Weibe noch sich selbst zu einem alten, der Liebe unfähigen Manne zu machen. Es war jetzt alles notwendigerweise voller Lüge und Unwahrhaftigkeit. Lüge und Unwahrhaftigkeit aber waren seiner Natur zuwider. Indessen, irgendeinmal muss es doch geschehen, so kann die Sache ja nicht bleiben, sagte er zu sich, bestrebt sich Mut zu machen. Er reckte die Brust heraus, holte eine Zigarette hervor, zündete sie an, rauchte ein paar Züge, warf sie in das Aschenschälchen aus Perlmutter, durchmaß mit schnellen Schritten den Salon und öffnete die Tür zum Schlafzimmer seiner Frau. Er fand Darja Alexandrovna in der Nachtjacke die Flechten ihres bereits recht dünn gewordenen, früher so dichten, schönen Haares am Hinterkopf aufgesteckt, mit verfallenem, hagerem Gesicht und großen, erschrockenen Augen, die infolge der Hagerkeit des Gesichts stark hervortraten. Sie stand mitten unter allerlei Sachen, die im Zimmer umhergeworfen waren, vor einem offenen Wäscheschrank, aus dem sie Einzelnes heraussuchte. Als sie die Schritte ihres Mannes hörte, hielt sie inne und blickte nach der Tür, wobei sie sich ohne Erfolg bemühte, ihrem Gesichter einen strengen, verächtlichen Ausdruck zu verleihen. Sie fühlte, dass sie vor ihm Furcht hatte und sich vor der bevorstehenden Aussprache ängstigte. Eben erst hatte sie von neuem versucht, das zu tun, was sie schon zehnmal in diesen drei Tagen zu tun versucht hatte. Von den Sachen der Kinder und von ihren eigenen das Notwendigste herauszusuchen, um es zu ihrer Mutter bringen zu lassen. Und wieder konnte sie sich nicht endgültig dazu entschließen. Aber auch jetzt sagte sie sich ebenso wie bei den früheren Versuchen, dass dieser Zustand nicht fortdauern könne. Sie müsse irgendetwas unternehmen, ihren Mann bestrafen, bloßstellen, sich an ihm rächen, indem sie ihm wenigstens einen kleinen Teil des Schmerzes antäte, den er ihr zugefügt habe. Sie sagte sich immer noch, dass sie ihn verlassen wolle, fühlte aber, dass das unmöglich sei. Unmöglich aber war es deswegen, weil sie nicht davon lassen konnte, ihn als ihren Gatten zu betrachten und zu lieben. Außerdem sah sie voraus, dass, wenn sie schon hier im eigenen Hause mit der Pflege und Beaufsichtigung ihrer fünf Kinder kaum fertig wurde, diese dort, wohin sie sich mit ihnen allen begehen wollte, noch schlechter versorgt werden würden. War doch schon in diesen drei Tagen der Jüngste von schlechter Fleischbrühe, die er bekommen hatte, krank geworden, und die Übrigen hatten gestern fast gar kein Mittagessen gehabt. Sie fühlte, dass es ihr unmöglich sei, von hier wegzugehen, aber sie täuschte sich trotzdem selbst etwas vor, suchte die Sachen zusammen und tat, als ob sie weg wolle. Als sie ihren Mann erblickte, versenkte sie die Hände in ein Fach des Wäscheschrankes, als ob sie etwas suchte, und sah sich nach ihm erst um, als er ganz dicht an sie herangetreten war. Aber ihr Gesicht, dem sie einen strengen, entschlossenen Ausdruck verleihen wollte, sprach nur von Ratlosigkeit und tiefem Leide. »Dolly«, sagte er mit leiser, schüchterner Stimme. Er hatte den Kopf in die Schultern hineingezogen und wollte sich gern ein klägliches, demütiges Aussehen geben, aber dabei strahlte er doch von Frische und Gesundheit. Mit einem schnellen Blicke überschaute sie vom Kopf bis zu den Füßen seine prächtige, lebensfrohe Gestalt. »Ja, er ist glücklich und zufrieden«, dachte sie, »aber ich?« »Und diese widerwärtige Gutmütigkeit, um deren Willen ihn alle lieben und loben.« »Ich hasse an ihm diese Gutmütigkeit.« Ihr Mund presste sich zusammen, die Wangenmuskeln auf der rechten Seite ihres bleichen, nervösen Gesichtes zuckten. »Was wünschen Sie?« fragte sie schnell in unnatürlich klingendem Tone. »Dolly«, sagte er noch einmal und seine Stimme zitterte dabei. »Anna kommt heute her.« »Was geht es mich an? Ich kann sie nicht empfangen!« schrie sie auf. »Aber es wird doch nötig sein, Dolly!« »Gehen Sie weg!« »Gehen Sie weg!« rief sie, ohne ihn anzublicken, als wäre dieser Aufschrei durch einen körperlichen Schmerz hervorgerufen. Stepan Arkadjewitsch hatte wohl ruhig sein können, solange er an seine Frau nur dachte. Da hatte er hoffen können, es werde sich alles nach Matthäes Ausdruck wieder einrenken und hatte in dieser Hoffnung ruhig seine Zeitung lesen und seinen Kaffee trinken können. Als er aber jetzt ihr abgehärmtes Märtyrergesicht vor sich sah und diesen Ton ihrer Stimme hörte, aus dem ihre Ergebung in das Schicksal und ihre Verzweiflung herausklangen, da war es ihm, als wenn er ersticken müsste, es stieg ihm etwas in die Kehle und seine Augen füllten sich mit Tränen. Mein Gott, was habe ich getan, Dolly, um Gottes Willen, ich habe ja... Er konnte nicht weiterreden, ein Schluchzen verschloss ihm die Kehle. Sie schloss die Schranktür und blickte ihn an. Dolly, was kann ich sagen, nur das eine, verzeih mir, denke zurück, können denn nicht neun Jahre des Zusammenlebens einige wenige Augenblicke aufwiegen, in denen sie hatte die Augen auf den Boden gerichtet und hörte ihm zu, als warte sie, was er wohl sagen werde, als flehe sie ihn an, sie irgendwie von seiner Schuldlosigkeit zu überzeugen. Einige wenige Augenblicke, in denen ich mich hinreißen ließ, fuhr er fort und wollte weitersprechen, aber bei diesen Worten pressten sich ihre Lippen wieder wie infolge eines körperlichen Schmerzes zusammen und wieder zuckten die Muskeln ihrer rechten Wange. Gehen Sie weg, gehen Sie weg von hier, schrie sie noch durchdringender, und sprechen Sie zu mir nicht davon, dass Sie sich hätten hinreißen lassen und nicht von dem, was Sie Schändliches getan haben. Sie wollte hinausgehen, aber sie wankte und fasste nach einer Stuhllehne, um sich zu stützen. Sein Gesicht zog sich in die Breite, seine Lippen wurden dicker und die Tränen strömten ihm aus den Augen. Dolly, sagte er schluchzend, um Gottes Willen, denke an die Kinder, sie tragen ja keine Schuld. Ich bin der Schuldige, strafe mich, laß mich meine Schuld büßen. Womit ich sie nur zu büßen vermag, ich bin zu allem bereit. Ich habe gefehlt, und es ist gar nicht mit Worten zu sagen, wie schwer ich gefehlt habe, aber dennoch Dolly, verzeihe mir. Sie setzte sich hin. Er hörte ihr schweres, lautes Atmen und empfand ein unsägliches Mitleid mit ihr. Sie setzte mehrere Male an, etwas zu sagen, war aber dazu nicht imstande. Er wartete. Du denkst an die Kinder nur, um mit ihnen zu spielen. Wenn ich aber an sie denke, so weiß ich dabei, dass sie jetzt zugrunde gehen müssen, sagte sie. Es war dies offenbar eine der Redewendungen, die sie sich im Laufe dieser drei Tage immer wieder vorgesprochen hatte. Sie hatte Du zu ihm gesagt, und darum blickte er sie voll Dankbarkeit an und machte eine Bewegung, um ihre Hand zu ergreifen, aber sie wich mit Abscheu vor ihm zurück. Ich denke an die Kinder, und deshalb würde ich alles tun, was Menschen möglich ist, um sie zu retten, aber ich weiß selbst nicht, wodurch ich sie retten kann, ob dadurch, dass ich sie von ihrem Vater wegnehme, oder dadurch, dass ich sie bei ihrem liederlichen Vater lasse. Jawohl, bei ihrem liederlichen Vater. Nun sagen sie selbst, ist es denn nach allem, was geschehen ist, überhaupt noch möglich, dass wir weiter miteinander leben? Ist das überhaupt noch möglich? fragte sie noch einmal mit erhobener Stimme. Nachdem mein Mann, der Vater meiner Kinder, sich in einer Liebschaft mit der Erzieherin seiner eigenen Kinder eingelassen hat. Aber was ist nun zu machen? Was ist nun zu machen? fragte er in kläglichem Ton. Er wusste selbst nicht recht, was er sagte, und ließ den Kopf immer tiefer und tiefer herabsinken. Sie sind mir widerwärtig und ekelhaft, schrie sie, immer mehr in Hitze geratend. Ihre Tränen sind weiter nichts als Wasser, sie haben mich nie geliebt, sie besitzen weder ein Herz noch eine vornehme Gesinnung, sie sind mir verhasst und ekelhaft, sie sind mir ein Fremder, ja ein ganz Fremder. Mit bitterem Schmerze und tiefem Ingrimm sprach sie dieses Wort, ein Fremder, aus, das ihr selbst schrecklich erschien. Er blickte sie an und der Ingrimm, der auf ihrem Gesichte zum Ausdruck kam, versetzte ihn in Schrecken und Staunen. Er begriff nicht, dass gerade sein Mitleid mit ihr sie reizte. Sie bemerkte bei ihm nur ein Gefühl des Bedauerns für sie, aber keine Liebe. Nein, sie hasst mich, sie wird mir nicht verzeihen, dachte er. Das ist furchtbar, ganz furchtbar, sprach er vor sich hin. In diesem Augenblick fing im Nebenzimmer eines der Kinder, das wahrscheinlich hingefallen war, an zu schreien. Darja Alexandrovna horchte auf und ihre Miene wurde plötzlich milder. Es schien, als sammle sie einige Sekunden lang ihre Gedanken, wie wenn sie nicht recht wüsste, wo sie sich befinde und was sie zu tun habe, dann stand sie schnell auf und ging zur Tür hin. Also liebt sie doch mein Kind, dachte er, da er die Veränderung ihres Gesichtes beim Schreien des Kindes bemerkt hatte. Sie liebt mein Kind, wie kann sie dann mich hassen? Dolly, noch ein Wort, sagte er ihr nachgehend. Wenn Sie mir folgen, so rufe ich die Leute und die Kinder. Mögen Sie es alle hören, dass Sie ein Schurke sind. Ich verlasse noch heute dieses Haus und Sie können dann hier mit Ihrer Mätresse zusammenwohnen. Damit ging sie hinaus und schlug die Tür heftig hinter sich zu. Stepan Arkadjewitsch seufzte, trocknete sich die Tränen vom Gesicht und ging mit leisen Schritten zu der Tür, durch die er gekommen war. Mathieu sagt, es wird sich wieder einrinken, aber wie? Ich sehe schlechterdings keine Möglichkeit. Ach, was für eine schreckliche Lage und in welcher gewöhnlichen Weise sie schrie. Was für Ausdrücke, sagte er zu sich selbst in Erinnerung an ihr Schreien und an die Worte Schurke und Mätresse. Vielleicht haben es sogar die Dienstmädchen gehört. Furchtbar gewöhnlich, wahrhaftig. Stepan Arkadjewitsch blieb noch einige Sekunden allein stehen, trocknete sich die Augen, nahm eine feste Haltung an und verließ das Zimmer. Es war Freitag und im Esszimmer zog gerade der deutsche Uhrmacher die Uhr auf. Stepan Arkadjewitsch erinnerte sich an einen Scherz, den er einmal über diesen pünktlichen, kahlköpfigen Uhrmacher gemacht hatte. Dieser Deutsche sei wohl selbst einmal für das ganze Leben aufgezogen worden, um Uhren aufzuziehen. und diese Erinnerung entlockte ihm ein Lächeln. Stepan Arkadjewitsch liebte einen guten Witz. Vielleicht renkt es sich wieder ein. Ein hübscher Ausdruck, das »Es renkt sich wieder ein«, dachte er, »den muss ich weiter erzählen.« rief er und trug ihm auf, als er erschien, richte also mit Marja alles im Fremdenzimmer für Anna Arkadjewna her. »Zubefehl«. Stepan Arkadjewitsch zog seinen Pelz an und trat vor den Hauseingang hinaus. »Werden Sie zu Hause speisen?« fragte Matjewitsch, der ihn hinausbegleitete. »Ich weiß noch nicht, wie es sich gerade machen wird, aber hier, nimm das für Auslagen«, sagte er und händigte ihm aus seiner Brieftasche zehn Rubel ein. »Wird es reichen?« »Es lässt sich vorher nichts sagen. Jedenfalls werde ich es einzurichten suchen,« erwiderte Matjewitsch schlug den Kutschenschlag zu und trat auf die Stufen vorm Haustor zurück. Darja Alexandrovna hatte unterdessen das Kind beruhigt und als sie an dem Geräusche des Wagens merkte, dass ihr Mann weggefahren sei, kehrte sie in das Schlafzimmer zurück. Dies war immer ihre Zuflucht vor den häuslichen Sorgen. Sobald sie diese Zuflucht verließ, stürmten die Sorgen stets wieder von allen Seiten auf sie ein. Auch jetzt, während sie die paar Minuten im Kinderzimmer gewesen war, hatten die Engländerin und Matrona Filimonowna die Gelegenheit benutzt, um ihr verschiedene Fragen vorzulegen, die keinen Aufschub duldeten und die sie allein entscheiden konnte. Was die Kinder zum Spaziergang anziehen sollten, ob sie Milch bekommen sollten, ob ein anderer Koch zur Aushilfe angenommen werden solle. Ach, lasst mich, lasst mich, antwortete sie, kehrte in das Schlafzimmer zurück und setzte sich auf denselben Platz, auf dem sie mit ihrem Manne gesprochen hatte. Sie presste die abgemagerten Hände zusammen, an denen ihr die Ringe von den knochigen Fingern zu gleiten drohten, und ging in der Erinnerung das ganze vorhergehende Gespräch noch einmal durch. Er ist weggefahren, aber wie mag er sich mit dieser Person auseinandergesetzt haben, dachte sie. Ob er sie wohl noch besucht? Warum habe ich ihn nicht danach gefragt? Nein, nein, eine Aussöhnung ist unmöglich, und selbst wenn wir in demselben Hause bleiben, so werden wir doch einander fremd sein, fremd für immer. Auf dieses ihr so furchtbare Wort kam sie immer wieder mit besonderem Nachdruck zurück. Und wie habe ich ihn geliebt, oh mein Gott, wie habe ich ihn geliebt, wie habe ich ihn geliebt, und liebe ich ihn denn nicht auch jetzt noch? Liebe ich ihn nicht noch mehr als früher? Das Schrecklichste ist, aber sie beendete diesen angefangenen Gedanken nicht, da Matrona Filimonowna durch die Tür hereinblickte. Gestatten Sie doch, dass ich meinen Bruder holen lasse, sagte sie, der kann das Mittagessen herrichten, sonst bekommen die Kinder wieder wie gestern bis sechs Uhr nichts zu essen. Nun gut, ich komme gleich und werde alles, was nötig ist, anordnen. Ist nach frischer Milch geschickt. Und Darja Aleksandrovna versenkte sich in die Sorgen des Tages und betäubte dadurch für einige Zeit ihren Gram. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 Abschnitt 3 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 5 Stepan Arkadievich hatte in der Schule dank seinen trefflichen Fähigkeiten gut gelernt, war aber träge und ausgelassen gewesen und infolgedessen bei der Entlassung in der Rangordnung einer der letzten geworden. Aber trotz seinem allzeit lockeren Lebenswandel, trotz der Kürze seiner Dienstzeit und trotz seinem verhältnismäßig jugendlichen Lebensalter bekleidete er die angesehene gut besoldete Stellung des Direktors einer Moskauer Verwaltungsbehörde. Diesen Posten hatte er durch Aleksij Aleksandrovich Karenin, den Gatten seiner Schwester Anna, erhalten, der eine der höchsten Stellen in dem Ministerium einnahm, dem jene Behörde unterstellt war. Aber auch wenn Karenin seinen Schwager nicht in diese Stelle gebracht hätte, so würde es Stieva Ablonski doch durch hundert andere Personen, durch Brüder, Schwestern, Vettern, Onkel und Tanten, diese oder eine andere ähnliche Stelle mit etwa sechstausend Rubeln Gehalt bekommen haben. Und eine solche Einnahme brauchte er recht nötig, da seine Geldverhältnisse trotz dem bedeutenden Vermögen seiner Frau sich in arger Zerrüttung befanden. Halb Moskau und Petersburg war mit Stepan Arkadjewitsch verwandt oder befreundet. Er war mitten unter den Leuten geboren, die die Mächtigen dieser Welt waren oder wurden. Ein Drittel der hohen Regierungsbeamten, die älteren Männer, waren Freunde seines Vaters gewesen und hatten ihn noch im Kinderkleidchen gekannt, das zweite Drittel stand mit ihm auf Du und Du und das Dritte waren gute Bekannte. Somit waren die Verteiler irdischer Güter, als da sind Ämter, Pachtungen, Konzessionen und dergleichen, sämtlich mit ihm befreundet und konnten ihn als einen der ihrigen nicht übergehen und Abelunski brauchte sich nicht sonderlich zu bemühen, um eine einträgliche Stelle zu erhalten, er brauchte eine solche nur nicht auszuschlagen, sich nicht missgünstig zu zeigen, sich mit niemandem zu überwerfen, sich nicht gekränkt zu fühlen, was er auch sowieso zufolge der ihm eigenen Gutmütigkeit niemals tat. Es wäre ihm lächerlich erschienen, wenn man ihm gesagt hätte, er würde keine Stelle mit einem Gehalte, wie er es brauchte, erlangen, umso mehr, da er nichts Außerordentliches beanspruchte, er wollte nur das, was seine Standesgenossen meist erlangten und einen derartigen Posten konnte er ebenso gut ausfüllen wie jeder andere. Stepan Arkadjewitsch war nicht nur bei allen, die ihn kannten, wegen seines gutmütigen, heiteren Charakters und seiner unzweifelhaften Ehrenhaftigkeit beliebt, sondern in seinem ganzen Wesen, in seiner schönen, glänzenden Erscheinung, den blitzenden Augen, den schwarzen, braunen und Haaren, dem frischen, gesunden Gesicht lag etwas, was was schon durch die rein physische Wirkung alle, die mit ihm in Berührung kamen, für ihn einnahm und in eine fröhliche Stimmung versetzte. Ah, Stiva, Ablonski, da ist er ja auch, riefen fast immer die, die mit ihm zusammentrafen, mit vergnügtem Lächeln. Und wenn sie nach einem Gespräche mit ihm sich bewusst wurden, dass eigentlich nichts besonders Vergnügliches vorgekommen sei, so freuten sie sich doch am anderen und am dritten Tage alle wieder ganz ebenso bei einer Begegnung mit ihm. Schon mehr als zwei Jahre bekleidete Stepan Arkadjewitsch den Direktorposten bei der Moskauer Verwaltungsbehörde und hatte sich während dieser Zeit wie die Zuneigung so auch die Achtung seiner Kollegen, Untergebenen und Vorgesetzten und aller, die mit ihm zu tun hatten, erworben. Die Eigenschaften, die hauptsächlich dazu beitrugen, ihm diese allgemeine Achtung in dienstlicher Hinsicht zu verschaffen, waren erstens seine außerordentliche Leutseligkeit, die bei ihm auf dem Bewusstsein seiner eigenen Mängel beruhte, zweitens seine durchaus liberale fortschrittliche Gesinnung, nicht die, die er sich aus den Zeitungen zu eigen machte, sondern die, die ihm im Blute steckte und infolge deren er alle Menschen ohne jede Rücksicht auf ihren Stand und Beruf völlig gleich und unparteiisch behandelte. Drittens und das war wohl die Hauptsache seine vollständige Gemütsruhe gegenüber den Angelegenheiten, mit denen er sich zu beschäftigen hatte, so dass er sich niemals von Erregungen hinreißen ließ und keine Übereilungsfehler machte. Als Stepan Arkadjewitsch heute in seinem Wagen zu der Stätte seiner dienstlichen Tätigkeit gelangt war, begab er sich, begleitet von dem ehrerbietigen Pförtner, der ihm die Aktenmappe trug, in sein kleines Arbeitszimmer, zog die Uniform an und trat in den Sitzungssaal. Die Schreiber und Beamten erhoben sich sämtlich und verbeugten sich mit freundlicher, achtungsvoller Miene. Stepan Arkadjewitsch ging, wie immer schnellen Schrittes zu seinem Platze, drückte den Räten die Hand und setzte sich. Er scherzte und plauderte ein wenig mit ihnen gerade so viel, wie schicklich war und nahm dann die Arbeit in Angriff. Niemand verstand es besser als Stepan Arkadjewitsch, jene Grenzlinie zwischen harmlosem, schlichtem Benehmen und dienstlicher Haltung zu finden, deren Innehaltung für eine angenehme Amtstätigkeit erforderlich ist. Freundlich und achtungsvoll, wie sich eben alle in Stepan Arkadjewitschs Amtsbereich benahmen, trat der Sekretär mit einigen Schriftstücken zu ihm heran und sagte in dem freien, ungezwungenen Tone, den Stepan Arkadjewitsch eingeführt hatte, »Wir haben doch noch von dem Gouvernement Pensa die Nachrichten erhalten. Hier, ist es Ihnen vielleicht gefällig?« »Haben wir sie endlich bekommen,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch und schob einen Finger in das Aktenstück vor ihm an der Stelle, wo er es nachher aufschlagen wollte. »Nun, meine Herren!« Und die Sitzung begann. »Wenn die wüßten,« dachte er, während er mit bedeutsamer Miene beim Anhören eines Berichtes den Kopf zur Seite neigte, welch ein zerknirschter Sünder noch vor einer halben Stunde ihr Vorsitzender gewesen ist. Seine Augen lachten während der Verlesung des Berichtes. Bis zwei Uhr mußte nach der bestehenden Ordnung die Arbeit ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Um zwei Uhr kam dann eine Frühstückspause. Es war noch nicht zwei Uhr, als die große Glastür des Sitzungssaales plötzlich geöffnet wurde und jemand hereinkam. Alle Beamten blickten, erfreut über eine kleine Ablenkung, zur Tür hin, aber der Türhüter, der dort seinen Posten hatte, wies den Eindringling sofort wieder hinaus und machte die Glastür hinter ihm wieder zu. Als die Verlesung des gerade vorliegenden Schriftstückes beendet war, erhob sich Stepan Arkadjewitsch, reckte sich ein wenig, holte noch im Sitzungssaale den fortschrittlichen Anschauungen der modernen Zeitrechnung tragend eine Zigarette hervor und machte sich auf nach seinem Arbeitszimmer. Zwei seiner Kollegen, der bejahte bereits in hohem Dienstalter stehende Nikitin und der Kammerjunker Grinewitsch gingen mit ihm zusammen hinaus. Nach dem Frühstück werden wir schon mit der Sache zu Ende kommen, bemerkte Stepan Arkadjewitsch. Mit Leichtigkeit, versetzte Nikitin. Aber ein gehöriger Gauner muss doch dieser Formin sein, meinte Grinewitsch mit Bezug auf eine der Personen, die an der zur Untersuchung stehenden Sache beteiligt waren. Stepan Arkadjewitsch runzelte bei Grinewitschs Worten die Stirn, womit er zu verstehen gab, daß es unpassend sei, vorzeitig ein Urteil auszusprechen, und gab ihm keine Antwort. Wer kam denn da vorhin herein? fragte er den Türhüter. Ich kenne ihn nicht, euer Exzellenz, er drang ohne zu fragen ein, als ich gerade einmal einen Augenblick den Rücken kehrte. Er fragte dann nach ihnen, ich habe ihm gesagt, wenn die Herren herauskommen, dann, wo ist er denn? Er muß wohl eben auf den Flur hinuntergegangen sein, bis vor kurzem ist er immer hier auf und abgewandert. Da ist er, sagte der Türhüter und wies auf einen kräftig gebauten breitschulterigen krausbärtigen Mann, der ohne seine Schaffellmütze abzunehmen schnell und behend die abgetretenen Stufen der Steintreppe heraufgelaufen kam. Ein hagerer Beamter, der mit den übrigen seine Aktenmappe unter dem Arm die Treppe hinunterstieg, blieb stehen, warf einen missbilligenden Blick auf die Beine des Laufenden und blickte dann fragend Ablonski an. Stepan Arkadiewicz stand oben an der Treppe. Sein gutmütig glänzendes Gesicht über dem gestickten Uniformkragen strahlte plötzlich noch heller auf, als er den heraufkommenden erkannte. Wahrhaftig Lewin! Endlich einmal, rief er mit einem freundschaftlichen, ein wenig spöttischen Lächeln, während er den zu ihm tretenden Lewin musterte. Wie hast du es nur über dich gewinnen können, mich in dieser Räuberhöhle aufzusuchen? fuhr Stepan Arkadiewicz fort und begnügte sich nicht mit einem Händedruck, sondern küßte seinen Freund herzlich. Bist du schon lange in Moskau? Ich bin eben erst angekommen und wollte dich gern sprechen, antwortete Lewin und blickte dabei schüchtern und zugleich ärgerlich und unruhig um sich. Na, komm mit in mein Arbeitszimmer, sagte Stepan Arkadiewicz, der die empfindliche, leicht reizbare Schüchternheit seines Freundes kannte. Er faßte ihn an der Hand und zog ihn mit sich, als ob er ihn durch drohende Gefahren hindurch geleiten wollte. Stepan Arkadiewicz stand mit fast allen seinen Bekannten auf Du und Du, mit alten Männern von 60 Jahren und mit Jungen von 20 Jahren, mit Schauspielern, Ministern, Kaufleuten und Generaladjutanten, so daß sehr viele seiner Duzfreunde sich an den beiden entgegengesetzten Enden der gesellschaftlichen Stufenleiter befanden und sehr verwundert gewesen wären, zu erfahren, daß sie in Ablonski einen gemeinsamen Berührungspunkt hatten. Er duzte sich mit allen, mit denen er Champagner getrunken hatte, und Champagner trank er mit all und jedem. Traf er nun in Anwesenheit von Beamten, die ihm unterstellt waren, mit seinen kompromittierenden Dutzfreunden, wie er im Scherze viele seiner Freunde nannte, zusammen, so verstand er es, mit dem ihm eigenen Takte, den unangenehmen Eindruck abzuschwächen, den dies auf seine Untergebenen machen konnte. Lewin gehörte nicht zu diesen kompromittierenden Dutzfreunden, aber Ablonski merkte mit dem feinen Gefühl, daß er für solche Dinge besaß, daß Lewin glaubte, er, Ablonski, möge vor seinen Untergebenen nicht gern sein engeres Verhältnis zu ihm Lewin bekunden, darum beeilte sich Ablonski, ihn in sein Arbeitszimmer zu führen. Lewin war beinahe gleichen Alters mit Ablonski, und seine Dutzfreundschaft mit ihm stammte nicht etwa nur vom Champagner her. Lewin war schon in früher Jugend sein Kamerad und Freund gewesen. Sie mochten einander gern, trotz der Verschiedenheit der Charaktere und Neigungen, wie eben Freunde einander gern haben, die sich in früher Jugend zusammengefunden haben. Aber trotzdem ging es auch bei ihnen, wie so oft bei Leuten, die sich für stark verschiedene Arten von Tätigkeiten entschieden haben, obgleich ein jeder von ihnen der Tätigkeit des anderen bei genauer Überlegung Gerechtigkeit widerfahren ließ, schätzte er sie doch im Grunde seiner Seele gering. Jedem schien das Leben, das er selbst führte, das einzig wahre Leben zu sein, und das des Freundes nur eine Karikatur des Daseins. Ablonski konnte, sobald er Lewin zu sehen bekam, ein leises, spöttisches Lächeln nicht unterdrücken. Wer weiß, wie oft hatte er ihn nun schon von seinem Gute, wo er sich irgendwelcher Tätigkeit hingab, nach Moskau kommen sehen, aber was er dort eigentlich tat, das hatte Stepan Arkadjewitsch nie so recht begreifen können, und es interessierte ihn auch nicht besonders. Wenn Lewin nach Moskau kam, so war er immer stark aufgeregt, in großer Hast, ein wenig befangen, und eben infolge dieser Befangenheit sehr reizbar, und meistens hatte er sich inzwischen irgendeine völlig neue, überraschende Anschauung über diesen oder jenen Gegenstand zu eigen gemacht. Stepan Arkadjewitsch lachte über das Wesen seines Freundes, hatte es aber doch gern. Ganz ebenso verachtete auch Lewin im Grunde seiner Seele die städtische Lebensweise des Anderen und seine dienstliche Tätigkeit, der er jeden Wert absprach, und machte sich darüber lustig. Aber ein Unterschied bestand darin, dass Ablonski, der so lebte wie alle anderen Menschen auch, wenn er über seinen Freund spottete, dies voll Selbstvertrauen und in gutmütiger Weise tat. Lewin dagegen, ohne rechtes Selbstvertrauen und mitunter in aufgebrachtem Tone. »Wir haben dich schon lange erwartet«, sagte Stepan Arkadjewitsch beim Eintritt in sein Zimmer und ließ nun Lewins Hand los, wie wenn er dadurch ausdrücken wollte, dass hier keine Gefahr mehr sei. »Ich bin sehr, sehr erfreut, dich wiederzusehen«, fuhr er fort. »Nun, was machst du? Wie geht es dir? Wann bist du angekommen?« Lewin schwieg und richtete seine Blicke auf die ihm unbekannten Gesichter der beiden Kollegen Ablonskis und namentlich auf die Hände des eleganten Grinjewitsch mit den langen weißen Fingern, mit den langen, gelben, an den Spitzen gekrümmten Nägeln und den riesigen, blitzenden Manschettenknüpfen. Diese Hände nahmen augenscheinlich Lewins ganze Aufmerksamkeit in Anspruch und ließen ihn an nichts anderes mehr denken. Ablonski bemerkte das sofort und lächelte. »Ach ja, gestatten Sie, dass ich Sie miteinander bekannt mache?« sagte er. »Meine Kollegen Philipp Ivanovich Nikitin, Michael Stanislavich Grinjewitsch und auf Lewin deutend »Ein Koryphäe der ländlichen Selbstverwaltung, ein moderner Landwirt, ein Athlet, der mit einer Hand anderthalb Zentner hebt, Viehzüchter, Jäger und mein Freund, Konstantin Dimitrijevitsch Lewin, ein Bruder von Sergej Ivanovich Kasneshev.« »Sehr angenehm«, sagte der alte Beamte. »Ich habe die Ehre, Ihren Bruder Sergej Ivanovich zu kennen«, bemerkte Grinjewitsch und streckte ihm seine schmale Hand mit den langen Nägeln hin. Lewin zog ein finsteres Gesicht, reichte ihm kühl die Hand und wandte sich sofort Ablonski zu. Obgleich er seinen mit ihm von derselben Mutter stammenden Stiefbruder, einen in ganz Russland bekannten Schriftsteller, sehr hoch schätzte, konnte er es doch nicht leiden, wenn man ihn im Verkehr nicht als Konstantin Lewin, sondern als den Bruder des berühmten Kasneshev behandelte. »Nein, ich beteilige mich nicht mehr an der ländlichen Selbstverwaltung. Ich habe mich mit allen überworfen und fahre nicht mehr zu den Versammlungen«, sagte er, zu Ablonski gewendet. »Das ist einmal flink gegangen«, erwiderte Ablonski lächelnd. »Aber warum? Wie ist das gekommen?« »Das ist eine lange Geschichte. Ich will sie dir ein andermal erzählen«, antwortete Lewin, begann aber mit der Erzählung doch sofort. »Nun, um es kurz zu machen, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es eine ersprießliche ländliche Selbstverwaltung nicht gibt und nicht geben kann«, fing er an, und zwar mit einer Heftigkeit, als hätte ihn soeben jemand beleidigt. »Erstens ist es eine Spielerei. Man spielt Parlament. Ich bin aber weder jung genug noch alt genug, um an Spielereien Vergnügen zu finden. Und zweitens«, er begann zu stottern, »ist das für die feinen Leute im Kreise ein Mittel, um Geld herauszuschlagen? Früher dienten dazu die Vormundschaftsämter und Landschaftsgerichte, jetzt jedoch die Kreisverwaltung. Sie bereichern sich zwar nicht durch Annahme von Bestechungsgeldern, wohl aber durch Bezug von Gehältern, für die sie nichts leisten.« Er brachte das alles so hitzig vor, wie wenn einer der Anwesenden seine Ansicht bestritte. »Ei, sieh einmal, du befindest dich ja, merke ich, wieder auf einer neuen Entwicklungsstufe. Du bist jetzt konservativ«, sagte Stepan Arkadjewitsch. »Jedoch darüber sprechen wir später einmal.« »Ja, ja, später. Aber ich habe notwendig, mit dir zu reden«, versetzte Levin mit einem hasserfüllten Blick auf Grinjewitschs Hände. Stepan Arkadjewitsch lächelte kaum merklich. »Hast du nicht vor kurzem gesagt, du wolltest nie mehr europäische Kleidung tragen?« fragte er, während er Levin's neuen Anzug offenbar das Werk eines französischen Schneiders musterte. »Ja, ja, ich sehe schon eine neue Entwicklungsstufe.« Levin errötete plötzlich, aber nicht so, wie erwachsene Leute erröten, nur so ein wenig und ohne sich dessen selbst bewusst zu werden, sondern so wie Knaben erröten, die fühlen, dass sie durch ihre Befangenheit lächerlich erscheinen und die nun infolgedessen sich noch mehr schämen und noch mehr erröten, beinahe bis zum Weinen. Der Anblick dieses klugen männlichen Gesichtes in einem so kindlichen Zustande wirkte so befremdend, dass Ablonski die Augen davon wegwandte. »Also, wo wollen wir denn zusammenkommen? Ich muss nämlich notwendig, ganz notwendig mit dir reden.« sagte Levin. Ablonski überlegte einen Augenblick. »Wir könnten es so machen, wir fahren jetzt gleich zu Gurin, frühstücken da und reden dabei miteinander. Bis drei Uhr bin ich frei.« »Das geht nicht«, antwortete Levin nach kurzem Nachdenken. »Ich habe jetzt noch eine notwendige Besorgung.« »Nun gut, dann wollen wir zusammen Mittagessen.« »Mittagessen?« »Etwas Besonderes habe ich dir eigentlich nicht zu sagen. Es sind nur ein paar Worte. Ich wollte dich etwas fragen. Nachher können wir ja miteinander plaudern.« »So sage doch die paar Worte jetzt gleich, dann können wir uns bei Tische vollständig einer gemütlichen Unterhaltung widmen.« »Die paar Worte sind nämlich die«, sagte Levin. »Übrigens ist es weiter nichts Besonderes.« Sein Gesicht nahm plötzlich einen ärgerlichen Ausdruck an, der durch die Anstrengung hervorgerufen wurde, mit der er seiner Verlegenheit Herr zu werden suchte. »Was machen denn die Scherbatskis? Alles beim Alten?« fragte er. Stepan Arkadievich, der schon lange wusste, dass Levin in seine, Stepans, Schwägerin Kitty verliebt war, lächelte leise und seine Augen blitzten lustig. »Da hast du nun also deine paar Worte gesagt. Ich kann dir aber nicht mit ein paar Worten antworten, weil... Entschuldige einen Augenblick.« Ein Sekretär kam herein. Mit einer Art von achtungsvoller Vertraulichkeit und einem gewissen, bei allen Sekretären zu findenden, bescheidenen Bewusstsein der eigenen Überlegenheit über den Dienstherrn, was Geschäftskenntnis anlangt, trat er mit einigen Aktenstücken in der Hand an Ablonski heran und begann unter der Form einer Frage irgendeine Schwierigkeit auseinanderzusetzen. Stepan Arkadievich hörte ihn nicht bis zu Ende an, sondern unterbrach ihn, indem er ihm freundlich die Hand auf den Rockärmel legte. »Nein, machen Sie das doch nur so, wie ich gesagt habe,« versetzte er, wobei er den Tadel, der in dieser Bemerkung lag, durch ein Lächeln milderte. Dann erklärte er ihm kurz, wie er die Sache auffasse, und schob die Papiere mit den Worten zurück. »So also machen Sie es, bitte so,« »Kharnikittitsch.« Verlegen entfernte sich der Sekretär. Lewin, der während der Erörterung mit dem Sekretär seine Befangenheit vollständig überwunden hatte, stand mit beiden Händen auf eine Stuhllehne gestützt da, und auf seinem lächelnden Gesichte malte sich ein spöttisches Interesse. »Mir unbegreiflich, mir unbegreiflich,« sagte er. »Was ist ja denn unbegreiflich,« fragte Ablonski, gleichfalls heiter lächelnd, und holte eine Zigarette hervor. Er wartete, dass Lewin wieder einmal in besonderer Weise losbrechen werde. »Es ist mir unbegreiflich, mit welchen Dingen ihr euch da abgebt,« erwiderte Lewin achselzuckend. »Wie kannst du dergleichen nur ernsthaft betreiben?« »Wieso?« »Nun, weil es eigentlich doch eine Art Müßiggang ist.« »Das denkst du, so, aber wir sind mit Arbeit überhäuft.« »Mit Papierner Arbeit. Naja, dafür hast du ja eine Begabung,« fügte Lewin hinzu. »Das heißt, du meinst, dass es mir anderweitig mangelt?« »Kann schon sein,« versetzte Lewin, »aber trotzdem bewundere ich deine hervorragenden Eigenschaften und bin stolz darauf, einen so großen Mann zum Freunde zu haben.« »Aber.« »Du hast mir auf meine Frage noch nicht geantwortet,« fügte er hinzu und blickte mit verzweifelter Anstrengung dem anderen gerade in die Augen. »Na, schön, schön. Warte nur, du kommst auch noch einmal auf unseren Standpunkt. Du bist ja gut dran mit deinen dreitausend Desjatinen im Kreise Karasinsk und mit solchen Muskeln und mit solcher Lebensfrische wie ein zwölfjähriges Mädchen. Aber auch du wirst noch auf unsere Seite kommen. Ja, also, was deine Frage betrifft. Es hat sich da nichts geändert. Aber schade, dass du so lange nicht hier gewesen bist. »Wieso?« fragte Lewin erschrocken. »Nun, es ist nichts Besonderes,« antwortete Ablonski. »Wir sprechen schon noch darüber. Aber zu welchem Zwecke bist du denn eigentlich hergekommen?« »Ach, darüber können wir ja auch später noch sprechen,« erwiderte Lewin und wurde wieder rot bis über die Ohren. »Na, schön, gewiss,« versetzte Stepan Arkadiewicz. »Siehst du, ich würde dich gern zu mir einladen, aber meine Frau ist nicht recht wohl. Aber weißt du was? Wenn du die Scherbatskischen Damen sehen willst, die sind heute höchstwahrscheinlich von vier bis fünf im zoologischen Garten. Kitty läuft da Schlittschuh. Fahre dahin, ich hole dich nachher ab und wir essen dann zusammen irgendwo zum Mittag.« »Ausgezeichnet! Also auf Wiedersehen!« »Aber denk auch daran, daß du es ja nicht etwa vergißt oder wohl gar plötzlich aufs Land zurückfährst. Ich kenne dich!« rief Stepan Arkadiewicz lachend. »Nein, nein, du kannst dich auf mich verlassen!« Erst als er an der Tür war, fiel es Lewin ein, daß er ja vergessen hatte, sich von Ablonskis Kollegen zu verabschieden. Hastig holte er das Versäumte nach und verließ das Zimmer. »Wohl ein sehr energischer Herr«, bemerkte Grinjewitsch, als Lewin hinausgegangen war. »Ja, liebster Freund«, antwortete Stepan Arkadiewitsch, den Kopf hin- und herwiegend, »das ist ein Glückskind.« »Dreitausend Desjatinen im Kreise Karasinsk, das ganze Leben noch vor sich, und was für eine Frische, nicht so wie unser einer!« »Sie wollen sich beklagen, Stepan Arkadiewitsch, Sie!« »Ja, scheußlich geht es einem gar zu schlimm«, antwortete Stepan Arkadiewitsch mit einem schweren Seufzer. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K. Als Oblonski an Lewin die Frage gerichtet hatte, zu welchem Zwecke er denn eigentlich nach Moskau gekommen sei, war Lewin rot geworden und ärgerte sich nun nachher eben darüber, dass er rot geworden war und es nicht fertiggebracht hatte, ihm zu antworten, »Ich bin hergekommen, um deiner Schwägerin einen Heiratsantrag zu machen.« Wie wohl dies der einzige Zweck seiner Reise war. Die Lewins und die Scherbatskis waren alte Moskauer Adelsfamilien und hatten immer in nahen freundschaftlichen Beziehungen zueinander gestanden. Diese Verbindung hatte sich während Lewins Studienzeit noch mehr befestigt. Er hatte sich mit dem jungen Fürsten Scherbatski, dem Bruder von Dolly und Kitty, zusammen auf den Besuch der Universität vorbereitet und sie mit ihm zugleich bezogen. Zu jener Zeit verkehrte Lewin viel im Scherbatskischen Hause und war in dieses Haus verliebt. So seltsam es auch scheinen mag, Konstantin Lewin war geradezu in das Haus verliebt, in die Familie, besonders in die weibliche Hälfte der Familie Scherbatski. Lewin selbst konnte sich seiner Mutter nicht entsinnen und seine einzige Schwester war älter als er, so dass er im Scherbatskischen Hause zum ersten Male der Welt einer alten, gebildeten, ehrenhaften Adelsfamilie begegnete, die er im eigenen Hause infolge des Todes seines Vaters und seiner Mutter nicht hatte kennenlernen können. Alle Mitglieder dieser Familie und besonders der weibliche Teil erschienen ihm wie von einem geheimnisvollen poetischen Schleier verhüllt und er nahm an ihnen nicht nur keine Mängel wahr, sondern vermutete auch hinter diesem poetischen, verhüllenden Schleier die edelsten Gesinnungen und alle nur denkbaren Vollkommenheiten. Weshalb diese drei jungen Damen tagelang Französisch und Englisch sprechen mussten, weshalb sie zu bestimmten Stunden abwechselnd Klavier spielten, die Klänge des Instruments waren oben im Zimmer des Bruders zu hören, wo die beiden Studenten arbeiteten, weshalb alle diese Lehrer für französische Literatur, für Musik, für Zeichnen, für Tanzen ins Haus kamen, weshalb zu bestimmten Stunden die drei jungen Damen mit Mademoiselle Linon in der Kutsche nach dem Tverskoi Boulevard fuhren, alle in ihren Atlaspelzen, und zwar Dolly in einem langen, Natalia in einem halblangen und Kitty in einem ganz kurzen, so dass ihre wohlgestalteten Beinchen in den straffsitzenden roten Strümpfen ganz zu sehen waren, warum sie in Begleitung eines Dieners mit einer goldenen Kokarde am Hute auf dem Tverskoi Boulevard spazieren gehen mussten, alles dies und vieles andere, was in ihrer geheimnisvollen Welt geschah, verstand Lewin nicht, aber er wusste, dass alles, was dort geschah, vortrefflich war, und gerade das Geheimnisvolle all dieser Vorgänge lockte und reizte ihn. Als Student hätte er sich beinahe in Dolly, die Älteste, verliebt, jedoch verheiratete sich diese sehr bald mit Oblonski. Darauf wandte er der Zweiten seine Neigung zu, er hatte gleichsam die Empfindung, dass er sich in eine der drei Schwestern verlieben müsse, und konnte sich nur nicht klar werden, in welche nun eigentlich. Aber auch Natalia fand, gleich nachdem sie in die Gesellschaft eingeführt war, einen Gatten, den Diplomaten Lwov. Kitty war, als Lewin die Universität verließ, noch ein Kind. Der junge Scherbatsky, der zur Marine gegangen war, ertrank in der Ostsee, und Lewins Verkehr mit der Familie Scherbatsky wurde, trotz seiner Freundschaft mit Oblonski, seltener. Aber als Lewin, nach einem einjährigen Aufenthalte auf seinem Gute, zu Anfang dieses Winters nach Moskau gekommen war und bei Scherbatskys einen Besuch machte, da ging ihm die Erkenntnis auf, in welche von den drei Schwestern sich zu verlieben ihm vom Schicksal bestimmt war. Man hätte nun meinen sollen, es wäre nichts einfacher gewesen, als dass er, ein Mann von guter Herkunft, 32 Jahre alt und eher reich als arm zu nennen, um die Hand der Prinzessin Scherbatsky angehalten hätte. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre er sofort als eine gute Partie erachtet und angenommen worden. Aber Lewin war verliebt. Und daher hatte er die Vorstellung, Kitty sei in jeder Beziehung ein solcher Inbegriff von Vollkommenheit, ein so hoch über allem irdischen stehendes Wesen, er selbst dagegen ein so irdisches, niedriges Geschöpf, dass gar nicht daran zu denken sei, dass andere und sie selbst ihn ihre für würdig halten könnten. Zwei Monate lebte er so in Moskau in einer Art von Benommenheit und traf während dieser Zeit fast täglich mit Kitty in Gesellschaften zusammen, die er zu besuchen begonnen hatte, um sie zu sehen. Dann aber glaubte er auf einmal zu erkennen, dass die Sache ganz aussichtslos sei und fuhr wieder aufs Land. Lewins Überzeugung von der Aussichtslosigkeit der Sache beruhte auf seiner Annahme, dass er in den Augen der Eltern als eine unvorteilhafte, der herrlichen Kitty unwürdige Partie erscheine und dass Kitty selbst ihn nicht lieben könne. Die Eltern mussten seiner Meinung nach daran Anstoß nehmen, dass er keine bestimmte Tätigkeit von einer der herkömmlichen Arten hatte und keine Stellung in der Welt einnahm, während seine früheren Kameraden jetzt, da er im Alter von 32 Jahren stand, alle schon etwas waren, der eine Oberst und Flügeladjudant, ein anderer Professor, ein anderer Bank- oder Eisenbahndirektor oder Chef einer Regierungsbehörde wie Ablonski, er dagegen, er wußte sehr genau, wie andere mit Notwendigkeit über ihn urteilten, er war eben nur ein Gutsbesitzer, der sich mit Rinderzucht, Schnäpfenjagd und Bauten beschäftigte, das heißt, ein talentloser Mensch, aus dem nichts geworden war, und der nach den Begriffen der besseren Gesellschaft eben das tat, was Leute tun, die zu nichts Nütze sind. Die geheimnisvolle, herrliche Kitty selbst aber konnte einen so unschönen Menschen, für den er sich selbst hielt und ganz besonders einen so gewöhnlichen, in keiner Weise hervorragenden Menschen, nicht lieben. Auch sein früheres Verhältnis zu Kitty, das Verhältnis eines Erwachsenen zu einem Kinde, hervorgerufen durch die Freundschaft mit ihrem Bruder, erschien ihm als ein weiteres Hindernis für seine Liebe. Einen unschönen, gutmütigen Menschen, wie er seiner Ansicht nach einer war, konnte man, meinte er, wohl als Freund lieben, aber um mit einer solchen Liebe geliebt zu werden, wie er selbst sie für Kitty empfand, musste man ein schöner und namentlich ein bedeutender Mann sein. Er hatte allerdings schon Sagen hören, dass die Frauen oft auch zu unschönen, gewöhnlichen Männern Liebe empfänden, aber er glaubte das nicht, weil er nach seiner eigenen Person urteilte und selbst nur schöne, geheimnisvolle, ausgezeichnete Frauen lieben konnte. Nachdem er aber zwei Monate in der Einsamkeit auf dem Lande zugebracht hatte, gelangte er zu der Überzeugung, dass das, was er für Kitty empfand, denn doch von wesentlich anderer Art war, als die Liebesregungen, die er in seiner ersten Jugendzeit durchgemacht hatte, dass dieses Gefühl ihm keine Minute Ruhe lasse, dass er nicht leben könne, wenn nicht die Frage entschieden werde, ob sie sein Weib werden wolle oder nicht, dass seine Verzweiflung nur aus allerlei willkürlichen Berechnungen entsprungen sei, und dass er keinerlei Beweise dafür habe, dass er werde zurückgewiesen werden. So fuhr er denn diesmal nach Moskau mit dem festen Entschluss, ihr seine Hand anzubieten und sie zu heiraten, wenn sie ihn möge. Andernfalls, aber er vermochte sich gar nicht zu denken, was aus ihm werden sollte, wenn er abgewiesen würde. Er kam mit dem Morgenzuge in Moskau an und stieg bei seinem ältesten Bruder mütterlicherseits Kasnyshev ab. Nachdem er sich umgekleidet hatte, ging er zu ihm in sein Arbeitszimmer mit der Absicht, ihm sofort zu erzählen, zu welchem Zwecke er hergereist sei, und ihn um seinen Rat zu bitten. Aber er fand seinen Bruder nicht allein. Bei ihm saß ein namhafter Professor der Philosophie, der von Kharkov nach Moskau vornehmlich in der Absicht herübergekommen war, einen Zwiespalt der Anschauungen aufzuklären, der zwischen ihnen beiden in einer sehr wichtigen philosophischen Frage entstanden war. Der Professor nämlich hatte einen heftigen Kampf gegen die Materialisten geführt. Sergej Kasnyshev aber hatte diesen Kampf mit Interesse verfolgt und, nachdem er den letzten Artikel des Professors gelesen, ihm brieflich seine Einwendungen mitgeteilt. Darin hatte er dem Professor den Vorwurf allzu wichtiger Zugeständnisse an die Materialisten gemacht. Und nun war der Professor sofort zu ihm gekommen, um sich mit ihm auszusprechen. Es handelte sich um die zeitgemäße Frage, gibt es eine Grenze zwischen den psychischen und physiologischen Erscheinungen in der Lebenstätigkeit des Menschen und wo liegt diese Grenze? Sergej Ivanovic begrüßte seinen Bruder mit dem freundlich-kühlen Lächeln, das ihm allen Leuten gegenüber zur Gewohnheit geworden war, machte ihn mit dem Professor bekannt und setzte dann das Gespräch mit diesem fort. Der Professor, ein kleines Männchen mit schmaler Stirn und mit einer Brille, hatte für einen Augenblick den Gegenstand des Gesprächs verlassen, um den Ankömmling zu begrüßen, fuhr aber in seiner Darlegung fort, ohne Ljewin weiter zu beachten. Ljewin setzte sich hin und wollte warten, bis der Professor wegginge, aber bald interessierte er sich für den Inhalt des Gesprächs. Ljewin hatte mitunter in Zeitschriften Aufsätze über das Thema gefunden, das hier augenblicklich erörtert wurde und hatte sie gelesen, weil sie ihn als ein weiterer Ausbau der ihm von seinen naturwissenschaftlichen Universitätsstudien her bekannten Grundgedanken der Naturwissenschaft interessierten. Aber niemals hatte er diese wissenschaftlichen Darlegungen über die Entstehung des Menschen als eines körperlichen Wesens, über Reflexe, über Biologie und Soziologie in Verbindung gebracht, mit der Frage nach der Bedeutung des Lebens und Todes für ihn selbst, einer Frage, die ihm in letzter Zeit immer häufiger durch den Kopf gegangen war. Während er dem Gespräche seines Bruders mit dem Professor zuhörte, machte er die Beobachtung, dass sie Fragen der objektiven Wissenschaft mit Fragen des subjektiven Seelenlebens in Verbindung brachten, mehrere Male an diese Fragen sogar ganz dicht herankamen, aber jedes Mal, wenn sie sich dem, was ihm als der Kernpunkt erschien, genähert hatten, sich sofort wieder eilig davon entfernten und sich wieder tief in feine Unterscheidungen, Verklausulierungen, Zitate, Andeutungen und Hinweise auf Autoritäten versenkten. Nur mit Mühe begriff er, worum es sich handelte. Ich kann nicht zugeben, sagte Sergej Ivanovic, mit der ihm eigenen Klarheit, Knappheit und Eleganz des Ausdrucks, ich kann unter keinen Umständen Keis darin Recht geben, dass meine gesamten Vorstellungen von der Außenwelt in Eindrücken ihren Ursprung haben sollen. Gerade den eigentlichen Grundbegriff des Daseins habe ich nicht durch Empfindung erlangt, denn ich besitze gar keinen besonderen Sinn für die Übermittelung dieses Begriffes. Gewiss, aber die Gegner Wurst, Knaust und Pribasov antworten ihnen darauf, dass ihr Bewusstsein vom Dasein aus der Vereinigung aller Empfindungen entspringt, dass dieses Bewusstsein vom Dasein ein Erzeugnis der Empfindungen ist. Wurst sagt sogar geradezu, sobald es keine Empfindung gebe, könne es auch keinen Daseinsbegriff geben. Ich sage aber im Gegenteil, begann Sergej Ivanovic, aber an dieser Stelle des Gespräches hatte Lewin wieder den Eindruck, dass sie dem eigentlichen Kernpunkt nahegekommen, wieder im Begriff seien, sich von ihm zu entfernen, und er entschloss sich, dem Professor eine Frage vorzulegen. Mithin ist, wenn meine Sinnesempfindungen vernichtet sind, wenn mein Körper stirbt, auch keinerlei Dasein mehr möglich? fragte er. Ärgerlich und mit einer Art von seelischem Schmerzgefühl über diese Unterbrechung blickte der Professor nach dem sonderbaren Frager hin, der mehr den Eindruck eines gewöhnlichen Arbeitsmannes als eines Philosophen machte und ließ dann seine Augen zu Sergej Ivanovic wandern, als ob er fragen wollte, was soll man darauf antworten? Aber Sergej Ivanovic, der bei weitem nicht mit solchem Kampfeseifer und solcher Einseitigkeit sprach wie der Professor und dessen Kopf geräumig genug war, um sowohl mit dem Professor wissenschaftliche Erörterungen anzustellen, wie auch den einfachen, natürlichen Gesichtspunkt zu verstehen, von dem aus jene Frage gestellt war, erwiderte lächelnd, auf diese Frage eine bestimmte Antwort zu geben, sind wir noch nicht berechtigt. Wir haben keine Unterlagen dazu, bemerkte der Professor zustimmend und fuhr dann in seinen Darlegungen fort. Nein, sagte er, ich möchte doch darauf hinweisen, dass, wenn auch wie Pripasov es geradezu ausspricht, die Empfindung den Eindruck zu ihrer Grundlage hat, wir diese beiden Begriffe doch streng auseinanderhalten müssen. Lewin hörte nicht weiter zu und wartete ab, dass der Professor wegginge. Acht Sobald der Professor gegangen war, wandte sich Sergej Ivanovic seinem Bruder zu. Ich freue mich sehr, dass du hergekommen bist. Bleibst du lange in Moskau? Was macht die Wirtschaft? Lewin wusste, dass die Wirtschaft seinen älteren Bruder wenig interessierte und er sich nur aus freundlichem Entgegenkommen danach erkundigte. Daher beschränkte er sich auf einige Mitteilungen über den Verkauf des Weizens und über Geldangelegenheiten. Lewin hatte dem Bruder von seinen Heiratsabsichten sagen und ihn um seinen Rat bitten wollen. Er hatte es sich sogar ganz fest vorgenommen. Aber als er seinen Bruder gesehen und sein Gespräch mit dem Professor mit angehört hatte und als er nun den unwillkürlich gönnerhaften Ton hörte, in dem sich der Bruder nach den Wirtschaftsangelegenheiten erkundigte, das Gut, das ihrer Mutter gehört hatte, war nicht geteilt worden und Lewin verwaltete beide Anteile, da fühlte er, dass er es nicht fertig brächte, mit seinem Bruder über seine Absicht, sich zu verheiraten, zu reden. Er hatte die Empfindung, sein Bruder werde die Sache nicht so anschauen, wie es ihm erwünscht wäre. Nun, und was macht eure Kreisverwaltung? fragte Sergej Ivanovic, der sich für diese Einrichtung lebhaft interessierte und ihr große Bedeutung beimaß. »Ich weiß es wirklich nicht.« »Aber bist du denn nicht Mitglied der Verwaltung?« »Nein, ich bin nicht mehr Mitglied.« »Ich bin ausgetreten«, erwiderte Lewin. »Ich besuche auch die Versammlungen nicht mehr.« »Das ist ja schade«, versetzte Sergej Ivanovic die Stirn runzelnd. Um sein Verhalten zu rechtfertigen, begann Lewin zu erzählen, wie es bei diesen Versammlungen in seinem Kreise zugehe. »Ja, so ist das doch immer«, unterbrach ihn Sergej Ivanovic. »Wir Russen sind immer so. Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Zug in unserem Charakter, dass wir einen Blick für das haben, was bei uns mangelhaft ist. Aber wir fassen diese Mängel zu schlimm auf und finden unser Vergnügen an einer ironischen Kritik, die uns immer auf der Zunge bereit liegt. Ich will dir nur sagen, wenn man die Rechte, mit denen unsere ländliche Selbstverwaltung ausgestattet ist, einem anderen europäischen Volke verliehe. Die Deutschen und die Engländer würden auf dem Grundpfeiler dieser Rechte das Gebäude ihrer Freiheit errichten, aber wir lachen und spotten nur.« »Aber was ist zu machen?« erwiderte Lewin etwas schuldbewusst. »Das war mein letzter Versuch und ich hatte ihn aus ganzem Herzen unternommen. Ich kann nicht mehr, ich bin dazu unfähig. Unfähig bist du dazu nicht, sagte Sergej Iwanowitsch. Du betrachtest die Sache nur von einem falschen Standpunkte aus.« »Mag sein,« antwortete Lewin bedrückt. »Weißt du auch schon, unser Bruder Nikolaj ist wieder hier. Dieser Nikolaj war Konstantin Lewins älterer rechter Bruder, Sergej Iwanowitschs Stiefbruder, ein verkommener Mensch, der den größten Teil seines Vermögens durchgebracht hatte, in ganz sonderbarer, schlechter Gesellschaft verkehrte und mit seinen Brüdern zerfallen war. »Was sagst du da?« rief Lewin erschrocken. »Woher weißt du das?« »Prokofi hat ihn auf der Straße gesehen.« »Hier in Moskau? Wo ist er?« »Weißt du es?« Lewin sprang vom Stuhle auf, als ob er sogleich zu Nikolaj hineilen wolle. »Es tut mir schon leid, dass ich dir etwas davon gesagt habe,« erwiderte Sergej Iwanowitsch und schüttelte den Kopf über das aufgeregte Benehmen seines jüngeren Bruders. »Ich habe Erkundigungen einziehen lassen, wo er wohnt, und ihm den Wechsel, den er diesem Menschen, dem Trubin ausgestellt hatte und den ich eingelöst habe, zugesandt. Hier ist die Antwort, die er mir geschickt hat.« Sergej Iwanowitsch nahm unter dem Briefbeschwerer einen Zettel hervor und reichte ihn seinem Bruder hin. Dieser las Folgendes, was in einer sonderbaren, ihm so wohlvertrauten Handschrift geschrieben war. »Ich bitte, ergebenst mich in Ruhe zu lassen. Das ist das Einzige, was ich von meinen lieben Brüdern verlange.« Nikolaj Lewin Als Lewin dies durchgelesen hatte, blieb er, ohne den Kopf aufzurichten, mit dem Zettel in der Hand vor Sergej Iwanowitsch stehen. In seiner Seele kämpften miteinander der Wunsch, den unglücklichen Bruder jetzt zu vergessen und das Bewusstsein, dass dies eine Schlechtigkeit wäre. »Er will mich offenbar beleidigen,« fuhr Sergej Iwanowitsch fort, »aber mich zu beleidigen, ist er nicht imstande. Ich wünschte von ganzem Herzen, ihm zu helfen. Aber ich weiß, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist.« »Jawohl, jawohl«, versetzte Lewin. »Ich verstehe und achte dein Benehmen ihm gegenüber, aber ich meinerseits will doch zu ihm gehen.« »Wenn du Lust dazu hast, so gehe hin, aber raten kann ich dir nicht dazu,« erwiderte Sergej Iwanowitsch. »Das heißt, für mich selbst habe ich dabei keine Besorgnis. Er wird dich nicht mit mir entzweien. Aber in deinem Interesse möchte ich dir raten, lieber nicht hinzugehen. Zu helfen ist ihm nicht. Handle jedoch, wie du willst.« »Vielleicht ist ihm wirklich nicht zu helfen, aber ich fühle, und ganz besonders in diesem Augenblicke, aber das ist eine andere Sache, ich fühle, dass ich sonst nicht ruhig sein kann.« »Nun, dafür habe ich kein rechtes Verständnis,« sagte Sergej Iwanowitsch. »Eines aber weiß ich,« fügte er hinzu, »es ist dies für uns eine Lehre in der Demut.« »Ich habe über das, was man Gemeinheit nennt, anders und nachsichtiger zu urteilen angefangen, seitdem unser Bruder Nikolai das geworden ist, was er jetzt ist. Du weißt, was er getan hat?« »Ach, es ist schrecklich, ganz schrecklich«, seufzte Ljewin. Nachdem Ljewin sich von Sergej Iwanowitschs Diener die Wohnung des Bruders hatte angeben lassen, stand er schon im Begriffe sofort, zu ihm zu fahren. Aber nach kurzer Überlegung entschied er sich dafür, diesen Besuch bis zum Abend zu verschieben. Vor allen Dingen musste er, um sein seelisches Gleichgewicht wiederzuerlangen, die Angelegenheit zur Entscheidung bringen, um deren Willen er nach Moskau gekommen war. Daher fuhr er von seinem Bruder Sergej zu Ablonski nach dessen Dienstgebäude, und nachdem er von diesem Auskunft über Scherbatskis erhalten hatte, fuhr er dorthin, wo er nach Ablonskis Angabe, Kitty, zu treffen hoffte. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Eva K. Abschnitt 5 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 9 Um 4 Uhr stieg Lewin, der sein Herz heftig klopfen fühlte, am Zoologischen Garten aus der Droschke und ging auf einem Fußweg zur Rudelbahn und zur Eisbahn. Er wusste zuverlässig, dass er Kitty dort finden werde, da er den Scherbatskischen Wagen beim Eingangstor gesehen hatte. Es war ein heller Frosttag. Am Eingangstor standen in langen Reihen Wagen vornehme Schlitten und einfache Schlittendroschken, Polizisten führten die Aufsicht. Von gut gekleideten Menschen, deren Hüte im hellen Sonnenscheine glänzten, wimmelte es am Eingange und auf den gesäuberten Fußwegen zwischen den russischen Häuschen mit den geschnitzten Firstbalken. Die alten krausen Birken des Gartens ließen vom Schneebeschwert alle Zweige herabhängen und sahen aus, als ob sie in neue Festgewänder gekleidet seien. Während er auf dem Fußwege zur Eisbahn ging, sagte er zu sich selbst, »Ich darf mich nicht aufregen, ich muss ruhig sein. Warum klopfst du so?« redete er sein Herz an. »Was hast du? Sei still, du dummes Ding!« Aber je mehr er sich bemühte, ruhig zu werden, um so schwerer wurde ihm das Atmen. Ein Bekannter begegnete ihm und rief ihn an, aber Ljewin erkannte nicht einmal, wer es war. Er näherte sich der Rodelbahn, wo die Ketten der auf- und abfahrenden Schlitten klirrten, die hinabsausenden Schlitten laut auf dem Eise knirrschten und fröhliche Stimmen erklangen. Nun ging er noch einige Schritte weiter und vor ihm breitete sich die Eisbahn aus und sofort erkannte er unter all den Schlittschuhläufern Kitty. Er erkannte, dass sie da war an dem Gefühle der Freude und zugleich der Angst, von dem sein Herz ergriffen wurde. Sie stand im Gespräch mit einer Dame begriffen am entgegengesetzten Ende der Eisbahn. Anscheinend war weder an ihrer Kleidung noch an ihrer Haltung etwas Auffallendes, aber für Ljewin war es ebenso leicht, sie aus diesem Menschenschwarm herauszufinden wie einen Rosenstrauch aus Nesseln. Alles wurde von ihr erleuchtet. Sie war das Lächeln, das alles umher in heiterem Glanze erstrahlen ließ. Kann ich mich wirklich aufs Eis hinunterbegeben und zu ihr hingehen? überlegte er. Die Stelle, wo sie stand, erschien ihm als ein unnahbares Heiligtum und einen Augenblick war er nahe daran, wieder wegzugehen. So bange war ihm zumute. Er musste sich erst gewaltsam zusammennehmen und sich sagen, dass sich ja dort in ihrer Nähe allerlei Leute bewegten und auch er selbst ja hergekommen sein konnte, um Schlittschuh zu laufen. So stieg er auf das Eis hinunter, vermied es aber, wie man das bei der Sonne tut, Kitty lange anzusehen. Aber er sah sie, wie die Sonne auch, ohne hinzublicken. Auf dem Eise pflegten an diesem Wochentage und zu dieser Tageszeit Angehörige eines bestimmten Gesellschaftskreises zusammenzukommen, die alle untereinander bekannt waren. Da waren Meister im Schlittschuhlaufen, die mit ihrer Kunst glänzten, Anfänger hinter Stuhlschlitten mit ängstlichen, ungeschickten Bewegungen, neben ganz jungem Volke auch alte Leute, die ihre Gesundheit wegen liefen, sie alle betrachtete Ljewin als auserwählte Günstlinge des Glückes, weil ihnen vergönnt war, hier in Kittys Nähe zu sein. Aber alle diese Schlittschuhläufer schien es, waren dabei von der größten Seelenruhe, holten sie ein, überholten sie, redeten sogar mit ihr und vergnügten sich ganz ohne Rücksicht auf sie, indem sie sich das vorzügliche Eis und das schöne Wetter mit Lust zunutze machten. Nikolai Scherbatski, ein fetter Kittys, saß in kurzer Jacke und engen Hosen die Schlittschuhe an den Füßen auf einer Bank und rief, sobald er Ljewin erblickte, ihm zu, »Sieh da, der erste Schlittschuhläufer Rußlands!« »Sind Sie schon lange hier?« »Prächtiges Eis!« »Schnallen Sie doch die Schlittschuhe an!« »Ich habe gar keine mit«, antwortete Ljewin und wunderte sich selbst, daß er sich in ihrer Gegenwart so dreist und ungezwungen zu benehmen vermochte. Er verlor sie keine Sekunde aus den Augen, obwohl er nicht zu ihr hinblickte. Er fühlte, daß seine Sonne sich ihm näherte. Kitty hatte in einer Ecke gestanden und kam nun, die schmalen Füßchen in den hohen Stiefelchen in stumpfem Winkel aufsetzend, mit augenscheinlicher zaghaftigkeit auf ihn zugelaufen. Ein Knabe in russischer Tracht, der wie ein Verzweifelter die Arme umherwarf und sich tief vorn überbückte, überholte sie. Sie lief nicht sehr sicher, daher hatte sie die Hände aus dem Kleinen an einer Schnur hängenden Muff herausgezogen und hielt sie in Bereitschaft. Sie blickte Ljewin, den sie erkannt hatte, an und lächelte ihm freundlich zu, wobei sie zugleich ihre eigene Ängstlichkeit belächelte. Als sie die erforderliche Schwenkung glücklich ausgeführt hatte, gab sie sich mit dem federnden Füßchen einen kleinen Stoß und glitt gerade auf Schirbatski zu, sie ergriff ihn am Arme und nickte Ljewin lächelnd zu. Sie war noch schöner als das Bild, das ihm vorgeschwebt hatte. Wenn er an sie gedacht hatte, hatte er sich ihr ganzes Persönchen lebhaft vorstellen können, namentlich den stillen Reiz dieses kleinen, blonden Köpfchens mit dem Ausdruck kindlicher Unschuld und Herzensgüte, das so frei auf den wohlgeformten, jungfräulichen Schultern saß. Die Kindlichkeit ihres Gesichtsausdruckes im Verein mit der schlanken Schönheit ihrer Gestalt bildete an ihr einen besonderen Reiz, für den Ljewin durchaus Verständnis hatte. Aber was ihn an ihr immer wie etwas Unerwartetes überraschte, das war der Ausdruck ihrer Augen. Dieser sanften, ruhigen, ehrlichen Augen und ganz besonders ihr Lächeln, das ihn immer in eine Zauberwelt versetzte, in der er sich so gerührt und so weich gestimmt fühlte, wie er es nach seiner Erinnerung nur an einigen wenigen Tagen seiner frühesten Kindheit gewesen war. »Sind Sie schon lange hier?« fragte sie ihm die Hand reichend. »Danke schön«, fügte sie hinzu, als er das Taschentuch aufhob, das ihr aus dem Muff gefallen war. »Ich, ich bin eben erst gestern, das heißt, heute bin ich angekommen«, antwortete Ljewin, der vor Aufregung ihre Frage nicht so gleich verstanden hatte. »Ich wollte bei Ihnen einen Besuch machen«, fuhr er fort, und da ihm in demselben Augenblick einfiel, welche Absicht ihn zu ihr führte, wurde er verlegen und errötete. »Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie auch Schlittschuh laufen, und Sie laufen sehr gut.« Sie blickte ihn aufmerksam an, als wollte sie die Ursache seiner Verlegenheit erforschen. »Ihr Lob ist mir sehr wertvoll. Es hat sich hier eine Überlieferung erhalten, dass Sie der beste Schlittschuhläufer sind«, antwortete sie und klopfte mit ihrer kleinen in einem schwarzen Handschuh steckenden Hand die Reifnadeln ab, die auf ihren Muff gefallen waren. »Ja, ich lief früher mit Leidenschaft, ich wollte es zur Meisterschaft bringen.« »Es scheint, Sie tun alles mit Leidenschaft«, versetzte sie lächelnd. »Ich würde Sie sehr gern einmal laufen sehen. Schnallen Sie sich doch Schlittschuhe an, dann können wir ja zusammenlaufen.« »Zusammenlaufen?« »Ist das denn wirklich möglich?« dachte Läwin, indem er sie anblickte. »Ich will mir sofort welche anschnallen«, sagte er, und er ging hin, um Schlittschuhe anzuschnallen. »Sie sind ja lange nicht bei uns gewesen, gnädiger Herr«, sagte der Eisbahnpächter, während er seinen Fuß hielt und den Schlittschuh festschraubte. »Nach Ihnen haben wir keinen so guten Läufer hier gehabt.« »Wird es so gut sein?« fragte er beim Festziehen des Riemens. »Ja, es ist ganz gut, nur schnell, nur schnell«, antwortete Läwin und unterdrückte nur mit Mühe ein glückseliges Lächeln, das unwillkürlich auf sein Gesicht trat. »Ja«, dachte er, »das ist Leben, das ist Glück. Zusammen«, hat sie gesagt, »wir können zusammenlaufen.« »Ob ich es ihr gleich jetzt sage?« »Aber ich scheue mich gerade deswegen, es ihr zu sagen, weil ich jetzt so glücklich bin, glücklich wenigstens in der Hoffnung, und später?« »Aber ich muss es tun, ich muss, ich muss, weg mit der Schwäche.« Ljewin stellte sich auf die Füße, legte den Überzieher ab, nahm auf dem rauhen Boden beim Häuschen einen Anlauf und lief dann auf das glatte Eis hinaus, dort glitt er ohne Anstrengung dahin, wie wenn er durch den bloßen Willen seinen Lauf beschleunigte, verlangsamte und lenkte. Zaghaft näherte er sich ihr, aber wieder beruhigte ihn ihr Lächeln. Sie reichte ihm die Hand, und nun liefen sie mit gesteigerter Geschwindigkeit nebeneinander her, und je schneller sie liefen, umso fester drückte sie seine Hand. »Mit Ihnen würde ich es rasch lernen«, sagte sie zu ihm, »ich habe ein so großes Vertrauen zu Ihnen.« »Und ich gewinne gleich an Selbstvertrauen, wenn Sie sich auf mich stützen«, erwiderte er, erschrak aber sogleich über das, was er gesagt hatte, und wurde rot. Und wirklich, kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, da verlor auch schon ihr Gesicht, wie wenn die Sonne sich hinter dunklem Gewölk verbirgt, all seine Freundlichkeit, und Ljewin bemerkte an ihr das ihm wohlbekannte Minenspiel, das stets ein Zeichen ernsten Nachdenkens war. Auf ihrer glatten Stirn trat ein kleines Fältchen hervor. »Ist Ihnen etwas unangenehm?« sagte er schnell. »Ich habe allerdings kein Recht, danach zu fragen.« »Wieso? Aber nein, es ist mir nichts unangenehm«, antwortete sie kühl und fügte sogleich hinzu. »Haben Sie Mademoiselle Linnon nicht begrüßt?« »Nein, noch nicht.« »Laufen Sie doch zu ihr hin, sie hat sie so gern.« »Was ist das? Ich habe sie erzürnt.« »Herrgott, steh mir bei«, dachte Ljewin und lief zu der alten Französin mit den grauen Löckchen hin, die auf einer Bank saß. Lächelnd und ihre falschen Zähne zeigend, begrüßte sie ihn wie einen alten Freund. »Ja, ja, so wachsen wir und werden älter«, sagte sie zu ihm, mit den Augen auf Kitty deutend. »Tiny Bear ist schon hübsch groß geworden«, fuhr die Französin lachend fort und erinnerte ihn damit an einen Scherz, den er einstmals über die drei Fräulein gemacht hatte. Er hatte sie nach den drei Bären in dem englischen Märchen benannt. »Erinnern Sie sich wohl, dass Sie sie früher einmal so genannt haben?« Er stellte entschieden in Abrede, sich dessen zu entsinnen, aber die Französin lachte schon zehn Jahre über diesen Scherz und fand ihn hübsch. »Nun gehen Sie, laufen Sie weiter! Aber unsere Kitty hat ganz gut laufen gelernt, nicht wahr?« Als Ljewin wieder zu Kitty hingelaufen kam, war ihre Miene nicht mehr so streng und auch die Augen blickten offen und freundlich. Aber es schien ihm, als liege in ihrer Freundlichkeit ein besonderer, geflissentlich ruhiger Ton, und es wurde ihm schwer ums Herz. Nachdem sie ein Weilchen über ihre alte Erzieherin und deren Absonderlichkeiten gesprochen hatte, fragte sie ihn nach seiner Lebensweise. »Langweilen Sie sich denn im Winter auf dem Lande gar nicht?« fragte sie. »Nein, ich langweile mich nicht, ich habe viel zu tun,« erwiderte er und fühlte dabei, dass sie ihn durch ihren ruhigen Ton in Schranken hielt und dass er jetzt ebenso wenig imstande sein werde, diese Schranken zu durchbrechen, wie er es zu Anfang des Winters gekonnt hatte. »Sind Sie zu längerem Aufenthalte nach Moskau gekommen?« fragte ihn Kitty. »Ich weiß es nicht,« antwortete er, ohne zu überlegen, was er sagte. Es kam ihm der Gedanke, wenn er sich wieder diesem ruhig freundschaftlichen Tone fügte, so werde er auch diesmal abreisen müssen, ohne eine Entscheidung erreicht zu haben, daher beschloss er, sich dagegen aufzulehnen. »Aber das müssen Sie doch wissen!« »Nein, ich weiß es nicht, das wird von Ihnen abhängen,« versetzte er und erschrak sogleich über diese Antwort. Ob sie nun seine Worte nicht gehört hatte oder nicht hatte hören wollen, sie schien zu straucheln, stampfte zweimal mit dem Füßchen auf und lief eilig von ihm fort. Sie lief zu Mademoiselle Linon hin, sagte ihr etwas und schlug dann die Richtung nach dem Häuschen ein, wo die Damen sich die Schlittschuhe an- und abschnallen ließen. »Mein Gott, was habe ich getan? Herr, mein Gott, steh mir bei! Gib mir ein, was ich tun soll!« betete Lewin im Stillen. Und da er gleichzeitig ein Bedürfnis nach starker Bewegung empfand, so nahm er einen Anlauf und beschrieb Spiralen nach außen und nach innen zu. In diesem Augenblick trat ein junger Mann, der beste der neueren Schlittschuhläufer, mit einer Zigarette im Munde und Schlittschuhen an den Füßen aus dem Kaffeehäuschen heraus, nahm einen Anlauf und sprang auf den Schlittschuhen mit Gepolter die Treppenstufen hinab. Unten angelangt glitt er, ohne auch nur die ungezwungene Haltung der Arme zu verändern, auf dem Eise dahin. »Aha, das ist ein neues Kunststück«, sagte Lewin und lief sofort nach oben, um es gleichfalls auszuführen. »Brechen Sie sich nicht den Hals, das muss man geübt haben«, rief ihm Nikolaj Scherbatsky zu. Lewin stieg die Stufen hinan, nahm oben einen möglichst großen Anlauf und sprang hinunter, wobei er sich bei der ungewohnten Bewegung mit den Armen im Gleichgewicht hielt. Bei der letzten Stufe strauchelte er, jedoch berührte er das Eis dabei kaum mit der Hand. Durch eine kräftige Bewegung brachte er sich wieder in die Höhe und lief lachend auf den Schlittschuhen über die Eisfläche weiter. »Ein lieber, prächtiger Mensch«, dachte Kitty, die in diesem Augenblicke mit Mademoiselle Linant aus dem Häuschen heraustrat und mit einem stillen, freundlichen Lächeln nach ihm wie nach einem lieben Bruder hinblickte. »Bin ich wirklich schuld? Habe ich denn etwas Schlimmes getan? Die Leute reden immer von Gefallsucht. Ich weiß, dass ich ihn nicht liebe, aber doch macht mir das Zusammensein mit ihm so viel Vergnügen, und er ist ein so prächtiger Mensch. Aber warum hat er das nur gesagt?« dachte sie. Als Lewin sah, dass Kitty und ihre Mutter, die auf den Stufen mit ihr zusammengetroffen war, von der Eisbahn weggingen, blieb er ganz rot von der schnellen Bewegung stehen und überlegte. Er schnallte die Schlittschuhe ab und holte Mutter und Tochter am Ausgange des Gartens ein. »Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen«, sagte die Fürstin. »Unser Empfangstag ist immer noch der Donnerstag.« »Also heute?« »Wir werden sehr erfreut sein, Sie bei uns zu sehen«, erwiderte die Fürstin in trockenem Tone. Diesen trockenen Ton empfand Kitty peinlich und sie konnte sich des Verlangens nicht erwehren, das kühle Wesen der Mutter wieder gut zu machen. Daher wandte sie den Kopf zu Lewin zurück und sagte lächelnd, »Auf Wiedersehen!« Zu derselben Zeit war Stepan Arkadiewicz, den Hut schief auf dem Kopfe, mit strahlendem Gesicht und blitzenden Augen wie ein froher Sieger im Garten erschienen. Aber als er seiner Schwiegermutter begegnete, beantwortete er mit trauriger, bedrückter Miene deren Fragen nach Dollys Gesundheit. Er führte dieses Gespräch mit leiser Stimme und in niedergeschlagener Haltung. Aber sobald die Damen weggefahren waren, richtete er sich wieder selbstbewusst auf und faßte Ljewin unter den Arm. »Nun, wie ist's?« »Wollen wir fahren?« fragte er. »Ich habe fortwährend an dich gedacht und bin sehr froh, dass du hierher nach der Eisbahn gekommen bist,« sagte er und blickte ihm bedeutsam in die Augen. »Schön, schön, fahren wir!« antwortete der glückliche Ljewin, dem immer noch so war, als höre er den Ton der Stimme, die zu ihm »Auf Wiedersehen« gesagt hatte und als sähe er das Lächeln, mit dem diese Worte gesprochen worden waren. »Nach dem Hotel d'Angleterre oder nach der Hermitage?« »Mir ganz gleich.« »Na dann nach dem Hotel d'Angleterre,« entschied Stepan Arkadiewicz. Er wählte dieses Restaurant deswegen, weil er da mehr schuldig war als in der Hermitage. Aus diesem Grunde hielt er es für unpassend, dieses Hotel zu meiden. »Hast du eine Droschke?« »Das ist ja vortrefflich.« »Ich habe nämlich meinen Wagen wieder nach Hause geschickt.« Während der ganzen Fahrt schwiegen die beiden Freunde. Ljewin dachte darüber nach, was jener Wechsel des Ausdrucks auf Kittys Gesicht wohl zu bedeuten gehabt habe und gab sich bald dem Glauben hin, dass er hoffen dürfe. Bald geriet er in Verzweiflung und sah klar ein, dass seine Hoffnung sinnlos sei, fühlte sich aber trotzdem als ein ganz anderer Mensch, völlig unähnlich dem, der er vor ihrem Lächeln und vor den Worten »Auf Wiedersehen« gewesen war. Stepan Arkadjewitsch stellte unterwegs in Gedanken die Speisenfolge des Mittagsmahles zusammen. »Du isst doch wohl gern Steinbutt?« fragte er Ljewin, als sie an dem Restaurant vorfuhren. »Was?« erwiderte Ljewin. »Steinbutt, ja, Steinbutt esse ich leidenschaftlich gern.« Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Eva K. Abschnitt 6 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 10 Als Ljewin mit Ablonski in das Hotel trat, drängte sich jenem die Wahrnehmung auf, dass Ablonskis Gesicht und gesamte Gestalt einen ganz besonderen Eindruck machten, gleichsam den Eindruck eines verhaltenen, strahlenden Leuchtens. Ablonski legte den Überzieher ab und ging, den Hut schief auf einem Ohr, in den Speisesaal. Während des Gehens erteilte er den tartarischen Kellnern, die im Frack das Tellertuch unter dem Arm ihn umdrängten und begleiteten, seine Befehle. Indem er sich nach rechts und links gegen Bekannte verbeugte, die er auch hier in Menge fand und die ihn wie überall freudig begrüßten, ging er an den Schanktisch, trank einen Schnaps, aß ein Stückchen Fisch dazu und machte zu der geschminkten, mit Bändern, Spitzen und Haarwickeln aufgeputzten Französin, die als Kassiererin dasaß, eine Bemerkung, worüber diese laut lachen musste. Lévin hingegen verzichtete nur deswegen auf einen Schnaps, weil ihm diese Französin, die ganz aus falschem Haar poudre de riz und vinaigre de toilette zusammengesetzt zu sein schien, gar zu widerwärtig war. Wie von einem unsauberen Orte trat er schnell von ihr weg. Seine ganze Seele war von der Erinnerung an Kitty erfüllt und in seinen Augen leuchtete ein Lächeln des Triumphes und des Glückes. »Bitte hierher, euer Durchlaucht, hier werden euer Durchlaucht ungestört sein«, sagte ein mit besonderer Beflissenheit sich an sie herandrängender alter Tatar mit blassem Gesicht und breiten Hüften, über denen die Frackschöße auseinanderklafften. »Bitte euer Durchlaucht«, sagte er auch zu Lévin, denn zum Zeichen besonderer Verehrung für Stepan Arkadjewitsch wollte er auch dessen Gast achtungsvoll behandeln. Im Nu hatte er ein frisches Tuch über einen bereits gedeckten, runden Tisch unter einem bronzenen Wandleuchter gebreitet und die Samtsessel herangerückt, dann stellte er sich das Tellertuch und die Speisekarte in den Händen vor Stepan Arkadjewitsch hin und erwartete seine Bestellungen. »Wenn euer Durchlaucht ein besonderes Kabinett befehlen, es wird sofort eins frei werden, Fürst Galizein mit einer Dame, wir haben frische Austern bekommen.« »Ah, Austern«, Stepan Arkadjewitsch überlegte. »Sollen wir den Kriegsplan ändern, Lévin?« fragte er. Er hatte den Finger auf die Speisekarte gesetzt und auf seinem Gesicht lag der Ausdruck ernsten Zweifels. »Sind die Austern auch gut? Nimm dich in Acht.« »Flensburger, euer Durchlaucht, Ostender haben wir nicht.« »Ob Flensburger oder andere, darauf kommt es nicht an, aber sind sie auch frisch?« »Wir haben sie gestern bekommen.« »Nun also, wie wär's, wollen wir mit Austern anfangen und demgemäß dann den ganzen Plan umändern? Wie?« »Mir ganz gleich, ich äse am liebsten Kohlsuppe und Grütze, aber so etwas gibt es hier ja nicht.« »Befehlen Sie Grütze à la Rue's?« fragte der Tatar und beugte sich über Ljewin wie eine Wärterin über ein kleines Kind. »Nein, ohne Scherz.« »Was du auswählst, wird mir recht sein. Ich bin Schlittschuh gelaufen und habe tüchtigen Appetit und du brauchst nicht zu glauben,« fügte er hinzu, als er auf Oblonskis Gesicht eine gewisse Unzufriedenheit bemerkte, »daß ich deine Auswahl nicht werde nach Gebühr zu würdigen wissen. Es wird mir großes Vergnügen bereiten, gut zu speisen.« »Es wäre auch schlimm, wenn's nicht der Fall wäre,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch. »Man mag sagen, was man will. Das ist eine der schönsten Lebensgenüsse. Nun also, Freundchen, dann gib uns Austern, zwei oder nein, das ist ein bisschen wenig, drei Dutzend. Suppe mit allerlei Grünzeug darin.« »Prentaniere«, schaltete der Tatar ein. Aber Stepan Arkadjewitsch wollte ihm offenbar nicht den Gefallen tun, die Gerichte französisch zu benennen. »Mit allerlei Grünzeug darin, verstehst du wohl, dann Steinbutt mit einer so dicken Tunke, dann Roastbeef und sorge dafür, daß es gut ist, dann Kapauen, nicht wahr? Na, und natürlich Kompott.« Der Tatar, der sich inzwischen erinnert hatte, daß es eine Eigenheit Stepan Arkadjewitschs war, die Gerichte nicht mit den auf der französischen Speisekarte angegebenen Namen zu bezeichnen, hatte ihm nicht mehr die einzelnen Namen französisch nachgesprochen, machte sich aber nun zum Schluss das Vergnügen, die ganze Bestellung nach der Speisekarte zu wiederholen. Unmittelbar darauf legte er, als ob seine Bewegungen durch innerlich angebrachte Federn geregelt würden, die eine buchförmig eingebundene Karte, die Speisekarte hin, ergriff die andere, die Weinkarte, und reichte diese Stepan Arkadjewitsch. »Was wollen wir trinken?« »Ich trinke, was du willst, nur nicht zu viel. Meinetwegen Champagner«, erwiderte Ljewin. »Was, gleich von Anfang an? Aber du hast recht, meinetwegen. Trinkst du gern weißgesiegelten?« »Cachet Blanc«, schaltete der Tatar ein. »Na, dann bring uns zu den Austern diese Marke, nachher wollen wir weiter sehen.« »Zubefehl«, und welchen Tischwein befehlen sie? »Bring uns Nuit, oder nein, lieber einen recht guten Chablis.« »Zubefehl«, »Und den Käse, den eure Durchlaucht auch sonst immer nehmen?« »Na ja, Parmesan.« »Oder bevorzugst du einen anderen?« »Nein, mir ist es ganz gleich«, erwiderte Ljewin, ohne ein Lächeln unterdrücken zu können. Der Tatar lief mit flatternden Frackschößen hinaus und kam nach fünf Minuten mit einer Schüssel voll geöffneter Austern in ihren perlmutterglänzenden Schalen und mit einer Flasche zwischen den Fingern wieder hereingeflogen. Stepan Arkadjewitsch zerknitterte das gestärkte Mundtuch, steckte es mit einem Zipfel unter die Weste, legte in aller Ruhe die Arme auf den Tisch und machte sich an die Austern. »Nicht übel«, sagte er, während er die Austern mit dem silbernen Gäbelchen aus der schillernden Schale löste und eine nach der anderen verschluckte. »Nicht übel«, wiederholte er und richtete seine feuchtschimmernden, glänzenden Augen bald auf Ljewin, bald auf den Tataren. Ljewin aß gleichfalls von den Austern, obwohl ihm Weißbrot mit Käse mehr zugesagt hätte, aber es machte ihm vergnügend, seinem Tischgenossen zuzusehen. Sogar der Tatar, der den Pfropfen aus der Flasche gezogen und den schäumenden Wein in die schlankfüßigen, weitschaligen Gläser gegossen hatte, blickte mit merkbarem Lächeln auf Stepan Arkadjewitsch, während er seine weiße Krawatte wieder zurechtschob. »Du bist wohl kein besonderer Freund von Austern«, sagte Stepan Arkadjewitsch und trank sein Glas aus. »Oder hast du Sorgen? Wie?« Er hätte Ljewin gern fröhlich gesehen, aber dieser war nicht eigentlich trübe gestimmt, sondern fühlte sich vielmehr in Verlegenheit. Mit dem, was er auf dem Herzen hatte, war ihm sonderbar und unbehaglich zumute in einem solchen Restaurant, zwischen Kabinetten, wo mit Damen gespeist wurde, mitten in diesem Gelaufe und Getreibe, diese ganze Einrichtung mit Bronzefiguren, Spiegeln, Gaskronen und tartarischen Kellnern, all dies war ihm geradezu widerwärtig. Er fürchtete, das zu beflecken, was seine ganze Seele erfüllte. »Ich? Ja, Sorgen habe ich, aber außerdem macht mich hier die ganze Umgebung verlegen«, antwortete er. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie fremdartig jemandem, der immer auf dem Lande lebt, das alles vorkommt, zum Beispiel auch die Fingernägel des Herrn, den ich bei dir traf.« »Ja, ja, ich habe es wohl gesehen, daß die Nägel des armen Grinjewitsch dich sehr interessieren«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch lachend. »Ich kann das nicht vertragen«, antwortete Ljewin. »Versuche doch einmal, dich in meine Seele hinein zu versetzen. Stelle dich auf den Standpunkt eines Mannes vom Lande. Wir auf dem Lande geben uns Mühe, unsere Hände in eine solche Verfassung zu bringen, das sich bequem mit ihnen arbeiten läßt. Darum schneiden wir unsere Nägel kurz und streifen uns manchmal die Ärmel auf. Aber hier lassen die Leute absichtlich ihre Nägel so lang wachsen, wie es nur irgend möglich ist, und befestigen an den Handwurzeln, angeblich als Hemdknöpfe, kleine Schüsseln, um nur ja nicht imstande zu sein, mit den Händen etwas vorzunehmen. Stepan Arkadjewitsch lächelte vergnügt. Das soll eben eine Andeutung sein, dass er keine grobe Arbeit zu verrichten braucht. Er arbeitet mit dem Kopfe. Mag sein, aber fremdartig bleibt es mir dennoch, ebenso wie es mir jetzt seltsam vorkommt, dass, während wir auf dem Lande uns möglichst schnell satt zu essen suchen, um wieder an unsere Arbeit gehen zu können, wir beide hier es darauf anlegen, möglichst lange zu essen, ohne satt zu werden, und zu diesem Zwecke Austern essen. Selbstverständlich tun wir das, warf Stepan Arkadjewitsch dazwischen, aber darin besteht ja gerade das Ziel der Bildung, sich aus allem einen Genuß zu bereiten. Nun, wenn das das Ziel ist, dann möchte ich lieber ein Wilder sein. Du bist ja auch ein Wilder, ihr Ljewins seid alle Wilde. Ljewin seufzte. Er dachte an seinen Bruder Nikolai, und Scham und Traurigkeit überkamen ihn, sodass seine Miene sich verfinsterte. Aber Ablonski leitete das Gespräch auf einen Gegenstand, der ihn sofort diese trüben Gedanken vergessen ließ. Nun, wie ist's? Kommst du heute Abend zu meinen Verwandten, ich meine zu Scherbatskis? fragte er, indem er die leeren, rauen Austernschalen von sich schob, sich den Käse heranzog und bedeutsam mit den Augen zwinkerte. Ja, ich werde bestimmt hinkommen, antwortete Ljewin, obgleich ich den Eindruck hatte, dass die Fürstin mich nur ungern aufforderte. Wie kannst du das denken, so ein Unsinn, das ist nun einmal ihre Manier so. Na, nun bring uns die Suppe, lieber Freund. Das ist so ihre Art, Grand Dame, sagte Stepan Arkadievich. Ich komme auch hin, muss aber vorher erst noch zu der Gräfin Bonina zu einer Gesangprobe. Na, kannst du bestreiten, dass du ein Wilder bist? Wie ist es denn sonst zu erklären, dass du vor ein paar Monaten urplötzlich aus Moskau verschwandest? Scherbatskis haben mich unaufhörlich nach dir gefragt, als müsste ich Bescheid wissen. Und ich weiß doch nur das eine, dass du immer gerade das tust, was sonst niemand tut. Ja, erwiderte Ljewin langsam und in sichtlicher Erregung. Du hast recht. Ich bin ein Wilder. Nur hat sich das nicht darin gezeigt, dass ich damals wegfuhr, sondern darin, dass ich jetzt wiedergekommen bin. Ich bin jetzt wiedergekommen. Oh, was bist du für ein glücklicher Mensch, unterbrach ihn Stepan Arkadievich und blickte ihm in die Augen. Weswegen? Am gebrannten Mal ersehe ich ob von edler Art ein Roß an des Jünglings Aug erspähe ich ob ins Herz ihn Amor schoß deklamierte Stepan Arkadievich. Du hast noch alles vor dir. Hast du denn schon alles hinter dir? Nein, wenn auch nicht gerade das, aber du hast noch die Zukunft. Ich dagegen habe nur die Gegenwart und die ist nur so so, halb süß, halb sauer. Wieso denn? Eine verdrießliche Geschichte. Na, aber ich wollte ja nicht von mir reden und könnte dir sowieso nicht alles auseinandersetzen, antwortete Stepan Arkadievich. Also, warum bist du denn nach Moskau gekommen? Hey, du, räum das hier weg, rief er dem Tartaren zu. Kannst du es nicht erraten, versetzte Ljewin ohne die Augen, in denen ein tiefinnerliches Leuchten lag, von Stepan Arkadievich wegzuwenden? Ich errate es schon. Kann aber doch nicht anfangen, davon zu reden. Schon danach kannst du beurteilen, ob ich richtig oder nicht richtig rate, sagte Stepan Arkadievich und blickte Ljewin mit einem feinen Lächeln an. Nun, was kannst du mir darüber sagen, fragte Ljewin mit zitternder Stimme. Er fühlte, dass in seinem Gesicht alle Muskeln zitterten. Wie siehst du die Sache an? Stepan Arkadievich trank langsam sein Glas Chablis aus, ohne die Augen von Ljewin wegzuwenden. Ich, erwiderte er, ich würde nichts sehnlicher wünschen, nichts sehnlicher, das wäre das Beste, was überhaupt geschehen könnte. Aber bist du denn auch nicht in einem Irrtum befangen? Du weißt doch, wovon wir sprechen, fragte Ljewin und blickte seinen Tischgenossen in unruhiger Spannung starr an. Du meinst also, dass es möglich wäre? Das meine ich allerdings, warum sollte es nicht möglich sein? Nein, meinst du wirklich, dass es möglich wäre? Nein, sage mir alles, was du darüber denkst. Nun aber, wenn, wenn mich eine abschlägige Antwort erwartet, ich bin sogar überzeugt. Warum denkst du denn das? sagte Stepan Arkadievich über Ljewins Aufregung lächelnd. Es scheint mir bisweilen so. Das wäre ja entsetzlich, sowohl für mich wie für sie. Na, für ein junges Mädchen ist jedenfalls nichts Entsetzliches dabei. Jedes junge Mädchen ist auf einen Heiratsantrag stolz. Ja, jedes junge Mädchen, aber nicht sie. Stepan Arkadievich lächelte. Er verstand Ljewins Gefühl sehr wohl und wusste, dass für diesen jetzt alle jungen Mädchen auf der Welt in zwei Klassen zerfielen. Die eine Klasse umfasste alle jungen Mädchen auf der Welt außer ihr. Und diese jungen Mädchen hatten sämtlich menschliche Schwächen und waren eben junge Mädchen von ganz gewöhnlichem Schlage. Die andere Klasse wurde von ihr allein gebildet, von ihr, die keinerlei Schwächen an sich hatte und hoch über allem stand, was Mensch hieß. Warte mal, nimm doch Soße, sagte er und hielt Ljewins Hand fest, der die ihm dargereichte Soße zurückwies. Gehorsam nahm Ljewin, ließ aber Stepan Arkadievich nicht zum Essen kommen. Nein, warte mal, warte mal, sagte er, macht dir doch klar, dass es sich bei dieser Frage für mich um Leben und Tod handelt. Ich habe noch nie mit jemand davon gesprochen und kann auch mit niemand als mit dir davon sprechen. Wir beide, du und ich sind ja in jeder Beziehung verschieden geartet. Anderer Geschmack, andere Anschauungen, alles verschieden, aber ich weiß, dass du mich gern hast und mich verstehst. Und darum empfinde ich auch eine so starke herzliche Zuneigung zu dir, aber ich beschwöre dich, sei ganz aufrichtig. Was ich für meine Person glaube, habe ich dir schon gesagt, erwiderte Stepan Arkadievich lächelnd. Ich will dir aber noch mehr sagen. Meine Frau ist ein im höchsten Grade bewundernswertes Wesen. Hier seufzte Stepan Arkadievich in Erinnerung an sein Verhältnis zu seiner Frau und fuhr erst nach kurzem Stillschweigen fort. Sie besitzt die Gabe in die Zukunft zu sehen. Sie durchschaut die Menschen durch und durch und damit nicht genug, sie weiß auch voraus, was geschehen wird, namentlich auf dem Gebiete der Heiraten. So hat sie zum Beispiel vorhergesagt, dass Fräulein Schachowskaja diesen Herrn Brenteln heiraten werde. Kein Mensch wollte es glauben und doch kam es so und sie steht ganz auf deiner Seite. Inwiefern? Insofern, als sie dich nicht nur gut leiden kann, sondern auch erklärt, Kitty werde ganz sicher deine Frau werden. Bei diesen Worten überzog auf einmal ein strahlendes Lächeln Levins Gesicht. Ja, es waren ihm die Tränen der Rührung ganz nahe. Das sagt sie, rief er aus. Ich habe es ja immer gesagt, dass deine Frau ein herrliches Weib ist. Nun, aber jetzt genug davon, genug, fügte er hinzu und stand von seinem Platze auf. Schön, schön, aber bleib doch sitzen. Jedoch zum Sitzen hatte Lerwin in diesem Augenblick keine Ruhe. Zweimal durchmaß er mit seinen festen Schritten das Zimmer wie einen Käfig und zwinkerte mit den Augen, damit die Tränen nicht zu sehen wären. Dann erst setzte er sich wieder an den Tisch. Du musst wissen, sagte er, dass das nicht nur so einfach Liebe ist. Verliebt bin ich auch sonst schon mitunter gewesen, aber dies ist etwas ganz anderes. Es ist gar nicht wie mein eigenes Gefühl, sondern als ob eine Art von äußerer Gewalt sich meiner bemächtigt hätte. Ich bin ja damals weggefahren, weil ich zu der Überzeugung gelangt war, dass diese Sache schlechterdings unmöglich sei, verstehst du? Unmöglich wie ein Glück, das es auf Erden nicht gibt. Aber ich habe mit mir selbst gerungen und sehe ein, dass, wenn ich dies nicht erreiche, es für mich kein Leben gibt. Und nun muss es zur Entscheidung kommen. Warum bist du denn damals eigentlich abgereist? Warte doch, nur warte! Ach, wie viele Gedanken jetzt auf mich einstürmen! Wie vielerlei muss ich dich noch fragen, höre zu! Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was für eine Wohltat du mir mit dem erwiesen hast, was du mir sagtest. Ich bin so glücklich, dass ich sogar schlecht geworden bin, denn ich habe alles andere darüber vergessen. Ich habe heute erfahren, dass mein Bruder Nikolai, weißt du, er ist jetzt hier, auch den habe ich ganz vergessen. Ich habe die Vorstellung, dass auch er glücklich ist. Das ist bei mir wie eine Art Irrsinn, aber eines ist mir schrecklich. Du hast dich ja auch verheiratet und wirst dieses Gefühl kennen. Schrecklich ist mir das Bewusstsein, dass wir keine neuen, reinen Menschen mehr sind, dass wir schon eine Vergangenheit haben, nicht in der Liebe, sondern in der Sünde. Und nun nähern wir uns auf einmal einem reinen, unschuldigen Wesen. Das ist abscheulich, und darum muss man sich mit Notwendigkeit unwürdig fühlen. Na, du wirst ja nicht gar so viele Sünden begangen haben. Ach, trotzdem, sagte Ljewin, trotzdem. Mit Ekel schaue ich auf mein Leben zurück, das ich mit Zittern und Beben verwünsche und bitterlich beklage, heißt es in jenem Gebete. Ja. Was ist da zu machen? Es ist in der Welt einmal nicht anders, antwortete Sipan Arkadiewicz. Es gibt nur einen Trost, wie es in dem Gebete steht, das ich immer so gern gemocht habe. Vergib mir nicht nach meinem Verdienst, sondern nach deiner Barmherzigkeit. Auch sie kann mir nur so vergeben. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Eva K. Abschnitt 7 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Ljewin trank sein Glas aus und beide schwiegen eine Weile. Eines muss ich dir noch mitteilen. Kennst du Wronski? fragte Stepan Arkadiewicz darauf seinen Freund. Nein, ich kenne ihn nicht. Warum fragst du? Bring noch eine Flasche, wandte sich Stepan Arkadiewicz an den Tartaren, der die Gläser wieder gefüllt hatte und sich um die beiden gerade dann zu schaffen machte, wenn seine Anwesenheit nicht erwünscht war. Du solltest Wronski deswegen kennen, weil er einer deiner Nebenbuhler ist. Wer ist dieser Wronski? rief Ljewin, und der kindlich-schwärmerische Ausdruck seines Gesichtes, über den sich Ablonski soeben noch gefreut hatte, verwandelte sich plötzlich in einen grimmigen, feindseligen. Wronski ist einer der Söhne des Grafen Kirill Ivanović Wronski und einer der hervorragendsten Vertreter der Petersburger Jeunesse d'Oré. Ich habe ihn in Tver kennengelernt, als ich dort angestellt war und er zur Rekrutenaushebung hinkam. Er ist furchtbar reich, ein schöner Mann, hat viele gute Beziehungen, Flügeladjudant und dabei zugleich ein sehr liebenswürdiger, guter Kerl. Aber er ist mehr als nur so ein guter Kerl. Nachdem, wie ich ihn hier kennengelernt habe, ist er ein gebildeter, sehr gescheiter Mensch, er wird es noch einmal weit bringen. Levin zog ein finsteres Gesicht und schwieg. Na also, der erschien hier bald nach deiner Abreise und soviel ich weiß, ist er in Kitty bis über die Ohren verliebt und du begreifst wohl, dass die Mutter Entschuldige aber, ich begreife gar nichts, sagte Levin mit düsterer Stirn und zugleich fiel ihm sein Bruder Nikolai ein und wie schlecht er selbst sei, dass er diesen hatte vergessen können. Halt, warte einmal, sagte Stepan Arkadiewicz lächelnd und berührte seine Hand. Ich habe dir mitgeteilt, was ich weiß und ich wiederhole, in dieser heiklen, zarten Angelegenheit sind, soweit sich dergleichen vorher beurteilen lässt, meines Erachtens die Aussichten auf deiner Seite. Levin lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, sein Gesicht war ganz blaß geworden. Ich würde dir aber raten, die Sache möglichst bald zur Entscheidung zu bringen, fuhr Ablonski fort und füllte ihm das Glas wieder. Nein, ich danke, ich kann nicht mehr trinken, lehnte Levin ab und schob das Glas zurück. Ich würde betrunken werden. Nun, und du, wie geht es dir denn, fragte er, offenbar mit dem Wunsche, das Thema zu wechseln. Nur noch ein Wort, auf jeden Fall rate ich dir, die Frage mit möglichster Beschleunigung ins Reine zu bringen, aber heute schon davon zu reden, dazu würde ich nicht raten, sagte Stepan Arkadjewitsch. Mach morgen Vormittag dort in der nun einmal üblichen Form einen Besuch und halte um ihre Hand an. Und Gott möge dich segnen. Du wolltest mich doch immer einmal zur Jagd auf dem Lande besuchen. Komm doch in diesem Frühjahr, erwiderte Levin. Er bereute es jetzt in tiefster Seele mit Stepan Arkadjewitsch dieses Gespräch begonnen zu haben. Sein Gefühl, ein Gefühl, das nach seiner Meinung ganz eigenartig dastand, war entweiht durch das Gespräch über die gleichen Bemühungen irgendeines Petersburger Offiziers und durch Stepan Arkadjewitschs Mutmaßungen und Ratschläge. Stepan Arkadjewitsch lächelte. Er begriff völlig, was in Lewins Seele vorging. Ich komme schon noch einmal, antwortete er. Ja, liebster Freund, die Weiber, das ist doch der Angelpunkt, um den sich alles dreht. Auch mir geht es schlimm, recht schlimm. Und alles kommt von den Weibern her. Sage mir doch mal ganz aufrichtig deine Meinung, fuhr er fort. In der einen Hand hielt er eine Zigarre, die er hervorgeholt hatte, die andere Hand hatte er am Weinglase. und gib mir einen Rat. In welcher Angelegenheit denn? Hör zu, nehmen wir an, du wärst verheiratet und liebtest deine Frau, hättest aber eine Leidenschaft zu einem anderen weiblichen Wesen gefasst. Entschuldige aber, ich verstehe durchaus nicht, wie jemand, ebenso wie ich nicht verstehe, was mich veranlassen könnte, jetzt, da ich völlig gesättigt bin, aus einem Bäckerladen im Vorbeigehen einen Kringel zu stehlen. Stepan Arkadiewiczs Augen glänzten noch heller als gewöhnlich. Warum nicht? Ein Kringel duftet manchmal so gut, dass man nicht widerstehen kann. Himmlisch war's, wenn ich bezwang, meine sündige Begier, aber wenn's mir nicht gelang, hatte ich doch ein Großpläsier. Bei diesen Worten lächelte Stepan Arkadiewicz fein und listig. Auch Lewin vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken. Ja, aber nun ohne Scherz fuhr Ablonski fort. Verstehst du, ein Mädchen, ein gutes, sanftes, liebendes Wesen, hat einem Manne alles geopfert und steht nun arm und einsam da. Soll nun jetzt, nachdem die Tat bereits geschehen ist, verstehst du wohl, soll der Mann sie nun im Stiche lassen. Allerdings, er wird sich von ihr trennen müssen, um sein Familienleben nicht zu zerstören, aber soll er sie nicht bemitleiden, sie nicht wirtschaftlich sicherstellen, ihren Kummer mildern. Du musst mich schon entschuldigen. Du weißt, für mich zerfallen alle Frauen in zwei Klassen. Das heißt, nein, richtiger so, es gibt Frauen und es gibt, ich habe unter den gefallenen Weibern noch keine reizenden Geschöpfe gesehen und werde solche wohl auch nie unter ihnen sehen. Dergleichen Weiber wie die geschminkte Französin da an der Kasse mit den Papillotten, das ist in meinen Augen widerwärtiges Geschmeiß und alle Gefallenen sind von dieser selben Sorte. Und die Sünderin im Evangelium? Ach, fang nicht damit an! Christus hätte jene Worte nie gesprochen, wenn er gewusst hätte, wie sie missbraucht werden würden. Aus dieser ganzen Geschichte werden immer nur diese Worte angeführt. Übrigens ist das bei mir nicht sowohl Sache des Verstandes wie Sache des Gefühls. Ich habe einen Widerwillen gegen gefallene Weiber. Du ekelst dich vor Spinnen und ich mich vor diesem Geschmeiß. Und dabei hast du die Spinnen gewiss nicht studiert und bist mit ihrem Charakter nicht bekannt. Mit mir steht es ebenso. So zu reden wie du ist kein Kunststück. Du verfährst gerade wie jener Herr bei Dickens, der alle schwierigen Fragen mit der linken Hand über die rechte Schulter wirft, aber die Daseinsberechtigung einer Tatsache ableugnen, denn das ist noch keine Antwort. Was ist in solcher Lage zu tun, das sage mir, was ist zu tun? Deine Frau altert und du selbst bist noch voll Lebenslust. Ehe du dich dessen versiehst, fühlst du auch schon, dass du deine Frau nicht mehr lieben kannst, wenn du sie auch noch so sehr achtest und verehrst. Und auf einmal steht wie aus dem Boden gewachsen eine wirkliche Liebe da und du bist verloren. Verloren, stöhnte Stepan Arkadjewitsch niedergeschlagen und verzweifelt. Ljewin verzog das Gesicht zu einem Lächeln. Jawohl, verloren, fuhr Oblonski fort, aber was ist da zu tun? Man darf keine Kringel stehlen. Stepan Arkadjewitsch lachte auf. Oh, du Moralprediger, aber mach dir das doch nur klar, da sind zwei Frauen. Die eine kann sich nur auf ihr Recht berufen und nach diesem Rechte steht ihr deine Liebe zu, die du ihr doch nicht zu geben vermagst. Die andere bringt dir alles zum Opfer, ohne irgendetwas zu fordern. Was musst du da tun? Wie musst du dich verhalten? Das ist die furchtbare Tragik dieser Lage. Wenn du meine aufrichtige Meinung darüber wissen willst, muss ich dir sagen, ich glaube gar nicht, dass dabei irgendwelche Tragik vorkommen kann. Der Grund ist der, nach meiner Ansicht dient die Liebe oder genauer die beiden Arten der Liebe, die, wie du dich wohl erinnerst, Plato in seinem Gastmahl unterscheidet, also die beiden Arten der Liebe dienen als Prüfstein für die Menschen. Manche Menschen besitzen nur für die eine, manche nur für die andere Art Verständnis. Diejenigen, die nur für die nicht-platonische Art der Liebe Verständnis besitzen, haben kein Recht von Tragik zu reden. Bei dieser Art der Liebe kann überhaupt keine Tragik vorkommen. Da heißt es, ich danke ergebenst für das genossene Vergnügen und empfehle mich und damit ist die Sache erledigt. Bei der platonischen Liebe aber ist Tragik deswegen unmöglich, weil bei einer solchen Liebe alles klar und rein ist und weil. In diesem Augenblicke fielen ihm aber seine eigenen Sünden und der Seelenkampf ein, den er durchgemacht hatte und er fügte ohne Zusammenhang mit dem, was er vorher gesagt hatte, hinzu. Es mag übrigens auch sein, dass du recht hast, sehr möglich, aber ich weiß es nicht, ich weiß es schlechterdings nicht. Ja, siehst du wohl, erwiderte Stepan Arkadiewicz, du bist ein durchaus einheitlicher Mensch, das ist an dir ein Vorzug und zugleich ein Mangel. Du selbst bist ein einheitlicher Charakter und möchtest nun, dass ich auch das ganze Leben aus einheitlichen Erscheinungen zusammensetze. Aber das geht eben nicht an. Da verachtest du zum Beispiel unsere Tätigkeit im Staatsdienste, weil du möchtest, dass diese Tätigkeit sich stets mit ihrem Ziele im Einklang befinde, aber das ist nicht möglich. Du möchtest auch, dass die Tätigkeit eines jeden einzelnen Menschen immer ein bestimmtes Ziel habe und dass Liebe und Eheleben immer zusammenfielen, aber das ist unmöglich. Die ganze bunte Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens setzt sich aus Licht und Schatten zusammen. Lewin seufzte und erwiderte nichts darauf. Er hatte seine eigenen Gedanken und hörte nicht auf das, was Ablonski sagte. Und auf einmal fühlten sie beide, dass, obgleich sie Freunde waren und obgleich sie zusammen gespeist und Wein getrunken hatten, was sie eigentlich einander hätte noch näher bringen müssen, dass dennoch ein jeder von ihnen nur an sich selbst dachte und sich um den anderen herzlich wenig grämte. Ablonski hatte schon mehr als einmal diese Erfahrung gemacht, dass nach einem gemeinsamen guten Mittagessen statt der zu erwartenden Annäherung vielmehr eine Entfremdung eintritt und wusste, was in solchen Fällen zu tun sei. Die Rechnung, rief er und begab sich dann in den anstoßenden Saal, wo er auch sogleich einen ihm bekannten Adjutanten traf und sich mit ihm in ein Gespräch über eine Schauspielerin und ihren Liebhaber einließ. Und bei dieser Unterhaltung mit dem Adjutanten fühlte Ablonski sofort, dass ihm leichter zumute wurde und er sich von dem Gespräche mit Lerwin erholte, der ihn immer zu einer übermäßigen geistigen und seelischen Anspannung veranlasste. Der Tatar erschien mit der Rechnung im Betrage von 26 Rubeln und einigen Kopeken, wozu dann noch das Trinkgeld kam, aber Lerwin, der als Bewohner des platten Landes zu anderer Zeit einen gewaltigen Schreck über eine Rechnung bekommen hätte, bei der auf seinen Teil 14 Rubel entfielen, beachtete dies jetzt gar nicht, bezahlte und begab sich nach Hause, um sich umzukleiden und dann zu Scherbatskis zu fahren, wo sich sein Schicksal entscheiden sollte. 12 Die Prinzessin Kitty Scherbatskaja war 18 Jahre alt. Es war der erste Winter, in dem sie Gesellschaften besuchte. Ihre Erfolge auf diesem Gebiete waren größer als die ihrer beiden älteren Schwestern, sogar größer, als die Fürstin erwartet hatte. Nicht nur, dass die tanzenden jungen Männer auf den Moskauer Wellen fast sämtlich in Kitty verliebt waren, sondern es hatten sich auch gleich im ersten Winter zwei ernstliche Bewerber für sie gefunden, Ljewin und unmittelbar nach dessen Abreise Graf Wronski. Ljewins Erscheinen in der Moskauer Gesellschaft zu Anfang des Winters, seine häufigen Besuche und seine augenscheinliche Liebe zu Kitty, gaben Kittys Eltern den ersten Anlass, miteinander ernsthaft über die Zukunft ihrer Tochter zu reden, wobei es zwischen dem Fürsten und der Fürstin zum Streit kam. Der Fürst stand auf Ljewins Seite und erklärte, er könne sich für Kitty gar keinen besseren Mann wünschen. Die Fürstin dagegen äußerte sich nach der den Frauen eigenen Gewohnheit, den Kernpunkt einer Frage zu umgehen, dahin, dass Kitty noch zu jung sei, dass Ljewin durch nichts ernste Absichten erkennen lasse, dass Kitty keine Neigung für ihn empfinde und was es an derartigen Gründen mehr gab. Ihren Hauptgrund aber sprach sie nicht aus, dass sie nämlich für ihre Tochter auf eine bessere Partie hoffe, dass Ljewin ihr unsympathisch sei und dass sie ihn in seinem ganzen Wesen nicht verstehe. Als nun Ljewin urplötzlich abreiste, freute sich die Fürstin darüber geradezu und sagte triumphierend zu ihrem Manne, Siehst du wohl, ich hatte recht. Und als darauf Wronski erschien, war sie noch viel mehr erfreut, da sie sich immer mehr in ihrer Meinung bestärkt sah, dass Kitty nicht etwa nur eine gute, sondern eine glänzende Partie machen müsse. Nach der Anschauung der Mutter waren Wronski und Ljewin gar nicht miteinander zu vergleichen. Der Mutter missfielen an Ljewin sowohl seine seltsamen, schroffen Urteile auf vielen Gebieten wie auch sein unbeholfenes Wesen im gesellschaftlichen Verkehr, das nach ihrer Annahme auf Stolz beruhte, dann sein nach ihren Begriffen ungebildetes Leben auf dem Lande, wo er nur mit dem Vieh und den Bauern zu tun habe. Ihr starkes Missfallen erregte es auch, dass er, der doch in ihre Tochter verliebt war, anderthalb Monate lang bei ihnen im Hause verkehrte und dabei anscheinend irgendetwas abwartete und Beobachtungen anstellte, als ob er fürchte, der Familie durch einen Heiratsantrag eine gar zu große Ehre anzutun und endlich, dass er kein Verständnis dafür hatte, dass er die Pflicht habe, sich zu erklären, wenn er so auffällig in einem Hause verkehrte, wo ein heiratsfähiges junges Mädchen war. Und dann war er auf einmal abgereist, ohne sich erklärt zu haben. Es ist nur recht gut, dass er so wenig Einnehmendes hat, dass Kitty sich nicht hat in ihn verlieben können, dachte die Mutter. Wronski hingegen entsprach durchaus allen Anforderungen der Mutter. Er war sehr reich, klug, angesehen, auf bestem Wege zu einer glänzenden militärisch-höfischen Laufbahn und eine bezaubernde Persönlichkeit. Etwas Besseres zu wünschen war einfach unmöglich. Wronski machte auf den Bällen Kitty offenkundig den Hof, tanzte viel mit ihr und verkehrte im Hause, somit war an der Ernsthaftigkeit seiner Absichten nicht zu zweifeln. Aber trotzdem befand sich die Mutter diesen ganzen Winter über in arger Unruhe und Aufregung. Bei der eigenen Verheiratung der Fürstin vor dreißig und etlichen Jahren hatte eine Tante das Amt der Vermittlerin übernommen. Der Freier, über den man schon vorher alles Erforderliche in Erfahrung gebracht hatte, erschien im Hause, nahm das junge Mädchen in Augenschein, um das er sich bewerben wollte, und wurde seinerseits prüfend betrachtet. Die vermittelnde Tante erhielt von einer jeden Partei Mitteilung über den empfangenen Eindruck und gab diese Mitteilung an die andere Partei weiter. Der Eindruck war auf beiden Seiten gut, darauf wurde an einem festgesetzten Tage den Eltern der erwartete Antrag gemacht und von ihnen angenommen. Alles war sehr glatt und einfach vonstatten gegangen. Wenigstens schien es jetzt der Fürstin so, aber bei ihren eigenen Töchtern musste sie die Erfahrung machen, wie schwer und knifflig die anscheinend so einfache Aufgabe, die Töchter zu verheiraten, in Wirklichkeit sei. Schon bei der Verheiratung der beiden älteren Töchter, Daria und Natalia, wie viel Angst hatte sie dabei ausgestanden, wie viel sorgenvolle Gedanken in ihrem Kopf umhergewälzt, wie viel Geld daran gewendet, wie viel Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Manne durchgekämpft, und jetzt, da die Jüngste in die Gesellschaft eintrat, wiederholten sich dieselben Befürchtungen, dieselben Zweifel, und die Streitigkeiten mit ihrem Manne gestalteten sich noch erheblich schärfer als die wegen der älteren Töchter. Der alte Fürst war, wie alle Väter, besonders peinlich in der Sorge für den reinen, ehrenhaften Ruf seiner Töchter. Er war auf die Töchter in unvernünftiger Weise eifersüchtig, namentlich auf Kitty, die sein Liebling war, und machte der Fürstin alle Augenblicke unangenehme Szenen, weil sie die Tochter ins Gerede bringe. Die Fürstin war das schon gewohnt worden, als es sich noch um die ersten Töchter gehandelt hatte, aber jetzt fühlte sie, dass zu der Peinlichkeit, wie sie der Fürst an den Tag legte, mehr Grund vorhanden sei. Sie sah, dass sich in der letzten Zeit gar manches in den Gebräuchen der Gesellschaft geändert hatte, und die Pflichten einer Mutter noch schwerer geworden waren. Sie sah, dass Kittys Altersgenossinnen allerlei Vereine bildeten, allerlei Vorlesungen besuchten, mit Männern in freierer Form umgingen, ohne Begleitung durch die Stadt fuhren, großenteils den Knicks abgeschafft hatten, und, was die Hauptsache war, alle fest davon überzeugt waren, dass die Wahl eines Gatten für sie ihre eigene Angelegenheit, nicht die der Eltern sei. Heutzutage geht es bei der Eheschließung nicht mehr so zu wie früher, dachten und sagten alle diese jungen Mädchen und sogar alle älteren Leute. Aber wie man es heutzutage mit der Verheiratung der Töchter zu halten habe, das konnte die Fürstin von niemandem in Erfahrung bringen. Die französische Sitte, bei der die Eltern über das Schicksal der Kinder entscheiden, hatte in Russland keinen Eingang gefunden und wurde so gut wie allgemein verworfen. Die englische Sitte, den jungen Mädchen völlige Freiheit zu lassen, war gleichfalls nicht angenommen worden und erschien in der russischen Gesellschaft als unmöglich. Und die russische Sitte der Heiratsvermittlung galt als abgeschmackt und alle machten sich darüber lustig, auch die Fürstin selbst. Wie nun aber die Töchter und die Eltern sich in dieser wichtigen Sache zu verhalten hatten, das wusste kein Mensch zu sagen. Alle, mit denen die Fürstin darüber ins Gespräch kam, sagten zu ihr nur, aber ich bitte sie, in unserer Zeit ist es doch wahrhaftig angezeigt, diesen veralteten Brauch aufzugeben. Die jungen Leute sollen ja die Ehe eingehen und nicht die Eltern, also muss man auch die jungen Leute sich versorgen lassen, wie sie selbst wollen. Aber die, die keine Töchter hatten, konnten leicht so reden. Die Fürstin dagegen musste sich sagen, dass bei freier Möglichkeit der Annäherung ihre Tochter sich auch in einen Mann verlieben könne, der gar nicht beabsichtige, sie zu heiraten, oder auch in einen solchen, der nicht zum Gatten für sie tauge. Und mochte man auch der Fürstin mit noch so starken Gründen zu Beweisen suchen, dass in unserer Zeit die jungen Leute sich ihr Schicksal selbst gestalten müssten, sie vermochte das ebenso wenig zu glauben, wie sie hätte glauben können, dass irgendwann in Zukunft für fünfjährige Kinder das beste Spielzeug geladene Pistolen wären. Und daher beunruhigte sich die Fürstin um Kitty mehr, als sie es bei ihren älteren Töchtern getan hatte. Jetzt fürchtete sie, Wronski könnte sich darauf beschränken, ihrer Tochter lediglich die Kur zu machen. Sie sah, dass Kitty sich bereits in ihn verliebt hatte, aber sie tröstete sich damit, dass er ein Ehrenmann sei und sich deshalb ein solches Verhalten nicht werde zu Schulden kommen lassen. Aber zugleich entging ihr nicht, wie leicht es bei der heutigen Freiheit des Verkehrs sei, einem jungen Mädchen den Kopf zu verdrehen und wie leichtfertig im Allgemeinen die Männer über eine solche Schuld denken. In der vergangenen Woche hatte Kitty ihrer Mutter ein Gespräch erzählt, das sie mit Wronski bei einer Masurka gehabt hatte. Durch das Gehörte hatte sich die Fürstin allerdings teilweise beruhigt gefühlt, aber ganz ruhig vermochte sie nicht zu sein. Wronski hatte zu Kitty gesagt, er und sein Bruder seien beide so daran gewöhnt, sich in allen Stücken ihrer Mutter unterzuordnen, dass sie nie etwas Wichtiges unternehmen würden, ohne vorher ihren Rat eingeholt zu haben. Auch jetzt erwarte ich die Ankunft meiner Mutter aus Petersburg wie ein besonderes Glück, hatte er gesagt. Kitty hatte das ihrer Mutter erzählt, ohne diesen Worten besondere Bedeutung beizumessen. Aber die Mutter fasste es anders auf. Sie wusste, dass die Ankunft der alten Gräfin von Tag zu Tag erwartet wurde und wusste, dass diese über die von ihrem Sohne getroffene Wahl erfreut sein werde. Sie wunderte sich freilich, dass er aus Furcht, seine Mutter zu kränken, bisher noch keinen Antrag gemacht hatte. Jedoch wünschte sie so sehnlich, sowohl diese Ehe selbst wie auch in allererster Linie endlich die Befreiung von all diesen Sorgen und Unruhen, dass sie an die in Wronskis Worten anscheinend liegende Begründung seines Verhaltens glaubte. Wie schmerzlich es auch jetzt für die Fürstin war, das Unglück ihrer ältesten Tochter Dolly mit ansehen zu müssen, die eine Trennung von ihrem Manne vorhatte, so drängte doch die Aufregung über das demnächst sich entscheidende Schicksal der jüngsten Tochter alle anderen Gefühle bei ihr zurück. Der heutige Tag hatte ihr durch Lewins plötzliches Wiedererscheinen eine neue Beunruhigung gebracht. Sie fürchtete, dass ihre Tochter, die früher, wie es ihr vorgekommen war, gegen Lewin eine freundliche Gesinnung gehegt hatte, aus übertriebener Ehrlichkeit Wronski einen Korb geben und überhaupt Lewins Ankunft, die dem Abschluss schon so nahe Angelegenheit verwirren oder verzögern könnte. »Ist er schon vor längerer Zeit angekommen?« fragte die Fürstin mit Bezug auf Lewin, als sie nach Hause zurückfuhren. »Heute, Maman. Ich möchte dir nur das eine sagen,« begann die Fürstin, und an ihrem Ernsten eine lebhafte Erregung bekundenden Gesichter erriet Kitty, wovon die Rede sein sollte. »Mama«, sagte sie, indem sie sich schnell zu ihr hinwandte und blutrot wurde, »bitte, bitte sprechen Sie nicht von dieser Sache. Ich weiß alles, alles weiß ich.« Sie wünschte dasselbe, was die Mutter wünschte, aber die Gründe, die die Mutter zu diesem Wunsche veranlassten, versetzten sie in Entrüstung. »Ich wollte nur sagen, nachdem du dem einen Hoffnung gemacht hast, »Mama, liebste Mama, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie nicht davon. Es ist so schrecklich, davon zu sprechen.« »Nun, nun, dann will ich es lassen«, erwiderte die Mutter, als sie Tränen in Kittys Augen sah. »Nur eines, mein Herzchen. Du hast mir versprochen, keine Geheimnisse vor mir zu haben. Wirst du deinem Versprechen treu bleiben.« »Niemals werde ich Ihnen etwas verheimlichen, Mama. Nichts, nichts«, antwortete Kitty errötend und blickte der Mutter gerade in die Augen. »Aber ich habe Ihnen jetzt nichts mitzuteilen. Ich, ich, beim besten Willen weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen könnte und wie. Ich weiß nicht.« »Nein, mit diesen Augen kann sie keine Unwahrheit sagen«, dachte die Mutter und lächelte über die Aufregung und das Glück ihres Kindes. Sie lächelte darüber, wie großartig und bedeutungsvoll der Armen Kleinen das erschien, was jetzt in ihrem Herzen vorging. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Eva K. Kitty machte in der Zeit nach dem Mittagessen bis zum Abend ähnliche Empfindungen durch wie ein Jüngling vor einer Schlacht. Ihr Herz pochte stark und sie konnte mit ihren Gedanken bei keinem Gegenstande verweilen. Sie fühlte, dass der heutige Abend, an dem die beiden jungen Männer, die sich um ihre Gunst bemühten, zum ersten Male miteinander zusammentreffen sollten, ihr die Entscheidung ihres Schicksals bringen musste. Und unaufhörlich stellte sie sich die beiden Nebenbuhler vor, bald einen jeden Einzelnen für sich, bald beide zusammen. Wenn sie an die Vergangenheit dachte, so verweilte sie mit Vergnügen und Rührung bei der Erinnerung an ihre Beziehungen zu Lewin. Die Kindheitserinnerungen und die Erinnerung an Lewins Freundschaft mit ihrem verstorbenen Bruder verliehen ihrem Verhältnis zu ihm einen besonderen, poetischen Reiz. Seine Liebe zu ihr, von der sie fest überzeugt war, schmeichelte ihr und bereitete ihr Freude. So konnte sie bei der Erinnerung an Lewin leichten, freudigen Herzens sein. Dagegen mischte sich in die Erinnerung an Wronski immer eine Art von unbehaglichem Gefühl, obgleich er ein außerordentlich weltgewandtes, durchaus ruhiges Wesen hatte, als ob irgendetwas Unwahres nicht sowohl in ihm, denn er war überaus schlicht und herzlich, wie viel mehr in ihr selbst wäre, während sie sich Lewin gegenüber völlig klar und unbefangen fühlte. Dafür aber trat ihr, sobald sie an die Zukunft an Wronskis Seite dachte, ein Bild voll Glanz und Glück vor Augen, an Lewins Seite erschien ihr die Zukunft wie von einem Nebelschleier verhüllt. Als sie sich in das obere Stockwerk begeben hatte, um sich umzukleiden und dort in den Spiegel blickte, bemerkte sie mit Freude, dass sie einen ihrer guten Tage hatte und sich im Vollbesitz aller ihrer Kräfte befand. Und das war ja auch so nötig für alles, was ihr bevorstand. Sie fühlte sich imstande, die äußere Ruhe zu bewahren und sich mit freier Anmut zu bewegen. Als sie um halb acht Uhr in den Salon trat, meldete der Diener, Konstantin Dmitrievich Lewin. Die Fürstin befand sich noch in ihrem Zimmer, auch der Fürst war noch nicht im Salon. Also, jetzt kommt es, dachte Kitty und alles Blut strömte ihr zum Herzen. Sie erschrak über ihre Blässe, als sie in den Spiegel blickte. Jetzt war sie sich ganz klar darüber, dass er nur deshalb so früh gekommen war, um sie allein zu treffen und ihr einen Antrag zu machen. Und jetzt zum ersten Male erschien ihr die ganze Sache auch von einer ganz anderen, neuen Seite. Erst jetzt begriff sie, dass die Frage nicht sie allein anginge, wen sie liebe und mit wem sie glücklich werden solle, sondern dass sie im nächsten Augenblick genötigt sein werde, einen Menschen, den sie gern hatte, zu verletzen und aufs Grausamste zu verletzen. Und wofür? Dafür, dass dieser gute Mensch sie liebte, in sie verliebt war. Aber es war nicht zu vermeiden, es ging nicht anders, es musste sein. Mein Gott, muss ich es ihm wirklich selbst sagen, dachte sie. Soll ich ihm sagen, dass ich ihn nicht gern habe? Das wäre eine Unwahrheit. Was soll ich ihm denn nur sagen? Soll ich ihm sagen, dass ich einen anderen liebe? Nein, das kann ich unmöglich. Ich will weggehen, ja, ich will weggehen. Sie war schon dicht an der Tür, als sie seine Schritte hörte. Nein, das wäre nicht ehrenhaft. Warum soll ich mich fürchten? Ich habe nichts Böses getan. Was sein muss, muss sein. Nein, ich werde die Wahrheit sagen. Und ihm gegenüber kann mir das nicht peinlich sein. Da ist er, sagte sie zu sich selbst, als sie seine kräftige und dabei doch schüchterne Gestalt mit den glänzenden, auf sie gerichteten Augen erblickte. Sie sah ihm offen ins Gesicht, als wollte sie ihn um Schonung anflehen, und reichte ihm die Hand. Ich komme zu unrichtiger Zeit, es scheint noch zu früh zu sein, sagte er, sich in dem leeren Salon umblickend. Als er sah, dass seine Erwartung eingetroffen war und ihn nichts hinderte, sich auszusprechen, wurde sein Gesicht tief ernst. Oh, nicht doch, erwiderte Kitty und setzte sich an den Tisch. Gerade das hatte ich gewünscht, sie allein zu treffen, begann er, ohne sich zu setzen und ohne sie anzusehen, um nicht den Mut zu verlieren. Mama kommt sofort, sie war gestern sehr müde, gestern, sie sprach, ohne selbst zu wissen, was ihre Lippen redeten, und ohne ihren flehenden, traulich-freundlichen Blick von ihm abzuwenden. Er sah sie an, sie errötete und verstummte. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht wüsste, ob ich für längere Zeit hierher nach Moskau gekommen sei und dass das von ihnen abhängen werde. Sie senkte den Kopf immer tiefer und tiefer hinab und wusste jetzt selbst nicht, was sie auf die herannahende Frage antworten werde. Dass das von ihnen abhängen werde, sagte er noch einmal. Ich wollte sagen, ich wollte sagen, ich bin nach Moskau gekommen, um, um... Werden Sie mein Weib, kam es auf einmal heraus, ohne dass er selbst gewusst hätte, was er sprach. Aber da er fühlte, dass das Schrecklichste nun gesagt war, hielt er inne und blickte sie an. Sie atmete schwer, ohne ihn anzusehen. Ein Wundergefühl durchströmte sie, ihre ganze Seele war übervoll von Glücksempfindung. Sie hatte nie erwartet, dass ein Liebesgeständnis von einer Seite auf sie einen so gewaltigen Eindruck machen werde. Aber dies dauerte nur einen Augenblick. Dann tauchte bei ihr der Gedanke an Wronski auf. Sie hob ihre hellen, ehrlichen Augen zu Lewin in die Höhe und als sie die Verzweiflung in seinem Gesichte las, antwortete sie hastig, Es kann nicht sein, verzeihen Sie mir. Wie nahe hatte sie ihm noch einen Augenblick vorher gestanden? Welche wichtige Stellung hatte sie in seinem Leben eingenommen? Und wie fremd, wie fern war sie ihm jetzt auf einmal? Es konnte nicht anders kommen, sagte er, ohne sie anzusehen. Er verbeugte sich und wollte fortgehen. Aber in diesem Augenblick trat die Fürstin ein. Ein Erschrecken malte sich auf ihrem Gesichte, als sie die beiden so allein und ihre erregten Mienen sah. Lewin verbeugte sich vor ihr, ohne ein Wort zu sagen. Kitty schwieg und hob die Augen nicht empor. Gott sei Dank, sie hat ihm einen Korb gegeben, dachte die Mutter und auf ihrem Gesichte strahlte das gewöhnliche Lächeln auf, mit dem sie an jedem Donnerstag ihre Gäste begrüßte. Sie setzte sich und begann Lewin über sein Leben auf dem Lande auszufragen. Er hatte gleichfalls wieder Platz genommen und wartete nur auf die Ankunft anderer Gäste, um dann unbemerkt wegzugehen. Fünf Minuten darauf trat eine Freundin Kittys ein, die sich im vorigen Winter verheiratet hatte, eine Gräfin Northstone. Dies war eine trockene, gelbliche, kränkliche, nervöse Dame mit schwarzen, glänzenden Augen. Sie mochte Kitty sehr gern, und diese freundschaftliche Gesinnung gegen sie äußerte sich, wie das bei der Freundschaft verheirateter Frauen mit jungen Mädchen stets der Fall ist, in dem Wunsche, Kitty in einer ihrem eigenen Ideale von Glück entsprechenden Weise unter die Haube zu bringen. Sie strebte danach, dass Kitty den Grafen Wronski zum Manne bekäme. Lewin, den sie zu Anfang des Winters häufig bei Scherbatskis getroffen hatte, war ihr immer unsympathisch gewesen. Eine stete Lieblingsbeschäftigung von ihr beim Zusammentreffen mit ihm war es, sich über ihn lustig zu machen. Ich habe es gern, wenn er von seinem erhabenen Gipfel auf mich herabblickt und entweder im Gespräch mit mir seine klugen Auseinandersetzungen abbricht, weil ich ihm doch zu dumm dafür bin, oder auch zu mir herabsteigt. Das habe ich ganz besonders gern, dieses Herabsteigen. Ich freue mich sehr darüber, dass er mich nicht leiden kann. So pflegte sie sich über ihn zu äußern. Sie hatte Recht, da Lewin sie in der Tat nicht leiden konnte und sie gerade wegen derjenigen Eigenschaften geringschätzte, auf die sie stolz war und die sie sich als Vorzug anrechnete, nämlich wegen ihrer Nervosität und wegen ihrer blasierten Gleichgültigkeit und Verachtung gegenüber allem Unverfeinerten und schlicht Realistischen. Zwischen der Gräfin Northstone und Lewin hatte sich ein in den Kreisen der höheren Gesellschaft nicht selten zu findendes Verhältnis herausgebildet, dass nämlich zwei Menschen zwar äußerlich in freundlicher Form miteinander verkehren, dabei aber sich gegenseitig in dem Maße geringschätzen, dass sie einander nicht einmal ernst nehmen können und sogar einer sich vom anderen nicht beleidigt fühlen kann. Die Gräfin Northstone fiel sogleich über Lewin her. »Ah, Konstantin Dmitrievich, sind wir wieder einmal nach unserem sittenlosen Babel gekommen?« sagte sie und reichte ihm ihre winzig kleine gelbe Hand. Sie zitierte damit einen Ausdruck, den er zu Anfang des Winters einmal gebraucht hatte, dass Moskau ein Babel sei. »Nun hat sich das Babel gebessert oder haben sie sich verschlechtert?« fügte sie hinzu und sah mit spöttischem Lächeln zur Seite nach Kitty hin. »Es ist mir sehr, schmeichelhaft, Gräfin, daß Sie meine Worte so gut im Gedächtnis haben,« entgegnete Lewin, dem es nun schon einigermaßen gelungen war, seine Fassung wieder zu gewinnen und der nun sofort seine herkömmlichen scherzhaft feindlichen Beziehungen zu der Gräfin Northstone wieder aufnahm. Offenbar haben sie ihnen einen starken Eindruck gemacht. »Das versteht sich, ich schreibe mir alles auf. Nun, Kitty, bist du wieder Schlittschuh gelaufen?« Sie begann eine Unterhaltung mit Kitty. So wenig es sich auch für Lewin schicken mochte, jetzt wegzugehen, so fand er es doch leichter, diese Ungeschicklichkeit zu begehen, als den ganzen Abend da zu bleiben und Kitty zu sehen, die bisweilen nach ihm hinschaute, aber seinem Blick auswich. Er wollte gerade aufstehen, da wandte die Fürstin, die bemerkt hatte, daß er schwieg, sich ihm zu. »Sind Sie auf längere Zeit nach Moskau gekommen? Sie sind ja wohl bei der Kreisverwaltung tätig und können darum nicht lange fort?« »Nein, Fürstin, bei der Kreisverwaltung bin ich nicht mehr tätig,« antwortete er, »ich bin auf ein paar Tage hergekommen.« »Es muß etwas Besonderes mit ihm los sein,« dachte die Gräfin Northstone, der sein ernster, strenger Gesichtsausdruck auffiel. »Er läßt sich heute gar nicht zu einer seiner gewohnten Auseinandersetzungen verleiten, aber ich werde ihn schon herauslocken. Es macht mir das größte Vergnügen, Ihnen, Kittys Gegenwart zum Narren zu halten. Das will ich auch heute tun.« »Konstantin Dmitrievich«, redete sie ihn wieder an, »bitte erklären Sie mir doch einen wunderlichen Fall, der uns vorgekommen ist. Sie verstehen sich ja auf alle diese Dinge, auf unserem Gute im Gouvernement Kaluga. Haben die sämtlichen Bauern mit ihren Weibern alles, was sie besaßen, vertrunken und bezahlen uns jetzt nichts. Wie soll man das auffassen? Sie loben ja die Bauern immer so sehr.« In diesem Augenblick trat noch eine Dame ins Zimmer, und Ljewin stand auf. »Entschuldigen Sie mich, Gräfin, aber ich verstehe wirklich nichts davon und kann Ihnen nichts darüber sagen.« Entgegnete er und blickte zu einem Offizier hin, der hinter der Dame eintrat. »Das muss Wronski sein«, dachte Ljewin, und schaute, um Gewißheit zu haben, zu Kitty hin. Diese hatte den Eintretenden bereits erblickt und sah sich jetzt nach Ljewin um, und aus diesem einen Blicke ihrer unwillkürlich aufleuchtenden Augen erkannte Ljewin, dass sie diesen Mann liebte, und erkannte es mit solcher Sicherheit, wie wenn sie es ihm mit Worten mitgeteilt hätte. Aber was für ein Mann war dieser Wronski! Jetzt konnte Ljewin, mochte es nun wohlgetan sein oder nicht, sich nicht dazu entschließen, wegzugehen. Er musste feststellen, was für ein Mann das war, den sie lieben konnte. Es gibt Leute, die, wenn sie mit jemandem zusammentreffen, der auf irgendeinem Gebiete ihr glücklicher Nebenbuhler ist, sofort geneigt sind, von allem, was Gutes an ihm ist, die Augen wegzuwenden und nur das Schlechte zu sehen. Und wiederum gibt es Leute, die in ganz entgegengesetztem Verfahren eifrig danach verlangen, an diesem glücklichen Nebenbuhler diejenigen Eigenschaften herauszufinden, durch die er ihnen den Rang abgelaufen hat, und die an ihm nur das Gute suchen, mag ihnen auch der Schmerz fast das Herz abdrücken. Ljewin gehörte zu dieser Art, und es wurde ihm nicht schwer, bei Wronski das Gute und Anziehende herauszufinden. Es sprang ihm sofort in die Augen. Wronski war ein Mann von mäßiger Größe, kräftig gebaut, brünett, mit einem hübschen, gutmütigen Gesichter, das einen außerordentlich ruhigen, festen Ausdruck trug. In seinem Gesicht und an seiner ganzen Gestalt, von dem kurzgeschorenen, dunklen Haar und dem frisch rasierten Kinn bis zu der bequem sitzenden, nagelneuen Uniform, war alles an ihm einfach und zugleich vornehm. Wronski ließ zunächst die mit ihm ziemlich gleichzeitig eingetretene Dame zur Fürstin hingehen und trat dann selbst zu dieser und darauf zu Kitty heran. In dem Augenblicke, als er zu ihr trat, leuchtete in seinen Augen eine besondere Zärtlichkeit auf, mit einem ganz leisen, glücklichen, bescheiden triumphierenden Lächeln, so schien es Ljewin, beugte er sich in respektvoller, ruhiger Bewegung zu ihr hinab und streckte ihr seine kleine, aber breite Hand entgegen. Nachdem er alle Anwesenden begrüßt und mit jedem ein paar Worte gesprochen hatte, setzte er sich hin, ohne Ljewin auch nur angesehen zu haben, der seinerseits kein Auge von ihm verwandte. »Gestatten die Herren, dass ich sie miteinander bekannt mache,« sagte die Fürstin auf Ljewin weisend, »Konstantin Dmitrievich Ljewin, Graf Alexej Kirillowitsch Wronski.« Wronski stand auf, blickte Ljewin freundlich in die Augen und drückte ihm die Hand. »Ich sollte ja wohl in diesem Winter einmal mit ihnen zusammen an einem Diner teilnehmen,« sagte er mit seinem offenen, ungekünstelten Lächeln. Aber sie waren ganz unerwartet wieder aufs Land gereist. »Konstantin Dmitrievich verachtet und hasst die Stadt und uns Städter,« bemerkte die Gräfin Northstone. »Meine Worte müssen auf sie einen starken Eindruck gemacht haben, da sie sie so gut im Gedächtnis bewahren,« erwiderte Ljewin, »errötete aber sofort, da ihm einfiel, dass er dasselbe schon vorhin gesagt hatte.« Wronski blickte Ljewin und die Gräfin Northstone an und lächelte. »Sie leben immer auf dem Lande?« fragte er. »Ich denke mir, im Winter ist es da recht langweilig.« »Wenn man seine Tätigkeit hat, ist es nicht langweilig.« »Auch langweile ich mich nie, wenn ich mit mir allein bin,« versetzte Ljewin in etwas scharfem Tone. »Ich liebe das Landleben,« sagte Wronski, der Ljewins Ton wohl bemerkte, aber tat, als ob ihm nichts auffiele. »Aber Sie würden sich hoffentlich nicht dazu verstehen, immer auf dem Lande zu leben, Graf?« fragte die Gräfin Northstone. »Das weiß ich nicht, auf längere Zeit habe ich es noch nicht versucht. Ich habe einmal eine seltsame Empfindung durchgemacht,« fuhr er fort, »ich habe mich nach dem Landleben nach einem russischen Dorfe mit seinen Bauern und Bastschuhen nirgends so gesehnt wie in Nizza, wo ich mit meiner Mutter einen Winter zubrachte. Nizza ist ja an und für sich langweilig, wie Sie wissen, auch Neapel und Sorrent, schön sind sie nur bei kurzem Aufenthalt. Und gerade dort kommt einem besonders lebhaft die Erinnerung an Russland und besonders an unsere Dörfer. Sie sind gleichsam.« Während er sprach, wandte er sich sowohl an Kitty wie auch an Ljewin und ließ seinen ruhigen, freundlichen Blick von einem zum anderen gleiten. Er redete offenbar, wie es ihm gerade in den Sinn kam. Als er bemerkte, dass die Gräfin Northstone etwas sagen wollte, hielt er inne, ohne den begonnenen Satz zu Ende zu bringen, und hörte ihr aufmerksam zu. Das Gespräch stockte keinen Augenblick, so daß die alte Fürstin, die für den Fall etwa eintretenden Stoffmangels immer zwei schwere Geschütze in Reserve hielt, den Vergleich der klassischen Bildung mit der Realbildung und die allgemeine Wehrpflicht, diese nicht ins Treffen zu bringen brauchte, und die Gräfin Northstone keine Gelegenheit fand, Ljewin aufzuziehen. Ljewin wünschte wohl, sich an dem allgemeinen Gespräche zu beteiligen, war aber nicht dazu imstande. Jeden Augenblick sagte er sich, jetzt will ich gehen, ging aber doch nicht, als wenn er noch auf etwas wartete. Es war auf Tischrücken und Geister die Rede gekommen, und die Gräfin Northstone, die an den Spiritismus glaubte, begann von wunderbaren Vorgängen zu erzählen, die sie mit angesehen habe. »Ach, Gräfin, zu den Leuten müssen Sie mich jedenfalls einmal mit hinnehmen. Ich bitte Sie um alles in der Welt, nehmen Sie mich mit hin. Ich habe noch nie etwas Übernatürliches gesehen, obgleich ich überall danach suche,« sagte Wronski lächelnd. »Nun gut, also nächsten Sonnabend,« antwortete die Gräfin Northstone. »Wie steht es mit Ihnen, Konstantin Dmitrievich? Glauben Sie daran?« wandte sie sich an Ljewin. »Warum fragen Sie mich? Sie wissen ja, was ich sagen werde. Aber ich möchte gern Ihre Ansicht hören.« »Meine Ansicht ist nur die,« antwortete Ljewin, »diese tanzenden Tische beweisen, dass die sogenannte gebildete Gesellschaft in geistiger Hinsicht nicht höher steht als die Bauern. Die Bauern glauben an den bösen Blick und an Behexung des Viehs und an Liebeszauber und wir.« »Also Sie glauben nicht daran?« »Ich kann nicht daran glauben, Gräfin.« »Aber wenn ich es doch mit eigenen Augen gesehen habe.« »Die Bauersfrauen erzählen auch, dass sie mit eigenen Augen Hauskobolde gesehen haben.« »Sie meinen also, dass ich die Unwahrheit sage?« Sie lachte ärgerlich und gereizt. »Nicht doch, Mascha. Konstantin Dmitrievich sagt doch nur, dass er nicht daran glauben kann,« suchte Kitty zu vermitteln. Sie errötete aus Teilnahme für Ljewin, und dieser, der das richtig verstand, wollte eben, nun noch mehr gereizt, eine Antwort geben, da kam Wronski mit seinem offenen, heiteren Lächeln dem Gespräche, das unerfreulich zu werden drohte, zu Hilfe. »Sie stellen also die Möglichkeit völlig in Abrede,« fragte er. »Warum denn?« »Wir geben doch das Vorhandensein der Elektrizität zu, deren Wesen uns gleichfalls dunkel ist. Warum könnte es nicht eine neue, uns noch unbekannte Kraft geben, die...« Als die Elektrizität entdeckt wurde, unterbrach ihn Ljewin erregt, wurde zunächst nur ihre äußere Erscheinungsform entdeckt. Welches der Ursprung der Elektrizität sei und welche Wirkungen sie hervorbringe, das blieb unbekannt. Und Jahrhunderte vergingen, ehe man daran dachte, sie praktisch zu verwenden. Die Spiritisten dagegen begannen damit, daß sie die Tische schreiben und die Geister zu Besuch kommen ließen und sagten dann erst, das sei eine unbekannte Kraft. Wronski hörte, wie er das immer tat, aufmerksam zu und interessierte sich augenscheinlich für das, was Ljewin sagte. »Ja, aber die Spiritisten sagen, jetzt wissen wir noch nicht, was für eine Kraft das ist, aber eine Kraft ist da, und man sieht, unter welchen Bedingungen sie wirkt. Mögen die Gelehrten erforschen, worin diese Kraft besteht. Nein, ich kann nicht sagen, warum das nicht eine neue Kraft sein könnte, wenn sie...« Darum nicht unterbrach ihn Ljewin wieder, weil bei der Elektrizität jedes Mal, wenn sie ein Stück Harz an Wolle reiben, eine bestimmte Erscheinung eintritt, hier aber nicht jedes Mal. Folglich liegt keine Naturerscheinung vor. Wronski, der wohl das Gefühl hatte, dass das Gespräch einen für einen Salon zu ernsten Charakter annahm, erwiderte nichts weiter, sondern wandte sich in der Absicht, das Gesprächsthema zu wechseln, mit heiterem Lächeln den Damen zu. »Lassen Sie uns doch gleich einmal einen Versuch anstellen, Gräfin«, fing er an, aber Ljewin wollte seinen Gedanken gern erst noch vollständig aussprechen. »Ich bin der Meinung«, fuhr er fort, »dass dieser Versuch der Spiritisten, ihre Wunder durch irgendeine neue Kraft zu erklären, ganz erfolglos ist. Sie reden gerade heraus von einer unkörperlichen Kraft und suchen ihr doch durch das materielle Experiment beizukommen.« Alle warteten darauf, dass er Schlösser und er fühlte das. »Ich glaube, Sie würden ein vorzügliches Medium sein«, sagte die Gräfin Northstone. »Sie haben so etwas Schwärmerisches an sich.« Ljewin öffnete den Mund und wollte etwas erwidern, aber er errötete und schwieg. »Wollen wir es gleich einmal mit dem Tischrücken versuchen, Prinzessin?« sagte Wronski. »Sie erlauben es doch, Fürstin.« Er stand auf und suchte mit den Augen nach einem Tischchen. Kitty erhob sich, um ein Tischchen zu beschaffen, und als sie bei Ljewin vorbeiging, begegneten sich ihre Blicke. Er tat ihr in tiefster Seele leid, umso mehr als sie selbst die Ursache des Unglücks war, um dessen Willen sie ihn bemitleidete. »Wenn für mich Verzeihung möglich ist, so verzeihen Sie mir«, sagte ihr Blick, »ich bin so glücklich.« »Ich hasse alle Menschen, auch sie und mich selbst«, antwortete sein Blick, und er griff nach seinem Hute. Es war ihm aber nicht beschieden, davonzukommen. Gerade als die anderen sich um ein Tischchen gruppierten und Ljewin fortgehen wollte, trat der alte Fürst ein und wandte sich, nachdem er die Damen begrüßt hatte, Ljewin zu. »Ah«, rief er erfreut, »sind Sie schon lange hier in Moskau. Ich wußte gar nicht, dass du hier bist, sehr erfreut, Sie wiederzusehen.« Der alte Fürst nannte Ljewin manchmal »du«, manchmal »sie«. Er umarmte ihn und beachtete, während er mit ihm sprach, »Wronski nicht«, der aufgestanden war und ruhig wartete, bis sich der Fürst ihm zuwenden würde. Kitty fühlte wie drückend nach dem, was vorgefallen war, für Ljewin die Liebenswürdigkeit ihres Vaters sein müsse. Sie bemerkte auch, wie kühl ihr Vater endlich Wronskis Verbeugung erwiderte und wie Wronski mit freundlicher Verwunderung ihren Vater anblickte und sich vergebens bemühte zu begreifen, was wohl der Grund einer unfreundlichen Stimmung gegen ihn sein könnte, und sie errötete. »Überlassen Sie uns, Konstantin Dmitrievich Fürst«, sagte die Gräfin Northstone, »wir möchten gern ein Experiment vornehmen.« »Was für ein Experiment? Wohl Tischrücken? Na, nehmen Sie es mir nicht übel, meine Damen und Herren, aber meiner Ansicht nach ist das Ringspiel weit vergnüglicher«, sagte der alte Fürst und blickte dabei Wronski an, indem er den Anstifter erriet. »Im Ringspiel liegt doch noch ein Sinn.« Wronski sah mit einem festen Blick den Fürsten erstaunt an und begann dann sofort mit einem kaum merklichen Lächeln, sich mit der Gräfin Northstone von dem großen Balle zu unterhalten, der in der nächsten Woche bevorstand. »Ich hoffe, dass auch Sie dort sein werden«, wandte er sich an Kitty. Sobald sich der Fürst von ihm weggewandt hatte, ging Ljewin unbemerkt hinaus, und der letzte Eindruck, den er von dieser Abendgesellschaft mit sich nahm, war Kittys lächelndes, glückliches Gesicht, mit dem sie Wronskis Frage nach dem Balle beantwortete. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 15 Nachdem die Abendgesellschaft ihr Ende gefunden hatte, erzählte Kitty ihrer Mutter ihr Gespräch mit Ljewin, und trotz allem Mitleid, das sie für ihn empfand, machte ihr doch der Gedanke Freude, dass sie einen Antrag gehabt habe. Sie war nicht im geringsten im Zweifel, dass sie gehandelt habe, wie sie eben habe handeln müssen, aber im Bett konnte sie lange Zeit nicht einschlafen. Ein bestimmter Eindruck wollte gar nicht aus ihrer Erinnerung weichen. Es war Levins Gesicht mit den zusammengezogenen Brauen und den finster und traurig darunter hervorblickenden guten Augen, wie er dastand und ihrem Vater zuhörte und nach ihr und Wronski hinblickte. Und er tat ihr so leid, dass ihr die Tränen in die Augen traten. Aber im nächsten Augenblick erinnerte sie sich an den, für den sie ihn hingegeben hatte. Lebhaft stellte sie sich dieses männliche, feste Gesicht vor, diese vornehme Ruhe und die Herzensgüte, die aus seinem ganzen Benehmen gegen alle und jedermann hervorleuchtete. Sie dachte daran, wie der, den sie liebte, sie wieder liebte, und es wurde ihr wieder froh ums Herz, und mit glückseligem Lächeln drückte sie den Kopf in das Kissen. Er tut mir leid, er tut mir leid. Aber was sollte ich tun? Ich habe keine Schuld, sagte sie zu sich selbst. Aber eine innere Stimme sprach anders zu ihr. Ob sie bereute, Lewin an sich gezogen oder ihn zurückgewiesen zu haben, das wusste sie selbst nicht. Aber ihr Glück war durch Zweifel getrübt. »Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich! Herr, erbarme dich!« sprach sie im Einschlafen vor sich hin. Zu derselben Zeit spielte sich unten in dem kleinen Arbeitszimmer des Fürsten eine jener Szenen ab, wie sie sich häufig wegen der Lieblingstochter zwischen den Eltern wiederholten. »Was ich damit sagen will, das will ich sagen!« rief der Fürst. Dabei fuchtelte er mit den Armen umher, schlug dann aber gleich wieder seinen mit Eichhornfell gefütterten Schlafrock übereinander. »Dass sie keinen Stolz, keine Würde besitzen, dass sie unsere Tochter bloßstellen und unglücklich machen durch diese nichtswürdige, dumme Ehestifterei!« »Aber ich bitte dich um Gottes Willen, Fürst!« »Was habe ich denn getan?« rief die Fürstin beinahe in Tränen ausbrechend. Glücklich und zufrieden war sie nach dem Gespräche mit ihrer Tochter zum Fürsten gekommen, um ihm wie gewöhnlich Gute Nacht zu sagen. Zwar von Lewins Antrage und Kittys abschlägiger Antwort hatte sie ihrem Manne nichts sagen wollen, aber sie hatte ihm doch angedeutet, dass sie die Angelegenheit mit Wronski als ganz sicher betrachte und dass sie zur Entscheidung kommen werde, sobald seine Mutter einträfe. Bei diesen Worten war der Fürst plötzlich aufgefahren und hatte in derben Ausdrücken zu schelten angefangen. »Was sie getan haben, das liegt auf der Hand. Erstens haben sie einen Freier angelockt, und ganz Moskau wird darüber reden, und mit Fug und Recht. Wenn sie Abendgesellschaften veranstalten, dann sollten sie allerlei Leute einladen und nicht nur ausgewählte Heiratskandidaten. Laden sie alle diese Windhunde ein«, so nannte der Fürst die jungen Männer von Moskau. »Nehmen sie einen Klavierspieler an und lassen sie sie tanzen, aber nicht so wie heute, nur Heiratskandidaten, um etwas zusammen zu kuppeln. Mir ist es ekelhaft, das mit anzusehen, geradezu ekelhaft. Aber sie haben es erreicht, dem Kinde den Kopf zu verdrehen. Lewin ist ein tausendmal wertvollerer Mensch. Dagegen dieser Petersburger Gag. Solche Dutzendware, alle nach derselben Schablone und sämtlich Schund. Aber wenn er auch ein Prinz von Geblüt wäre, meine Tochter hat es nicht nötig, sich einen Freier verschaffen zu lassen.« »Aber was habe ich denn getan?« »Sie hören es ja«, schrie der Fürst zornig. »So viel ich weiß«, unterbrach ihn die Fürstin, »wenn es nur nach dir ginge, würden wir unsere Tochter niemals verheiraten, dann könnten wir auch lieber aufs Land hinaus ziehen.« »Das wäre auch das Beste.« »So höre doch nur, bin ich etwa entgegenkommend gewesen? Doch nicht im Entferntesten. Ein junger Mann und ein sehr netter junger Mann hat sich in sie verliebt, und es scheint, dass sie...« »Jawohl, jetzt«, heißt es, »es scheint.« »Aber wenn sie sich nun wirklich in ihn verliebt und er ans Heiraten ebenso wenig denkt wie ich? Ich mag dieses Getue gar nicht ansehen. Ah, der Spiritismus! Ah, Nizza! Ah, auf dem Balle!« Der Fürst versuchte, die Rolle seiner Frau zu spielen und knickste bei jedem Worte. »So führen wir Kittys Unglück herbei, und sie setzt sich wirklich in den Kopf, dass dieser Mensch...« »Wieso glaubst du denn das von ihm?« »Ich glaube es nicht, ich weiß es. Für so etwas haben wir Männer Blick und ihr Weiber nicht. Ich sehe da einen jungen Mann, der ernste Absichten hat. Das ist Lewin. Und ich sehe da einen hohlen Patron, diesen lockeren Zeisig, der sich nur amüsieren will.« »Du hast dich nun einmal in diese Vorstellung verrannt.« »Du wirst schon noch an das denken, was ich gesagt habe, aber wenn's zu spät ist, gerade wie bei der armen Dolly.« »Nun gut, gut, wir wollen nicht weiter davon reden,« fiel ihm die Fürstin ins Wort, der die Erinnerung an die unglückliche Dolly zu schmerzlich war. »Na schön.« Dann gute Nacht. Die Gatten bekreuzten und küßten einander, aber sie fühlten beim Auseinandergehen, dass jeder von ihnen bei seiner Meinung blieb. Die Fürstin war vorher fest davon überzeugt gewesen, dass der heutige Abend über Kittys Geschick entschieden habe und dass an Wronskys Absichten kein Zweifel möglich sei. Aber die Worte ihres Mannes hatten sie doch in dieser Überzeugung wankend gemacht. Und als sie sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, wiederholte sie, ganz wie Kitty, in banger Sorge vor der unbekannten Zukunft, mehrmals im Stillen, »Herr, erbarme dich!«, »Herr, erbarme dich!«, »Herr, erbarme dich!« 16. Wronski hatte niemals ein Familienleben gekannt. Seine Mutter war in ihrer Jugend eine glänzende Weltdame gewesen und hatte während ihrer Ehe besonders aber nachher mancherlei Liebesverhältnisse gehabt, die der gesamten feineren Gesellschaft bekannt waren. Seinen Vater hatte er kaum gekannt. Er war im Pagenkorps erzogen worden. Nachdem er das Korps als ein sehr junger, glänzender Leutnant verlassen hatte, geriet er sogleich in die Kreise der reichen Offiziere Petersburgs hinein. Seine Liebesgeschichten spielten alle außerhalb der vornehmen Petersburger Gesellschaft, obgleich er ab und zu auch dort verkehrte. In Moskau lernte er nach dem üppigen, rohen Petersburger Leben zum ersten Male den Reiz des Umgangs mit einem liebenswürdigen, unschuldigen Mädchen aus guter Familie kennen, das ihn liebgewonnen hatte. Es kam ihm nicht im Entferntesten in den Sinn, dass in seinem Verhältnisse zu Kitty irgendetwas Schlechtes liegen könne. Auf den Bällen tanzte er vorzugsweise mit ihr, er verkehrte im Hause ihre Eltern, er redete mit ihr so, wie man gewöhnlich in Gesellschaft redet, allerlei unbedeutendes Zeug, aber unwillkürlich verlieh er diesem unbedeutenden Zeuge für Kitty einen bedeutsamen Unterton. Obwohl er nichts zu ihr sagte, was er nicht hätte vor aller Ohren sagen können, fühlte er doch, dass sie immer mehr und mehr in eine gewisse Abhängigkeit von ihm hinein geriet, und je deutlicher er das merkte, umso angenehmer war seine Empfindung dabei und umso zärtlicher wurde sein Gefühl für sie. Er wusste nicht, dass eine Handlungsweise wie die seinige Kitty gegenüber einen bestimmten Namen trägt, dass das, ohne die Absicht sie zu heiraten, eine Betörung junger Mädchen ist, und dass solche Betörung zu den schlechten Streichen gehört, wie sie bei vornehmen jungen Männern wie ihm nur zugewöhnlich sind. Er hatte die Vorstellung, als sei er der Erste, der dieses Vergnügen entdeckt habe, und freute sich dieser seiner Entdeckung. Hätte er hören können, was Kittys Eltern an diesem Abend miteinander sprachen, hätte er erfahren, wie die Sache vom Standpunkte der Familie aus betrachtet wurde, dass er Kitty unglücklich machen würde, wenn er sie nicht heiratete, so hätte er sich höchlich gewundert und es nicht geglaubt. Er konnte nicht glauben, dass das, was ihm und namentlich auch ihr ein so großes, schönes Vergnügen bereitete, etwas Schlechtes sei, und noch weniger hätte er glauben können, dass es seine Pflicht sei, sie zu heiraten. Dass er sich verheiraten werde, war ihm überhaupt noch nie als möglich erschienen. Das Familienleben hatte für ihn nichts Verlockendes. Ja, mit dem Begriffe der Familie und besonders des Ehemannes verband er in Übereinstimmung mit der in der Junggesellenwelt in der er lebte allgemeinüblichen Anschauung die Vorstellung von etwas Fremdartigem, Feindlichem und namentlich von etwas Lächerlichem. Aber obgleich Wronski nicht die geringste Ahnung von dem Inhalte des elterlichen Gespräches hatte, so fühlte er doch, als er an diesem Abende von Scherbatskis wegging, dass das geheime seelische Band, das zwischen ihm und Kitty vorhanden war, durch den heutigen Abend so sehr an Festigkeit zugenommen habe, dass er etwas unternehmen müsse. Aber was er unternehmen könne oder müsse, das vermochte er sich nicht zu sagen. Das ist ja eben das Reizvolle, dachte er, als er auf dem Heimwege von Scherbatskis begriffen war und, wie immer von ihnen ein angenehmes Gefühl der Reinheit und Frische mitnahm, das allerdings zum Teil auch davon herrührte, dass er den ganzen Abend über nicht geraucht hatte, und zugleich ein ihm neues Gefühl der Rührung über Kittis Liebe zu ihm. Das ist ja eben das Reizvolle, dass weder von meiner noch von ihrer Seite bis jetzt etwas ausgesprochen ist und wir einander doch bei diesem geheimen Gespräche der Blicke und des Stimmklanges verstanden haben, und auf diese Art hat sie mir heute deutlicher als sonst je gesagt, dass sie mich liebt. Und wie lieb, wie schlicht und wie zutraulich kam es heraus. Ich fühle, dass ich ein Herz habe und dass viel Gutes in mir lebt. Oh, diese lieben, verliebten Augen, als sie sagte, und sehr. Na, und was ist dabei? Nichts, gar nichts. Mir macht es Vergnügen und ihr auch. Und nun überlegte er, wo er wohl diesen Abend beschließen könne. Er ging in Gedanken die Orte durch, wo er hingehen könnte. In den Club, eine Partie Besik und eine Flasche Champagner mit Ignatov? Nein, dahin mag ich nicht. Ins Chateau de Fleurs? Da trefe ich Oblonski. Aber... Couplets und Cancans? Nein, das ist mir jetzt zuwider geworden. Gerade darum verkehre ich so gern bei Scherbatskis, weil ich da selbst ein besserer Mensch werde. Ich will nach Hause fahren. Er ging im Hotel Dussault geradewegs auf sein Zimmer, ließ sich ein Abendessen dorthin bringen, kleidete sich dann aus und hatte den Kopf kaum auf das Kissen gelegt, als er auch schon in festem Schlaf versank. 17. Am anderen Morgen um elf Uhr fuhr Wronski nach dem Bahnhof der Petersburger Eisenbahn, um seine Mutter abzuholen, und der erste, den er auf den Stufen der großen Treppe traf, war Oblonski, der mit demselben Zuge seine Schwester erwartete. Ah, euer Erlaucht, rief Oblonski. Wen erwartest du denn? Ich erwarte meine Mutter, antwortete Wronski und lächelte, wie eben alle Leute zu lächeln pflegten, die mit Oblonski zusammentrafen. Er drückte ihm die Hand und ging mit ihm zusammen weiter die Treppe hinauf. Sie muss mit diesem Zuge aus Petersburg eintreffen. Bis zwei Uhr habe ich in dieser Nacht auf dich gewartet. Wo bist du denn von Scherbatskis hingefahren? Nach Hause, erwiderte Wronski. Offen gestanden, ich war gestern nach dem Besuche bei Scherbatskis in so vergnügter Stimmung, dass ich keine Lust hatte, noch anderswohin zu fahren. Am gebrannten Mal ersehe ich, ob von edler Art ein Roß, an des Jünglings Aug erspähe ich, ob ins Herz in Amor schoß, deklamierte Stepan Arkadjewitsch gerade wie tags zuvor bei dem Zusammensein mit Lewin. Wronski lächelte dazu mit einer Miene, als wollte er das nicht gerade ableugnen, ging aber sofort zu einem anderen Gegenstande über. »Und wen willst du denn abholen?« fragte er. »Ich, eine sehr hübsche Frau«, erwiderte Oblonski. »Ei, sieh mal.« »Ani, soaki Malipens.« »Meine Schwester Anna.« »Ah, so, das ist Frau Karenina«, fragte Wronski. »Du kennst sie doch.« »Ich glaube wohl.« »Oder doch nicht?« »Ich besinne mich wirklich nicht«, antwortete Wronski zerstreut. Der Name Karenina rief bei ihm eine dunkle Vorstellung von etwas Pedantischem Langweiligem hervor. »Aber meinen berühmten Schwager Alexei Alexandrowitsch wirst du doch sicherlich kennen. Den kennt ja die ganze Welt.« »Ja, das heißt, ich kenne ihn par renommé und vom Ansehen. Ich weiß, dass er ein kluger, gelehrter Mann so etwas ganz Großartiges ist, aber du weißt, dergleichen ist nicht in meiner »not in my line«, versetzte Wronski. »Ja, er ist ein sehr bedeutender Mensch, ein bisschen sehr konservativ, aber ein prächtiger Mensch«, bemerkte Stepan Arkadjewitsch, »ein ganz prächtiger Mensch.« »Nun, das ist ja schön für ihn«, sagte Wronski lächelnd. »Ah, du bist ja auch hier«, wandte er sich an den alten Diener seiner Mutter, einen Mann von großer Gestalt, der an der Tür stand. »Komm nur mit hinein.« Wronski fühlte sich in der letzten Zeit, ganz abgesehen von der Anziehungskraft, die oblonskis sympathisches Wesen auf alle Leute ausübte, zu ihm auch deshalb hingezogen, weil er immer in ihm Kittys Schwager sah. »Nun, wie stets, werden wir nächsten Sonntag das Souper zu Ehren der Diva zustande bringen?«, fragte er ihn lächelnd und faßte ihn unter den Arm. »Unzweifelhaft, ich sammle Unterschriften dazu.« »Da fällt mir ein, hast du gestern meinen Freund Ljewin kennengelernt?«, fragte Stepan Arkadjewitsch. »Gewiß, aber er ging sehr früh fort.« »Ein ganzer Prachtkerl«, fuhr oblonski fort, »nicht wahr?« »Ich weiß nicht«, erwiderte Wronski, »woher das kommt, dass alle Moskauer, die, mit denen ich jedes Mal rede, selbstverständlich ausgenommen«, schob er scherzend ein, »eine eigentümliche Schroffheit an sich haben. Es ist immer, als ob sie sich auf die Hinterbeine stellten, als ob sie sich ärgerten und es einem gehörig geben wollten.« »Ja, so ist es wahrhaftig, das stimmt«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch heiter lachend. »Nun kommt der Zug bald?« wandte sich Wronski an einen Bahnbeamten. »Er ist schon gemeldet«, antwortete dieser. »Das Herannahen des Zuges machte sich durch mancherlei Anzeichen immer mehr bemerkbar.« Bahnbeamte waren in eifriger Bewegung, um die Vorbereitungen zu seinem Empfange zu treffen, Gepäckträger liefen hierhin und dorthin, es erschienen Gendarmen und die höheren Stationsbeamten, es fand sich ein zahlreiches Publikum ein, um Ankommende abzuholen. Durch den Kältedunst hindurch sah man Arbeiter in kurzen Pelzen und weichen Filzstiefeln über die Schienen der sich mannigfach miteinander verschlingenden Gleise laufen. Man hörte das Pfeifen einer Lokomotive auf einem vom Bahnsteige weiter abliegenden Gleise und wie eine schwere Masse in Bewegung gesetzt wurde. »Nein«, sagte Stepan Arkadjewitsch, der die größte Lust verspürte, Wronski etwas von Lewins Absichten auf Kitty zu erzählen, »nein, du hast meinen lieben Lewin doch nicht richtig beurteilt. Er ist ein sehr nervöser Mensch und wird manchmal unangenehm, das ist ja wahr, aber dafür ist er auch zu anderen Zeiten außerordentlich nett. Er ist ein durchaus ehrenhafter, aufrichtiger Charakter und hat ein goldenes Herz. Gestern lagen allerdings ganz besondere Gründe vor«, fuhr Stepan Arkadjewitsch mit vielsagendem Lächeln fort. Er hatte das aufrichtige Mitgefühl, das er tags zuvor für seinen Freund empfunden hatte, vollständig vergessen und empfand jetzt etwas Ähnliches aber für Wronski. Ja, es war ein Grund vorhanden, aus dem er entweder besonders glücklich oder besonders unglücklich sein konnte. Wronski blieb stehen und fragte geradezu, »Was meinst du für einen Grund? Hat er etwa deiner Schwägerin einen Heiratsantrag gemacht?« »Leicht möglich«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch. »Ich hatte gestern den Eindruck, als ob er so etwas vorhätte, und wenn er früh wegging und übler Laune war, so wird es wohl so gewesen sein. Er ist schon so lange in sie verliebt und tut mir außerordentlich leid.« »Sie, sie, ich glaube übrigens, dass sie auf eine bessere Partie rechnen kann«, sagte Wronski, nahm eine selbstbewusste Haltung an und setzte seine Wanderung auf dem Bahnsteige fort. »Übrigens kenne ich ihn zu wenig«, fügte er hinzu. »Ja, das ist wohl eine unangenehme Lage. Darum ziehen auch die meisten den Umgang mit Damen der Halbwelt vor. Ein Misserfolg bei einer solchen beweist nur, dass man nicht genug Geld hatte, aber hier liegt man mit seinem persönlichen Werte auf der Waagschale.« »Aber da kommt der Zug«, wirklich pfiff in der Ferne bereits die Lokomotive. Und mit einem winselnden Hunde vorüber. Endlich folgten die Personenwagen und blieben mit einem letzten Zittern stehen. Der Zugführer, eine hübsche männliche Erscheinung, hatte noch während des Fahrens seine Signalpfeife ertönen lassen und sprang nun ab, unmittelbar nach ihm stiegen ungeduldige Fahrgäste einzeln aus. Ein Gardeoffizier in sehr gerader Haltung mit strenger Miene um sich blickend, ein vergnügt lächelnder junger, beweglicher Kaufmann mit einer Handtasche, ein Bauer mit einem Quersack auf der Schulter. Wronski, der neben Ablonski stand, betrachtete die Wagen und die Aussteigenden und hatte seine Mutter vollständig vergessen. Was er soeben über Kitty erfahren hatte, regte ihn auf und freute ihn. Unwillkürlich hob sich seine Brust und seine Augen leuchteten. Er fühlte sich als Sieger. »Die Gräfin Wronskaja befindet sich in jenem Abteil dort«, sagte der forsche Zugführer, der an Wronski herantrat. Diese Worte des Zugführers rüttelten ihn aus seinen Gedanken auf und brachten ihm wieder seine Mutter und das bevorstehende Wiedersehen mit ihr in Erinnerung. Im Grunde seines Herzens hegte er keine besondere Verehrung für seine Mutter und auch keine Liebe. Ohne sich über den Grund dafür eigentlich klar zu sein, jedoch konnte er in Übereinstimmung mit den Anschauungen der Kreise, in denen er lebte, und infolge seiner Erziehung sich gar kein anderes Verhältnis zu seiner Mutter vorstellen als das des unbedingten Gehorsams und der größten Hochachtung, und er bekundete Gehorsam und Hochachtung nach außen hin mit umso größerer Beflissenheit, je weniger er seine Mutter im Herzen verehrte und liebte. Ende von Abschnitt 9 Gelesen von Eva K. Abschnitt 10 Von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Tolstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil Vronski folgte dem Zugführer zu dem Wagen und blieb am Eintritt, Eingang des Abteils stehen, um eine aussteigende Dame vorüberzulassen. Mit dem erfahrenen Urteile des Weltmannes hatte Vronski beim ersten Blick auf die äußere Erscheinung dieser Dame ihre Zugehörigkeit zur besten Gesellschaft festgestellt. Er entschuldigte sich und schickte sich nun an, in den Wagen einzusteigen, fühlte sich jedoch veranlaßt, sich noch einmal nach ihr umzusehen, nicht deshalb, weil sie sehr schön war, auch nicht wegen ihrer vornehmen Erscheinung und bescheidenen Anmut, die in ihrer ganzen Gestalt zur Erscheinung kam, sondern, weil in dem Ausdrucke des lieblichen Gesichtes, als sie an ihm vorbeiging, etwas ganz besonders Angenehmes und Freundliches gelegen hatte. Als er sich umschaute, wandte sie gleichfalls den Kopf zurück. Die glänzenden, grauen, durch die dichten Wimpern schwarz erscheinenden Augen richteten sich mit prüfender Aufmerksamkeit und freundlichem Ausdrucke auf sein Gesicht, als ob sie in ihm einen Bekannten erkenne, wandten sich dann aber sofort von ihm ab und der vorüberströmenden Menge zu, als wenn sie dort jemanden suchten. Dieser kurze Blick hatte Wronski doch die verhaltene Lebhaftigkeit erkennen lassen, die wie ein Schimmer auf ihrem Gesichte spielte und zwischen den glänzenden Augen und den roten, leise lächelnden Lippen hin und her huschte. Es war, als schösse ihr Wesen eine solche Überfülle von Lebenslust ein, dass diese sich unwillkürlich bald in dem Glanze der Augen, bald in dem Lächeln des Mundes bekunden müsse. Und wenn sie diesen Glanz in den Augen absichtlich dämpfte, so leuchtete er wieder ihren Willen in dem kaum wahrnehmbaren Lächeln auf. Wronski stieg in den Wagen. Seine Mutter, eine hagere alte Dame mit schwarzen Augen und schwarzen Löckchen, betrachtete ihren Sohn mit zusammengekniffenen Augen und lächelte dann ein wenig mit den schmalen Lippen. Darauf erhob sie sich von dem Polstersitze, übergab der Kammerjungfer eine kleine Reisetasche und streckte ihrem Sohne ihre kleine trockene Hand zum Kusse hin, dann hob sie seinen Kopf von ihrer Hand in die Höhe und küßte ihn auf die Wangen. Hast du mein Telegramm erhalten? fragte sie. Bist du gesund? Ja, nun Gott sei Dank. Hatten sie eine gute Fahrt? fragte der Sohn seinerseits, indem er sich neben sie setzte und unwillkürlich nach einer weiblichen Stimme vor der Tür hinhorchte. Er wusste, dass es die Stimme der Dame war, der er beim Hereinkommen begegnet war. Ich kann trotzdem nicht darauf eingehen, sagte die Stimme der Dame. Das ist so eine Petersburger Anschauung, gnädige Frau. Nicht eine Petersburger Anschauung, sondern einfach eine weibliche. Schade nun, dann gestatten Sie mir, ihnen die Hand zu küssen. Auf Wiedersehen, Ivan Petrovich. Bitte sehen Sie sich doch einmal um, ob mein Bruder nicht da ist, und schicken Sie ihn zu mir her, sagte die Dame dicht an der Tür und kam wieder in das Abteil herein. Nun haben Sie Ihren Bruder gefunden? fragte die Gräfin Wronskaja, sich zu der Dame wendend. Wronski wurde sich jetzt darüber klar, dass dies Frau Karinina sein müsse. Ihr Bruder ist hier, sagte er und erhob sich. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht so gleich erkannt habe, aber unsere Bekanntschaft ist ja nur so kurz gewesen, fuhr er mit einer Verbeugung fort, dass Sie sich meiner gewiss gar nicht erinnern. Oh doch, versetzte sie, und ich hätte sie auch wieder erkannt, da Ihre liebe Mutter und ich auf der ganzen Reise fast nur von Ihnen gesprochen haben. Bei diesen Worten ließ sie endlich ihre bisher zurückgedämmte Lebhaftigkeit in einem Lächeln zum Ausdruck kommen. Aber meinen Bruder sehe ich trotzdem nicht. Rufe ihn doch, Alexej, sagte die alte Gräfin. Wronski trat auf den Bahnsteig hinaus und rief, Ablonski, hier! Aber Frau Karinina wartete nicht so lange, bis ihr Bruder herankam, sondern stieg, sobald sie ihn erblickte, mit festem, leichtem Schritte aus dem Wagen. Und sobald der Bruder zu ihr trat, legte sie mit einer Bewegung, von deren Entschiedenheit und Anmut Wronski überrascht war, ihm den linken Arm um den Hals, zog den Bruder rasch an sich und küsste ihn herzhaft. Wronski blickte unverwandt zu ihr hin und lächelte, ohne selbst recht zu wissen, worüber. Aber da erinnerte er sich, dass seine Mutter auf ihn wartete und stieg wieder in den Wagen. Nicht wahr, eine allerliebste Frau, sagte die Gräfin mit Bezug auf Frau Karinina. Ihr Mann hat sie zu mir in dieses Abteil gebracht, und ich habe meine rechte Freude an ihr gehabt. Auf der ganzen Fahrt haben wir uns miteinander unterhalten. Nun und du, wie man hört, vous filet la parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Maman, antwortete der Sohn in trockenem Tone. Aber wenn's Ihnen recht ist, Maman, wollen wir jetzt gehen. Frau Karinina kam wieder in den Wagen herein, um von der Gräfin Abschied zu nehmen. Sehen Sie wohl, Gräfin, Sie haben jetzt Ihren Sohn gefunden und ich meinen Bruder, sagte sie heiter. Und mein Vorrat an Geschichtchen war auch vollständig erschöpft. Weiter hätte ich nichts zu erzählen gehabt. Oh, nicht doch, erwiderte die Gräfin und fasste sie bei der Hand. Mit Ihnen könnte ich rund um die Welt reisen und würde mich nicht langweilen. Sie gehören zu jenen liebenswürdigen Frauen, mit denen es sich angenehm bald einmal plaudern, bald einmal schweigen lässt. Und über Ihren Sohn machen Sie sich nur bitte keine Gedanken. Immer bei einem Kinde zu bleiben, ist ja doch nicht möglich. Frau Karinina stand da, ohne sich zu bewegen, in sehr gerader Haltung, ihre Augen lächelten. Anna Arkadievna, bemerkte die Gräfin erklärend zu ihrem Sohne, hat ein Söhnchen, ich glaube, von acht Jahren. Sie hat sich bisher noch nie von ihm getrennt und grämt sich nun darüber, dass sie ihn verlassen hat. Ja, die Gräfin und ich haben die ganze Zeit über von unseren Söhnen gesprochen, sie von dem ihrigen und ich von dem meinigen, sagte Frau Karinina, und wieder erhellte ein Lächeln ihr Gesicht, ein freundliches Lächeln, das Wronski galt. Das hat sie höchstwahrscheinlich sehr gelangweilt, antwortete er, indem er diesen Ball der Koketterie, den sie ihm zuwarf, sofort im Fluge auffing. Aber sie hatte offenbar keine Lust, das Gespräch in diesem Tone fortzusetzen und wandte sich wieder der alten Gräfin zu. Ich danke Ihnen sehr, die Reise ist mir so schnell vergangen, dass ich es gar nicht gemerkt habe. Auf Wiedersehen, Gräfin! Leben Sie wohl, meine Beste, erwiderte die Gräfin, lassen Sie mich ihr Liebesgesichtchen küssen, als alte Frau sage ich Ihnen einfach und geradezu, dass ich Sie sehr lieb gewonnen habe. Wie herkömmlich auch diese Redensart war, Frau Karinina hielt sie offenbar für aufrichtig gemeint und freute sich herzlich darüber. Sie errötete, beugte sich ein wenig hinab und bot ihre Wange den Lippen der Gräfin dar. Dann richtete sie sich wieder auf und gab mit jenem Lächeln, das bei ihr so oft zwischen Lippen und Augen hin und her wanderte, Wronski die Hand. Er drückte diese kleine Hand und empfand mit innigem Vergnügen, wie einen besonderen Genuss, den kräftigen Druck, mit dem sie fest und ungezwungen die Seine schüttelte. Dann verließ sie das Abteil mit dem raschen Gange, der ihren ziemlich vollen Körper mit so erstaunlicher Leichtigkeit trug. »Eine allerliebste Frau«, sagte die alte Dame. Dasselbe dachte auch ihr Sohn. Er folgte ihr mit den Augen, bis ihre anmutige Gestalt verschwunden war, und sein Gesicht behielt den lächelnden Ausdruck bei. Durch das Fenster sah er noch, wie sie zu ihrem Bruder trat, ihre Hand auf seinen Arm legte, und ein lebhaftes Gespräch mit ihm begann, das offenbar auf ihn Wronski keinerlei Bezug hatte, und das verdross ihn. »Also, Maman, Sie sind ganz wohl auf«, fragte er noch einmal, zu seiner Mutter gewendet. »Vollkommen! Es geht alles vorzüglich. Alexander war sehr liebenswürdig und Varja ist sehr hübsch geworden, sie hat etwas überaus Interessantes.« Damit begann sie wieder von den Dingen zu erzählen, die sie am meisten interessierten, von der Taufe ihres Enkels, zu der sie nach Petersburg gereist war, und von der außerordentlich gnädigen Gesinnung des Kaisers gegen ihren ältesten Sohn. »Da ist auch Lavrenti«, sagte Wronski durch das Fenster hinausblickend, »wenn es Ihnen gefällig ist, wollen wir jetzt gehen.« Der alte Haushofmeister, der die Gräfin auf der Reise begleitet hatte, erschien im Wagen mit der Meldung, daß alles bereit sei, und die Gräfin erhob sich, um zu gehen. »Gehen wir«, sagte Wronski, »jetzt ist es nicht mehr so voll auf dem Bahnsteig.« Das Mädchen nahm die Reisetasche und das Hündchen, der Haushofmeister und ein Gepäckträger das übrige Handgepäck. Wronski reichte der Mutter den Arm, aber als sie eben aus dem Wagen gestiegen waren, liefen plötzlich einige Männer mit erschrockenen Gesichtern an ihnen vorbei, darunter auch der Stationsvorsteher mit seiner grellfarbigen Mütze. Offenbar war etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Alles lief vom Zuge weg nach hinten. »Was gibt es? Was ist los? Wo?« »Er ist umgestoßen worden! Überfahren!«, wurde unter den Vorübereilenden gerufen. Stepan Arkadjewitsch und seine Schwester, die ihn untergefasst hatte, kamen ebenfalls mit erschrockenen Gesichtern wieder zurück und blieben, um aus dem Gedränge herauszukommen, an der Tür des Wagens stehen. Die Damen stiegen wieder in den Wagen ein. Wronski und Stepan Arkadjewitsch aber folgten dem Menschenschwarm, um Näheres über den Unfall zu erfahren. Ein Bahnwärter hatte, mochte er nun betrunken oder wegen der starken Kälte zu sehr eingemummt gewesen sein, einen Zug, der beim Rangieren zurückgeschoben wurde, nicht gehört und war zermalmt worden. Noch ehe die beiden Herren zurückkehrten, erfuhren die Damen diese Einzelheiten durch den Haushofmeister. Ablonski und Wronski hatten beide den entstellten Leichnam gesehen. Ablonski litt offenbar sehr unter diesem Eindrucke. Er hatte die Stirn gerunzelt und schien dem Weinen nahe zu sein. »Ach, wie schrecklich! Ach, Anna, wenn du das gesehen hättest! Ach, wie schrecklich!« rief er einmal über das andere. Wronski schwieg. Sein hübsches Gesicht war ernst, aber vollkommen ruhig. »Ach, wenn sie das gesehen hätten, Gräfin!«, redete Stepan Arkadjewitsch weiter. »Auch seine Frau ist dabei. Es war schrecklich, sie anzusehen. Sie warf sich über den Leichnam hin. Die Leute sagten, der Mann wäre der einzige Ernährer einer sehr großen Familie gewesen. Ja, es ist schrecklich!« »Läßt sich denn nichts für die Frau tun?« fragte Frau Karenina flüsternd in heftiger Erregung. Wronski blickte sie an und verließ sofort den Wagen. »Ich komme gleich wieder, maman«, sagte er dabei, indem er sich in der Tür umdrehte. Als er nach ein paar Minuten zurückkam, erzählte Stepan Arkadjewitsch der Gräfin bereits etwas über eine neue Sängerin. Die Gräfin blickte auf ihren Sohn wartend ungeduldig nach der Tür. »Nun, dann wollen wir gehen«, sagte der eintretende Wronski. Sie gingen zusammen, Wronski mit seiner Mutter voran, dahinter Frau Karenina mit ihrem Bruder. Am Ausgang holte sie der Stationsvorsteher ein und trat an Wronski heran. »Sie haben meinem Assistenten zweihundert Rubel eingehändigt. Haben Sie die Güte, sich darüber zu äußern, für wen das Geld bestimmt ist?« »Für die Witwe«, antwortete Wronski achselzuckend, »ich verstehe nicht, was da noch zu fragen ist.« »Das haben Sie getan«, rief Ablonski von hinten her und fügte, indem er den Arm seiner Schwester an sich drückte hinzu. »Allerliebst, allerliebst! Ein Prachtmensch, nicht wahr? Ich empfehle mich Ihnen, Gräfin!« Er blieb mit seiner Schwester stehen, um sich nach deren Kammerjungfer umzusehen. Als sie aus dem Bahnhofstor hinaustraten, war das Wronskische Geschirr schon weggefahren. Die Leute, die hinausgingen, sprachen immer noch von dem Vorgefallenen. »Ein entsetzlicher Tod«, sagte ein vorübergehender Herr. »Es heißt, er wäre in zwei Stücke zerschnitten.« »Ich meine, im Gegenteil, ein so plötzlicher Tod ist der leichteste, den man sich nur denken kann«, bemerkte ein anderer. »Unverantwortlich, dass gegen so etwas keine Vorsichtsmaßregeln getroffen werden«, sagte ein Dritter. Frau Karenina stieg in den Wagen, und Stepan Arkadjewitsch sah mit Erstaunen, dass ihre Lippen zitterten, und sie nur mit Mühe die Tränen zurückhielt. »Was ist dir, Anna?« fragte er, als sie ein paar hundert Schritte gefahren waren. »Eine üble Vorbedeutung«, sagte sie. »Was für Torheiten«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch. »Du bist hergekommen, das ist die Hauptsache. Du kannst dir gar nicht denken, wie viel ich mir von deiner Einwirkung verspreche. »Kennst du Wronski schon lange?« fragte sie. »Ja. Weißt du, wir hoffen, dass er Kitty heiraten wird.« »Ja«, sagte Anna leise. »Nun, aber jetzt wollen wir von dir sprechen«, fügte sie hinzu und schüttelte mit dem Kopfe, als wollte sie durch diese Körperbewegung etwas verscheuchen, was sich ihr aufdringte und sie störte. »Wir wollen von deinen Angelegenheiten sprechen. Ich habe einen Brief erhalten, und da bin ich nun hergekommen.« »Ja, ich setze auf dich meine ganze Hoffnung«, versetzte Stepan Arkadjewitsch. »Nun, so erzähle mir alles.« Und Stepan Arkadjewitsch begann zu erzählen. Als sie vor dem Hause angelangt waren, war er seiner Schwester beim Aussteigen behilflich, seufzte schwer, drückte ihr die Hand und begab sich nach seinem Amtsgebäude. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Eva K. Abschnitt 11 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich-Telstoy Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 19 Als Anna eintrat, saß Dolly in einem kleinen Wohnzimmer mit einem hellblonden, dickbäckigen Knaben zusammen, der schon jetzt seinem Vater sehr ähnlich sah, und hörte ihm seine Aufgaben aus dem französischen Lesebuche ab. Der Knabe las und drehte dabei mit den Fingern einen Knopf seiner Jacke herum, der kaum noch daran festhing, und bemühte sich, ihn ganz abzureißen. Die Mutter hatte ihm schon mehrere Male die Hand davon weggenommen, aber das dicke Händchen fasste immer wieder nach dem Knopfe. Die Mutter riß den Knopf ab und steckte ihn in die Tasche. »Du musst die Hände stillhalten, Grigori«, sagte sie und griff wieder nach ihrer Decke, einer Arbeit, die sie schon vor langer Zeit angefangen hatte und die sie immer in schweren Stunden zur Hand nahm. Auch jetzt häkelte sie nervös daran, indem sie bald mit dem Finger hin und her schlug, bald die Maschen zählte. Obgleich sie tags zuvor ihrem Manne hatte sagen lassen, dass es sie nichts weiter angehe, ob seine Schwester komme oder nicht, so hatte sie doch alles für ihre Ankunft vorbereitet und erwartete ihre Schwägerin in großer Aufregung. Dolly war von ihrem Kummer niedergebeugt und konnte kaum an etwas anderes denken, aber dennoch überlegte sie, dass ihre Schwägerin Anna die Frau eines der einflussreichsten Männer in Petersburg und selbst eine Petersburger Grande Dame sei. Und infolgedessen brachte sie das, was sie ihrem Manne angekündigt hatte, nicht zur Ausführung, das heißt, sie ignorierte die Ankunft ihrer Schwägerin nicht. »Schließlich hat ja Anna dabei keine Schuld«, dachte Dolly, »ich weiß von ihr nur Gutes und habe persönlich von ihr nur Liebes und Freundliches erfahren.« Allerdings hatte ihr, soweit sie sich des Eindrucks erinnern konnte, den sie in Petersburg bei Karinins empfangen hatte, dieses Haus selbst nicht gefallen. In der gesamten Einrichtung ihres Familienlebens war ein gewisser Mangel an Offenheit spürbar gewesen. Aber warum sollte ich sie nicht empfangen? Wenn sie sich nur nicht beikommen läßt, mich trösten zu wollen, dachte Dolly. Alle möglichen Trostgründe und Ermahnungen und dass es Christenpflicht ist, zu verzeihen, das alles habe ich ja schon tausendmal überdacht, aber das alles hilft mir nichts. Alle diese Tage her war Dolly mit ihren Kindern allein gewesen. Mit jemandem über ihren Kummer reden, das mochte sie nicht, und mit diesem Kummer auf dem Herzen von anderen Dingen zu sprechen, dazu war sie nicht imstande. Aber sie wusste, dass sie Anna gegenüber auf die eine oder andere Weise dazu kommen werde, sich völlig auszusprechen, und bald freute sie der Gedanke daran, wie sie das alles aussprechen werde. Bald war es ihr kränkend, dass sie über ihre Demütigung mit ihr, seiner Schwester sprechen und von ihr billige, tröstende und ermahnende Redensarten werde anhören müssen. Wie das oft vorkommt, erwartete sie sie, fortwährend nach der Uhr blickend, jeden Augenblick und verpasste dabei gerade den Augenblick, da der Besuch kam, sodass sie das Klingeln nicht hörte. Anna war bereits in der Tür, als Dolly das Rascheln eines Frauenkleides und das Geräusch leichter Schritte hörte. Sie blickte sich um, und auf ihrem abgehärmten Gesicht zeigte sich ein Ausdruck, nicht sowohl der Freude wie der Überraschung. Sie stand auf und umarmte ihre Schwägerin. »Wie, du bist schon da?« sagte Dolly und küsste sie. »Wie freue ich mich, dich wiederzusehen, Dolly!« »Ich freue mich auch,« antwortete Dolly mit einem schwachen Lächeln und suchte aus Annas Gesichtsausdruck zu erkennen, ob sie schon alles wisse. »Sicherlich weiß sie es,« dachte sie, als sie auf Annas Gesicht einen Ausdruck mitleidiger Teilnahme bemerkte. »Nun komm, ich will dich in dein Zimmer führen,« fuhr sie fort, bemüht, den Augenblick der Aussprache möglichst hinauszuschieben. »Ist das Grigori?« »Mein Gott, wie ist der Junge gewachsen,« sagte Anna und küsste ihn, ohne die Augen von Dolly abzuwenden. Sie blieb stehen und sagte errötend, »Ach, lass uns doch noch ein Weilchen hierbleiben.« Sie nahm das Tuch und den Hut ab, und da sie mit diesem an einer Strähne ihres schwarzen, durchweg lockigen Haares hängen blieb, so schüttelte sie mit dem Kopfe und machte dadurch das Haar wieder los. »Du strahlst ja nur so von Glück und Gesundheit,« sagte Dolly beinahe neidisch. »Ich?« »Oh, ja,« versetzte Anna. »Mein Gott, da ist ja Tanja,« wandte sie sich dem kleinen Mädchen zu, das hereingelaufen kam. »Sie ist ebenso alt wie mein Sergei,« fügte sie hinzu, nahm sie bei der Hand und küsste sie. »Ein reizendes Kind, ganz reizend. Du musst mir deine Kinderchen alle zeigen.« Sie zählte sie auf und kannte nicht nur ihre Namen, sondern wußte auch ihr Alter nach Jahren und Monaten und welchen Charakter ein jedes besaß und welche Krankheiten die Einzelnen durchgemacht hatten. Gegen dieses teilnehmende Interesse konnte Dolly ihr Herz nicht verschließen. »Nun, dann wollen wir zu Ihnen gehen,« sagte sie. »Mein Vassili schläft leider gerade.« Nachdem sie die Kinder angesehen hatten, setzten sie sich nun allein im Wohnzimmer an den Kaffeetisch. Anna fingerte am Präsentierbrett umher und schob es dann von sich weg. Dolly hob sie an. »Er hat mit mir gesprochen.« Dolly wandte die Augen mit kaltem Blicke zu Anna hin. Sie erwartete jetzt erheuchelte Teilnahmsbezeigungen, aber Anna sagte nichts derartiges. »Dolly, liebe Dolly«, fuhr sie fort. »Ich will weder ihn zu verteidigen noch dich zu trösten suchen. Das ist unmöglich. Ich will dir nur einfach sagen, dass du mir so leid tust, mein Herzchen, von ganzer Seele leid.« Unter den dichten Wimpern ihrer glänzenden Augen drängten sich Tränen hervor. Sie rückte näher an ihre Schwägerin heran und ergriff mit ihrer eigenen festen kleinen Hand die Dollys. Dolly rückte nicht von ihr weg, aber ihr Gesicht verlor seinen starren Ausdruck nicht. Sie erwiderte, »Mich zu trösten ist unmöglich. Nach dem, was vorgefallen ist, ist alles verloren, alles zerstört.« Aber sobald sie das gesagt hatte, wurde der Ausdruck ihres Gesichtes plötzlich weicher. Anna hob die dürre, magere Hand Dollys in die Höhe, küßte sie und sagte, »Aber, Dolly, was ist nun zu tun, was ist nun zu tun? Wie verhält man sich am besten in dieser schrecklichen Lage? Das ist's, was nun erwogen werden muss.« »Es ist alles zu Ende. Weiter kann ich nichts sagen«, antwortete Dolly. »Und weißt du, das Allerschlimmste ist, dass ich ihn nicht verlassen kann, der Kinder wegen, ich bin gebunden, aber mit ihm länger zusammenleben, das kann ich auch nicht. Es ist mir eine Qual, ihn zu sehen.« »Dolly, liebe gute Dolly, er hat es mir ja schon gesagt, aber ich möchte es doch auch von dir hören, bitte. Sage mir alles.« Dolly blickte sie fragend an. Aufrichtige Teilnahme und herzliche Liebe waren auf Annas Gesicht zu lesen. »Nun gut«, sagte sie plötzlich, »aber ich muß von vorn anfangen. Du weißt, wie ich heiratete.« »Bei der Art, in der mich Maman erzogen hatte, war ich nicht nur unschuldig geblieben, sondern geradezu dumm.« »Ich wußte von nichts.« »Ich weiß, es heißt, dass die Männer ihren Frauen ihr Vorleben erzählen, aber Stiva«, sie verbesserte sich, »Stepan Arkadjewitsch hat mir nichts gesagt. Du wirst es kaum glauben, aber ich hatte bis auf die neueste Zeit gemeint, ich wäre die einzige Frau, der er näher getreten sei. So habe ich acht Jahre lang gelebt, verstehe wohl. Ich habe keine Untreue geargwöhnt. Ja, ich habe so etwas geradezu für unmöglich gehalten. Und nun stelle dir vor, wie einem zumute ist, wenn man in solchen Anschauungen dahin lebt und nun auf einmal solche entsetzliche, abscheuliche Dinge hören muss. »Verstehe wohl, wenn man sich in festem Glauben für eine glückliche Frau hält und dann auf einmal«, Dolly suchte ein Schluchzen zu unterdrücken, »wenn man dann auf einmal einen Brief zu lesen bekommt, einen Brief von ihm an seine Geliebte, unsere frühere Erzieherin. Nein, das ist zu furchtbar.« Sie zog eilig das Taschentuch heraus und verbarg ihr Gesicht darin. »Ich könnte es noch begreifen, wenn er sich von einer augenblicklichen Leidenschaft hätte hinreißen lassen«, fuhr sie nach kurzem Stillschweigen fort. »Aber mich mit Vorbedacht in listiger Weise zu hintergehen und mit wem, dass er es fertigbringen konnte, mein Mann zu bleiben und gleichzeitig mit ihr ein Verhältnis zu haben, das ist furchtbar. Du kannst es nicht begreifen.« »Doch, ich begreife es, ich begreife es, liebe Dolly, ich begreife es«, antwortete Anna und drückte ihr die Hand. »Und meinst du etwa, dass er für die ganze Furchtbarkeit meiner Lage Verständnis hat?« fuhr Dolly fort. »Nicht im Entferntesten. Er ist glücklich und zufrieden.« »O nein«, unterbrach Anna sie rasch, »er ist in einem bedauernswerten Zustande, ganz gebrochen von Reue.« »Ist er denn überhaupt fähig zu bereuen?« unterbrach Dolly ihre Schwägerin und blickte ihr aufmerksam ins Gesicht. »Ja, ich kenne ihn. Ich habe ihn nicht ohne das tiefste Mitleid ansehen können. Wir kennen ihn ja alle beide. Er ist von guter Gemütsart, aber er hat auch seinen Stolz. Und jetzt fühlt er sich tief gedemütigt. Was mich am meisten gerührt hat«, hier hatte Anna mit richtigem Empfinden herausgefühlt, welches Argument am ehesten Eindruck auf Dolly machen konnte, »zwei Dinge sind es, die ihn heftig quälen. Erstens, dass er sich vor den Kindern schämen muss, und dann, dass er, der dich doch so liebt, ja, ja, er liebt dich über alles in der Welt«, fügte sie schnell hinzu, um Dolly, die etwas erwidern wollte, nicht zu Worte kommen zu lassen, »dass er dir solchen Schmerz angetan und dir einen so schweren Schlag zugefügt hat.« »Nein, nein, sie wird mir nicht verzeihen«, sagte er immer wieder. Dolly blickte nachdenklich an der Schwägerin vorbei, während sie deren Worte anhörte. »Ja, daß sein Zustand schrecklich ist, das verstehe ich«, sagte sie, »der Schuldige ist schlimmer daran als der Unschuldige, wenn er eben fühlt, daß das ganze Unglück durch seine Schuld gekommen ist. Aber wie kann ich ihm verzeihen? Wie kann ich wieder sein Weib sein, nachdem er mit jener Person in Beziehungen gestanden hat? Es würde mir eine Qual sein, künftig mit ihm zusammenzuleben, eben deshalb, weil ich meine frühere Liebe zu ihm nicht aus meinem Gedächtnisse tilgen kann.« Ein Schluchzen unterbrach ihre Worte. Aber wie mit Absicht begann sie jedes Mal, wenn sie weich wurde, wieder von dem zu sprechen, was sie so schwer gekränkt hatte. »Sie ist ja jung und hübsch«, fuhr sie fort, »aber verstehst du auch wohl, Anna, durch wen ich meine Jugend und meine Schönheit verloren habe? Durch ihn und seine Kinder. Ich habe einen schweren Dienst bei ihm gehabt, und in dieser Dienstzeit ist alles, was ich Gutes hatte, draufgegangen, und nun ist ihm natürlich dieses frische, wenn auch gemeine Geschöpf angenehmer. Sie haben gewiß untereinander über mich gesprochen, oder sie haben, was noch schlimmer wäre, mich mit Stillschweigen übergangen. Verstehst du wohl? Von neuem glühten ihr die Augen vor Hass. »Und wenn er nun nach allem, was geschehen ist, mir später irgendetwas sagt, werde ich ihm dann etwas glauben können?« »Niemals.« »Nein, nun ist alles zu Ende, alles, was mir ein Trost, ein Lohn für alle meine Mühen und Leiden war. Kannst du das glauben?« »Ich habe soeben Grigori unterrichtet. Früher war mir das eine Freude, jetzt ist es mir eine Qual. Wozu mühe ich mich ab und quäle mich? Was sollen mir die Kinder? Es ist entsetzlich, dass meine Seele auf einmal so umgewandelt ist, und ich statt Liebe und Zärtlichkeit nur Hass gegen ihn empfinde. Jawohl, Hass! Ich könnte ihn töten und...« »Dolli, liebste Dolly, ich kann dir das nachfühlen, aber martere dich nicht so. Du bist so erbittert und aufgeregt, dass du vieles in einem falschen Lichte siehst.« Dolly antwortete nicht und einige Minuten lang schwiegen beide. »Was soll ich tun?« »Ersinne du etwas, Anna! Hilf mir! Ich habe alles hin und her erwogen und sehe keinen Ausweg.« Einen Rettungsweg vermochte auch Anna nicht zu ersinnen, aber jedes Wort, jede Miene ihrer Schwägerin griff ihr ans Herz. »Ich will dir nur eines sagen«, begann Anna. »Ich bin seine Schwester und kenne seinen Charakter. Ich weiß, dass er imstande ist, alles zu vergessen, alles.« Sie machte eine Handbewegung vor ihrer Stirn. »Dass er imstande ist, sich haltlos hinreißen zu lassen, dass er aber dann auch wieder dem Gefühle tiefster Reue zugänglich ist. Er kann es jetzt gar nicht verstehen und begreifen, wie er das überhaupt hat tun können, was er getan hat.« Nein, doch, er begreift es und hat es immer begriffen, unterbrach Dolly sie. »Aber ich? Du vergißt mich ja ganz dabei. Ist mir denn leichter ums Herz?« »Höre doch nur.« Als er mit mir sprach, da hatte ich, das will ich dir offen gestehen, noch kein Recht des Verständens für die ganze Furchtbarkeit deiner Lage. Ich sah nur, wie es um ihn stand und dass euer Familienleben zerstört war und er jammerte mich, aber nachdem ich nun mit dir gesprochen habe, sehe ich als Frau doch noch etwas anderes. Ich sehe deine Leiden und ich kann dir gar nicht ausdrücken, wie sehr du mich dauerst, aber, liebe Dolly, ich habe volles Verständnis für deine Leiden. Nur eines weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Liebe zu ihm noch in deiner Seele vorhanden ist. Das weißt nur du. Ob du ihn noch so weit liebst, dass du ihm verzeihen kannst. Wenn das der Fall ist, dann verzeih ihn. »Nein«, begann Dolly, aber Anna fiel ihr ins Wort, indem sie noch einmal ihre Hand küßte. »Ich kenne die Welt besser als du«, sagte sie. »Ich kenne solche Männer, wie Stiwa einer ist und weiß, wie sie solche Dinge ansehen. Du sagst, er habe mit ihr über dich gesprochen. Das ist bestimmt nicht der Fall. Solche Männer lassen sich wohl eine Untreue zu Schulden kommen, aber ihr häuslicher Herd und ihre Gattin, das ist doch für sie ein Heiligtum. Jene Frauens Personen sind ihnen im Grunde doch immer verächtlich und können in die Familie keine Störung hineinbringen. Zwischen ihnen und der Familie ziehen die Männer sozusagen eine unüberschreitbare Grenzlinie. »Ich begreife das nicht recht, aber es ist so.« »Ja, aber er hat sie doch geküsst!« »Liebste Dolly, hör zu! Ich habe Stiwa gesehen, als er in dich verliebt war. Ich erinnere mich jener Zeit, als er zu mir kam und ihm jedes Mal die Tränen über die Backen flossen, wenn er von dir sprach. Du warst in seinen Augen wie ein hehres Wunderwesen der Poesie, und ich weiß, dass du immer höher in seiner Liebe und Achtung gestiegen bist, je länger er mit dir zusammengelebt hat. Wir haben manchmal über ihn gelacht, weil er hinter jedem Worte hinzusetzte, »Dolly ist eine bewundernswürdige Frau. Du warst für ihn immer eine Gottheit und bist es geblieben, und sein Herz weiß nichts von dieser Verirrung.« »Aber wenn sich diese Verirrung wiederholt?« »Das ist unmöglich, so viel ich davon verstehe.« »Ja, aber würdest du ihm denn verzeihen?« »Das weiß ich nicht, ich kann es nicht beurteilen.« »Oder doch, ich kann es beurteilen,« fuhr sie nach kurzem Überlegen fort, nachdem sie im Geiste gleichsam die ganze Lage zusammengefasst und auf die Waage gelegt hatte, und sie fügte hinzu, »Ja, ich kann es beurteilen, ich kann es wirklich.« »Ja, ich würde ihm verzeihen.« »Ich wäre wohl nach dem Geschehenen nicht mehr dieselbe wie vorher, das mag sein.« »Aber ich würde ihm verzeihen, und würde ihm so verzeihen, als ob das nicht geschehen wäre, überhaupt nicht geschehen wäre.« »Ja, selbstverständlich«, fiel ihr Dolly hastig ins Wort, als ob jene nur ausspräche, was sie selbst sich schon oft gesagt habe. »Sonst wäre es ja keine Verzeihung. Wenn man einmal verzeihen will, dann muss man es auch völlig und ganz tun.« »Aber komm nun, ich möchte dich in ein Zimmer führen,« sagte sie, indem sie sich erhob und umarmte Anna im Gehen. »Liebe Anna, wie freue ich mich, dass du gekommen bist. Mir ist jetzt leichter ums Herz, viel leichter.« Diesen ganzen Tag blieb Anna zu Hause, das heißt bei Oblonskis, und empfing niemanden, obgleich mehrere ihrer Bekannten, die bereits von ihrer Anwesenheit gehört hatten, gleich an diesem Tage vorsprachen. Anna verbrachte den ganzen Vormittag mit Dolly und den Kindern zusammen. Nur ihrem Bruder schickte sie ein Briefchen, er möge unter allen Umständen zu Hause zu Mittag essen. »Komm, Gott ist barmherzig,« schrieb sie ihm. Oblonski speiste zu Hause. Das Gespräch bei Tische war allgemein, auch seine Frau sprach mit ihm und nannte ihn dabei Du, was sie vorher nicht getan hatte. In dem Verhältnisse des Gatten zur Gattin dauerte die bisherige Entfremdung fort, aber es war jetzt von keiner Trennung mehr die Rede, und Stepan Arkadjewitsch sah die Möglichkeit einer Aussprache und Versöhnung. Gleich nach dem Mittagessen kam Kitty. Sie kannte Anna Arkadjewna aber nur wenig und kam jetzt zu ihrer Schwester, nicht ohne eine leise Bangigkeit, wie diese Petersburger Weltdame, von der alle des Rühmens voll waren, sie wohl aufnehmen werde. Aber sie gefiel Anna Arkadjewna, das merkte sie sofort. Anna war augenscheinlich entzückt von dem schönen jungen Mädchen, und ehe Kitty sich noch recht besinnen konnte, fühlte sie, dass sie nicht nur in Annas Bann geraten war, sondern sich auch in sie verliebt hatte, wie sich eben junge Mädchen in verheiratete Frauen, die etwas älter sind, als sie zu verlieben fähig sind. Anna machte gar nicht den Eindruck einer Weltdame oder der Mutter eines achtjährigen Sohnes, sondern ähnelte eher einem zwanzigjährigen Mädchen in der Biegsamkeit ihrer Bewegungen, in der Frische ihres Wesens und in der ein wenig zurückgehaltenen Lebhaftigkeit des Gesichtes, die bald in einem Lächeln, bald in einem Blicke zum Durchbruch kam, wenn nur nicht der ernste, bisweilen sogar trauriger Ausdruck ihrer Augen gewesen wäre, der Kitty betroffen machte und dabei doch anzog. Kitty fühlte, dass Anna sich vollkommen natürlich gab und nichts verbarg, dass aber in ihrer Seele eine Welt von höheren Gedanken ruhte, von ernsten, poetischen Gedanken, die ihr, dem jungen Mädchen, unfassbar waren. Als Dolly sich nach dem Mittagessen in ihr Zimmer begeben hatte, stand Anna rasch auf und trat zu ihrem Bruder, der sich gerade eine Zigarre anzündete. »Stiva«, sagte sie, indem sie ihm lustig zuzwinkerte, ihn bekreuzte und mit den Augen zur Tür wies, »Geh, und Gott möge dir beistehen!« Er verstand sie, warf die Zigarre beiseite und verschwand hinter der Tür. Als Stepan Arkadjevic das Zimmer verlassen hatte, kehrte Anna zu dem Sofa zurück, auf dem sie gesessen hatte, von den Kindern umringt. Ob es nun daherkam, dass die Kinder sahen, wie sehr ihre Mama diese Tante liebte, oder daher, dass sie selbst an ihr ein besonderes Gefallen gefunden hatten, genug, die beiden Älteren und ihrem Beispiel folgend, auch die Jüngeren, hatten sich, wie man das bei Kindern nicht selten sieht, schon vor dem Mittagessen wie die Kletten an die neue Tante gehängt und waren keinen Augenblick von ihr gewichen. Ja, es hatte sich bei ihnen eine Art Spiel herausgebildet, das darin bestand, möglichst nahe neben der Tante zu sitzen, sie anzufassen, ihre kleine Hand zu halten und zu küssen oder wenigstens den Faltenbesatz ihres Kleides zu berühren. »Halt, halt! so, wie wir vorher gesessen haben,« sagte Anna Arkadievna, indem sie sich wieder auf ihren Platz setzte. Grigori schob von Neuem den Kopf unter ihren Arm, schmiegte sich mit dem Kopfe an ihr Kleid und strahlte vor Stolz und Glück. »Also jetzt sagen Sie mir bitte, wann eigentlich der Ball sein wird,« wandte sich Anna an Kitty. »In der nächsten Woche, und es wird ein sehr schöner Ball werden, einer von den Bällen, auf denen man immer vergnügt ist.« »Gibt es denn solche, auf denen man immer vergnügt ist?« fragte Anna mit einem leisen, heiteren Lachen. »Ja, es ist merkwürdig, aber es gibt solche. Bei Babryschews geht es immer lustig zu, auch bei Nikitins, aber bei Meschkows ist es immer langweilig. Ist Ihnen das nicht auch aufgefallen?« »Nein, mein Herz, für mich gibt es solche Bälle nicht mehr, auf denen es lustig ist,« erwiderte Anna, und Kitty erblickte in ihren Augen jene besondere Welt, die ihr verschlossen blieb. »Für mich gibt es nur solche, auf denen es weniger öde und langweilig ist, als auf anderen.« »Wie können Sie sich denn auf einem Ball langweilen?« »Warum sollte gerade ich mich auf einem Ball nicht langweilen?« fragte Anna. Kitty merkte, dass Anna im Voraus wusste, welche Antwort nun folgen werde. »Weil Sie immer die Schönste von allen sind.« Anna besaß die Eigenschaft, leicht zu erröten. Auch jetzt wurde sie rot und erwiderte, »Erstens ist das ganz und gar nicht der Fall, und zweitens, selbst wenn es der Fall wäre, was hätte ich davon?« »Werden Sie diesen Ball besuchen?« fragte Kitty. »Ich glaube, ich werde wohl nicht umhin können.« »Da, nimm ihn!« sagte sie zu Tanja, die an einem Ringe zog, der sich leicht von Annas schlankem an der Spitze dünner werdendem Finger streifen ließ. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie hinkämen. Ich möchte Sie so gern auf einem Balle sehen.« »Dann wird mir, wenn ich wirklich hin muss, wenigstens der Gedanke tröstlich sein, dass ich Ihnen damit ein Vergnügen mache.« »Grigori, in meinem Haar darfst du aber nicht sausen, das ist auch so schon immer unordentlich genug«, sagte sie und brachte eine losgegangene Strähne in Ordnung, mit der Grigori gespielt hatte. »Ich stelle sie mir auf dem Balle in Lila vor.« »Warum denn gerade in Lila?« fragte Anna lächelnd. »Aber nun, Kinder, müßt ihr gehen. Hört ihr wohl? Miss Hall ruft euch zum Teetrinken«, sagte sie, indem sie sich von den Kindern losmachte und sie in das Esszimmer schob. »Ich weiß auch, warum sie mich auf diesem Balle sehen möchten. Sie erwarten für sich etwas Wichtiges von diesem Balle und ermöchten sie, daß alle dabei wären und Anteil daran nehmen.« »Woher wissen sie das?« »Nun, ja.« »Oh, in was für einem schönen Alter stehen sie«, fuhr Anna fort. »Ich kenne aus der Erinnerung diesen bläulichen Nebel, ähnlich wie der auf den Schweizer Bergen, diesen Nebel, der unseren Augen alles verhüllt in jener seligen Zeit, da die Kindheit eben zu Ende geht und dieser weite, glückliche, lustige Tummelplatz sich dem Dahinwandelnden immer mehr und mehr zu einem schmalen Pfade verengt. Frohen Herzens begibt man sich auf diesen Pfad und doch nicht ohne Bangigkeit mag er auch noch so sonnig und schön erscheinen. Wer hätte das nicht durchgemacht?« Kitty lächelte und schwieg. »Aber wie, ja wie mag sie das durchgemacht haben?« »Wie gern möchte ich Ihren ganzen Liebesroman kennen«, dachte Kitty in Erinnerung daran, wie schrecklich prosaisch Annas Mann Alexei Aleksandrowitsch aussah. »Ja, ja, ich weiß etwas von Ihrem Geheimnisse«, fuhr Anna fort. »Stiva hat mir davon erzählt und ich wünsche Ihnen von Herzen Glück. Er gefällt mir sehr. Ich bin mit Wronski auf dem Bahnhof zusammengetroffen.« »Ach, war er da?« fragte Kitty errötend. »Was hat Ihnen denn Stiva gesagt?« »Stiva hat alles ausgeplaudert und ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin gestern mit Wronskis Mutter zusammen hierher gereist,« fuhr sie fort. »Und die Mutter hat zu mir ununterbrochen von ihm geredet. Er ist ihr Liebling. Ich weiß, wie eingenommen Mütter oft von ihren Kindern sind, aber...« »Was hat Ihnen denn seine Mutter erzählt?« »Oh, vieles, vieles. Ich weiß ja, dass er ihr Liebling ist, aber so viel ist doch sicher, dass er eine vornehme ritterliche Gesinnung besitzt. So erzählte sie mir zum Beispiel, er habe das ganze Vermögen seinem Bruder überlassen wollen. Schon als Knabe habe er eine außerordentliche Tat vollbracht, indem er eine Frau aus dem Wasser gerettet hat. Mit einem Worte, ein Held. sagte Anna lächelnd. Sie dachte dabei auch an die zweihundert Rubel, die er auf dem Bahnhofe für die Hinterbliebenen des Verunglückten gespendet hatte. Aber von diesen zweihundert Rubeln erzählte sie nichts. Eine unwillkürliche Abneigung hinderte sie daran, dies zu erwähnen. Sie fühlte, dass in dieser Handlung etwas gelegen hatte, was zu ihr in einer persönlichen Beziehung stand und was nicht hätte sein dürfen. Sie hat mich sehr gebeten, sie doch zu besuchen, fuhr Anna fort. Ich freue mich darauf, die alte Dame wiederzusehen und will morgen zu ihr fahren. Aber Gott sei Dank, Stiva bleibt lange bei Dolly in ihrem Zimmer, fügte Anna das Gesprächsthema wechselnd hinzu und stand auf. Kitty hatte den Eindruck, dass sie mit irgendetwas unzufrieden sei. Nein, ich zuerst, nein, ich, schrien die Kinder, die mit ihrem Tee fertig waren und nun wieder zu Tante Anna hereingestürmt kamen. Alle zugleich, rief Anna und lief ihnen lachend entgegen, umarmte sie und warf sich mit diesem ganzen kribbelnden, vor Entzücken kreischenden Kinderschwarm auf den Boden. Ende von Abschnitt 11 Als der Tee für die Erwachsenen aufgetragen war, kam Dolly aus ihrem Zimmer. Stepan Arkadjewitsch kam nicht mit ihr, er musste wohl das Zimmer seiner Frau durch den hinteren Ausgang verlassen haben. Ich fürchte, es wird dir oben zu kalt sein, bemerkte Dolly zu Anna gewendet. Ich möchte dich doch lieber hier unten unterbringen, wir sind dann auch näher beieinander. Ach, ich bitte dringend, macht euch doch um mich keine Sorge, antwortete Anna und blickte dabei ihre Schwägerin forschend an, um zu ersehen, ob eine Aussöhnung stattgefunden habe oder nicht. Es wird dir hier nur zu hell sein zum Schlafen, bemerkte Dolly. Ich versichere dir, ich schlafe immer und überall wie ein Murmeltier. Wovon ist denn die Rede? fragte Stepan Arkadjewitsch, der aus seinem Zimmer kam, er wandte sich mit dieser Frage an seine Frau. An seinem Tone erkannten sowohl Kitty wie auch Anna sofort, dass eine Aussöhnung zustande gekommen war. Ich möchte Anna hier unten unterbringen, aber dann müssen andere Fenstervorhänge aufgehängt werden. Das versteht keiner ordentlich zu machen, ich muss es schon selbst tun, antwortete Dolly, ihm zugewandt. Ob sie sich auch wirklich vollständig ausgesöhnt haben, dachte Anna, als sie Dollys kühlen, ruhigen Ton hörte. Ach, mach dir doch nicht immer so viel Mühe, Dolly, sagte ihr Mann. Wenn du willst, so kann ich ja alles zurecht machen. Ja, sie haben sich bestimmt ausgesöhnt, dachte Anna. Das kenne ich schon, wie du alles zurecht machst, antwortete Dolly. Du gibst deinem Mathieu irgendwelche ganz unmögliche Anweisungen, und dann gehst du davon, und er macht dann lauter dummes Zeug. Und während Dolly das sagte, verzog sie mit ihrem üblichen spöttischen Lächeln die Mundwinkel. Aussöhnung, völlig, völlige Aussöhnung, dachte Anna. Gott sei Dank. Und voll Freude darüber, dass es ihr gelungen war, dies zustande zu bringen, trat sie an Dolly heran und küßte sie. So ist das ganz und gar nicht. Warum verachtest du mich und Matwej so? Erwiderte Stepan Arkadjewitsch, sich seiner Frau zuwendend, mit einem kaum bemerkbaren Lächeln. Den ganzen Abend über hatte alles, was Dolly zu ihrem Manne sagte, eine leise ironische Färbung, wie das auch früher immer so gewesen war. Und Stepan Arkadjewitsch war zufrieden und heiter, jedoch nur so weit, dass er doch dabei andeutete, er habe trotz der erhaltenen Verzeihung seine Schuld keineswegs vergessen. Um halb zehn Uhr wurde dieses besondere, muntere und vergnügliche, abendliche Familiengespräch am Tee-Tische bei Oblonskis durch ein anscheinend ganz unbedeutendes Ereignis unterbrochen, aber dieses unbedeutende Ereignis erschien aus eigentümlichen Gründen allen als etwas sehr Bemerkenswertes. Man sprach von einer gemeinsamen Petersburger Bekannten, da stand Anna eilig auf. »Ich habe ein Bild von ihr in meinem Album bei mir«, sagte sie, »und bei dieser Gelegenheit kann ich euch auch meinen kleinen Sergei zeigen«, fügte sie mit einem stolzen mütterlichen Lächeln hinzu. Nach neun Uhr, wo sie ihrem Söhnchen gewöhnlich gute Nacht sagte, ihn auch oft, ehe sie zu einem Balle fuhr, selbst zu Bett brachte, war ihr heute traurig zumute geworden, weil sie so weit von ihm entfernt war, und wovon die Rede auch sein mochte, sie kehrte mit ihren Gedanken immer wieder zu ihrem kleinen, krausköpfigen Sergei zurück. Sie wollte gern sein Bild betrachten und von ihm sprechen. Daher benutzte sie den ersten Vorwand, der sich darbot, stand auf und ging mit ihrem leichten, festen Gang hinaus, um das Album zu holen. Die Treppe, die zu ihrem Zimmer hinaufführte, mündete auf den Vorplatz der großen, geheizten Haupttreppe. In dem Augenblicke, da sie aus dem Wohnzimmer trat, ertönte in der Flurhalle die Klingel. Wer kann das sein? sagte Dolly. Es ist noch zu früh, als dass es jemand sein könnte, der mich abholen soll, und für einen Besuch wieder ist es zu spät, bemerkte Kitty. Wahrscheinlich jemand mit Akten, setzte Stepan Arkatiewicz hinzu. Als Anna an der Haupttreppe vorbeikam, lief gerade ein Diener hinauf, um den Ankömmlingen zu melden. Dieser selbst stand unten neben der Flurlampe. Anna, die hinunterblickte, erkannte sofort Wronski, und ein seltsames Gefühl aus Freude und Furcht gemischt, regte sich plötzlich in ihrem Herzen. Er stand da, ohne den Überzieher abzulegen, und zog gerade etwas aus der Tasche. In dem Augenblicke, da sie in eine Linie mit dem Mittelraume des Treppenhauses gelangt war, hob er die Augen in die Höhe, erblickte sie, und in dem Ausdrucke seines Gesichtes wurde etwas wie Beschämung und Schreck sichtbar. Sie ging mit leicht gesenktem Kopfer vorüber, aber hinter sich hörte sie die laute Stimme Stepan Arkatiewiczs, der den späten Besucher zum Nähertreten aufforderte, und die mäßig laute, weiche, ruhige Stimme Wronskis, der dies ablehnte. Als Anna mit dem Album zurückkehrte, war er nicht mehr da, und Stepan Arkatiewicz erzählte, er sei nur hergekommen, um sich wegen eines Denees zu erkundigen, das sie am nächsten Tage einer soeben in Moskau eingetroffenen Berühmtheit zu Ehren geben wollten. Er wollte durchaus nicht hereinkommen, ein sonderbarer Mensch, fügte Stepan Arkatiewicz hinzu. Kitty errötete. Sie glaubte, sie allein wüßte, weshalb er gekommen sei und weshalb er nicht habe eintreten wollen. Er ist bei uns gewesen, dachte sie, hat mich nicht getroffen und hat sich gedacht, dass ich hier sein würde, aber er hat nicht hereinkommen mögen, weil er meinte, es sei schon zu spät und weil Anna hier ist. Alle sahen einander an, ohne etwas zu sagen. Dann begannen sie, Annas Album zu besehen. An sich lag nichts Ungewöhnliches und Befremdliches darin, dass jemand um halb zehn bei einem Freunde vorsprach, um Näheres über ein geplantes Diner zu hören, dabei aber nicht ins Zimmer kommen wollte. Aber dennoch erschien es allen auffällig. Mehr noch als die anderen war Anna der Ansicht, dass dieses Verhalten auffällig und nicht passend sei. Zweiundzwanzig Der Ball begann eben, als Kitty mit ihrer Mutter die große von Licht überflutete Treppe hinanstieg, auf der blühende Topfgewächse und gepuderte Lakaien in roten Röcken aufgestellt waren. Aus den Sälen drang das dumpfe Geräusch der sich darin bewegenden Menschenmenge heraus, gleichmäßig wie das Summen in einem Bienenstocke, und während sie auf einem Treppenabsatz zwischen der dort aufgestellten Orangerie vor dem Spiegel die Frisuren und Kleider in Ordnung brachten, ertönten aus dem Tanzsaale die rhythmischen Geigenklänge des Orchesters, das den ersten Walzer anstimmte. Ein bejahrter Herr in Zivil, der sich vor einem anderen Spiegel die grauen Haare an den Schläfen zurecht gebürstet hatte und eine Wolke von Wohlgeruch um sich verbreitete, traf mit ihnen auf der Treppe zusammen und trat zur Seite, wobei er die ihm unbekannte Kitty mit unverhohlener Bewunderung betrachtete. Ein bartloser Jüngling mit sehr tief ausgeschnittener Weste, einer der Salonmenschen, die der Fürst Scherbatsky Windhunde zu nennen pflegte, brachte im Gehen seine weiße Krawatte in Ordnung, verbeugte sich vor ihnen, kehrte, nachdem er schon vorbeigelaufen war, wieder um und bat Kitty um eine Quadrille. Die erste Quadrille war schon an Wronski vergeben, sie musste also diesem jungen Manne die zweite zuteilen. Ein Offizier, der gerade dabei war, sich den einen Handschuh zuzuknöpfen, trat an der Tür zur Seite und musterte, sich den Schnurrbart glattstreichend, beifällig die einem Röschen gleichende Kitty. Obgleich die Toilette, die Frisur und alle die anderen Zurüstungen zum Ballet Kitty viel Mühe und viel Überlegungen gekostet hatten, trat sie doch jetzt in ihrem kunstvollen Tüllkleide über einem rosa Unterkleide auf dem Balle so frei und ungezwungen auf, als ob all diese Rosetten, Spitzen und sonstigen Bestandteile der Toilette ihre und ihrer Hausgenossen eifrige Tätigkeit auch nicht für einen Augenblick in Anspruch genommen hätten, als ob sie in diesem Tüll, in diesen Spitzen, mit dieser hohen, von einer Rose nebst zwei Blättchen gekrönten Frisur geboren wäre. Als beim Eintritt in den Saal die alte Fürstin ihr das Gürtelband, das sich umgeschlagen hatte, wieder in Ordnung bringen wollte, wehrte Kitty leise ab. Sie hatte die Empfindung, jetzt müsse alles an ihr ganz von selbst schön und anmutig sein, so dass keinerlei Verbesserung mehr nötig sei. Kitty hatte heute einen ihrer glücklichen Tage. Nirgends saß das Kleid zu eng, nirgends war die Spitzenborte hinuntergerutscht, keine Rosette war zerdrückt oder abgerissen, die rosa Ballschuhe mit den hohen, geschweiften Absätzen drückten nicht, sondern waren eine Lust für die Füßchen. Die dichten, hellblonden Bordeaux saßen auf dem kleinen Köpfchen fest wie das eigene Haar. Die drei Knöpfe an jedem der langen Handschuhe, die eng anliegen, die Hände umschlossen, ohne deren Form zu verändern, hatten sich alle zuknöpfen lassen, keiner war abgerissen. Das schwarze Samtband, an dem ein Medaillon hing, umgab ihren Hals besonders anmutig. Dieses Samtband war geradezu entzückend und als Kitty zu Hause ihren Hals im Spiegel gesehen hatte, hatte sie ein Gefühl gehabt, wie wenn dieses Samtband reden könnte. Und wenn bei allen übrigen Bestandteilen ihrer Toilette vielleicht noch ein Zweifel an deren höchster Vollendung möglich war, das Samtband war einfach entzückend. Auch hier auf dem Balle lächelte Kitty, als sie es im Spiegel erblickte. In den entblößten Schultern und Armen empfand Kitty eine marmorartige Kühle, ein Gefühl, das sie ganz besonders gern hatte. Ihre Augen leuchteten und die roten Lippen konnten im Bewusstsein, wie reizend sie waren, ein Lächeln nicht unterdrücken. Kaum hatte sie den Saal betreten und sich zu der Schar der Damen begeben, die, einem bunten, durcheinander von Tüll, Bändern, Spitzen und Blumen gleichend auf Aufforderungen zum Tanze warteten, Kitty hatte in diesem Schwarm nie lange zu stehen brauchen, als sie auch schon zum Walzer aufgefordert wurde, und zwar von einem Kavalier ersten Ranges, dem tonangebenden Kavalier auf dem Gebiete des Balllebens, dem berühmten Ballordner und Zeremonienmeister Jegor Karzunski, einem hübschen, stattlichen, verheirateten Manne. Er hatte soeben die Gräfin Bonina verlassen, mit der er den ersten Walzer getanzt hatte, und musterte seine Truppen, das heißt, die zum Tanz angetretenen Paare, da erblickte er die eintretende Kitty, eilte mit jenem besonderen, nur den Ballordnern eigenen, ungezwungenen, wiegenden Gange auf sie zu, verbeugte sich und hob, ohne auch nur zu fragen, ob es ihr Recht sei, den Arm, um ihn um ihre schlanke Taille zu legen. Sie blickte sich um, wem sie ihren Fächer übergeben könnte, und die Hausfrau nahm ihn ihr, freundlich lächelnd, ab. »Wie schön, dass Sie so pünktlich gekommen sind!« sagte er, während er ihre Hüfte umfasste. »Dieses Zu-Spät-Kommen ist auch eine zu arge Unsitte!« Sie legte den gebogenen linken Arm auf seine Schulter, und die kleinen Füßchen in den rosa Schuhen bewegten sich hurtig, leicht und gleichmäßig nach dem Takte der Musik auf dem glatten Parkett. »Es ist geradezu eine Erholung, mit Ihnen Walzer zu tanzen!« sagte er nach den ersten ruhigen Walzerschritten. »Eine ganz entzückende Leichtigkeit und Präzision!« Er sagte ihr dasselbe, was er fast allen Damen seiner Bekanntschaft sagte. Sie lächelte über sein Lob und fuhr fort, über seine Schulter hinweg, sich im Saale umzusehen. Sie war kein Neuling, für den auf einem Balle alle Gesichter zu einem einzigen zauberhaften Gesamteindrucke zusammenfließen, aber sie war auch keine jener jungen Damen, die von ihren Müttern auf alle Bälle geschleppt werden und dort alle Gesichter schon so genau kennen, dass sie sie gar nicht mehr sehen mögen, sondern sie nahm eine Mittelstellung zwischen diesen beiden Gegensätzen ein. Sie war wohl erregt, hatte sich aber dabei doch so weit in der Gewalt, dass sie Beobachtungen anstellen konnte. In der linken Ecke des Saales hatte sich, wie sie sah, die Creme der Gesellschaft aufgestellt. Da war die schöne, fast bis zur Unmöglichkeit dekolletierte Liddy, die Frau des Herrn Korsunski. Da war die Hausfrau, da saß mit seiner weithin leuchtenden Glatze Herr Krivin, der sich immer dort aufhielt, wo sich die Spitzen der Gesellschaft befanden. Dorthin richteten die jungen Herren ihre Blicke, ohne dass sie doch gewagt hätten, hinzugehen. Und dort fand sie auch mit den Augen ihren Schwager Stiva heraus, und dann erblickte sie Annas schönen Kopf und entzückende Gestalt in einem schwarzen Samtkleide. Auch er war dort. Kitty hatte ihn seit dem Abende, da sie Lervins Antrag abgelehnt hatte, nicht wiedergesehen. Mit ihren scharfen Augen erkannte sie ihn sofort und bemerkte sogar, dass er zu ihr herüberschaute. Nun, noch eine Runde, Sie sind doch nicht ermüdet, fragte Karsunski, der ein wenig außer Atem gekommen war. Nein, ich danke. Wohin darf ich Sie führen? Ich glaube, dort ist Frau Karinina. Führen Sie mich bitte zu ihr. Wie Sie befehlen. Und Karsunski walzte mit kürzer abgemessenen Schritten gerade auf die Gruppe in der linken Ecke des Saales zu, wobei er fortwährend sagte »Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames« und in diesem Meere von Spitzen, Tüll und Bändern so geschickt kreuzte, dass er auch nicht an einem Flitterchen anhakte. Dann schwenkte er seine Dame in kurzer Wendung herum, so dass ihre schlanken Beinchen in den durchbrochenen Strümpfen sichtbar wurden und ihre Schleppe sich fächerförmig ausbreitete und Krivins Knie bedeckte. Karsunski verbeugte sich, drückte die Brust in dem weiten Westenausschnitt nach vorn heraus und reichte Kitty den Arm, um sie zu Anna Arkadievna zu führen. Errötend nahm Kitty ihre Schleppe von Krivins Knien herunter und blickte dann ein wenig schwindelig umher, um Anna herauszufinden. Anna war nicht in lila, wie Kitty das für das einzig Gegebene gehalten hatte, sondern trug ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Samtkleid, das ihre vollen, wie aus altem Elfenbein gedrechselten Schultern, die Brüste und die rundlichen Arme mit den feinen, schmalen Handgelenken freiließ. Das ganze Kleid war mit venezianischer Stickerei besetzt. Auf dem Kopfe trug sie in dem schwarzen Haare lauter eigenem, ohne fremden Zusatz eine kleine Girlande von Stiefmütterchen und ein Sträußchen eben dieser Blumen steckte zwischen weißen Spitzen an dem schwarzen Gürtelbande. Ihre Frisur hatte nichts Auffallendes. Auffällig waren nur diese überaus reizenden, eigenwilligen, kurzen Ringel des lockigen Haares, die überall am Nacken und an den Schläfen vom Kopf verabstanden. Um den glatten, kräftigen Hals schlang sich eine Perlenschnur. Kitty hatte Anna täglich gesehen und sich geradezu in sie verliebt. Sie hatte sie sich durchaus in lila vorgestellt, aber als sie sie jetzt in schwarz erblickte, da kam sie zu der Erkenntnis, dass sie Annas Reiz vorher nicht in vollem Umfang erfasst hatte. Sie sah sie jetzt in einer völlig neuen, überraschenden Erscheinungsform. Jetzt begriff sie, dass Anna nicht lila tragen durfte und dass ihr Reiz gerade darin bestand, dass sie, gleichsam wie ein Bild aus dem Rahmen, aus ihrer Toilette heraustrat und dass man über ihre Person ihre Toilette nicht beachtete. Und wirklich sah man dieses schwarze Kleid mit den prachtvollen Spitzen an ihr eigentlich gar nicht. Das Kleid war nur der Rahmen und sichtbar war nur sie in ihrer Schlichtheit, Natürlichkeit und Schönheit sowie in ihrer Heiterkeit und Lebhaftigkeit. Sie stand wie immer in sehr gerader Haltung da und redete gerade mit dem Hausherrn, indem sie den Kopf leicht zu ihm hinwandte, als Kitty an diese Gruppe herantrat. Nein, ich will keinen Stein auf sie werfen, antwortete sie auf etwas, was er gesagt hatte. Verstehen kann ich es allerdings nicht, wie das möglich war, fuhr sie achselzuckend fort. Dann wandte sie sich sogleich mit einem liebenswürdigen, gönnerhaften Lächeln zu Kitty. Mit schnellem Frauenblicke musterte sie deren Toilette und gab dann durch eine kaum bemerkbare, aber für Kitty verständliche Kopfbewegung ihren Beifall sowohl für die Toilette wie auch für die Schönheit der Trägerin zu verstehen. Sie sind ja in den Saal hereingetanzt gekommen, fügte sie hinzu. Das ist eine meiner treuesten Gehilfinnen, sagte Karsunski und verbeugte sich vor Anna Arkadievna, die er noch nicht begrüßt hatte. Die Prinzessin trägt außerordentlich viel dazu bei, einen Ball heiter und schön zu gestalten. Anna Arkadievna, einen Walzer, sagte er sich verneigend. Sie kennen einander schon, fragte der Hausherr. Mit wem wären meine Frau und ich nicht bekannt? Wir sind wie weiße Wölfe, uns kennt jeder, versetzte Karsunski. Einen Walzer, Anna Arkadievna. Ich tanze nicht, wenn ich es vermeiden kann, antwortete sie. Aber heute ist es nicht zu vermeiden, entgegnete Karsunski. In diesem Augenblicke trat Wronski heran. Nun, wenn es denn heute für mich unvermeidlich ist zu tanzen, so kommen Sie, sagte sie, ohne Wronskis Verbeugung zu beachten und legte schnell die Hand auf Karsunskis Schulter. Was mag sie nur gegen ihn haben, dachte Kitty. Sie hatte recht wohl gemerkt, dass Anna den Gruß Wronskis absichtlich nicht erwidert hatte. Wronski trat nun auf Kitty zu, erinnerte sie an die ihm versprochene erste Quadrie und äußerte sein Bedauern darüber, dass er diese ganze Zeit her nicht das Vergnügen gehabt hatte, sie zu sehen. Kitty blickte voll Bewunderung zu der tanzenden Anna hin und hörte gleichzeitig auf das, was Wronski sagte. Sie erwartete, dass er sie zum Walzer auffordern werde, aber er tat es nicht und sie blickte ihn verwundert an. Er errötete und bat sie nun eilig um den Tanz, aber kaum hatte er ihre schlanke Hüfte umfaßt und den ersten Schritt gemacht, als die Musik plötzlich aufhörte. Kitty schaute in sein Gesicht, das dem ihren so nahe war, und noch lange nachher, noch jahrelang, erfüllte der Gedanke an diesen Blick voll Liebe, den er unerwidert gelassen hatte, ihr Herz, mit einem bitteren, bitteren Gefühl der Scham. »Pardon, pardon, Walzer, Walzer!« rief von der anderen Seite des Saales Herr Karsunski, faßte selbst die erste junge Dame um, die ihm in den Weg kam, und tanzte weiter. Ende von Abschnitt Zwölf Gelesen von Eva K. Abschnitt 13 von Anna Karenina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 23 Wronski tanzte mit Kitty den Walzer. Nach dem Tanz begab sich Kitty zu ihrer Mutter und hatte kaum ein paar Worte mit der Gräfin Northstone gesprochen, als auch schon Wronski kam, um sie zur ersten Quadrie zu holen. Während der Quadrie sprachen die beiden nichts von Bedeutung miteinander. Die Unterhaltung berührte sprungweise die verschiedensten Gegenstände. Bald sprach Wronski von Herrn Karsunski und Frau von denen er eine höchst unterhaltsame Schilderung entwarf, indem er sie als nette Kinderchen von Vierzig Jahren kennzeichnete. Bald von dem in Aussicht genommenen Liebhabertheater und nur ein einziges Mal ging das Gespräch Kitty näher an und zwar berührte es bei ihr einen empfindlichen Punkt, als er sich nach Ljewin erkundigte, ob der auch hier sei und hinzufügte, er habe ihm sehr gut gefallen. Aber von dieser Quadrie hatte Kitty auch nicht mehr erwartet, sie wartete mit Herzklopfen auf die Mazurka. Bei der Mazurka meinte sie, müsse alles Mazurka aufforderte, beunruhigte sie nicht weiter. Sie hielt es für selbstverständlich, dass sie wie auf den früheren Bällen auch diesmal die Mazurka mit ihm tanzen werde und wies fünf Herren ab, von denen sie aufgefordert wurde, da sie bereits vergeben sei. Der ganze Ball bis zur letzten Quadrie war für Kitty ein märchenhafter Traum voll heiterer Farben, Klänge und Bewegungen. Sie sich zu müde fühlte und der Erholung bedurfte, ließ sie eine Pause eintreten. Die letzte Quadrie tanzte sie mit einem langweiligen jungen Mann, dem sie nicht gut hatte einen Korb geben können und es traf sich, dass sie dabei Wronski und Anna zum Gegenüber hatte. Sie war mit Anna seit der Begegnung gleich zu Beginn des Balles nicht wieder in Berührung gekommen und sah sie nun auf einmal in einem ganz neuen überraschenden Zustande wieder. Sie nahm an ihr die ihr selbst so wohl bekannten Merkmale jener Erregung war, die durch einen persönlichen Erfolg hervorgerufen wird. Sie sah, dass Anna wie berauscht war von dem Gefühle des Triumphes darüber, dass sie Entzücken erregt habe. Sie kannte dieses Gefühl und kannte seine Anzeichen und sah sie jetzt bei Anna. Sie sah den zitternden aufleuchtenden Glanz in ihren Augen und das Lächeln des Glücks und der Aufregung, das unwillkürlich ihren Mund umspielte und die vollendete Anmute, Sicherheit und Leichtigkeit aller Bewegungen. Wer ist es? fragte sie sich selbst. Alle oder ein Einzelner? Während der junge Mann, mit dem sie tanzte, sich abquälte, sie zu unterhalten, aber den Faden verlor, ohne dass er ihn hätte wiederfinden können oder sie ihm zu Hilfe gekommen wäre, und während sie äußerlich heiter den lauten Kommandos des Herrn Karsunski Folge leistete, der alle tanzenden bald zur Grande Ronde bald zur Chaine formierte, beobachtete sie unterdessen, und ihr Herz krampfte sich immer schmerzlicher zusammen. Nein, nicht, dass sie das Wohlgefallen vieler gefunden, sondern, dass sie das Entzücken eines Einzelnen erregt hat, das hat sie so berauscht, und wer ist dieser eine? Sollte er es sein? Er! Jedes Mal, wenn er zu Anna sprach, leuchtete in ihren Augen ein freudiger Glanz auf, und ein glückliches Lächeln trat auf ihre roten Lippen. Es schien, als gäbe sie sich Mühe, diese Zeichen ihrer Freude zu unterdrücken, aber sie drangen auf ihrem Gesichte aus eigener Kraft hervor. Und wie ist es mit ihm? fragte sich Kitty, blickte ihn an und erschrak heftig. Das, was ihr in Annas Gesicht klar wie in einem Spiegel entgegengetreten war, eben dasselbe erblickte sie auch bei ihm. Wo war seine sonst immer so ruhige, sichere Haltung geblieben? Wo der sorglose, unbekümmerte Ausdruck seines Gesichtes? Jetzt war das alles verändert. Jedes Mal, wenn er sich ihr zuwandte, neigte er ein wenig den Kopf, als wolle er vor ihr niederfallen, und in seinem Blicke lag unausgesetzt der Ausdruck völliger Ergebenheit und einer gewissen Bangigkeit. Ich möchte dich nicht durch meine Leidenschaft beleidigen, schien jedes Mal sein Blick zu sagen, ich möchte mich retten und weiß nicht wie. Auf seinem Gesicht lag ein Ausdruck, wie ihn Kitty noch nie an ihm kennengelernt hatte. Sie unterhielten sich über gemeinsame Bekannte und führten ein ganz gleichgültiges Gespräch, aber Kitty hatte die Empfindung, dass jedes von ihnen gesprochene Wort das Schicksal der beiden sowie auch ihr eigenes Entscheide. Und seltsam, obgleich sie in Wirklichkeit nur davon redeten, wie lächerlich sich Ivan Ivanovich mit seinem Französisch sprechen mache, und dass Fräulein Jeljetskaja doch wohl eine bessere Partie hätte finden können, so hatten dabei doch diese Worte für sie eine besondere Bedeutung und sie fühlten das nicht minder als Kitty. Der ganze Ball, die ganze Welt, alles umzog sich in Kittys Seele wie mit einem dichten Nebel. Nur die strenge Schule der Erziehung, durch die sie hindurchgegangen war, hielt sie aufrecht und zwang sie, das zu tun, was von ihr verlangt wurde, das heißt zu tanzen, auf Fragen zu antworten, die Unterhaltung weiter zu spinnen, ja sogar zu lächeln. Aber vor dem Beginne der Masoka, als schon die Stühle dazu in Ordnung gestellt wurden und bereits einige Paare sich aus den kleineren Sälen in den Hauptsaal begaben, da kam für Kitty ein Augenblick der Verzweiflung und des Entsetzens. Fünf Herren hatte sie abgewiesen und nun war sie zur Masurka gar nicht aufgefordert. Es war auch nicht mehr zu hoffen, dass sie jetzt noch würde aufgefordert werden, gerade deswegen, weil sie stets eine so begehrte Tänzerin gewesen war und somit niemand auf den Gedanken kommen konnte, dass sie noch nicht vergeben sei. Der einzige Ausweg war nun, der Mutter zu sagen, dass sie krank sei und nach Hause zu fahren, aber dazu hatte sie nicht die Kraft. Sie fühlte sich völlig gebrochen. Sie zog sich in ein kleines Nebenzimmer zurück und ließ sich an dessen fernstem Ende auf einen Sessel sinken. Der luftige Rock ihres Ballkleides bauschte sich wie eine Wolke um ihre schlanke Gestalt, der eine der entblößten schmächtigen zarten Mädchenarme hing kraftlos herab und versank in den Falten der rosa Tunika. In der anderen Hand hielt sie den Fächer und wehte mit kurzen schnellen Bewegungen ihrem glühenden Gesichte Kühlung zu. Äußerlich glich sie einem Schmetterlinge, der sich soeben auf einem Halm niedergelassen hat und jeden Augenblick bereit ist, seine bunt schillernden Flügel wieder auseinander zu falten und aufzuflattern. Aber in schroffem Gegensatze zu dieser Ähnlichkeit preßte furchtbare Verzweiflung ihr das Herz zusammen. Aber vielleicht irre ich mich, vielleicht ist es gar nicht so. Und wieder rief sie sich alles, was sie gesehen hatte, ins Gedächtnis zurück. Aber Kitty, was hat das zu bedeuten? fragte die Gräfin Northstone, die auf dem Teppich, ohne dass Kitty es gehört hatte, zu ihr herangekommen war. Rasch stand sie auf. Tanzt du denn die Mazurka nicht mit Kitty? Nein, nein, antwortete Kitty, ihre Stimme zitterte von verhaltenen Tränen. Ich stand dabei, als er sie zur Mazurka aufforderte, sagte die Gräfin Northstone, die mit Sicherheit voraussetzte, dass Kitty verstände, wer er und sie seien. Sie fragte ihn, tanzen sie denn nicht mit der Prinzessin Scherbatskaja? Ach, mir ist alles gleich, antwortete Kitty. Niemand außer ihr selbst hatte die volle Kenntnis der Lage, in der sie sich befand. Niemand wusste, dass sie erst vor kurzem die Hand eines Mannes abgelehnt hatte, den sie vielleicht liebte, und sie nur deswegen abgelehnt hatte, weil sie an die Liebe eines anderen glaubte. Die Gräfin Northstone suchte Karsunsky auf, der sie zur Mazurka engagiert hatte, und veranlasste ihn, Kitty aufzufordern. Kitty und Karsunsky tanzten als erstes Paar, und zu Kittys Glücke brauchte sie nicht zu reden, da Karsunsky die ganze Zeit über umherlief und seinen Truppen Anweisungen gab. Wronski und Anna saßen ihr beinahe gegenüber. Sie beobachtete sie mit ihren weitblickenden Augen, sie beobachtete sie auch in der Nähe, wenn der Tanz eine Begegnung der Paare mit sich brachte und je mehr sie beobachtete, umso mehr überzeugte sie sich, daß ihr Unglück eine vollendete Tatsache sei. Sie sah, daß jene beiden in diesem von Menschen erfüllten Saale miteinander allein zu sein glaubten, und auf Wronskis Gesicht, das sonst immer eine solche Festigkeit und Selbstsicherheit zeigte, nahm sie wieder jenen Ausdruck von Verlegenheit und Unterwürfigkeit war, der sie schon vorhin überrascht hatte, einen Ausdruck, wie man ihn ähnlich bei einem klugen Hunde findet, wenn er sich schuldig fühlt. Anna lächelte, und ihr Lächeln ging auch auf ihn über. Sie versank in Gedanken, und er wurde gleichfalls ernst. Eine geheimnisvolle, unwiderstehliche Kraft zog Kittys Augen immer wieder zu Annas Gestalt hin. Sie war entzückend in ihrem einfachen schwarzen Kleide, entzückend waren ihre vollen Arme mit den Armbändern, entzückend der feste Hals mit der Perlenschnur, entzückend die Löckchen der ein wenig in Unordnung geratenen Frisur, entzückend die anmutigen leichten Bewegungen der kleinen Füße und Hände, entzückend dieses schöne Gesicht in seiner Lebendigkeit, aber es lag etwas Furchtbares und Grausames in all diesem entzückenden Reiz. Kitty bewunderte Anna mehr als je und sie litt dabei immer heftiger. Sie fühlte sich ganz vernichtet und das malte sich auch auf ihrem Gesichte. Als Wronski während der Masurka einmal mit ihr zusammentraf und sie ansah, erkannte er sie auf den ersten Blick kaum, so war sie verändert. Ein wunderschöner Ball, sagte er zu ihr, um nur überhaupt etwas zu sagen. Ja, antwortete sie. Mitten in der Masurka wurde eine von Korsunski neu ersonnene schwierige Figur ausgeführt und Anna, an der die Reihe war, sie zu wiederholen, trat in die Mitte des Kreises, wählte zwei Herren und rief dann Kitty und eine andere Dame zu sich heran. Erschrocken blickte Kitty, als sie zu Anna herantrat, sie an. Anna zwinkerte ihr freundlich zu, lächelte und drückte ihr die Hand. Als sie aber bemerkte, dass Kittys Gesicht dieses Lächeln nur mit einer Miene des Staunens und der Verzweiflung erwiderte, wandte sie sich von ihr ab und redete heiter mit der anderen Dame. Ja, es ist etwas Fremdes Unheimliches in diesem entzückenden Wesen, dachte Kitty. Anna wollte nicht zum Abendessen bleiben, der Hausherr bat sie geben sie nur nach Anna Arkadjewna kam ihm Karsunski zu Hilfe, hielt ihr seinen Arm hin und legte ihren entblößten Arm auf seinen Frackärmel. Wenn sie wüßten, was für einen prachtvollen Cotillon ich vorbereitet habe. Un Bijou! Und er bewegte sich sacht weiter, indem er versuchte, sie mit fort zu ziehen. Der Hausherr lächelte beifällig. Nein, ich Hausherr an dem bestimmten Tone, in dem sie antwortete, dass sie nicht dableiben werde. Nein, ich habe sowieso schon hier in Moskau auf diesem einen Balle bei Ihnen mehr getanzt als den ganzen Winter über in Petersburg, sagte Anna mit einem Seitenblick zu dem neben ihr stehenden Wronski. Ich muss mich vor der Abreise noch ein wenig ausruhen. Und sie fahren wirklich morgen unwiderruflich weg, fragte Wronski. Ja, ich denke wohl, erwiderte Anna wie verwundert über die Kühnheit seiner Frage. Aber während sie das sagte, flog von ihren leuchtenden Augen und lächelnden Lippen gleichsam ein nicht zurückzuhaltender, zitternder, sengender Strahl zu ihm hinüber. Anna Arkadievna blieb nicht zum Abendessen, sondern fuhr vorher nach Hause. 24 Ja, ich muss wohl etwas Widerwärtiges, Abstoßendes an mir haben, dachte Lewin, als er von Scherbatskis wegging und zu Fuß die Richtung nach der Wohnung seines Bruders einschlug. Und ich passe auch wirklich nicht zu anderen Menschen. Man hält mich für stolz. Nein, stolz bin ich nicht. Wäre ich stolz, so hätte ich mich nicht in eine solche Lage gebracht. Und er vergegenwärtigte herzigen, verständigen, ruhigen Menschen, der sich wahrscheinlich noch nie in einer so schrecklichen Lage befunden hatte wie er an diesem Abend. Ja, sie konnte gar nicht anders als ihm den Vorzug geben. Das musste so sein. Und ich darf mich über niemand und über nichts beklagen. Ich selbst trage die Schuld. Mit welchem Rechte konnte ich glauben, dass sie Lust haben werde, ihr Leben mit dem meinigen zu verbinden. Wer bin ich und was bin ich? Ein wertloser Mensch, den niemand gebrauchen kann. Dabei gedachte er seines Bruders Nikolai und verweilte mit Lust bei dieser Erinnerung. Hat er etwa nicht recht, dass alles in der Welt schlecht und garstig ist? Wir urteilen über unseren Bruder Nikolai wohl kaum gerecht und haben es nie getan. Natürlich von Bracofis Standpunkt, der ihn in einem zerrissenen Pelz und arg betrunken gesehen hat, ist er ein verächtlicher Mensch, aber ich kenne ihn von einer anderen Seite. Ich kenne seine Seele und weiß, dass ich mit ihm manche Ähnlichkeit habe. Aber statt ihn sofort aufzusuchen, bin ich zuerst zu einem Diner und dorthin gefahren. Ljewin trat an eine Laterne heran, las die Anschrift seines Bruders, die er in seiner Brieftasche bei sich hatte und rief einen Droschken Kutscher an. Auf der ganzen langen Fahrt zu seinem Bruder erinnerte sich Ljewin lebhaft an allerlei ihm bekannte Ereignisse aus dessen Leben. Er erinnerte sich, wie sein Bruder während der Universitätszeit und noch das darauffolgende Jahr hindurch trotz den Spötteleien seiner Kameraden wie ein Mönch gelebt und streng Jedes Vergnügen namentlich auch die Frauen gemieden hatte und wie es ihn dann plötzlich gepackt hatte und er mit den verkommensten Menschen in Verkehr getreten war und sich der zügellosesten Ausschweifung ergeben hatte. Er entsand sich ferner einer Geschichte mit einem Knaben, den der Bruder vom Lande zur Erziehung zu sich genommen hatte und den er in einem Wutanfalle dermaßen prügelte, dass er sich eine Klage wegen schwerer Körperverletzung zuzog. Dann gedachte er einer Geschichte mit einem Falschspieler, an den der Bruder Geld verloren hatte und dem er einen Wechsel gab und gegen den er darauf selbst eine Klage einreichte mit der Begründung, dass jener ihn betrogen habe. Das war die Geldsumme, die Sergej Ivanović bezahlt hatte. Weiter Nacht auf der Polizei Wache zugebracht hatte. Er erinnerte sich, wie er einen schmählichen Prozess gegen seinen Bruder Sergej Ivanović angestrengt hatte, weil dieser ihm nicht den ihm zukommenden Anteil des mütterlichen Vermögens ausgezahlt hatte. Und dann der letzte Skandal, wie er irgendwo im Westen des Reiches eine Anstellung gefunden hatte, aber dort gerichtlich belangt worden war, wegen einer Tracht Prügel, die er dem Gemeindevorsteher verabfolgt hatte. Das waren ja alles überaus garstige Dinge, aber Ljewin beurteilte es doch nicht so schlimm, wie es notwendigerweise die Taten, die Nikolai und seine ganze Entwicklung und sein Herz nicht kannten. Ljewin dachte auch daran, wie damals, als Nikolai sich in der Periode der Frömmigkeit, der Fasten, der Möncherei, des Kirchenbesuches befunden und in der Religion eine Hilfe, einen Zügel für seine leidenschaftliche Natur gesucht hatte, wie ihm damals niemand eine Stütze gewesen war, ja im Gegenteil alle und auch er selbst sich über ihn lustig gemacht hatten. Sie hatten ihn gehänselt, ihn den Vater Noah und den Mönch genannt, aber als es ihn später gepackt hatte, da hatte ihm niemand geholfen, sondern alle hatten sich voll entsetzen und Abscheu von ihm abgewandt. Ljewin sagte sich, daß sein Bruder Nikolai trotz aller Schlechtigkeit seines Lebenswandels im tiefsten Grunde seiner Seele nicht schuldiger war, als die Leute, die ihn verachteten. Es war nicht seine Schuld, daß er mit einem unbändigen Charakter und einem etwas beschränkten Verstande geboren war, aber er war immer bestrebt gewesen, ein guter Mensch zu sein. Ich will ganz offen mit ihm reden, ich will ihn dazu bringen, mir alles frei heraus zu sagen und will ihm zeigen, daß ich ihn liebe und ihn darum auch verstehe. Das nahm sich Ljewin vor, als er nach zehn Uhr in seiner Droschke bei dem Gasthause ankam, in dem der Anschrift zufolge Nikolai wohnen sollte. Oben, in Nummer zwölf und dreizehn, antwortete der Pförtner auf Ljewins Frage. Ist er zu Hause? Die Tür von Nummer zwölf war halb geöffnet, von innen drang mit einem Lichtstreifen zugleich ein dichter Qualm von schlechtem schwachem Tabak heraus und Ljewin vernahm eine ihm unbekannte Stimme. Aber er merkte sofort, daß auch sein Bruder anwesend war, denn er hörte dessen Hüsteln. Als er durch die Außentür in einen kleinen Vorraum trat, der vom Zimmer durch eine spanische Wand getrennt war, sagte die unbekannte Stimme gerade, es wird alles davon abhängen, ob die Sache mit Vernunft und Verständnis betrieben wird. Konstantin Ljewin blickte durch die in der Zwischenwand befindliche Tür, die gleichfalls offen stand, ins Zimmer und sah, daß der Redende ein junger Mann mit gewaltigem Haarschopfe in einer Jacke ohne Ärmel war. Ein junges pockennarbiges Frauenzimmer in einem wollenen Kleide ohne Manschetten und Kragen saß auf dem Sofa. Der Bruder war nicht zu erblicken. Konstantins Herz zog sich schmerzlich zusammen, bei dem Gedanken, unter was für fremden Leuten sein Bruder da lebte. Niemand hatte ihn kommen hören und Konstantin zog sich die Gummischuhe aus und hörte dabei zu, was der Herr in der ärmellosen Jacke sagte. Er redete von irgendeinem Unternehmen. Hol sie der Teufel, diese bevorrechtigten Klassen, ließ sich nun auch unter stetem Husten die Stimme des Bruders vernehmen. Marja, besorge uns etwas zum Abendessen und gib uns Wein, wenn noch welcher da ist, sonst lass holen. Die Frau stand auf, ging durch die Zwischentür und erblickte Konstantin. Ein Herr ist hier, Nikolai Dmitrijevich, sagte sie. Zu wem wollen sie? fragte Nikolais Stimme in ärgerlichem Tone. Ich bin es, antwortete Konstantin und trat ins Helle. Was für ein Ich, fragte wieder Nikolais Stimme noch ärgerlicher. Es war zu hören, dass er schnell aufstand und dabei an irgendetwas anstieß und dann erblickte Konstantin vor sich in der Zwischentür, die ihm sowohl bekannte und ihn doch durch ihr verwildertes und kränkliches Aussehen überraschende Gestalt seines Bruders, von gewaltiger Größe, hager, gebückt, mit großen, verstörten Augen. Er war noch magerer als vor drei Jahren, da ihn Konstantin Lerwin zum letzten Male gesehen hatte. Er trug einen kurzen Rock, wodurch seine Hände und der breite Knochenbau des Oberkörpers noch riesiger erschienen. Das Haar war dünner geworden, derselbe gerade Schnurrbart wie früher verdeckte die Lippen, dieselben Augen blickten sonderbar kindlich den Eintretenden an. Ah, Konstantin, sagte er auf einmal, als er seinen Bruder erkannte, und seine Augen leuchteten freudig auf. Aber im gleichen Augenblick wandte er sich nach dem jungen Manne um und machte mit dem Kopf und dem Halse eine seinem Bruder wohlbekannte Bewegung, als ob ihn die Halsbinde belästige, und nun erschien auf seinem abgemagerten Gesichte ein ganz anderer, scheuer, leidender, trotziger Ausdruck. »Ich habe sowohl Ihnen wie Sergej Iwanowitsch geschrieben, dass ich sie beide nicht kenne und nicht kennen will. Was willst du? Was wollen sie von mir? Sein Wesen war doch ganz anders, als es sich Konstantin vorher vorgestellt hatte. Die unangenehmste und schlimmste Eigenheit seines Charakters, die jeden Umgang mit ihm so sehr erschwerte, hatte Konstantin, als er sich seinen Bruder vergegenwärtigte, vergessen gehabt, und erst jetzt, als er sein Gesicht und namentlich diese krampfhafte Kopfdrehung sah, kam ihm das alles wieder ins Gedächtnis. »Ich will eigentlich nichts von dir, antwortete er schüchtern. Ich bin nur gekommen, um dich einmal wiederzusehen.« Durch die Schüchternheit seines Bruders ließ sich Nikolai offenbar milder stimmen. Er zuckte mit den Lippen. »So, so. Nun, wie geht es dir?« sagte er. »Na, dann komm herein und setz dich. Willst du mit uns Abendbrot essen? Marja, bring drei Portionen. Nein, warte noch. Weißt du, wer das ist?« fragte er seinen Bruder, in dem er auf den Herrn in der Jacke zeigte. »Das ist Herr Krizki, ein Freund von mir, noch aus der Kiewer Zeit, ein sehr bedeutender Mann. Selbstverständlich verfolgt ihn die Polizei, weil er kein Schuft ist.« Und wie das von jeher seine Gewohnheit gewesen war, blickte er alle im Zimmer Anwesenden der Reihe nach an. Als er sah, daß die Frau, die in der Tür stand, nun eine Bewegung machte, um hinauszugehen, schrie er ihr zu, »Du sollst warten, hab ich gesagt!« Und in jener ungeschickten, verworrenen Redeweise, die Konstantin so gut an ihm kannte, begann er, indem er seine Blicke wieder bei allen umherwandern ließ, seinem Bruder Krizkis Lebensschicksale zu erzählen, wie er von der Universität verwiesen sei, weil er Sonntagsschulen und einen Verein zur Unterstützung armer Studenten gegründet habe, und wie er dann eine Stelle als Volksschullehrer angenommen habe, und wie er auch von da weggejagt und endlich noch aus irgendwelchem Grunde vor Gericht gekommen sei. »Sie haben in Kiew studiert?« fragte Konstantin Herrn Krizki, um das unbehagliche Schweigen, das eingetreten war, zu unterbrechen. »Jawohl in Kiew«, erwiderte Krizki ärgerlich die Stirn runzelnd. »Und dieses Weib hier«, unterbrach ihn Nikolai und wies auf die Frauens Person, »ist meine Lebensgefährtin Marja Nikolai Ich habe sie aus so einem gewissen Hause weggeholt.« Er machte wieder einen Ruck mit dem Halse, während er das sagte. »Aber ich liebe und achte sie und ich ersuche alle, die mich kennen wollen«, fügte er mit erhobener Stimme und finsterem Gesicht hinzu, »sie ebenfalls zu lieben und zu achten. Sie ist ganz dasselbe wie wenn sie meine Frau wäre. So nun weißt du, wen du vor dir hast und wenn du meinst, dass du dich durch den Verkehr mit einem von uns erniedrigst, dann Gott befohlen, dort ist die Tür. Wieder gingen seine Augen fragend von einem zum anderen. Warum ich meinen sollte, mich dadurch zu erniedrigen, das verstehe ich nicht. Dann lass also das Abendessen bringen, Maria. Drei Portionen und Schnaps und Wein, nein, warte, nein, es ist schon gut, geh nur. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Eva K. Abschnitt 14 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Fünfundzwanzig Nun siehst du wohl, fuhr Nikolai Lewin fort, er zog die Stirn in tiefe Falten und zuckte ab und zu zusammen. Es wurde ihm offenbar schwer, mit sich darüber ins Klare zu kommen, was er sagen und tun solle. Sieh einmal da! Er zeigte in die Ecke der Stube auf ein paar Eisenstangen, die mit Stricken zusammen gebunden waren. Siehst du das da! Das ist der Anfang eines neuen Unternehmens, an das wir uns jetzt heranmachen. Es ist eine Produktivgenossenschaft. Konstantin hörte ihm kaum zu. Er betrachtete das kranke, schwindsüchtige Gesicht seines Bruders und und das Mitleid mit diesem wurde in seinem Herzen immer größer. Er konnte sich nicht dazu zwingen, mit Aufmerksamkeit anzuhören, was der Bruder ihm über die Genossenschaft erzählte. Er durchschaute es, dass diese Genossenschaft für Nikolai nur ein Rettungsanker war, um sich nicht selbst verachten zu müssen. Nikolai redete weiter. Du weißt, dass das Kapital den Arbeiter erdrückt. Die Arbeiter und Bauern tragen bei uns die ganze Last der Arbeit und sind doch dabei so gestellt, dass sie aus ihrer jämmerlichen Lage nie herauskommen können und wenn sie sich noch so sehr abquälen. Aller über den notwendigsten Lebensunterhalt hinausgehende Arbeitsverdienst, durch den sie ihre Lage verbessern, sich einige Musestunden verschaffen und infolgedessen sich eine gewisse Bildung aneignen können. Dieser ganze Überschuss wird ihnen von den Kapitalisten weggenommen und die sozialen Zustände haben sich so gestaltet, dass je mehr sie arbeiten, um so mehr die Kaufleute und Gutsbesitzer sich bereichern, sie selbst aber immer nur Arbeitsvieh bleiben. Diese Einrichtung muß geändert werden, schloß er und blickte seinen Bruder fragend an. Ja, selbstverständlich, antwortete Konstantin und betrachtete die roten Flecke, die sich unterhalb der hervorstehenden Backenknochen seines Bruders abzeichneten. Und da wollen wir denn eine Schlossergenossenschaft gründen, wo alles der gesamte Betrieb und der Gewinn und die wichtigsten zum Betriebe erforderlichen Werkzeuge gemeinsam sein soll. Wo soll denn diese Genossenschaft ihren Sitz haben? fragte Konstantin Lewin. Im Dorf Vosdrema, Gouvernement Kazan. Aber warum denn auf dem Lande? Auf dem Lande, sollte ich meinen, ist sowieso schon viel Arbeit. Was soll auf dem Lande eine Schlossergenossenschaft? Der Grund ist der, dass die Bauern jetzt noch eben solche Sklaven sind, wie sie es früher waren, und darum ist es dir und Sergei Ivanović auch so unangenehm, dass sie aus dieser Sklaverei befreit werden sollen. Versetzte Nikolai durch die Erwiderung gereizt. Konstantin, der unterdeß in dem unfreundlichen schmutzigen Zimmer umherblickte, konnte einen Seufzer nicht zurückhalten. Dieser Seufzer schien Nikolai noch mehr zu reizen. Ich kenne deine und Sergei Ivanovićs aristokratischen Ansichten. Ich weiß, dass er seine ganze Geisteskraft dazu verwendet, die jetzt bestehende Misswirtschaft zu verteidigen. Nicht doch, aber warum sprichst du denn immer von Sergei Ivanović, sagte Konstantin lächelnd. Warum ich von Sergei Ivanović rede, das will ich dir sagen, schrie Nikolai plötzlich auf, als Konstantin diesen Namen nannte. Das will ich dir sagen, aber was für einen Zweck hat es davon zu reden, nur eines möchte ich wissen, warum bist du überhaupt zu mir gekommen, du verachtest ja mich und meine Bestrebungen, nun schön, also geh, in Gottes Namen, geh, schrie er und stand von seinem Stuhle auf. Geh hinaus, geh hinaus. Von Verachtung ist bei mir nicht die Rede, antwortete Konstantin schüchtern, ich will auch gar nicht mit ihr streiten. In diesem Augenblick kam Marja Nikolajewna zurück. Nikolaj sah sich zornig nach ihr um. Sie trat schnell zu ihm heran und flüsterte ihm etwas zu. Ich bin nicht wohl, ich bin reizbar geworden, sagte nun Nikolaj sich allmählich beruhigend und schwer atmend. Und dazu redest du mir noch von Sergei Iwanowitsch und seiner Abhandlung, das ist der reine Unsinn, albernes Geschwätz. Selbstbetrug, wie kann ein Mensch über Gerechtigkeit schreiben, der gar keine Gerechtigkeit kennt? Haben Sie seine Abhandlung gelesen? wandte er sich an Kritzki, während er setzte und die Zigaretten, die über den halben Tisch verstreut lagen, beiseite schob, um Platz zu machen. Nein, ich habe sie nicht gelesen, antwortete Kritzki mürrisch, der augenscheinlich keine Lust hatte, sich an dem Gespräche zu beteiligen. Warum nicht? fuhr Nikolaj jetzt erregt gegen Kritzki los. Weil ich es für zwecklos halte, damit meine Zeit zu verlieren. Aber erlauben Sie, woher wissen Sie denn, dass Sie damit Ihre Zeit verlören? Heute können mit der Abhandlung nichts anfangen, weil sie über ihren Horizont geht, aber mit mir ist das eine andere Sache. Ich durchschaue seine Beweisführung durch und durch und weiß, worin ihre Schwäche liegt. Alle schwiegen. Kritzki stand langsam auf und griff nach seiner Mütze. Wollen Sie nicht mit uns Abendbrot essen? Nun, dann auf Wiedersehen. Kommen Sie morgen mit dem Schlosser her. Kaum war Kritzki hinaus, als Nikolai lächelnd seinem Bruder mit den Augen zuwinkte. An dem ist auch nichts dran, sagte er. Ich sehe recht wohl. Aber in diesem Augenblicke rief ihn Kritzki, der noch einmal umgekehrt war, von der Tür aus zu sich hin. Was wollen Sie denn noch? fragte Nikolai und trat mit ihm auf den Flur hinaus. Konstantin, der mit Marja Nikolajewna allein geblieben war, wandte sich ihr zu. Sind Sie schon lange bei meinem Bruder? fragte er sie. Es ist jetzt das zweite Jahr. Mit seiner Gesundheit ist es recht schlecht geworden. Er trinkt zu viel, erwiderte sie. Was trinkt er denn? Brandwein trinkt er, und das ist ihm schädlich. Trinkt er denn viel? flüsterte Konstantin. Ja, antwortete sie und blickte ängstlich nach der Tür, wo Nikolai wieder erschien. Worüber habt ihr gesprochen? fragte er stirnrunzelnd und ließ seine verstörten Augen von dem einem zum anderen wandern. Worüber? Über nichts, antwortete Konstantin verlegen. Na, wenn ihr es nicht sagen wollt, dann lasst es bleiben. Ich möchte dir nur sagen, es schickt sich überhaupt nicht für dich mit ihr zu reden. Sie ist eine Magd und du bist ein vornehmer Herr, sagte und ruckte wieder mit dem Halse. Du hast jetzt, meine ich, alles bei mir gesehen und dir ein Urteil darüber gebildet und stehst nun voller Mitleid meinen Verirrungen gegenüber, fügte er mit erhobener Stimme hinzu. Nikolai Dmitriwitsch, Nikolai Dmitriwitsch, flüsterte Marja Nikolajewna wieder und ging näher an ihn heran. Schon gut, schon gut, aber wie ist's mit dem Abendbrot? Ah, da ist es ja, sagte er, als er einen Kellner mit einem Präsentierbrett erblickte. Hier, stell's her, hierher, rief er ärgerlich. Er griff sogleich die Brandweinflasche, goß ein Glas voll und trank es gierig aus. Trink doch auch eines, willst du? wandte er sich an seinen Bruder, er war sofort in heitere Stimmung gekommen. Na, wollen wir über Sergej Iwanowitsch nicht weiter reden, ich freue mich doch, dich wiederzusehen. Da kann einer sagen, was er will, es ist doch ein anderes Gefühl, wenn man mit seinen Angehörigen redet. Na, trink doch und erzähle, was du treibst, fuhr er fort, während er gierig ein Stück Brot kaute und sich ein zweites Glas eingoss. Wie lebst du denn eigentlich? Ich lebe allein auf dem Lande wie früher und beschäftige mich mit der Wirtschaft, antwortete Konstantin. Mit Entsetzen beobachtete er die Gier, mit der sein Bruder trank und aß, bemühte sich aber zugleich nicht merken zu lassen, dass er darauf achtete. Warum heiratest du nicht? Es hat sich nicht so gefügt, versetzte Konstantin errötend. Wieso nicht? Mit mir ist es allerdings zu Ende. Ich habe mir mein Leben verpfuscht. Ich habe es immer gesagt und sage es heute noch. Wäre mir mein Anteil damals, als ich ihn brauchte, ausgezahlt worden, so hätte sich mein ganzes Leben anders gestaltet. Konstantin beeilte sich, dem Gespräche eine andere Richtung zu geben. Weißt du auch, dass dein Iwan bei mir in Prakowskoje Gutschreiber ist, sagte er. Nikolai zuckte mit dem Halse und gab sich einen Augenblick seinen Gedanken hin. Erzähle mir doch, was in Prakowskoje alles geschehen ist. Steht das Haus noch unverändert und die Birken und unser Unterrichtszimmer und der Gärtner Philipp lebt er noch. Wie deutlich ich mich an die Laube erinnere und an das Sofa. Weißt du, ändere nur ja nichts im sondern heirate so bald wie möglich und dann richte alles wieder genauso ein wie es früher war. Dann werde ich auch einmal zu dir auf Besuch kommen, wenn deine Frau gut und nett ist. Komm doch gleich jetzt mit mir mit, sagte Konstantin. Wie hübsch würden wir zusammen hausen. Ich würde zu dir kommen, wenn ich wüßte, dass ich Sergei Iwanewitsch da nicht treffe. Du wirst ihn aber du magst sagen, was du willst. Du mußt doch zwischen mir und ihm wählen, erwiderte er und blickte dem Bruder schüchtern in die Augen. Diese Schüchternheit rührte Konstantin. Wenn du in dieser Hinsicht meine aufrichtige Meinung hören willst, so muß ich dir sagen, dass ich in deinem Streite mit Sergei Iwanewitsch weder auf deiner noch auf seiner Seite stehe. Ihr habt alle beide Unrecht. Du hast mehr in der äußeren Form Unrecht und er mehr in sachlicher Hinsicht. Eisi, das hast du also erfasst, das hast du erfasst, rief Nikolai freudig. Ich persönlich aber, wenn du das wissen willst, lege auf die Freundschaft mit dir größeren Wert, weil warum, warum? Konstantin konnte doch nicht wohl sagen, dass er dies deshalb tue, weil Nikolai unglücklich sei und eines Freundes bedürfe, aber Nikolai zweifelte nicht, dass er gerade dies hatte sagen wollen und griff wieder mit finsterer Miene nach dem Brandwein. Lassen Sie es genug sein, Nikolai Dmitriwitsch, bat Marja Nikolajewna und streckte ihren rundlichen nackten Arm nach der Flasche aus. Lass das, sei nicht so dreist oder du bekommst Schläge, schrie er. Auf Marja Nikolajewnas Gesicht erschien ein sanftes freundliches Lächeln, dem Nikolai nicht widerstehen konnte. Auch er lächelte und sie nahm den Brandwein weg. Meinst du etwa, dass sie dumm ist, sagte Nikolai, sie versteht all das besser als wir alle, nicht wahr, sie hat so etwas Gutes Liebes an sich. Sind sie früher nie in Moskau gewesen? fragte Konstantin sie, um doch irgendetwas zu sagen. Aber so sage doch nicht sie zu ihr, das ist ihr nur peinlich. Nie hat jemand sie zu ihr gesagt, außer dem Friedensrichter, als sie in Anklagezustand versetzt war, weil sie aus dem Hause der Unzucht hatte davon gehen wollen. Mein Gott, was gibt es doch für Sinnlosigkeit in der Welt, schrie er plötzlich auf. Diese neuen Einrichtungen, diese Friedensrichter, der Kreistag, was für ein Unsinn ist das. Und er begann von seinen Zusammenstößen mit den neuen Einrichtungen zu erzählen. Konstantin hörte ihm zu. Er selbst teilte Nikolais Ansicht von der Sinnlosigkeit all dieser staatlichen Einrichtungen und hatte diese Ansicht oft genug ausgesprochen, aber dennoch war es ihm unangenehm, sie jetzt aus dem Munde des Bruders zu hören. Im Jenseits werden wir das alles verstehen, bemerkte er scherzend. Im Jenseits? Ach, weißt du, das Jenseits kann ich nicht leiden. Ich kann es nicht leiden, sagte er und heftete seine scheuen, verstörten Augen auf das Gesicht des Bruders. Es wäre ja wohl ganz schön, aus all dieser Gemeinheit und Verworrenheit fremder sowohl wie eigene herauszukommen, aber ich fürchte mich vor dem Tode, ganz entsetzlich fürchte ich Irgendetwas willst du Champagner oder komm wir wollen irgendwohin fahren wir wollen zu den Zigeunern fahren weißt du an den Zigeunern und an den russischen Volksliedern habe ich großen Geschmack bekommen die Zunge wollte ihm nicht recht gehorchen und er ging unvermittelt von einem Gegenstande zum anderen über mit Marjas Hilfe redete ihm Konstantin seine Absicht noch irgendwohin zu fahren aus und brachte den vollkommen Betrunkenen ins Bett Konstantin ließ sich von Marja versprechen dass sie im Notfalle an ihn schreiben und Nikolai zureden werde zu ihm aufs Land zu ziehen 26 Am Morgen war Konstantin Lewin aus Moskau abgefahren und gegen Abend langte er zu Hause an unterwegs auf der Bahn hatte er sich mit seinen Reisegefährten über Politik und über neue Eisenbahnlinien unterhalten und ebenso wie in Moskau waren ihm seine Begriffe in Verwirrung geraten und eine Unzufriedenheit mit sich selbst und ein eigentümliches Schamgefühl hatten ihn befallen aber als er nun auf seiner Station ausstieg und seinen krummen Kutscher Ignat mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen erblickte und als er in dem schwachen Lichtschimmer der durch die Fenster des Bahnhofs Gebäudes drang seinen mit Decken wohlversehenen Schlitten und seine Pferde mit den aufgebundenen Schwänzen in dem mit Ringen und Fransen verzierten Geschirr sah und als der Kutscher Ignat noch während das Gepäck aufgeladen wurde ihm die Gutsneuigkeiten erzählte dass ein Agent für Arbeitskräfte angekommen sei und das Pava gekalbt habe da fühlte er dass die Verwirrung in seinem Kopfe sich allmählich löste und das Gefühl der Scham und der Unzufriedenheit mit sich selbst verging das hatte er schon beim ersten Blick auf Ignat und die Pferde empfunden aber als er nun gar den für ihn mitgebrachten Schafpelz anzog sich wohl vermummt in den Schlitten setzte und dahin fuhr und dabei über die von ihm in Aussicht genommenen Anordnungen auf dem Gute nachdachte und das eine Seitenpferd beobachtete das früher sein Reitpferd gewesen war aus einem donischen Gestüt ein schon etwas abgerackertes aber immer noch tüchtiges Tier da gelangte er zu einer ganz anderen Auffassung seines letzten Erlebnisses er fühlte sich wieder als das was er war und wollte nichts anderes sein nur besser wollte er jetzt werden als er früher gewesen war erstens nahm er sich vor von nun an nicht mehr auf ein außerordentliches Glück wie er es sich von der Ehe versprochen hatte zu hoffen und nicht mehr infolge einer solchen Hoffnung die Gegenwart gering zu schätzen zweitens wollte er sich nicht wieder von garstiger Sinnlichkeit hinreißen lassen weil die Erinnerung an frühere Fälle solcher Schwäche ihn damals als er seinen Heiratsantrag zu machen beabsichtigte so furchtbar gemartert hatte ferner gedachte er seines Bruders Nikolai und gab sich das Wort ihn nie wieder zu vergessen sich stets Kenntnis über sein Ergehen zu verschaffen und ihn nie aus den Augen zu verlieren um zur Hilfe bereit zu sein wenn es ihm schlecht ginge dass es bald so weit sein werde daran konnte er nicht zweifeln auch was sein Bruder zu ihm über den Kommunismus gesagt hatte ohne daß er seinerseits dabei ernstlich Stellung zu diesem Gegenstande genommen hätte brachte ihn jetzt zum Nachdenken Er hielt eine gänzliche Umgestaltung der sozialen Verhältnisse für ein Ding der Unmöglichkeit aber er hatte immer seinen eigenen Überfluss gegenüber der Armut der Masse als Ungerechtigkeit empfunden und nahm sich nun um das Gefühl einer vollen Berechtigung zu haben fest vor wenn er auch schon vorher viel gearbeitet und ohne Üppigkeit gelebt hatte jetzt noch mehr zu arbeiten und sich noch weniger Wohlleben zu gestatten und dass er zur Verwirklichung aller dieser Absichten die Kraft sicher dass er den ganzen Weg in den angenehmsten Träumereien verbrachte mit einem mutigen Gefühle der Hoffnung auf ein neues besseres Leben fuhr er bald nach 8 Uhr an seinem Hause vor aus den Fenstern seiner alten Kinderfrau und jetzigen Wirtschafterin Agafja Mikhailovna fiel ein Lichtschein auf den schneebedeckten Platz vor dem Hause sie schlief noch nicht der Diener Kuzma den sie geweckt hatte kam verschlafen und barfuß auf die Freitreppe heraus die Hühner hin den Laska kam gleichfalls herausgesprungen wobei sie den Diener beinahe umstieß und rieb sich winselnd an Levins Knien sie hob sich in die Höhe und hätte ihm gern die Vorderfüße auf die Brust gesetzt wagte dies aber doch nicht sie sind ja schnell wieder zurückgekommen Väterchen sagte Agafja Mikhailovna ich bekam Heimweh Agafja Mikhailovna auf Besuch sein ist schön aber zu Hause ist es doch am besten antwortete er ihr und ging in sein Zimmer die Kerze die er hineintrug erhellte die einzelnen teile des zimmers einen nach dem anderen die ihm so wohl bekannten stücke der Einrichtung traten aus dem Dunkel hervor die Hirschgeweihe die Bücherregale der Spiegel der Ofen mit der Ventilation die schon längst einer Ausbesserung bedurfte das altväterische Sofa der große Tisch auf dem Tische ein aufgeschlagenes Buch ein zerbrochener Aschenbecher ein Heft in dem er geschrieben hatte beim Anblick aller dieser Gegenstände überkam ihn für einen Augenblick ein Zweifel ob es möglich sein werde jenes neue Leben ins Werk zu setzen das er sich unterwegs so schön ausgemalt hatte alle diese seine bisherigen Lebensbegleiter schienen ihm gleichsam in ihre Arme zu schließen und zu ihm zu sagen nein du entrinnst uns nicht und wirst nie ein anderer werden du bleibst immer derselbe der du gewesen bist mit deinen Zweifeln mit deiner steten Unzufriedenheit mit dir selbst mit deinen vergeblichen Versuchen dich zu bessern und deinen sich immer wiederholenden Rückfällen und mit deinem lebenslänglichen warten auf ein Glück das dir nicht beschieden ist und das du nicht erringen kannst aber während die leblosen Gegenstände so zu ihm sprachen sagte ihm eine andere Stimme in seinem Inneren man dürfe sich nicht zu einem Knechte der Vergangenheit herabwürdigen und der Mensch könne aus sich alles machen und auf diese Stimme hörend ging er in die Ecke wo er zwei schwere Gewichte stehen hatte und hob sie turnermäßig in die Höhe um sich dadurch in eine frische mutige Stimmung zu versetzen aber da wurden vor der Tür knarrende Schritte vernehmbar und eiligst stellte er die Gewichte wieder hin der Verwalter trat ein und berichtete dass Gottlob alles in Ordnung sei machte aber zugleich die Mitteilung dass der Buchweizen auf der neuen Darre von unten angebrannt sei über diese Nachricht war Lewin sehr ärgerlich die neue Darre hatte er zum war immer gegen diese Darre gewesen und meldete nun mit einem verhaltenen Gefühle des Triumphes dass der Buchweizen angebrannt sei Lewin war fest überzeugt dass wenn der Buchweizen angebrannt war dies nur von einer Nicht Beachtung der Vorsichtsmaßregeln gekommen sein konnte die er dem Verwalter schon hundertmal eingeschärft hatte er war sehr verdrießlich und erteilte dem Verwalter einen Verweis es die beste Kuh hatte gekalbt ein teures Stück das auf einer Ausstellung angekauft war Kusma gib mir den Schafpelz her und sie sie können eine Laterne bringen lassen ich will hingehen und mir es mal ansehen sagte er zu dem Verwalter der stall für die wertvolleren Kühe lag gleich hinter dem Hause Lewin ging über den Hof an dem großen Schneehaufen beim Fliederstrauche vorbei und gelangte so zum Stalle ein warmer stark riechender Düngerdampf schlug ihm entgegen als die angefrorene Tür geöffnet wurde und verwundert über das ungewohnte Licht der Laterne regten sich die Kühe auf dem frischen Stroh der glatte schwarz gescheckte breite Rücken einer Holländer Kuh schimmerte im halb dunkel Bercut der Bulle lag mit seinem Ring in der Lippe da und machte nur ein paar Mal als die Besucher vorbeigingen Pava die rote Pracht Kuh groß wie ein Nilpferd drehte sich rückwärts um ihr Kälbchen vor den Eintretenden zu verdecken und beschnupperte es Lewin trat in den Verschlag hinein und hob das rotschäckige Kälbchen auf seine schwankenden langen Beine die aufgeregte Pava wollte schon ein Gebrüll ausstoßen beruhigte sich aber wieder als Lewin ihr das Kalb wieder hinschob und begann schwer atmend es mit ihrer rauen Zunge zu belecken das Kalb stieß suchend mit dem Maule seiner Mutter in die Weichen und krümmte das Schwänzchen leuchte mal hierher Fjodor hier halte die Laterne her sagte Lewin der das Kalb besah es artet nach der Mutter wenn es auch die Farbe vom Vater hat ein sehr schönes Tier lang mit schmalen Weichen was nicht wahr es ist schön wandte er sich an den Verwalter in seiner Freude über das Kalb hatte er ihm den angebrannten Buchweizen schon vergeben nach welchem der Eltern könnte es denn auch schlecht sein erwiderte der Verwalter ja und dann ist der Agent Simeon am Tage nach ihrer Abreise angekommen wir werden wohl mit ihm einen Vertrag über Arbeiter schließen müssen Konstantin Dmitrievich über die Maschine habe ich ihnen schon früher Bericht erstattet durch diese eine schwebende Frage sah sich Lewin wieder mitten in das ganze Getriebe seiner großen verwickelten Wirtschaft hinein versetzt vom Kuhstall ging er unmittelbar ins Kontor und sprach dort mit dem Verwalter und dem Agenten Simeon dann kehrte er in das Haus zurück und ging sogleich ins Wohnzimmer hinauf Ende von Abschnitt 14 Gelesen von Eva K. Abschnitt 15 von Anna Karenina von Ljev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil 27 Es war ein großes altertümliches Haus und obwohl Ljewin es allein bewohnte so benutzte er doch sämtliche Zimmer und ließ sie alle heizen Er wusste dass dies töricht war er wusste dass es sogar Unrecht von ihm war und seinen jetzigen neuen Plänen zuwiderlief aber dieses Haus war für Ljewin eine ganze Welt Es war die Welt in der sein Vater und seine Mutter gelebt hatten und gestorben waren Sie hatten darin ein Leben geführt das Ljewin als geradezu ideal betrachtete und das er mit seiner Frau und seinen Kindern zu erneuern gehofft hatte An seine Mutter konnte sich Ljewin kaum erinnern aber die Vorstellung die er sich von ihr machte trat ihm an die Stelle einer geheiligten Erinnerung und seine künftige Gattin sollte so malte er sich das aus eine Erneuerung jenes entzückenden heiligen Frauenideals sein das seine Mutter gewesen war die Liebe zu einer Frau konnte er sich gar nicht ohne die Ehe vorstellen ja er stellte sich zuerst die Kinder vor und dann erst die Frau die ihm die Kinder bescheren würde seine Begriffe vom heiraten waren daher himmelweit verschieden von den Begriffen seiner meisten Bekannten für die das heiraten ein gewöhnliches Geschäft war wie viele andere für Lewin war die Eheschließung die wichtigste Handlung des Lebens von der das ganze Lebensglück abhing und jetzt musste er diesem Glücke entsagen als er in die kleine Wohnstube sein übliches Teezimmer getreten war und sich nun mit einem Buche in seinen Lehnstuhl niederließ und Agafja Mikhailovna ihm den Tee brachte und dann mit ihrer herkömmlichen Redewendung na ich setze mich auch her Väterchen sich auf einen Stuhl am Fenster setzte da fühlte er dass so sonderbar es auch sein mochte er von seinen Glücksträumereien noch nicht Abschied genommen hatte und dass er ohne ihre Verwirklichung nicht leben könne ob nun dachte über das gelesene nach machte eine Pause darin um auf Agafja Mikhailovna zu hören die unermüdlich plauderte aber gleichzeitig traten ihm allerlei Bilder aus seiner Wirtschaft und aus seinem künftigen Familienleben vor das geistige Auge ohne Verknüpfung miteinander er fühlte wie etwas in der Tiefe seiner Seele sich fest gesetzt dann sich auf engeren Raum beschränkt und sich nun endgültig zurechtgelagert hatte er hörte zu wie Agafja Mikhailovna erzählte dass dieser Brochor doch ein ganz gottvergessener Mensch sei und das Geld das ihm Ljewin zum Ankauf eines Pferdes geschenkt habe vertrinke ohne jemals aus dem Rausche heraus zu kommen und dass er seine Frau beinahe zu Tode geprügelt habe er hörte zu und las in dem Buche und erinnerte sich der ganzen Gedanken Reihe die dieses Lesen das vorige Mal in ihm wachgerufen hatte es war Tindals Buch über die Wärme er erinnerte sich wie ihm an Tindal missfallen hatte dass er so selbstgefällig von seiner Geschicklichkeit im Experimentieren spreche und keiner philosophischen Anschauung fähig sei und plötzlich kam ihm ein freudiger Gedanke dazwischen in zwei Jahren werde ich in der Herde zwei Holländer Tiere haben auch Pava selbst kann noch hinreichend frisch sein dazu zwölf junge Nachkommen von Birkut da kann ich günstigenfalls die drei zur Kreuzung benutzen wundervoll er griff wieder nach dem Buche nun gut Elektrizität und Wärme sollen ein und dasselbe sein aber kann man denn wenn es sich um die Lösung einer Aufgabe auf diesem Gebiete handelt in einer Gleichung die eine Größe für die andere setzen nein also wie steht es damit einen gewissen Zusammenhang zwischen allen Naturkräften spürt man ja auch so schon durch den bloßen Instinkt besonders hübsch wird es sein wenn Parvas Kalb erst eine rotschäckige Kuh sein wird und vielleicht ebenso die ganze Herde die ich aus der Kreuzung mit diesen dreien erzielen will prächtig dann werde ich mit meiner Frau und dieses Kalb hier haben Konstantin und ich wie ein Kind groß gezogen wie kann sie das nur so interessieren sagt einer der Gäste alles was ihn interessiert interessiert auch mich ja aber wer wird sie sein hier mußte er an das denken was ihm in Moskau begegnet war nun was ist da zu machen meine schuld ist es nicht gewesen aber jetzt soll alles einen neuen Gang nehmen es ist Torheit zu glauben daß das wirkliche Leben dem entgegenstünde und daß die Vergangenheit dem entgegenstünde ich will alle meine Kraft daran setzen um ein besseres ein weit besseres Leben zu führen er hob den Kopf in die Höhe und überließ sich seinen Gedanken die alte Laska die mit ihrer Freude über seine Ankunft noch nicht ganz zurecht gekommen und auf den Hof gerannt war um sich auszubellen kam nun schwanzwedelnd zurück wobei sie den Geruch von frischer Luft mit ins Zimmer brachte lief zu ihm hin schob den Kopf unter seine Hand und verlangte mit kläglichem Winseln dass er sie liebkosen möchte nur dass sie nicht sprechen kann sagte Agafia Mikhailovna so ein Tier sie versteht dass ihr Herr zurück gekommen und traurig ist wieso meinst du dass ich traurig bin wie werde ich denn das nicht sehen väterchen wo ich doch schon so lange hier bin muss ich doch meine Herrschaft kennen ich bin doch von Kindesbeinen an hier bei der Herrschaft aufgewachsen aber grämen sie sich nicht väterchen wenn man nur gesund ist und ein reines Gewissen hat levin blickte sie unverwandt an ganz erstaunt darüber wie richtig sie seine Gedanken erraten hatte wie ist's soll ich ihnen noch ein bisschen tee bringen fragte sie nahm seine tasse und ging damit hinaus laska schob immer noch ihren kopf unter seiner hand hin und her er streichelte sie und sie rollte sich sofort zu seinen füßen rund zusammen indem sie den Kopf auf die eine ausgestreckte Hinterpfote legte und um auszudrücken dass jetzt alles in schönster Ordnung sei öffnete sie ein wenig das Maul schmatzte ein paar mal auf legte die feuchten lippen bequemer um die alten zähne zurecht und verstummte in glückseliger Ruhe levin hatte aufmerksam diese letzten bewegungen des tieres beobachtet ganz wie ich es auch mache sagte er zu sich selbst ganz wie ich es auch mache ich will es mich nicht anfechten lassen es wird noch alles gut werden am morgen nach dem balle schickte anna arkadjewna ihrem manne ein telegramm das sie am selben tage von moskau abfahren werde nein ich muß fahren ich muß sagte sie um diese plötzliche änderung ihrer anordnungen zu erklären zu ihrer schwägerin in einem tone als ob sie zu hause so viel vorhätte daß sie es gar nicht alles aufzählen könnte nein am besten fahre ich gleich heute stepan arkadjewitsch aß nicht zu hause zu mittag hatte aber versprochen um sieben uhr zurück zu sein um seine schwester nach dem bahnhof zu begleiten auch kitty war nicht zum mittagessen gekommen sie hatte ein briefchen geschickt dass sie kopfschmerzen habe dolly und anna speisten allein mit den kindern und der engländerin kam es nun daher dass kinder unbeständig sind oder daher dass sie feinfühlig sind und diese hier es heraus fühlten dass anna heute eine ganz andere war als an jenem tage da sie sie so lieb gewonnen hatten und sich nicht mehr für sie interessierte doch mit der liebe zu ihr war es zu ende und dass anna nun abreise machte ihnen gar keinen eindruck anna war den ganzen vormittag mit vorbereitungen zu ihrer abreise beschäftigt gewesen sie hatte kurze abschiedsbriefe an ihre moskauer bekannten geschrieben ihre ausgaben vermerkt und ihre sachen gepackt überhaupt hatte dolly den eindruck gehabt dass anna sich nicht in ruhiger seelenstimmung sondern in jener nervösen der sich nicht ohne besondere ursache einstellt und hinter dem sich meistenteils eine unzufriedenheit mit sich selbst verbirgt nach dem mittagessen begab sich anna in ihr zimmer um sich umzukleiden und dolly ging mit ihr du bist ja heute so eigentümlich sagte dolly zu ihr ich findest du das ich bin weiter nicht eigentümlich mir ist nur nicht recht wohl so etwas kommt manchmal bei mir vor ich möchte in einem fort weinen das ist sehr dumm aber es geht vorüber sagte anna sagte anna schnell und beugte ihr errötendes gesicht über eine elegante reisetasche in die sie eine nachthaube und einige battist taschentücher einpackte ihre augen hatten einen besonderen glanz und füllten sich fortwährend mit tränen zuerst wollte ich gar nicht von petersburg abreisen und nun möchte ich am liebsten von hier nicht wieder fort du bist hergekommen und hast hier ein gutes werk vollbracht sagte dolly sie aufmerksam betrachtend anna blickte sie mit tränenfeuchten augen an sage das nicht dolly ich habe nichts getan und habe nichts tun können ich wundere mich oft warum mich die leute wie auf verabredung verhätscheln was habe ich getan und was habe ich tun können du hast eben in deinem herzen so viel liebe gefunden um verzeihen zu können gott weiß wie es ohne dich noch gekommen wäre wie glücklich du bist anna sagte dolly in deiner seele ist alles klar und gut jeder mensch hat in seiner seele seine skeletons wie die engländer sagen was für skeletons könntest du haben bei dir ist alles klar und rein ich habe skeletons erwiderte anna plötzlich und ein schlaues lustiges lächeln wie man es nach den tränen gar nicht hätte erwarten sollen spielte um ihre lippen nun dann werden sie wohl sehr heiter sein deines skeletons und nicht finster und drohend meinte dolly lächelnd nein sie sind finster und drohend weißt du wohl warum ich heute abreise und nicht erst morgen ich habe etwas auf dem herzen was mich schwer bedrückt und ich will es dir jetzt berichten sagte anna sie lehnte sich mit entschlossener miene in ihrem sessel zurück und blickte ihre schwägerin offen in die augen und zu ihrem erstaunen sah dolly dass anna bis an die ohren errötet war bis an die schwarzen löckchen die sich hinten an ihrem halse kräuselten ja fuhr anna fort weißt du auch wohl warum kitty nicht zum mittagessen gekommen ist sie ist auf mich eifersüchtig ich habe ihr diesen ball verdorben ich meine ich bin die veranlassung gewesen weshalb dieser ball für sie eine qual und nicht eine freude war aber wahrhaftig wahrhaftig ich trage keine schuld oder doch nur ganz wenig sagte sie wobei sie mit hoher stimme auf den worten ganz wenig verweilte ach was hattest du eben für eine überraschende ähnlichkeit mit stiwa als du das sagtest rief dolly lachend anna nahm das übel oh nein oh nein ich bin nicht wie stiwa versetzte sie stirnrunzelnd gerade deshalb sage ich es dir ja weil ich mich auch nicht für einen augenblick unsicher fühle aber in diesem augenblicke indem sie diese worte aussprach wurde sie sich bewusst dass sie unwahr waren sie fühlte sich nicht nur unsicher sondern sie empfand schon bei dem bloßen gedanken an wronski eine starke erregung und reiste nur deswegen früher ab als sie ursprünglich beabsichtigt hatte um nicht mehr mit ihm zusammenzutreffen ja stiwa hat mir erzählt du hättest mit ihm die masurka getanzt und er hätte du kannst dir gar keine vorstellung davon machen wie komisch die ganze geschichte war ich dachte an weiter nichts als wie ich wohl helfen könnte diese heirat zustande zu bringen und nun kam die sache auf einmal so ganz anders vielleicht habe ich sogar wieder meinen willen sie errötete und brach ab ja die leute merken so etwas sofort sagte dolly aber ich wäre in verzweiflung wenn dabei auf seiner seite irgend etwas ernsteres vorliegen sollte unterbrach anna sie und ich bin überzeugt dass das alles bald wieder vergessen sein und kitty mich nicht mehr hassen wird übrigens anna um dir die wahrheit zu sagen ich wünsche für kitty diese heirat gar nicht einmal so besonders und wenn er wronski es fertig gebracht hat sich in dich an einem einzigen tage zu verlieben dann ist es schon das beste dass die sache auseinander geht oh gott das wäre aber doch zu dumm rief anna und von neuem überzog eine dunkle röte ihr gesicht diesmal vor freude als sie den gedanken der sie selbst beschäftigte von einem anderen aussprechen hörte so reise ich also nun ab nachdem ich mir kitty die ich doch so lieb gewonnen hatte zur feindin gemacht habe ach was ist sie für ein liebes gutes wesen aber du wirst das schon wieder in ordnung bringen dolly nicht wahr dolly konnte kaum ein lächeln unterdrücken sie liebte anna aber sie sah mit einer gewissen befriedigung dass auch diese nicht frei von schwächen war zur feindin das ist unmöglich ich wünschte von ganzem herzen dass ihr alle mich so lieb haben möchtet wie ich euch lieb habe und jetzt habe ich euch noch weit mehr lieb gewonnen sagte anna mit tränen in den augen ach wie dumm ich doch heute bin sie fuhr sich mit dem taschentuche über das gesicht und begann sich umzukleiden erst ganz kurz vor der abfahrt nach dem bahnhof kam stepan arkadjewitsch nach hause der sich verspätet hatte er hatte ein rotes vergnügtes gesicht und roch nach wein und zigarren annas gerührte stimmung war auch auf dolly übergegangen und als sie ihre schwägerin zum letzten male umarmte flüsterte sie ihr zu sei versichert anna ich werde nie vergessen was du für mich getan hast und sei auch versichert dass ich dich lieb habe und immer lieb haben werde als meine beste freundin ich weiß gar nicht wie ich das verdiene erwiderte anna indem sie sie küsste und ihre tränen verbarg du hast mein herz verstanden und verstehst mich auch jetzt lebe wohl du liebe gute 29 nun ist alles zu ende gott sei dank das war der erste gedanke den anna arkadjewna hatte als sie sich zum letzten male von ihrem bruder verabschiedet hatte der bis zum dritten glockenzeichen in der tür des abteils gestanden hatte um anderen reisenden den eingang zu versperren sie setzte sich auf ihren polstersitz neben ihre kammerjungfer annuschka und blickte in dem halb dunkel des schlafwagens um sich gott sei dank morgen sehe ich meinen kleinen sergei und alexei alexandrowitsch wieder und mein leben wird wieder seinen altgewohnten guten gang nehmen obwohl die aufgeregte stimmung in der sie sich den ganzen tag über befunden hatte noch nicht von ihr gewichen war traf anna doch sorgsam und mit einem gefühl des behagens ihre vorbereitungen für die fahrt mit ihren kleinen geschickten händen öffnete und verschloss sie die rote reisetasche holte ein kissen heraus legte es sich auf die knie und setzte sich nachdem sie sich auch die füße sorgfältig eingewickelt hatte ruhig hin eine kranke dame hatte sich bereits schlafen gelegt zwei andere damen suchten mit anna ein gespräch anzuknüpfen und eine beleibte alte dame hüllte gleichfalls ihre füße in eine decke und äußerte sich abfällig über die heizung anna erwiderte den damen ein paar worte aber da das gespräch ihr nicht besonders interessant werden zu wollen schien so hieß sie annuschka die reiselaterne hervorholen hängte sie an der armlehne des sessels auf und nahm aus ihrer reisetasche ein papiermesser und einen englischen roman anfangs konnte sie nicht lesen zuerst störte sie das lärmen und hin und her laufen auf dem bahnsteige dann als der zug sich in bewegung gesetzt hatte mußte sie unwillkürlich auf das von ihm verursachte geräusch horchen darauf wurde ihre aufmerksamkeit durch den schnee abgelenkt der gegen das linke fenster schlug und an der scheibe haften blieb und durch den anblick des vorbeigehenden dicht eingemummten schaffners der auf der einen seite ganz mit schnee bedeckt war und durch die gespräche der anderen damen über den entsetzlichen schneesturm draußen aber dann weiter blieb alles unverändert dasselbe rüttelnde stoßen derselbe schnee am fenster dieselben schnellen übergänge von gluthitze zu kälte und wieder zu hitze dasselbe vorüberhuschen derselben personen im halbdunkel und dieselben stimmen und nun begann anna zu lesen und das gelesene zu verstehen annuschka schlummerte schon die rote reisetasche hielt sie mit ihren breiten händen auf den knien ihre hände starken in handschuhen von denen der eine zerrissen war anna arkadievna las und sie verstand was sie las aber es machte ihr kein vergnügen zu lesen das heißt das leben anderer menschen gleichsam wie in einem spiegel zu verfolgen es verlangte sie gar zu sehr selbst zu leben mochte sie nun lesen wie die heldin des romans einen kranken pflegte so wünschte sie selbst mit unhörbaren schritten durch das zimmer des kranken zu gehen oder las sie wie ein parlamentsmitglied eine rede hielt so begehrte sie selbst eine solche rede zu halten oder las sie wie lady mary hoch zu ross hinter der meute dahin galoppierte und ihre schwägerin neckte und alle teilnehmer der jagd durch ihre kühnheit in erstaunen versetzte so regte sich in ihr das verlangen dies auch zu tun aber irgendetwas zu tun dazu war für sie jetzt keine möglichkeit und so zwang sie sich denn zu lesen während ihre kleinen hände mit dem glatten papiermesser spielten der held des romans war schon nahe daran das zu erreichen was für einen engländer das höchste glück ist den baronetztitel und ein landgut und anerhegte den wunsch mit ihm zusammen auf dieses gut zu fahren als sie plötzlich die empfindung hatte eigentlich müsse er sich schämen und sie müsse es auch tun aber weshalb sollte er sich denn schämen weshalb brauche ich mich zu schämen fragte sie sich erstaunt und gekränkt sie legte das buch auf ihre knie ließ sich gegen die lehne des sessels zurücksinken und presste beide hände fest um das papiermesser zusammen sie hatte sich über nichts zu schämen sie musterte alle ihre moskauer erinnerungen es war nur gutes und angenehmes sie dachte an den ball sie dachte an wronski und seine verliebte demütige miene sie rief sich alles was zwischen ihnen beiden vorgegangen war ins gedächtnis zurück es war nichts beschämendes darunter aber dabei wurde doch gerade an dieser stelle der erinnerungen das gefühl der scham stärker als ob eine innere stimme gerade dann wenn sie an wronski dachte ihr wie bei einem gewissen gesellschaftsspiele zuriefe warm sehr warm heiß nun was denn sagte sie energisch zu sich selbst und setzte sich in ihrem sessel wieder aufrecht was soll denn das fürchte ich mich etwa dieser sache offen ins gesicht zu sehen was liegt denn vor als ob zwischen mir und diesem jungen offizier irgendwelche anderen beziehungen bestünden und bestehen könnten als mit jedem anderen bekannten sie lächelte geringschätzig und griff wieder nach dem buche aber jetzt vermochte sie das was sie las schlechterdings nicht mehr zu verstehen sie fuhr mit dem papiermesser über die fensterscheibe und hielt dann seine glatte kalte fläche an ihre wange und lachte beinahe laut auf vor freude obwohl zu diesem gefühl dass sie plötzlich überkam gar kein anlass vorlag sie hatte die empfindung daß die spannung ihrer nerven immer straffer werde wie wenn sie an wirbeln befestigt wären die immer schärfer angezogen würden sie fühlte daß ihre augen sich immer weiter und weiter öffneten daß ihre finger und zehen sich nervös bewegten daß ihr irgend etwas in der brust den atem benahm und daß alles sichtbare und hörbare in diesem hin und her schwankenden halbdunklen raume ihr einen ungewöhnlich grellen eindruck machte fortwährend kamen ihr augenblicke in denen sie zweifelte ob der wagen vorwärts oder rückwärts fahre oder überhaupt still stehe saß da anuschka neben ihr oder eine fremde was liegt dort auf der lehne ist es ein pelz oder ein tier und bin ich selbst hier ich selbst oder eine andere es war ihr furchtbar sich dieser halben bewusstlosigkeit hinzugeben aber sie fühlte sich immer wieder zu diesem zustande hingezogen und konnte sich nach willkür ihm überlassen und sich von ihm befreien sie stand auf um zu sich zu kommen legte das reisetuch weg und knöpfte den kragen ihres warmen kleides ab einen augenblick war sie bei klarer besinnung und begriff daß der eintretende hagerer arbeitsmann im langen nanking überrock an dem mehrere knöpfe fehlten der heizer war daß er nach dem thermometer sah daß wind und schnee hinter ihm durch die tür eindrangen aber dann verwirrten sich ihre gedanken wieder dieser arbeitsmann mit dem langen oberkörper begann etwas an der wand zu benagen die alte dame streckte ihre beine durch die ganze länge des wagens aus und füllte ihn wie eine schwarze wolke ganz aus dann knarrte und krachte es furchtbar als ob etwas in stücke ginge dann blendete ein rotes feuer ihre augen und dann verschwand alles hinter einer wand anna hatte das gefühl als ob sie tief hinunter fiele aber all dies war nicht furchtbar sondern ganz vergnüglich die stimme eines eingemummten mit schnee bedeckten mannes rief etwas nahe an ihrem ohr sie stand auf und sammelte ihre gedanken sie begriff daß der zug in eine station einfuhr und daß dieser mann der schaffner gewesen war sie ließ sich von annuschka den kragen den sie vorhin abgelegt hatte und noch ein tuch reichen nahm beides um und ging auf die tür zu belieben sie auszusteigen fragte annuschka ja ich möchte ein bisschen frische luft schöpfen es ist hier sehr heiß sobald sie die tür ein wenig öffnete stürmten schnee und wind ihr entgegen und kämpften mit ihr um die tür das kam ihr lustig vor sie öffnete die tür mit gewalt und trat hinaus der wind schien nur auf sie gewartet zu haben er pfiff freudig auf und wollte sie umfassen und davontragen aber sie hielt sich mit der hand an der kalten eisernen stange fest stieg ihr kleid festhaltend auf den bahnsteig hinunter und trat in den schutz des wagens der wind war auf den stufen sehr heftig gewesen aber auf dem bahnsteig hinter den wagen war es geschützt es war ihr eine wonne mit ganzer brust die kalte schneeluft einzuatmen und neben dem wagen stehend betrachtete sie den bahnsteig und das erleuchtete bahnhofsgebäude ende von abschnitt 15 gelesen von eva k abschnitt 16 von anna karinina von lev nikolaevich tolstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain erster teil 30 ein furchtbarer sturm tobte und pfiff von der einen ecke des bahnhofsgebäudes her zwischen den rädern der wagen und um die telegrafenpfähle die wagen die pfähle die menschen alles was man nur sehen konnte war von einer seite her mit schnee bedeckt und diese schneehülle wurde immer dichter mitunter legte sich der sturm für einen augenblick aber dann kam er wieder mit solchem ungestüm herangebraust dass es unmöglich schien ihm widerstand zu leisten trotzdem liefen einige leute in munterem gespräch über die knarrenden bohlen des bahnsteiges hin und öffneten und schlossen fortwährend die großen türen der bahnhofswirtschaft ein gebückter mann glitt schattenhaft unten an annas füßen vorbei und es ertönte der klang eines hammers der auf eisen schlug gib das telegramm her erscholl eine ärgerliche stimme von der anderen seite her aus der dunkelheit und dem sturme hierher hierher nummer 28 riefen verschiedene stimmen und mit schnee bedeckte vermummte gestalten liefen vorbei zwei herren mit feurig leuchtenden zigaretten im munde gingen vorüber noch einmal atmete anna tief auf um ihre lungen mit frischer luft zu füllen und hatte bereits die hand aus dem muff herausgezogen um die stange an der wagentreppe zu fassen und wieder einzusteigen als ein herr in einem militärmantel dicht neben ihr durch sein dazwischentreten ihr das flackernde licht der laterne verdeckte sie wendete sich um und erkannte im gleichen augenblicke wronskis gesicht die hand an den mützenschirm legend verbeugte er sich vor ihr und fragte ob sie vielleicht etwas bedürfe und er ihr behilflich sein könne sie blickte ihn eine ziemliche weile an ohne zu antworten und obgleich die ihr zugekehrte seite seiner gestalt sich im schatten befand sah sie doch den ausdruck seines gesichtes und seiner augen oder glaubte wenigstens ihn zu sehen es war wieder jener ausdruck ehrfurchtsvollen entzückens der tags zuvor einen so starken eindruck auf sie gemacht hatte mehr als einmal hatte sie sich in diesen letzten tagen und noch eben jetzt gesagt dass wronski für sie nur einer aus jenen hunderten von jungen männern sei die einem überall begegnen und alle denselben gesichtsausdruck haben und dass sie sich nie wieder mit einem gedanken an ihn erinnern werde aber jetzt im ersten augenblicke des zusammentreffens mit ihm ergriff sie ein gefühl freudigen stolzes es bedurfte für sie keiner frage warum er hier sei sie wusste das so sicher wie wenn er es ihr gesagt hätte dass er hier sei um da zu sein wo sie wäre ich wusste gar nicht dass sie mitfahren warum fahren sie denn sagte sie und ließ die hand die nach der stange hatte fassen wollen wieder sinken ihr gesicht strahlte von unbezwinglicher freude und lebhafter erregung warum ich fahre erwiderte er und blickte ihr offen in die augen das wissen sie ich fahre um da zu sein wo sie sind ich kann nicht anders in diesem augenblicke fegte der sturm als habe er nun alle hindernisse überwältigt den schnee von den dächern der wagen rüttelte an einem halblos gerissenen stück eisenblech und vorn heulte klagend und traurig der tiefe ton der lokomotivpfeife aber der ganze schrecken des schneesturms erschien anna jetzt noch schöner als zuvor er hatte genau das gesagt wonach ihre seele verlangt hatte wovor aber ihre vernunft banger gewesen war sie antwortete nichts und er sah auf ihrem gesichte ihren innerlichen kampf verzeihen sie mir wenn ihnen das was ich sagte unangenehm ist sagte er demütig er sprach bescheiden und achtungsvoll aber dabei doch in so festem bestimmtem tone daß sie lange nicht imstande war ihm etwas zu erwidern was sie da sagen ist etwas unrechtes und ich bitte sie wenn sie ein rechtschaffener mensch sind so vergessen sie was sie gesagt haben wie auch ich es vergessen werde entgegnete sie endlich keines ihrer worte keine ihrer bewegungen werde ich jemals vergessen ich kann nicht hören sie auf hören sie auf rief sie und bemühte sich vergebens ihrem gesichte auf das er seine heißen blicke heftete einen strengen ausdruck zu verleihen sie ergriff mit der hand die eiserne stange stieg die stufen hinan und trat schnell in den vorflur des wagens aber in diesem kleinen vorflur blieb sie stehen und überdachte bei sich das geschehene obgleich sie sich weder seiner worte noch ihrer eigenen erinnerte so fühlte sie doch dass dieses kurze gespräch sie einander in ungeahntem maße nahe gebracht hatte und sie war darüber erschrocken und glücklich zugleich nachdem sie so einige sekunden gestanden hatte ging sie in den wagen und setzte sich auf ihren platz jener zustand nervöser anspannung der ihr vorhin solche pein verursacht hatte befiel sie von neuem ja er war diesmal noch schlimmer und steigerte sich dermaßen daß sie jeden augenblick fürchtete es werde in ihrem inneren etwas infolge der übermäßigen spannung reißen sie schlief die ganze nacht nicht aber dieser zustand der anspannung und diese träumereien die ihre seele erfüllten hatten nichts unangenehmes oder trübes an sich im gegenteil lag darin etwas freudiges glühendes belebendes gegen morgen schlummerte anna auf ihrem platze sitzend ein und als sie erwachte war es schon heller lichter tag und der zug war nicht mehr weit von petersburg entfernt sogleich fand sie sich wieder mitten in den gedanken an ihr hauswesen an ihren mann an ihren sohn und in den sorgen um den bevorstehenden tag und die folgenden tage sobald der zug in petersburg hielt und sie ausstieg war das erste gesicht das ihre aufmerksamkeit auf sich zog das ihres mannes ach mein gott woher hat er nur solche ohren bekommen dachte sie beim anblick seiner stattlichen aber frostig wirkenden gestalt und namentlich der ihr jetzt auf einmal auffallenden ohrmuscheln die bis an die krempe seines runden hutes hinauf reichten als er sie erblickte ging er ihr entgegen um seine lippen spielte das ihm zur gewohnheit gewordene spöttische lächeln und mit seinen großen müden augen schaute er sie unverwandt an ein unangenehmes gefühl presste ihr das herz zusammen als sie seinem starren müden blick begegnete wie wenn sie erwartet hätte ihn als einen ganz anderen vorzufinden besonders auffallend war ihr an ihrer eigenen person das gefühl der unzufriedenheit mit sich selbst das sich ihr jetzt bei der begegnung mit ihm aufdrängte dieses gefühl war ihr zwar alt gewohnt und wohl bekannt und hing eben mit jenem zustande der verstellung zusammen der zwischen ihr und ihrem gatten herrschte aber früher hatte sie dieses gefühl kaum beachtet jetzt wurde sie sich seiner deutlich und schmerzlich bewusst ja siehst du wohl dein mann ist noch genau so zärtlich wie im zweiten jahr der ehe und brannte vor sehnsucht dich wiederzusehen sagte er mit seiner langsamen hohen stimme in dem tone dessen er sich fast immer ihr gegenüber bediente es lag in diesem tone eine verspottung der leute die im ernst so sprechen ist sergei gesund fragte sie und das ist die ganze belohnung für meine feurige leidenschaft erwiderte er jawohl er ist gesund 31 wronski hatte in der nacht gar nicht versucht zu schlafen auf seinem platze sitzend starrte er bald geradeaus vor sich hin bald musterte er die ein- und aussteigenden und wenn er schon in früherer zeit leute die ihn nicht kannten durch den ausdruck der unerschütterlichen ruhe in seinem gesichte überrascht und befremdet hatte so erregte er jetzt in noch höherem grade den anschein des stolzes und der selbstzufriedenheit er blickte auf die menschen hin wie auf leblose gegenstände ein nervöser junger mann beamter bei einem kreisgericht der ihm gegenüber saß warf wegen dieser mine einen ordentlichen hass auf ihn der junge mann hatte sich von ihm feuer für seine zigarette geben lassen hatte ein gespräch mit ihm anzuknüpfen versucht hatte sogar eine gelegenheit benutzt ihn anzustoßen um ihn zu verstehen zu geben dass er kein lebloser gegenstand sondern ein mensch sei aber wronski blickte mit ebenso gleichgültiger mine nach ihm hin wie nach der laterne und der junge mann schnitt grimassen weil er fühlte dass er gegenüber dieser beharrlichen weigerung ihn als menschen anzuerkennen nahe daran war die selbstbeherrschung zu verlieren wronski sah nichts und niemanden er kam sich wie ein könig vor nicht weil er geglaubt hätte auf anna eindruck gemacht zu haben das glaubte er noch keineswegs sondern weil ihn der eindruck den sie auf ihn gemacht hatte mit einem gefühle des glückes und stolzes erfüllte was aus alledem werden sollte das wusste er nicht und er dachte auch nicht einmal daran er fühlte dass alle seine bisher planlos zersplitterten kräfte sich jetzt auf einen punkt hindrängten und sich mit furchtbarer gewalt auf ein ersehntes ziel richteten und darüber war er glücklich er wußte nur daß er ihr die wahrheit gesagt hatte daß er nicht anders konnte als dahin zu fahren wo sie war daß er sein ganzes lebensglück den gesamten wert und inhalt seines lebens jetzt darin fand sie zu sehen und zu hören und als er in balagoje ausgestiegen war um ein glas selterswasser zu trinken und anna erblickt hatte da hatte er ihr unwillkürlich mit dem ersten worte seine empfindung ausgesprochen und er war froh darüber daß er es ihr gesagt hatte und sie es jetzt wußte und daran dachte er schlief die ganze nacht nicht als er in seinen wagen zurückgekehrt war rief er sich unablässig alle stellungen in denen er sie gesehen hatte und jedes ihrer worte ins gedächtnis zurück und vor seinem geistigen auge zogen bilder einer ihm als möglich erscheinenden zukunft vorüber bilder von einem verlockenden reiz der ihm das herz stocken ließ als er in petersburg ausstieg fühlte er sich nach der schlaflosen nacht belebt und frisch wie nach einem kalten bade er blieb neben seinem wagen stehen und wartete bis anna ausstiege ich will sie noch einmal sehen sagte er zu sich mit einem unwillkürlichen lächeln ich will ihren gang sehen ihr gesicht sehen will die bewegung ihres mundes sehen wenn sie etwa mit jemand spricht und vielleicht wendet sie dann den kopf und sieht mich und lächelt vielleicht aber noch ehe er sie selbst sah erblickte er ihren mann den der bahnhofsvorsteher achtungsvoll durch den menschenschwarm hindurch begleitete ach ja ihr mann jetzt zum ersten male gewann wronski ein klares verständnis dafür daß dieser gatte eine mit ihr in enger beziehung stehende persönlichkeit sei er hatte gewußt daß sie einen mann hatte aber er hatte eigentlich nicht an dessen dasein geglaubt und gelangte erst jetzt zur vollen überzeugung als er ihn sah mit seinem kopfe und mit seinen schultern und seinen in schwarzen hosen steckenden beinen und namentlich als er sah wie dieser mann mit dem benehmen des berechtigten eigentümers ihre hand ergriff als er diesen alexei alexandrowitsch sah mit seinem petersburgisch frischen gesichte in seiner außerordentlich selbstbewussten haltung mit dem runden hute mit dem ein wenig gewölbten rücken da mußte er wohl an sein dasein glauben und hatte eine unangenehme empfindung etwa wie wenn ein mensch vom durste gequält zu einer quelle gelangt und an dieser quelle einen hund ein schaf oder ein schwein findet die von dem wasser getrunken und es aufgerührt haben die art in der alexei alexandrowitsch ging in dem er bei jedem schritte mit dem becken und den plumpen beinen eine drehende bewegung machte hatte für wronski etwas ganz besonders abstoßendes er erkannte nur für sich selbst ein unbestreitbares recht an sie zu lieben sie aber war unverändert und ihr anblick wirkte auf ihn ganz wie sonst er belebte ihn physisch regte ihn an und erfüllte seine seele mit einem gefühle der glückseligkeit er befahl seinem deutschen diener der aus der zweiten klasse ausgestiegen und zu ihm geeilt war sich das gepäck geben zu lassen und damit nach hause zu fahren er selbst ging zu anna hin er beobachtete die erste begegnung von mann und frau und bemerkte mit dem scharfblicke des liebenden an manchen anzeichen daß sie im gespräch mit ihrem mannen nicht frei von einer leisen befangenheit war nein sie liebt ihn nicht und kann ihn nicht lieben sagte er sich mit großer bestimmtheit schon während er von hinten her auf anna arkadievna zuging bemerkte er mit lebhafter freude dass sie seine annäherung fühlte und schon den kopf drehte um sich umzuschauen dann aber als sie ihn erkannte sich wieder ihrem manne zuwendete haben sie eine gute nacht gehabt fragte er indem er sich vor ihr und zugleich auch vor ihrem mann verbeugte und es auf diese art diesem anheim stellte die verbeugung auch auf sich zu beziehen und ihn zu erkennen oder nicht zu erkennen wie es ihm belieben möchte ja ich danke ich habe sehr gut geschlafen antwortete sie ihr gesicht erschien müde und von dem minenspiel durch das sich sonst bei ihr die innere lebhaftigkeit bald in einem lächeln der lippen bald im glanze der augen verriet war jetzt nichts vorhanden aber für einen einzigen augenblick blitzte bei einem anblick in ihren augen etwas auf und obwohl dieses leuchten sofort wieder erlosch machte ihn doch dieser eine augenblick glücklich sie sah ihren mann an um sich zu vergewissern ob er wronski erkenne alexei alexandrovich blickte diesen missmutig an und suchte halb zerstreut in seinem gedächtnisse wer das wohl sein möchte wronskis ruhe und selbstbewusstsein stießen hier wie die sensor auf den stein mit dem kalten wesen und dem selbstbewusstsein alexei alexandrovich zusammen graf wronski sagte anna ah ich glaube wir kennen einander bemerkte alexei alexandrovich in gleichgültigem tone und reichte ihm die hand hin bist du also mit der mutter gefahren und zurück mit dem sohne fuhr er zu anna gewendet fort wobei er sich einer so bedächtigen sorgsamen aussprache bediente als ob jedes wort ein rubel wäre den er weg schenkte sie kommen gewiss von ihrem urlaub zurück fragte er wronski und kehrte sich ohne dessen antwort abzuwarten wieder in seinem scherzenden tone zu seiner frau hin nun sind in moskau beim abschied viele tränen geflossen durch diese frage an seine frau wollte er wronski zu verstehen geben dass er allein zu bleiben wünsche und berührte zu ihm gewandt seinen hut aber wronski wendete sich zu anna arkadievna ich hoffe dass ich die ehre haben darf ihnen meine aufwartung zu machen sagte er alexei alexandrovich blickte mit seinen müden augen wronski an sehr angenehm versetzte er kühl wir empfangen montags nachdem er so das gespräch mit wronski endgültig zum abschluß gebracht hatte sagte er zu seiner frau in jenemselben scherzhaften tone wie gut daß ich gerade eine halbe stunde freie zeit hatte um dich abzuholen und dir dadurch meine zärtlichkeit beweisen konnte du hebst deine zärtlichkeit denn doch gar zu stark hervor als daß ich sie so sehr hoch veranschlagen könnte versetzte sie in demselben scherzhaften tone und horchte dabei unwillkürlich auf den schall der schritte wronskis der hinter ihnen ging aber was kümmert das mich dachte sie und fragte ihren mann wie es dem kleinen serge in ihrer abwesenheit ergangen sei o vorzüglich mariette sagt er sei sehr artig gewesen und habe sich ich muss dich da leider betrüben gar nicht nach dir gegrämt ganz anders als dein gatte aber noch einmal merci liebe frau dass du mir unerwartet diesen tag geschenkt hast unser lieber samovar wird ganz entzückt sein samovar nannte er die überall bekannte gräfin lidia ivanovna und zwar weil sie immer und über alles mögliche sich erhitzte und aufbrauste sie hat sich fortwährend nach dir erkundigt und weißt du wenn ich mir erlauben darf dir einen rat zu geben du solltest gleich heute zu ihr hinfahren sie nimmt sich ja alles so furchtbar zu herzen zu allem was sie so schon zu tun hat interessiert sie sich jetzt auch noch für die aussöhnung der oblonskis die gräfin lidia ivanovna war mit annas manne befreundet und bildete den mittelpunkt des petersburger gesellschaftskreises in dem anna ihres mannes wegen am meisten verkehrte ich habe ihr ja darüber geschrieben gewiss aber sie möchte alles ganz genau wissen besuche sie doch wenn du nicht zu müde bist liebe frau nun also dich wird kandrati nach hause fahren und ich meinerseits fahre in die komiteesitzung nun brauche ich doch nicht mehr allein zu mittag zu speisen fuhr alexei alexandrowitsch fort und zwar jetzt nicht mehr in dem scherzenden tone du glaubst gar nicht wie ich mich an dich gewöhnt habe er drückte ihr lange die hand und war ihr mit einem besonderen lächeln beim einsteigen in den wagen behilflich 32 der erste der anna zu hause entgegen kam war ihr kleiner sohn er sprang schon auf der treppe auf sie zu trotz allen zurufen seiner governante und schrie ganz wild vor entzücken mama mama und sofort hängte er sich ihr an den hals ich habe ihnen doch gleich gesagt es ist mama rief er der governante zu das habe ich gewusst aber auch der sohn rief gerade wie der mann bei anna ein gefühl hervor das einige ähnlichkeit mit dem der enttäuschung hatte sie hatte ihn sich in der erinnerung schöner ausgemalt als er in wirklichkeit war sie musste erst wieder zur wirklichkeit herabsteigen um sich an ihm so wie er war zu freuen aber auch so wie er wirklich war machte er einen reizenden eindruck mit seinen blonden locken den blauen augen und den kräftigen wohlgestalteten beinchen in den straffsitzenden strümpfen die empfindung seiner nähe und seiner liebkosungen riefen bei anna beinahe ein physisches lustgefühl hervor und zugleich empfand sie eine art von seelischer beruhigung als sie seinem treuherzigen vertrauensvollen liebevollen blicke begegnete und seine unschuldigen fragen hörte sie holte die geschenke hervor die dollys kinder ihr für ihn mitgegeben hatten und erzählte ihm was für ein liebes mädchen die moskauer tanja sei und dass diese tanja schon lesen könne und sogar die anderen kinder darin unterrichte da bin ich also wohl schlechter als sie fragte der kleine sergei für mich bist du der beste auf der ganzen welt das weiß ich antwortete sergei lächelnd anna war noch nicht damit fertig ihren kaffee zu trinken als ihr die gräfin lydia iwanowna gemeldet wurde die gräfin war eine beleibte dame von hohem wuchs mit ungesunder gelber gesichtsfarbe und schönen sinnenden schwarzen augen anna war ihr sehr zugetan aber es war als sähe sie sie heute zum ersten mal mit all ihren fehlern nun wie stets liebe freundin haben sie ihnen den ölzweig gebracht fragte die gräfin lydia iwanowna sobald sie ins zimmer trat ja es ist alles erledigt aber es war auch alles nicht so arg wie wir gedacht hatten antwortete anna überhaupt neigt meine belle soeur sehr zu übereilten schritten aber die gräfin lydia iwanowna die sich für alles interessierte was sie nichts anging hatte die gewohnheit niemals zuzuhören wenn ihr über das was sie doch anscheinend so interessierte auskunft gegeben wurde sie unterbrach anna ja es gibt viel kummer und viel bosheit in der welt heute bin ich ganz durcheinander was ist denn geschehen fragte anna und bemühte sich ein lächeln zu unterdrücken ich werde es allmählich müde immer vergeblich für die wahrheit eine lanze zu brechen und bin manchmal völlig erschöpft die angelegenheit mit den schwestern es war dies ein philanthropisches religiös patriotisches unternehmen nehme einen vorzüglichen gang aber mit diesen herren ist ja schlechterdings nichts anzufangen klagte die gräfin mit spöttischer ergebung in das schicksal sie haben den grundgedanken erfasst ihn dann aber verunstaltet und nun urteilen sie darüber in einer ganz kleinlichen unverständigen weise zwei oder drei darunter ihr herr gemahl haben die ganze hohe bedeutung dieser angelegenheit richtig erfasst die anderen aber sind der weiteren entwicklung nur hinderlich gestern schrieb mir pravdin war ein bekannter im ausland lebender panslavist und die gräfin lydia ivanovna berichtete nun ausführlich über den inhalt seines briefes dann erzählte sie noch von den unannehmlichkeiten und renken die sie bei ihren auf die vereinigung der verschiedenen kirchen gerichteten bestrebungen erlebte und empfahl sich darauf eiligst da sie an diesem tage noch einer vereinssitzung beiwohnen und auch im slavischen komitee tätig sein mußte all das ist ja doch früher ganz ebenso gewesen warum ist es mir nur früher nicht aufgefallen fragte sich anna oder war sie gerade heute ungewöhnlich gereizt es ist doch auch wirklich komisch ihr ziel ist die tugend und sie ist eine christin aber trotzdem ist sie stets ergrimmt und immer hat sie feinde und zwar immer wegen des christentums und der tugend als die gräfin fort war kam eine andere freundin die frau des subdirektors und erzählte allerlei stadtneuigkeiten um drei uhr ging auch diese versprach jedoch zum mittagessen wiederzukommen alexei alexandrowitsch war im ministerium bis zum mittagessen war anna allein und verwandte diese zeit darauf beim mittagessen ihres sohnes zugegen zu sein er aß für sich allein nicht mit den erwachsenen ihre sachen in ordnung zu bringen und die briefe und karten die sich auf ihrem tische angehäuft hatten zu lesen und teilweise zu beantworten das gefühl unbegründeter scham das sie unterwegs empfunden hatte und jene ganze aufregung waren vollständig verschwunden inmitten ihrer gewohnten lebensverhältnisse fühlte sie sich wieder fest und tadellos erstaunt erinnerte sie sich ihres gestrigen zustandes was ist denn vorgefallen nichts fronski redete dummheiten die leicht abzuschneiden waren und ich habe geantwortet wie es in ordnung war darüber mit meinem manne zu reden ist unnötig und unmöglich darüber zu reden das hieße der sache eine wichtigkeit beilegen die ihr gar nicht zukommt sie erinnerte sich wie sie ihrem manne früher einmal mitgeteilt hatte dass ihr von einem seiner untergebenen einem jungen manne beinahe so etwas wie eine liebeserklärung gemacht worden war und wie alexei alexandrowitsch ihr darauf geantwortet hatte dem sei schließlich jede dame die in diesen gesellschaftlichen kreisen lebe ausgesetzt aber er habe das größte vertrauen zu ihrem takt gefühle und werde sich nie einfallen lassen sie und sich selbst durch eifersucht herab zu würdigen also wozu soll ich mit ihm darüber reden und es ist ja auch gott sei dank nichts was ich ihm zu sagen hätte sprach sie bei sich selbst ende von abschnitt 16 gelesen von eva k alexei alexandrowitsch kehrte um vier uhr aus dem ministerium nach hause zurück hatte aber wie das häufig vorkam keine zeit mehr bei seiner frau einzutreten er ging sogleich in sein arbeitszimmer empfing die wartenden bittsteller und unterschrieb einige schriftstücke die sein subdirektor gebracht hatte zum mittagessen es speisten stets mindestens drei gäste bei karenins kamen eine alte cousine des hausherrn der subdirektor mit seiner frau und ein junger mann der in den staatsdienst eintreten wollte und sich bei alexei alexandrowitsch durch eine empfehlung eingeführt hatte anna begab sich in den salon um die gäste zu unterhalten pünktlich um fünf uhr die bronze uhr mit der statuette peters des großen hatte noch nicht den fünften schlag vollendet trat alexei alexandrowitsch ein mit weißer krawatte und im frack mit zwei ordenssternen da er sogleich nach dem mittagessen wieder wegfahren mußte jede minute seines lebens war besetzt und für bestimmte verwendungen aussicht genommen um alle aufgaben die ihm ein jeder tag stellte zu erledigen hatte er sich die strengste pünktlichkeit zur regel gemacht ohne hast und ohne rast war sein wahlspruch er trat in den speisesaal machte allen eine verbeugung und setzte sich schnell auf seinen platz indem er seiner frau zulächelte ja nun hat meine vereinsamung ein ende du glaubst gar nicht wie ungemütlich dieses wort betonte er ganz besonders es ist allein speisen zu müssen während des essens sprach er mit seiner frau über moskauer angelegenheiten und erkundigte sich dabei auch mit spöttischem lächeln nach stepan arkadjevic aber vorwiegend war das gespräch allgemein und betraf petersburger gesellschaftliche und dienstliche gegenstände nach dem essen blieb er noch eine halbe stunde bei den gästen dann empfahl er sich drückte seiner frau wieder lächelnd die hand und fuhr zur ratssitzung anna fuhr an diesen tage weder zur fürstin betsy tverskaja die von ihrer ankunft gehört und sie zum abendessen eingeladen hatte noch ins theater wo sie für diesen abend eine loge hatte der hauptgrund weswegen sie nicht ausfuhr war dass ein kleid auf das sie gerechnet hatte nicht fertig geworden war überhaupt hatte anna als sie nach dem weggang der gäste sich mit ihrer toilette beschäftigte viel verdruß vor ihrer abreise nach moskau hatte sie wie sie denn überhaupt eine meisterin in der kunst war sich ohne übermäßige kosten elegant zu kleiden ihrer modistin drei kleider zum umändern gegeben die kleider sollten so umgeändert werden daß sie nicht wieder zu erkennen wären und hätten schon vor drei tagen fertig sein müssen nun stellte sich heraus daß von diesen kleidern zwei überhaupt noch nicht fertig waren und beim dritten die änderung nicht so ausgefallen war wie anna es gewünscht hatte die modistin war gekommen um sich zu rechtfertigen und versicherte daß es so hübscher sei aber anna geriet darüber in so heftige erregung daß sie sich nachher bei der erinnerung daran schämte um sich vollständig wieder zu beruhigen ging sie in das kinderzimmer und verbrachte den ganzen abend mit ihrem söhnchen legte ihn dann selbst schlafen bekreuzte ihn und deckte ihn mit dem oberbett zu sie freute sich dass sie nirgends hingefahren war und diesen abend so angenehm verlebt hatte es war ihr so leicht und ruhig zumute sie erkannte mit voller deutlichkeit dass alles was ihr auf der eisenbahn so bedeutungsvoll erschienen war nichts weiter gewesen war als einer der gewöhnlichen nichts sagenden vorfälle des gesellschaftlichen lebens und dass sie sich über nichts vor irgendjemandem oder vor sich selbst zu schämen habe sie setzte sich mit einem englischen roman an den kamin und wartete auf ihren mann genau um halb zehn ertönte die vorsahl klingel und er trat ins zimmer da bist du ja endlich sagte sie und streckte ihm die hand entgegen er küßte ihr die hand und setzte sich zu ihr im ganzen ist deine reise wie ich sehe gut verlaufen begann er o ja sehr gut antwortete sie und begann ihm alles von anfang an zu erzählen ihre fahrt mit der gräfin wronskaya ihre ankunft in moskau den unfall auf der eisenbahn darauf erzählte sie wie sie zuerst mit ihrem bruder und dann mit dolly mitleid gehabt habe ich bin nicht der ansicht dass man einen solchen menschen entschuldigen kann wie wohl er dein bruder ist bemerkte alexei alexandrowitsch in strengem tone anna lächelte sie durchschaute dass er das namentlich in der absicht sagte zu zeigen dass verwandtschaftliche rücksichten ihn nicht davon zurückhalten könnten seine ehrliche meinung auszusprechen sie kannte an ihrem manne diesen charakterzug und mochte ihn gern ich freue mich dass alles glücklich erledigt ist und du wieder hier bist fuhr er fort nun was sagt man denn dort über die neue maßregel die ich im rat durchgesetzt habe anna hatte von dieser maßregel nicht reden hören und sie schämte sich dass sie so leicht hatte etwas vergessen können was ihm so wichtig war hier hat die sache im gegenteil viel aufsehen erregt sagte er mit selbstzufriedenem lächeln sie merkte dass alexei alexandrowitsch ihr über diese sache etwas mitteilen wollte was ihm vergnügen gemacht hatte und veranlasste ihn durch fragen zum erzählen und mit eben jenem selbstzufriedenen lächeln berichtete er von den ehrungen die ihm infolge der durchsetzung jener maßregel dargebracht worden waren ich habe mich sehr sehr gefreut es ist dies ein beweis dafür dass endlich auch bei uns feste vernünftige ansichten auf diesem gebiete zur herrschaft gelangen nachdem alexei alexandrowitsch sein zweites glas tee mit sahne getrunken und etwas brot dazu gegessen hatte stand er auf und schickte sich an in sein arbeitszimmer zu gehen und du bist heute abend gar nicht aus gewesen da hast du dich gewiss recht gelangweilt fragte er oh nein antwortete sie sie war nach ihm gleichfalls aufgestanden und begleitete ihn durch den saal zu seinem zimmer was liest du denn jetzt fragte sie ich lese jetzt duc de lily poesie des enfers erwiderte er ein sehr merkwürdiges buch anna lächelte wie man eben zu den schwächen geliebter menschen lächelt und begleitete ihn indem sie ihren arm unter den seinigen schob bis an die tür seines arbeitszimmers sie kannte seine ihm zum bedürfnis gewordene gewohnheit abends zu lesen sie wußte dass er obwohl seine amtlichen obliegenheiten fast seine gesamte zeit in anspruch nahmen es dennoch für seine pflicht hielt alle bemerkenswerten erscheinungen auf geistigem gebiete zu verfolgen sie wußte auch dass nur politische philosophische und theologische bücher ihn wirklich interessierten die kunst dagegen ihm nach seinem ganzen wesen völlig fern lag das aber alexei alexandrowitsch trotzdem oder vielmehr gerade deshalb auch auf diesem gebiete nichts unbeachtet ließ was aufsehen erregte und es für seine pflicht hielt alles zu lesen sie wußte dass er auf dem gebiete der politik philosophie und theologie seine zweifel hatte oder die wahrheit noch zu ergründen suchte aber in fragen der kunst und der poesie ganz besonders aber der musik für die ihm jedes verständnis abging ganz bestimmte feste ansichten besaß er sprach gern von shakespeare von raffael von beethoven und von dem werte der neueren richtungen in der poesie und musik und hatte überall dies sehr klare festgelegte gedankengänge im kopfe nun gott mit dir sagte sie an der tür des arbeitszimmers in dem für ihn bei seinem lehnstuhl bereits eine kerze mit einem lichtschirm und eine karaffe mit wasser bereit standen ich will noch nach moskau schreiben er drückte ihr die hand und küßte sie nochmals und trotz allem ist er ein braver aufrichtiger gutherziger und in seinem wirkungskreise bedeutender mann sagte anna zu sich selbst nachdem sie in ihr zimmer zurückgekehrt war als ob sie ihn gegen jemand verteidigte der ihn angeschuldigt und behauptet hätte man könne ihn nicht lieben aber dass ihm die ohren so sonderbar vom kopfe abstehen oder hat er sich vielleicht das haar schneiden lassen punkt zwölf uhr anna saß noch an ihrem schreibtische und beendete ihren brief an dolly ließen sich gleichmäßige schritte in pantoffeln vernehmen und alexei alexandrowitsch trat zu ihr herein gewaschen und gekämmt das buch unter dem arm es ist zeit es ist zeit sagte er mit einem besonderen lächeln und begab sich in das schlafzimmer und was für ein recht hatte er denn ihn so anzusehen dachte anna bei der erinnerung an den blick mit dem wronski ihren mann betrachtet hatte sie kleidete sich aus und ging in das schlafzimmer aber von jener lebhaftigkeit die während ihres aufenthaltes in moskau nur so aus ihren augen gesprüht aus ihrem lächeln hervorgeleuchtet hatte war jetzt auf ihrem gesichte nichts zu entdecken vielmehr schien jetzt jenes feuer in ihrem inneren entweder erloschen zu sein oder sich irgendwo tief unten versteckt zu haben 34 bei seiner abreise von petersburg hatte wronski seine wohnung in der marskaya straße seinem guten freunde und lieben kameraden petrycki überlassen petrycki war ein junger leutnant aus nicht besonders vornehmer familie er war nicht nur ohne vermögen sondern steckte sogar bis über die ohren in schulden abends war er stets betrunken und hatte schon oft wegen allerlei teils lächerlicher teils unsauberer geschichten arrest gehabt aber trotzdem war er bei seinen kameraden sowie bei seinen vorgesetzten beliebt als wronski um zwölf uhr vom bahnhof kommend an seiner wohnung vorfuhr sah er vor der haustüre eine ihm wohlbekannte mietskutsche stehen als er noch vor der vorsailtür war hörte er auf sein klingeln ein helles gelächter von männern das schwatzen einer frauenstimme und das laute geschrei petryckis wenn es einer von den halunken ist so laß ihn nicht herein wronski verbot dem öffnenden burschen ihn zu melden und trat leise in das erste zimmer die baronin chilton petryckis freundin ein dämchen mit frischem gesicht und blondem haar saß in einem schimmernden lila atlaskleide an einem runden tische kochte kaffee und erfüllte wie ein kanarienvogel das ganze zimmer mit ihrem pariser geplapper neben ihr saßen petrycki im mantel und der rittmeister kamerowski der wahrscheinlich eben erst vom dienst gekommen war in voller uniform hurra wronski schrie petrycki und sprang auf indem er den stuhl mit gepolter zurück stieß der hausherr in eigener person baronin geben sie ihm eine tasse kaffee aus der neuen maschine das ist einmal unvermutet ich hoffe du bist mit der verschönerung deines zimmers zufrieden fuhr er auf die baronin deutend fort die herrschaften kennen sich doch aber gewiß doch erwiderte wronski vergnügt lächelnd und drückte der baronin das kleine händchen natürlich wir sind alte freunde sie kommen von der reise nach hause sagte die baronin da will ich mich davon machen ich gehe augenblicklich wenn ich störe wo sie sich befinden baronin da sind sie auch zu hause versetzte wronski guten tag kamerowski fügte er hinzu und gab ihm kühl die hand sehen sie wohl so hübsche sachen zu sagen das verstehen sie niemals wandte sich die baronin an petrycki na nu wieso denn nicht nach einem guten diner rede ich ebenso gut ja nach einem diner ist das kein verdienst nun dann will ich ihnen kaffee eingießen sie können ja inzwischen gehen und sich waschen und toilette machen sagte die baronin setzte sich wieder hin und drehte achtsam den hahn an der neuen kaffeemaschine pierre reichen sie einmal den kaffee her wandte sie sich an petrycki den sie wegen seines familiennamens petrycki zu ihrer bequemlichkeit pierre nannte ohne aus ihren beziehungen zu ihm ein hehl zu machen ich will noch zuschütten sie werden ihn verderben unbesorgt nun wie steht's mit ihrer frau fragte die baronin plötzlich indem sie wronskis gespräch mit seinem kameraden unterbrach wir haben sie hier verheiratet haben sie ihre frau mit nach petersburg gebracht nein baronin ich bin als hagestolz und vagabund geboren und werde auch so sterben das ist recht das ist recht geben sie mir ihre hand und ohne wronski loszulassen begann sie ihm unter unaufhörlichen scherzen und späßen ihre neuesten lebenspläne zu entwickeln und ihn um rat zu fragen er will immer noch nicht in die scheidung willigen also was soll ich nun machen dieser er war ihr mann ich will jetzt einen prozess anstrengen was raten sie mir kamerowski passen sie doch auf den kaffee auf er kocht ja über sie sehen doch dass ich mit ernsten dingen beschäftigt bin ich möchte einen prozess anfangen weil ich mein vermögen für mich allein haben will können sie eine solche dummheit begreifen mit der begründung ich sei ihm untreu geworden fuhr sie in verächtlichem tone fort will er von meinem vermögen vorteil ziehen wronski hörte mit vergnügen das lustige geplapper der hübschen frau an sagte ihr schmeicheleien gab ihr halb scherzhafte ratschläge und nahm überhaupt sofort den ton an der ihm im verkehr mit derartigen damen geläufig war nach den begriffen der gesellschaft die in petersburg seinen umgangskreis bildete zerfielen die menschen in zwei einander völlig entgegengesetzte gattungen erstens eine niedere das waren geschmacklose dumme und vor allem lächerliche leute die meinten ein mann dürfe nur mit der einen frau leben mit der er getraut sei ein junges mädchen müsse unschuldig sein eine frau züchtig ein mann gesetzt enthaltsam und solid man müsse kinder aufziehen sich durch arbeit sein brot erwerben seine schulden bezahlen und mehr derartige dummheiten dies war die gattung der altmodischen komischen leute aber es gab auch noch eine andere gattung von menschen die wirklichen menschen zu denen sie selbst alle gehörten in dieser gattung mußte man vor allem elegant großartig keck und heiter sein sich ohne zu erröten jeder leidenschaft überlassen und sich über alles übrige lustig machen wronski war nur im ersten augenblicke unter der nachwirkung der von moskau mitgebrachten eindrücke aus einer ganz anderen welt noch wie betäubt gewesen hatte sich aber dann wie wenn jemand mit den füßen in seine pantoffeln hineinfährt sofort wieder in seiner früheren vergnügten angenehmen welt zurechtgefunden der kaffee wollte durchaus nicht richtig kochen er bespritzte alle lief über ergoß sich über den teuren teppich und über das kleid der baronin und brachte dadurch gerade die wirkung hervor die hier nötig war er gab anlass zu lärm und gelächter nun leben sie aber wohl sonst kommen sie nie dazu sich zu waschen und ich habe es dann auf dem gewissen sie zu dem schlimmsten verbrechen eines anständigen menschen zur unsauberkeit veranlasst zu haben also sie raten mir ihm das messer an die kehle zu setzen unbedingt und zwar so dass ihr händchen recht nahe an seine lippen kommt er wird ihr händchen küssen und alles wird ein erfreuliches ende nehmen antwortete wronski also heut abend im französischen theater und mit dem kleide rauschend verschwand sie auch kamerowski stand auf und wronski reichte ihm ohne seinen weggang abzuwarten die hand und ging in sein toilettenzimmer während er sich wusch schilderte ihm petrizki in kurzen zügen seine lage soweit sie sich nach wronskis abreise verändert hatte geld habe er keines mehr sein vater habe erklärt er werde ihm nichts mehr geben und auch seine schulden nicht bezahlen sein schneider wollte ihn ins schuldgefängnis setzen lassen und ein anderer gläubiger habe ihm gleichfalls auf das bestimmteste damit gedroht der regimentskommandeur habe ihm eröffnet wenn diese skandalgeschichten nicht aufhörten müsse er seinen abschied nehmen die baronin sei ihm so widerwärtig geworden wie ein bitterer rettich namentlich deswegen weil sie ihm immer geld geben wolle da habe er aber jetzt ein anderes frauenzimmer entdeckt er wolle sie ihm zeigen eine wahre pracht rein zum entzücken so in streng orientalischem stil im genre der markt rebecca weißt du mit berkoschef habe er auch einen argen zank gehabt und wolle ihm seine sekundanten schicken aber selbstverständlich werde weiter nichts dabei herauskommen im allgemeinen aber gehe es ihm ganz vortrefflich und er sei höchst fidel und ohne dass er seinem kameraden zeit gelassen hätte auf die einzelheiten seiner lage näher einzugehen ging petritski dazu über ihm alle interessanten neuigkeiten zu erzählen während wronski diese ihm so wohlbekannte sorte von geschichten in dem ihm so wohlbekannten getriebe der nun schon drei jahre von ihm innegehabten wohnung anhörte empfand er das angenehme gefühl der rückkehr zu seinem gewohnten sorglosen petersburger leben nicht möglich rief er und hob den fuß von dem trittbrett der wascheinrichtung weg durch die er seinen roten gesunden hals mit wasser übergossen hatte nicht möglich rief er bei der nachricht daß fräulein lora sich von fertinghof losgesagt habe und milejews freundin geworden sei und ist fertinghof immer noch so dumm und mit allem zufrieden na und was macht denn busulukow ach mit busulukow hat sich eine geschichte abgespielt eine ganz kostbare geschichte rief petritski seine leidenschaft sind bekanntlich bälle und er versäumt keinen einzigen hofball na er geht also auf einen großen ball mit dem neuen helm hast du die neuen helme schon gesehen sie sind sehr hübsch leichter als die bisherigen er steht also da nein du musst aber auch zuhören ich höre ja zu antwortete wronski der sich gerade mit einem frottierhandtuch abtrocknete da geht gerade eine großfürstin mit irgendwelchen gesandten an ihm vorbei und zu seinem unglück dreht sich das gespräch der beiden gerade um die neuen helme die großfürstin will dem gesandten einen solchen neuen helm zeigen da sieht sie unseren braven busulukow stehen petritski machte nach wie dieser mit dem helme dagestanden hatte die großfürstin ersucht ihn ihr den helm einmal herzugeben er gibt ihn nicht großes erstaunen was das heißen soll die umstehenden zwinkern ihm zu machen ihm zeichen mit dem kopfe schneiden ihm finstere gesichter er solle doch den helm hinreichen er tut es nicht er steht wie erstarrt da du kannst dir die szene vorstellen da kommt dieser wie heißt er doch gleich und will ihm den helm wegnehmen er lässt ihn nicht los der reißt ihn ihm aus der hand und reicht ihn der großfürstin sehen sie das ist der neue helm sagt die großfürstin sie dreht den helm um und nun stellt ihr das mal vor bumms fällt eine birne und konfekt heraus zwei pfund konfekt das hatte er sich da hineingestopft unser edler busulukow wronski wollte sich todlachen und noch lange nachher als sie schon von anderen dingen sprachen brach er wenn er an den helm dachte immer von neuem in ein kräftiges gelächter aus so daß seine starken vollzähligen zähne sichtbar wurden nachdem er alle neuigkeiten erfahren hatte legte er mit hilfe seines dieners die uniform an und fuhr weg um sich zu melden nach der meldung beabsichtigte er zu seinem bruder und zur fürstin betsy tverskaya zu fahren und sonst noch einige besuche zu machen um sich zugang zu den kreisen zu verschaffen in denen er frau karenina treffen konnte wie stets in petersburg fuhr er von hause mit der absicht fort erst spät in der nacht zurückzukommen ende von abschnitt 17 ende des ersten teils gelesen von eva k abschnitt 18 von anna karenina von lief nikolaevich talstoi übersetzt von hermann rohl diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil eins gegen ende des winters fand bei scherbatzkis eine ärztliche beratung statt durch die festgestellt werden sollte wie es mit kittys gesundheit stehe und was zur erhebung ihrer dahinschwindenden kräfte zu unternehmen sei sie war krank und mit dem herannahmen des frühlings verschlimmerte sich ihr gesundheitszustand nur noch mehr der hausarzt hatte ihr lebertran dann eisen darauf höllenstein verordnet aber da weder das erste noch das zweite noch das dritte mittel geholfen und da er geraten hatte zum frühjahr ins ausland zu reisen so wurde noch eine erste kraft zu rate gezogen dieser berühmte arzt ein noch nicht alter sehr schöner mann forderte eine untersuchung der patientin energisch und wie es schien mit besonderem vergnügen sprach er seine ansicht aus dass mädchenhafte scham nur ein überrest alt barbarischer vorurteile sei und es erschien ihm als die natürlichste sache von der welt dass ein noch nicht bejahter mann den nackten körper eines jungen mädchens betaste er fand das natürlich weil er es jeden tag tat und dabei seiner ansicht nach weiter nichts schlimmes fühlte und dachte und darum hielt er schamhaftigkeit bei einem jungen mädchen nicht nur für einen überrest von barbarentum sondern auch für eine gegen ihn gerichtete beleidigung man musste sich ihm fügen denn obgleich alle ärzte dieselben universitäts kurse durchmachen und aus denselben büchern dieselbe wissenschaft studieren und obgleich manche leute behaupteten diese erste kraft sei ein schlechter arzt so galt es doch bei der fürstin wie in ihrem ganzen bekannten kreise aus nicht näher nachweisbaren gründen als ausgemacht dass einzig und allein dieser berühmte arzt etwas tüchtiges verstehe und dass nur er kitty retten könne nach eingehender besichtigung und längerer beklopfung der vor scham ganz verstörten und wie betäubten patientin wusch sich der berühmte arzt sorgfältig die hände und ging dann in den salon und sprach mit dem fürsten der fürst zog ein finsteres gesicht und räusperte sich wiederholt während er dem arzt zuhörte als ein mann von lebenserfahrung von gutem verstande und vortrefflicher gesundheit glaubte er nicht an die medizinische wissenschaft und war in tiefster seele ergrimmt über diese ganze komödie und zwar umso mehr als er vielleicht der einzige war der die ursache von kittys krankheit völlig erkannt hatte du blaffköter dachte er indem er im stillen diesen ausdruck der jägersprache auf den berühmten arzt übertrug dessen geschwätz über die krankheitsmerkmale bei seiner tochter er anhörte unterdessen hielt der arzt seinerseits nur mühsam auf seinem gesichte einen ausdruck der geringschätzung gegen diesen rückständigen alten junker zurück und ließ sich nur ungern zu dem tiefen stand seiner fassungskraft herab er war sich darüber klar daß es eigentlich keinen zweck habe mit dem alten zu reden und daß die hauptperson in diesem hause die mutter sei vor ihr beabsichtigte er seine perlen auszuschütten da trat die fürstin mit dem hausarzt in den salon der fürst trat zur seite bemüht es sich nicht merken zu lassen wie lächerlich ihm diese ganze komödie vorkam die fürstin war verlegen und wusste nicht was sie tun sollte sie hatte kitty gegenüber ein schuldbewusstsein nun doktor entscheiden sie über unser schicksal sagte die fürstin sagen sie mir alles sie wollte noch hinzufügen ist noch hoffnung aber ihre lippen bebten und sie brachte es nicht fertig diese frage auszusprechen nun wie steht es doktor ich werde mich sofort mit meinem kollegen besprechen fürsten und dann die ehre haben ihnen meine ansicht vorzutragen dann sollen wir die beiden herren also wohl allein lassen wenn es ihnen so gefällig ist seufzend ging die fürstin hinaus auch der fürst verließ das zimmer als die beiden ärzte miteinander allein geblieben waren begann der hausarzt schüchtern seine meinung darzulegen die dahin ging dass hier der beginn eines tuberkulösen prozesses vorliege das aber und so weiter der berühmte arzt hörte ihm zu und sah auf einmal während der auseinandersetzungen des anderen auf seine dicke goldene uhr ja sagte er aber der hausarzt verstummte achtungsvoll mitten in seiner darlegung den beginn eines tuberkulösen prozesses genau festzustellen sind wir wie sie wissen nicht imstande vor dem auftreten von kavernen lässt sich nichts zuverlässiges sagen aber wir können vermutungen hegen und merkmale sind ja vorhanden schlechte ernährung nervöse erregtheit und so weiter die frage ist die was ist bei verdacht eines tuberkulösen prozesses zu tun um die ernährung zu fördern aber sie wissen ja dass da immer geistige seelische ursachen dahinter stecken erlaubte sich der hausarzt mit einem feinen lächeln einzuschalten ja das versteht sich von selbst erwiderte der berühmte arzt und sah dabei wieder nach der uhr verzeihung ist die jahuski brücke schon fertig oder muss man immer noch den umweg fahren fragte er so sie ist fertig nun dann kann ich in 20 minuten da sein also wir sagten dass die aufgabe so zu stellen sei die ernährung fördern und die nerven stärken eines hängt mit dem anderen zusammen wir müssen von beiden seiten her zu wirken suchen wie wäre es mit einer reise ins ausland fragte der hausarzt ich bin ein gegner solcher reisen ins ausland und beachten sie bitte dies wenn wirklich der beginn eines tuberkulösen prozesses vorliegt was wir nicht wissen können so hilft eine reise ins ausland nichts es ist unbedingt ein mittel erforderlich dass die ernährung fördert und nicht schädlich wirkt und nun setzte der berühmte arzt seinen plan einer in moskau durchzuführenden kur mit sodener brunnen auseinander bei der entscheidung für diesen brunnen war offenbar der haupt gesichtspunkt der dass er nicht schaden könne der hausarzt hörte ihm aufmerksam und achtungsvoll bis zu ende zu dann bemerkte er zugunsten einer reise ins ausland möchte ich doch auf die veränderung der gewohnten lebensweise hinweisen sowie auf die entfernung aus einer umgebung die mancherlei erinnerungen wach ruft und dann wünscht es die mutter fügte er hinzu ah so nun wenn es so ist schön dann mögen sie meinetwegen reisen nur werden diese deutschen pfuscher schaden anrichten die leute müssen sich streng an unsere weisungen halten nun dann mögen sie reisen er sah wieder nach der uhr oh es wird für mich zeit und er ging zur tür der berühmte arzt erklärte der fürstin sein gefühl für ärztlichen anstand veranlasste ihn dazu er müsse die kranke noch einmal sehen wie noch eine untersuchung rief die mutter erschrocken oh nicht doch ich brauche nur noch ein paar einzelheiten fürstin dann bitte kommen sie von dem arzte begleitet ging sie zu kitty mit eingesunkenen geröteten wangen und einem eigentümlichen glanz in den augen infolge der ausgestandenen schmach stand kitty mitten im zimmer beim eintritt des arztes wurde sie dunkelrot und ihre augen füllten sich mit tränen ihre ganze krankheit und deren ärztliche behandlung erschien ihr als etwas so dummes als etwas geradezu lächerliches diese bemühungen der ärzte kamen ihr ebenso lächerlich vor wie wenn jemand die scherben einer zerbrochenen vase wieder zusammensetzen wollte ihr herz war zerbrochen und da wollten sie es mit pillen und pulvern heilen aber sie durfte die mutter nicht kränken umso weniger da diese sich schuldig fühlte bitte nehmen sie platz prinzessin sagte der berühmte arzt er setzte sich lächelnd ihr gegenüber fühlte ihren puls und begann wieder seine lästigen fragen zu stellen sie antwortete ihm aber plötzlich stand sie zornig auf entschuldigen sie aber das hat wirklich keinen zweck sie fragen mich zum dritten mal dasselbe der berühmte arzt zeigte keine spur von empfindlichkeit krankhafte gereiztheit bemerkte er der fürstin gegenüber als kitty hinausgegangen war übrigens bin ich fertig und nun setzte er der fürstin der er damit zu verstehen gab daß er sie als eine dame von ganz ungewöhnlicher geistiger begabung betrachte den zustand der prinzessin in wissenschaftlicher form auseinander und schloß mit einer genauen anweisung wie der brunnen getrunken werden müsse der doch in wirklichkeit vollständig unnütz war auf die frage obwohl eine reise ins ausland zweckmäßig sein werde versank der arzt in tiefes nachdenken wie wenn es sich um die lösung eines sehr schwierigen rätsels handele endlich verkündete er die entscheidung zu der er gelangt war sie sollten reisen möchten sich aber nicht den deutschen pfuschern anvertrauen sondern sich in allem an ihn wenden es war als hätte sich mit dem wegfahren des arztes etwas erfreuliches ereignet die mutter war als sie zu ihrer tochter zurückkehrte wieder wesentlich heiterer geworden und kitty stellte sich als sei bei ihr das gleiche der fall sie sah sich jetzt häufig fast dauernd dazu genötigt sich zu verstellen wirklich ich bin gesund mama aber wenn sie gern reisen möchten so könnten wir es ja tun sagte sie und um ihr interesse für die bevorstehende reise an den tag zu legen begann sie von den dazu nötigen vorbereitungen zu sprechen 2 bald nachdem der arzt fort war kam dolly sie wusste dass an diesem tage eine beratung der beiden ärzte stattfinden sollte und obwohl sie erst vor kurzem vom wochenbett aufgestanden war sie war gegen ende des winters von einem mädchen entbunden worden und obwohl sie viel eigenen kummer und eigene sorgen hatte verließ sie ihr baby und ein anderes erkranktes töchterchen und kam um sich nach kittys schicksal zu erkundigen das sich heute entscheiden sollte nun wie steht es fragte sie als sie in den salon trat sie hatte den hut gar nicht abgenommen ihr seid ja alle so fröhlich da steht es gewiss gut man versuchte nun ihr zu erzählen was der arzt gesagt habe aber obgleich dieser sehr lange und in wohlgesetzter rede gesprochen hatte erwies es sich doch als ein ding der unmöglichkeit das was er nun eigentlich gesagt hatte wieder zu geben das interessanteste war ohne zweifel daß die reise ins ausland beschlossene sache war dolly mußte unwillkürlich seufzen bei dem gedanken daß ihre beste freundin ihre schwester nun reisen sollte und ihr eigenes leben war so wenig heiter ihr verhältnis zu stepan arkadjewitsch hatte sich nach der versöhnung noch unwürdiger gestaltet die von anna vorgenommene zusammenkittung hatte sich nicht als dauerhaft erwiesen und die eintracht des familienlebens war an derselben stelle von neuem zerbrochen etwas bestimmtes lag nicht vor aber stepan arkadjewitsch war fast nie zu hause geld war gleichfalls kaum je vorhanden und dolly wurde beständig von dem verdacht gemartert dass er ihr wohl wieder untreu sei nur suchte sie diesen verdacht jetzt absichtlich zu verscheuchen um nicht von neuem die qualen der eifersucht durchmachen zu müssen der erste anfall von eifersucht konnte nachdem er einmal überstanden war sich allerdings nicht in gleicher heftigkeit wiederholen und nicht einmal die tatsächliche entdeckung einer neuen untreue hätte auf sie so wirken können wie das erste mal eine solche entdeckung hätte aber doch eine störung in ihre gewohnte häusliche tätigkeit hineingebracht und so ließ sie sich denn betrügen und verachtete ihn und noch mehr wegen dieser schwäche sich selbst überdies quälten sie fortwährend allerlei sorgen um die große familie bald wollte die ernährung des säuglings nicht recht vonstatten gehen bald ging ein kindermädchen ab bald wurde wie das gerade jetzt der fall war eines der kinder krank nun wie geht es bei dir zu hause fragte die mutter ach maman wir haben viel kummer lilly ist krank geworden und ich fürchte es ist scharlach darum bin ich gleich jetzt hergekommen um mich nach kitty zu erkundigen denn wenn die krankheit sich wirklich zu scharlach entwickeln sollte was gott verhüten möge so kann ich das haus nicht mehr verlassen auch der alte fürst kam jetzt nachdem der arzt weggefahren war aus seinem arbeitszimmer hielt seiner tochter dolly seine backe zum kusse hin wechselte mit ihr ein paar worte und wandte sich dann an seine frau was habt ihr denn beschlossen werdet ihr reisen nun und ich was wollt ihr mit mir anfangen ich möchte meinen du bleibst am besten hier alexander antwortete seine frau wie ihr wollt maman warum soll denn papa nicht mit uns fahren fragte kitty dann hat er mehr vergnügen und wir auch der alte fürst stand auf und strich mit der hand freundlich über kittys haar sie hob das gesicht in die höhe und blickte sich zu einem lächeln zwingend ihn an sie hatte immer die empfindung dass er sie besser als alle anderen in der familie verstehe obgleich er meist nur wenig mit ihr sprach als die jüngste war sie des vaters lieblingstochter und es schien ihr als mache seine liebe zu ihr ihn scharf blickend als ihr blick jetzt seinen guten blauen augen begegnete die sie prüfend ansahen da war es ihr als durchschaue er sie durch und durch und verstehe alle ihre traurigen gedanken errötend reckte sie sich zu ihm auf in erwartung eines kusses aber er streichelte ihr nur ein paar mal das haar und bemerkte diese dummen chignons bis zu seiner wirklichen tochter kommt man gar nicht durch man liebkost nur die haare toter weiber nun wie ist's liebe dolly wandte er sich an seine älteste tochter was macht ein matador es ist nichts besonderes davon zu sagen papa antwortete dolly die verstand daß er ihren mann meinte und sie konnte sich nicht enthalten mit einem spöttischen lächeln hinzuzufügen er ist immer außer dem hause ich bekomme ihn fast gar nicht mehr zu sehen ist er denn noch nicht auf das gut gefahren um den wald zu verkaufen nein er hat es immer vor so so murmelte der fürst soll ich mich also auch reisefertig machen ganz wie du befiehlst wandte er sich an seine frau und setzte sich wieder hin weißt du was katja fuhr er sich seiner jüngsten tochter zuwendend fort du solltest einmal eines schönen tages beim aufwachen zu dir sagen ach ich bin ja ganz gesund und vergnügt ich will wieder einmal mit papa in der frischen kalten morgenluft einen spaziergang machen wie denkst du darüber was der vater da sagte klang durchaus harmlos und doch geriet kitty bei diesen worten in die größte verlegenheit und verlor völlig die fassung wie ein ertappter verbrecher ja er weiß alles er durchschaut alles und will mir mit diesen worten sagen daß wenn man sich auch schämt man doch seine schmach überstehen muß sie fand nicht den mut etwas zu antworten sie setzte dazu an brach aber plötzlich in tränen aus und stürzte aus dem zimmer das kommt von deinen späßen schallt die fürstin ihren mann ärgerlich und so machst du es immer und nun folgte eine reihe von vorwürfen der fürst hörte diese vorwürfe ziemlich lange an ohne ein wort darauf zu erwidern aber sein gesicht wurde immer finsterer sie ist in einem so bedauernswerten zustande das arme kind sagte die fürstin aber du merkst gar nicht daß ihr jede anspielung auf die ursache ihres kummers schmerzlich ist ach wie man sich in den menschen irren kann an dem veränderten tone in dem sie die letzten worte sprach merkten dolly und der fürst dass sie wronski meinte es ist mir unbegreiflich dass es keine gesetze gegen so schändliche unedle menschen gibt ich mag das gar nicht mehr anhören erwiderte der fürst finster und stand von seinem sessel auf als ob er hinausgehen wollte aber an der tür blieb er stehen gesetze gibt es schon mütterchen aber da du mich nun doch einmal dazu herausforderst offen zu sein so will ich dir sagen wer an alledem schuld ist du 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 allein gesetze gegen solche herrchen hat es immer gegeben und gibt es auch jetzt jawohl wäre nicht von deiner seite in einer weise verfahren worden wie nicht hätte verfahren werden dürfen ich bin ein alter mann aber ich würde ihn vor meine pistole fordern diesen gecken ja und jetzt kuriert nur an ihr herum und laßt diese pfuscher von ärzten kommen der fürst hatte wie es schien noch vieles auf dem herzen was er sagen wollte aber sobald die fürstin diesen ton von ihm hörte ging es wie immer bei solchen ernsten fragen sie fügte sich ihrem manne und sah reumütig ihr unrecht ein alexander alexander flüsterte sie trat einen schritt auf ihn zu und brach in tränen aus sobald der fürst sie weinen sah wurde auch er ruhiger er ging zu ihr hin nun wollen's gut sein lassen wollen's gut sein lassen dir ist auch schwer ums herz das weiß ich aber was ist zu machen so sehr groß ist ja das unglück noch nicht gott ist barmherzig danke danke sagte er ohne selbstrecht zu wissen was er sprach als antwort auf den tränenfeuchten kuß der fürstin den er auf seiner hand fühlte und der fürst verließ das zimmer schon vorher als kitty weinend hinausgelaufen war hatte dolly mit dem geübten blick der mutter und hausfrau sogleich erkannt daß hier frauenwerk zu tun sei und sich vorgenommen dieses werk zu verrichten nun nahm sie den hut ab streifte sich im geistigem sinne gesagt die ärmel in die höhe und rüstete sich zur tat während die mutter auf den vater schallt hatte dolly so weit das die kindliche ehrerbietung erlaubte die mutter zurückzuhalten versucht während dann der fürst seinem ingrim luft machte hatte sie geschwiegen und sich für ihre mutter geschämt mit zärtlicher bewunderung hatte sie auf ihren vater geblickt als dieser so bald wieder gut und freundlich wurde aber als nun der vater hinausgegangen war da schickte sie sich an das wichtigste zu tun was jetzt nötig war zu kitty zu gehen und sie zu beruhigen ich wollte ihnen schon lange etwas sagen maman wissen sie wohl dass lewin als er das letzte mal hier war kitty seine hand anbieten wollte er hatte es vorher zu stiwa gesagt nun und was weiter ich verstehe nicht da hat ihm kitty vielleicht einen korb gegeben hat sie ihnen nichts davon gesagt nein sie hat nichts gesagt weder über den einen noch über den anderen dazu ist sie zu stolz aber ich weiß dass alles davon hergekommen ist sicherlich aber denken sie nur wenn sie wirklich lewin abgewiesen hat sie hätte das bestimmt nie getan wenn nicht dieser andere gewesen wäre das weiß ich und nun hat der sie so schändlich getäuscht der fürstin war es gar zu peinlich daran denken zu müssen eine wie schwere schuld sie ihrer tochter gegenüber auf sich geladen hatte und sie wurde zornig ach ich verstehe die welt gar nicht mehr heutzutage wollen die kinder immer nach ihrem eigenen kopfe leben der mutter wird nichts mehr gesagt und dann ehemann es sich versieht mama ich will zu ihr gehen nun dann geh doch verbiete ich es dir erwiderte die mutter ende von abschnitt 18 gelesen von eva k als dolly in kittys hübsches rosafarbenes mit figürchen von vieux sachs geschmücktes zimmerchen trat das ebenso hübsch rosig und heiter aussah wie es kitty selbst noch vor zwei monaten gewesen war da erinnerte sie sich daran wie sie beide zusammen im vorigen jahre dieses zimmerchen eingerichtet hatten mit welcher lust und liebe es war ihr wie wenn eine eisige hand nach ihrem herzen griffe als sie nun kitty erblickte die auf einem niedrigen stuhle unmittelbar neben der tür saß und ihre starren augen auf eine ecke des teppichs gerichtet hielt kitty sah zu ihrer schwester auf aber der kalte finstere ausdruck ihres gesichtes veränderte sich nicht ich gehe jetzt und werde lange das haus nicht verlassen können und du wirst nicht zu mir kommen dürfen sagte dolly und setzte sich neben sie ich möchte gern noch ein paar worte mit dir sprechen worüber fragte kitty hastig und hob erschrocken den kopf in die höhe worüber sonst als über deinen kummer ich habe keinen kummer rede nicht so kitty meinst du wirklich das könnte mir verborgen bleiben ich weiß alles aber glaube mir die sache ist so geringfügig wir haben alle so etwas durchgemacht kitty schwieg ihr gesicht hatte einen strengen ausdruck er ist es nicht wert dass du dich so um ihn grämst fuhr dolly fort um geraden weg zur sache zu kommen du meinst weil er mich verschmäht hat erwiderte kitty ihre stimme bebte sprich nicht davon bitte sprich nicht davon wer hat dir denn das gesagt so etwas hat kein mensch gesagt ich bin überzeugt dass er in dich verliebt war und auch jetzt noch in dich verliebt ist aber ach am allerschrecklichsten ist mir dieses bedauert werden rief kitty in plötzlich ausbrechendem zorn sie drehte sich auf dem stuhle hin und her errötete und arbeitete hastig mit den fingern indem sie bald mit der einen bald mit anderen hand an der gürtelschnalle drückte die sie fest gefaßt hielt dolly kannte diese angewohnheit ihrer schwester mit den händen um sich zu greifen wenn sie in hitze geriet sie wußte dass kitty in solchen augenblicken der aufregung imstande war sich zu vergessen und scharfe worte zu gebrauchen die besser ungesprochen blieben so wollte denn dolly sie beruhigen aber es war bereits zu spät ja was was willst du mir denn damit zu verstehen geben sagte kitty hastig meinst du ich hätte mich in einen menschen verliebt der nichts von mir wissen will und ich stürbe nun an dieser liebe zu ihm und das sagt mir meine schwester und glaubt dabei dass das dass sie mir ihre teilnahme ausdrückt ich mag dieses erheuchelte mitleid nicht kitty du bist ungerecht warum quälst du mich aber ich will ja ganz im gegenteil ich sehe du bist erbittert aber kitty hörte in ihrer aufregung gar nicht auf sie ich habe keinen grund mich zu grämen und mich trösten zu lassen ich besitze meinen stolz und es wird mir nie in den sinn kommen einen menschen zu lieben der mich nicht liebt aber das sage ich ja auch gar nicht suchte dolly sie zu beschwichtigen und ergriff ihre hand nur eines möchte ich dich fragen aber sage mir die wahrheit sag hat lewin mit dir gesprochen diese erinnerung an ljewin schien der armen kitty den rest von selbstbeherrschung zu rauben sie sprang vom stuhle auf schleuderte die schnalle auf den boden und rief unter wilden handbewegungen ihrer schwester zu was soll dabei nun noch lewin ich verstehe nicht was du davon hast mich zu quälen ich habe dir schon gesagt und sage es noch einmal dass ich meinen stolz besitze und niemals niemals imstande wäre zu tun was du tust zu einem manne zurückzukehren der dir untreu geworden ist und sich in eine andere frau verliebt hat dafür habe ich kein verständnis du kannst das aber ich kann es nicht nachdem sie diese worte hervor gesprudelt hatte warf sie einen blick auf ihre schwester und als sie sah dass diese schwieg und traurig den kopf sinken ließ da setzte sich kitty anstatt wie sie beabsichtigt hatte aus dem zimmer zu gehen wieder auf den stuhl an der tür verbarg ihr gesicht im taschentuche und beugte den kopf tief hinunter das schweigen dauerte mehrere minuten dolly dachte an sich selbst ihre demütigung die sie stets empfand war ihr dadurch dass die schwester sie daran erinnert hatte besonders schmerzlich zum bewusstsein gekommen eine solche grausamkeit hatte sie von der schwester nicht erwartet und sie zürnte ihr deswegen aber plötzlich hörte sie das rascheln eines kleides und zugleich den ton eines hervorbrechenden und dann verhaltenen schluchzens zwei arme umschlangen von unten her ihren hals kitty lag vor ihr auf den knien liebe dolly ich bin ja so unglücklich so unglücklich flüsterte sie räummütig und sie verbarg ihr liebes von tränen überströmtes gesichtchen in dollys schoße als ob die tränen das unentbehrliche öl wären ohne daß die maschine des wechselseitigen verkehrs zwischen den beiden schwestern nicht ordentlich gehen könnte setzten sie nachdem sie sich ausgeweint hatten ihr gespräch fort und obwohl sie nicht von dem sprachen was ihnen das wichtigste war sondern von neben dingen so verstanden sie einander doch vollkommen kitty fühlte dass das was sie im zorn über die untreue von dollys mann und über deren erniedrigung gesagt hatte ihre arme schwester im tiefsten herzen verwundet haben musste dass aber diese es ihr verziehen habe dolly ihrerseits kam über alles ins klare was sie hatte wissen wollen sie überzeugte sich nun daß ihre vermutungen richtig gewesen waren und daß kittys kummer kittys unheilbarer kummer eben darin bestand daß ljewin ihr einen antrag gemacht und sie ihn abgewiesen und wronski sie getäuscht hatte und sie nun bereit war ljewin zu lieben und wronski zu hassen aber kitty sagte darüber kein wort sie sprach nur von ihrem seelenzustand kummer habe ich gar nicht sagte sie nachdem sie sich einigermaßen beruhigt hatte aber du kannst dir wohl denken daß mir alles verächtlich widerwärtig zum ekel geworden ist und zuallererst ich mir selbst du kannst dir gar nicht vorstellen was für abscheuliche gedanken ich jetzt über alle dinge habe was für abscheuliche gedanken kannst du denn haben fragte dolly lächelnd die aller abscheulichsten und garstigsten ich kann es dir gar nicht sagen es ist bei mir nicht gram oder verdruss sondern etwas weit schlimmeres es ist als ob alles was in mir gutes war sich versteckt hätte und nur das abscheulichste zurückgeblieben wäre ja wie soll ich dir das nur deutlich machen fuhr sie fort als sie den ausdruck der verständnislosigkeit in den augen der schwester wahrnahm sobald papa mit mir zu sprechen anfängt habe ich sofort die vorstellung als dächte er einzig und allein daran dass ich mich verheiraten müsse oder wenn mama mich auf einen ball führt so bilde ich mir ein dass sie das lediglich tut um mir möglichst schnell einen mann zu verschaffen und mich loszuwerden ich weiß dass das alles nicht wahr ist aber ich kann mich von diesen gedanken nicht frei machen die sogenannten heiratskandidaten mag ich gar nicht ansehen ich habe eine empfindung als ob sie mir maß nehmen früher war es für mich ein harmloses vergnügen im ballkleid irgendwo hinzufahren ich freute mich über meine eigene erscheinung aber jetzt schäme ich mich und fühle mich verlegen nun und was sagst du dazu der arzt ja und kitty stockte sie hatte noch weiter sagen wollen dass seitdem in ihrem inneren sich diese veränderung vollzogen habe auch stepan arkadjewitsch ihr in unerträglichem maße unangenehm geworden sei und dass sein anblick bei ihr stets die hässlichsten widerwärtigsten vorstellungen erwecke ja das ist es fuhr sie fort alles erscheint mir im garstigsten hässlichsten lichte das ist meine krankheit vielleicht geht es vorüber du musst nicht daran denken das liegt nicht in meiner macht nur wenn ich mit den kindern zusammen bin fühle ich mich wohl nur bei dir schade dass du nun längere zeit nicht wirst zu mir kommen dürfen oh ich komme doch scharlach habe ich gehabt bei mama werde ich es schon durchsetzen kitty bekam ihren willen und siedelte zu der schwester über und pflegte die kinder während der ganzen dauer des scharlach fiebers denn als solches entpuppte sich die krankheit die beiden schwestern brachten alle sechs kinder glücklich durch aber kittys gesundheitszustand besserte sich nicht und zur zeit der großen fasten reiste die familie scherbatsky ins ausland die höhere gesellschaft in petersburg bildete eigentlich nur einen einzigen kreis in dem alle sich gegenseitig kennen ja sogar sich gegenseitig besuchen aber in diesem großen kreise gibt es besondere abteilungen anna arkadjewna karenina hatte freunde und nähere beziehungen in den drei verschiedenen kreisen der eine von ihnen war der dienstliche offizielle umgangskreis ihres mannes und bestand aus dessen kollegen und untergebenen die in gesellschaftlicher hinsicht auf die mannigfaltigste bunteste weise durch allerlei umstände untereinander verbunden oder voneinander geschieden waren anna konnte sich jetzt nur mit mühe jenes gefühl einer fast andächtigen verehrung in die erinnerung zurückrufen das sie in der ersten zeit diesen leuten gegenüber empfunden hatte jetzt kannte sie sie alle so genau wie man einander in einer kreisstadt kennt sie wußte welche gewohnheiten und schwächen ein jeder an sich hatte und wo einen jeden der schuh drückte sie kannte ihre beziehungen untereinander und zu dem mittelpunkte dieses kreises sie wußte an wem sich der eine oder der andere festhielt und wie und mit welchen mitteln und welche miteinander übereinstimmten oder nicht und in welchen punkten aber diesem kreise auf den die dienstlichen interessen ihres mannes sie hinwiesen hatte sie trotz allem zureden der gräfin lidia ivanovna nie geschmack abgewinnen können und sie vermied ihn nach möglichkeit ein zweiter ihr näher stehender kreis war der durch den alexei alexandrowitsch seinen aufstieg gemacht hatte der mittelpunkt dieses kreises war die gräfin lidia ivanovna die mitglieder dieses kreises waren alte hässliche tugendhafte fromme damen und kluge gelehrte ehrgeizige männer einer von den klugen leuten die zu diesem kreise gehörten hatte ihm die bezeichnung das gewissen der petersburger gesellschaft beigelegt alexei alexandrowitsch schätzte diesen kreis sehr hoch und anna die es vorzüglich verstand sich mit allen möglichen leuten einzuleben hatte in der ersten zeit ihres aufenthaltes in petersburg auch in diesem kreise freunde gefunden aber jetzt nach ihrer rückkehr aus moskau kam ihr dieser kreis geradezu unausstehlich vor es schien ihr dass sowohl sie selbst wie auch alle anderen sich fortwährend verstellten und es war ihr in dieser gesellschaft so öde und unbehaglich dass sie bei der gräfin lidia ivanovna möglichst wenig verkehrte der dritte kreis endlich mit dem anna in verbindung stand war die sogenannte große welt die welt der bälle der diners der glänzenden toiletten die welt die sich mit einer hand an den hof klammerte um nicht zur halbwelt hinabzusinken die die angehörigen dieses kreises allerdings zu verachten wähnten mit der sie aber doch nicht nur einen ähnlichen sondern geradezu ein und denselben geschmack hatten annas verbindung mit diesem kreise wurde durch die fürstin betsy twerskaya aufrecht erhalten die frau ihres vetters die 120.000 rubel jährliche einkünfte hatte diese hatte zu anna gleich bei deren erstem erscheinen in der gesellschaft eine besondere neigung gefasst sich ihrer freundlich angenommen und sie in ihren kreis hineingezogen wogegen sie sich über den kreis der gräfin lidia ivanovna lustig machte wenn ich einmal alt und hässlich sein werde dann werde ich auch so eine werden sagte betsy aber für eine so junge schöne frau wie sie ist es noch zu früh in dieses spittel zu gehen anna hatte in der ersten zeit so viel wie möglich diesen kreis der fürstin twerskaya gemieden da er ausgaben erforderte die über ihre mittel hinausgingen und auch nach ihrem persönlichen geschmack hatte sie den an zweiter stelle genannten vorgezogen aber nach der moskauer reise war bei ihr ein umschwung eingetreten sie zog sich von ihren sittenstrengen freunden zurück und verkehrte mehr in der großen welt dort traf sie öfters mit wronski zusammen und machte bei diesen begegnungen immer eine freudige erregung durch besonders häufig traf sie ihn bei betsy die eine geborene wronskaja und eine cousine war wronski war überall wo er nur erwarten konnte anna zu finden und sprach sooft sich die möglichkeit dazu bot zu ihr von seiner liebe sie gab ihm zwar keinen anlass zu solchen reden aber jedes mal wenn sie mit ihm zusammentraf flammte in ihrer seele eben jenes selbe gefühl gesteigerter lebensfreude auf das an jenem tage im eisenbahnwagen über sie gekommen war als sie ihn zum ersten mal erblickt hatte sie merkte es selbst wie bei seinem anblicke die freude ihr aus den augen leuchtete und ihre lippen lächeln ließ aber sie war nicht imstande die äußerung dieser freude zu unterdrücken in der ersten zeit hatte anna aufrichtig geglaubt dass sie ihn zürne weil er es wage sie zu verfolgen aber als sie einmal bald nach ihrer rückkehr aus moskau eine abendgesellschaft besuchte und ihn wieder ihr erwarten dort nicht traf da merkte sie an der traurigkeit die sich ihrer bemächtigte dass sie sich täuschte und dass diese verfolgung ihr ganz und gar nicht unangenehm sei sondern vielmehr ganz im gegenteil ihr höchstes lebensinteresse bildete eine berühmte sängerin trat zum zweiten male auf und alles was sich zur guten gesellschaft rechnete war in der oper wronski hatte seinen platz in der ersten reihe des parketts und als er von dort aus seine cousine erblickte begab er sich ohne den zwischenakt abzuwarten zu ihr in die loge warum sind sie denn nicht zum diner zu uns gekommen fragte sie ihn ich bin erstaunt über diese hellseherei der verliebten fügte sie lächelnd so leise hinzu dass nur er es hören konnte sie ist nämlich nicht da gewesen aber kommen sie nach der oper zu uns wronski richtete einen fragenden blick auf sie sie nickte mit dem kopfe er dankte ihr mit einem lächeln und setzte sich neben sie oh wie gut ich mich an ihre spätereien erinnere fuhr die fürstin betsy fort die ein besonderes vergnügen darin fand die fortschritte dieser leidenschaft zu beobachten wo ist das alles geblieben nun sind sie gefangen mein lieber weiter wünsche ich ja auch nichts als gefangen zu sein antwortete wronski mit seinem ruhigen gutmütigen lächeln wenn ich mich über etwas beklage so tue ich es nur darüber daß ich um die wahrheit zu sagen gar zu wenig gefangen bin ich beginne die hoffnung zu verlieren was für eine hoffnung können sie denn hegen fragte betsy sich für ihre freundin gekränkt stellend aber das glitzern in ihren augen ließ erkennen daß sie recht gut und genauso wie er verstand welche hoffnung er hegen konnte gar keine erwiderte wronski lachend und zeigte seine lückenlosen zahnreihen verzeihung fuhr er fort nahm ihr das opernglas aus der hand und begann über ihre entblößte schulter hinweg die gegenüberliegende logenreihe zu mustern ich fürchte lächerlich zu werden er wußte sehr wohl daß er keine gefahr lief in den augen seiner cousine und aller dieser weltleute lächerlich zu werden er wußte sehr wohl daß in den augen dieser leute zwar die rolle dessen der ohne erhöhung zu finden ein mädchen oder eine alleinstehende frau liebt lächerlich sein konnte das aber die rolle eines mannes der sich um eine verheiratete frau bemüht und alles selbst sein leben daran setzt sie zum ehebruch zu verleiten daß diese rolle in den augen jener leute etwas schönes großartiges hatte und nie lächerlich werden konnte und darum spielte ein stolzes fröhliches lächeln unter dem schnurrbart um seine lippen als er nun das glas sinken ließ und seine cousine ansah aber warum sind sie denn eigentlich nicht zum diner zu mir gekommen fragte sie ihn und betrachtete sein männliches gesicht mit wohlgefallen das muß ich ihnen erzählen ich hatte zu tun aber was ich wette mit ihnen hundert gegen eins tausend gegen eins sie raten es nicht ich suchte einen ehemann mit dem beleidiger seiner frau zu versöhnen ja wahrhaftig nun haben sie es denn zustande gebracht beinahe das müssen sie mir erzählen sagte sie sich erhebend kommen sie im nächsten zwischenakt wieder her das ist mir leider unmöglich ich muß ins französische theater fahren von der nielsen wollen sie wegfahren fragte betsy ganz entsetzt obgleich sie es beim besten willen nicht fertig gebracht hätte die nielsen von der ersten besten choristin zu unterscheiden nicht anders möglich ich habe dort einen stell dich ein alles in sachen dieser friedensvermittlung selig sind die friedensstifter denn sie werden erlöst werden sagte betsy die sich erinnerte so etwas ähnliches einmal von jemandem gehört zu haben nun dann setzen sie sich gleich jetzt her und erzählen sie wie es mit der geschichte war sie setzte sich gleichfalls wieder hin ende von abschnitt 19 gelesen von eva k abschnitt 20 von anna karenina von lev nikolaevich talstoi übersetzt von hermann röhl die geschichte ist zwar ein bisschen krass aber so nett dass es mir das größte vergnügen macht sie ihnen zu erzählen sagte wronski und sah sie mit lachenden augen an ich werde keine namen nennen dann werde ich sie raten das ist noch ergötzlicher nun dann hören sie zu es fahren also zwei lustige junge männer natürlich offiziere von ihrem regiment ich habe nicht gesagt offiziere sondern einfach zwei junge männer also die fahren nach einem frühstück soll heißen gehörig betrunken kann schon sein sie fahren in heiterster stimmung zu einem kameraden zum diner und da sehen sie wie ein hübsches weibliches wesen sie in einer droschke überholt sich nach ihnen umsieht und so schien es ihnen wenigstens ihnen zunickt und lacht sie natürlich hinter ihr her sie lassen den kutscher jagen so schnell die pferde nur laufen können zu ihrem erstaunen lässt die schöne ihre droschke vor demselben hause halten wohin sie selbst wollten die schöne läuft die treppe zum ersten stock hinauf sie sehen nur die roten lippen unterhalb des kurzen schleiers und die kleinen allerliebsten füßchen sie erzählen das mit so viel gefühl dass ich vermute sie sind selbst einer von den beiden gewesen aber was haben sie noch vor wenigen minuten zu mir gesagt nun also die jungen männer gehen in die wohnung ihres kameraden bei dem ein abschiedsdener stattfindet da trinken sie tüchtig vielleicht auch etwas zu viel wie das ja bei einem abschiedsdener immer so zugeht bei tische erkundigen sie sich wer denn in diesem hause den oberen stock bewohne niemand weiß es und nur der diener des gastgebers gibt auf die frage ob da oben solche damen wohnen die antwort jawohl eine ganze menge nach dem diner begeben sich die jungen männer in das arbeitszimmer des gastgebers und verfassen da einen brief an die unbekannte einen ganz leidenschaftlichen brief eine liebeserklärung und tragen dann selbst diesen brief hinauf um wenn in dem briefe etwas nicht ganz verständlich sein sollte die nötigen erläuterungen zu geben warum erzählen sie mir solche abscheulichkeiten nun weiter sie klingeln ein dienstmädchen öffnet sie händigen ihr den brief ein und beteuern dem dienstmädchen sie seien beide so verliebt dass sie gleich da an der tür sterben müssten das mädchen in höchster verwunderung redet mit ihnen hin und her auf einmal erscheint ein herr mit einem backenbart dieser backenbart sah genau so aus wie wenn rechts und links je ein würstchen hinge vor wut rot wie ein krebs erklärt ihnen der herr es wohne niemand weiter dort außer ihm und seiner frau und jagt die beiden aus dem vorsaal hinaus woher wissen sie denn das dass er einen solchen backenbart hat wie sagten sie doch in würstchen form hören sie nur zu heute bin ich da gewesen um sie zu versöhnen nun und wie ist es geworden jetzt kommt das interessanteste es stellte sich heraus dass dieses glückliche ehepaar ein titularrat mit seiner gattin ist der titularrat reicht eine klage ein und ich werde friedensvermittler und was für einer ich versichere sie talleyrand war ein stümper gegen mich worin liegt denn die schwierigkeit hören sie nur weiter zu wir baten also um entschuldigung wie es sich gehört wir sind in verzweiflung und bitten das unselige missverständnis gütigst zu verzeihen der titularrat mit den würstchen beginnt milder zu werden möchte aber doch auch seine eigenen gefühle schildern jedoch sowie er damit anfängt gerät er wieder in hitze und sagt die größten grobheiten und ich muss von neuem alle meine diplomatischen künste spielen lassen ich muss zugeben dass das benehmen der beiden herren unangemessen war aber ich möchte sie bitten doch auch in betracht zu ziehen dass sie sich in einem irrtum befanden und dass sie noch in sehr jugendlichem alter stehen dazu kommt noch dass die beiden jungen männer eben erst gefrühstückt hatten sie bereuen das getane von ganzer seele und bitten ihnen ihre schuld zu verzeihen wieder wird der titularrat freundlicher ich erkläre mich einverstanden herr graf und bin bereit zu verzeihen aber versetzen sie sich in meine lage meine frau meine frau eine anständige dame sieht sich einer solchen behandlung ausgesetzt solchen nachstellungen gemeinheiten und unverschämtheiten der ersten besten buben und schuff und nun stellen sie sich das vor diese buben standen dabei und ich sollte die parteien versöhnen wieder biete ich meine ganze überredungskunst auf und wieder fällt gerade als die sache zum abschluss reif scheint mein titularrat in seine aufregung zurück bekommt einen roten kopf die würstchen sträuben sich in die höhe und von neuem überbiete ich mich in diplomatischen feinheiten ach das muss ich ihnen erzählen rief betsy lachend einer dame zu die zu ihr in die loge trat er hat mich so zum lachen gebracht nun bon chance fügte sie zu wronski gewendet hinzu und reichte ihm einen finger den sie beim halten des fächers noch frei hatte zugleich schob sie die taille ihres kleides die sich etwas hinaufgezogen hatte durch eine bewegung der schultern nach unten um wie es sich gehört vollständig entblößt zu sein wenn sie nach vorn an die brüstung der loge in das helle licht der gasflammen träte um von allen gesehen zu werden wronski fuhr zum französischen theater er musste wirklich dringend den regimentskommandeur sprechen und wußte dass er ihn dort träfe da dieser nie eine vorstellung im französischen theater versäumte ihm wollte wronski über seine friedensvermittlung berichten die ihn nun schon seit zwei tagen beschäftigte und belustigte bei diesem vorfall war einer der beteiligten petritski den wronski sehr gern hatte und der andere ein erst kürzlich eingetretener prächtiger junger mann und vorzüglicher kamerad der junge fürst kedrov die hauptsache aber war dass es sich dabei um den guten ruf des regiments handelte die beiden jungen offiziere gehörten zu wronskis eskadron der titularrat wenden hatte den regimentskommandeur vor einigen tagen aufgesucht und sich bei ihm über zwei seiner offiziere beschwert die seine gattin beleidigt hätten wenden erzählte seine junge frau er sei nämlich erst ein halbes jahr verheiratet sei mit ihrer mutter in der kirche gewesen und habe dort ein unwohlsein verspürt das durch einen gewissen körperlichen zustand hervorgerufen sei sie sei nicht imstande gewesen länger zu stehen und sei daher mit der ersten droschke die sie habe bekommen können es sei eine droschke erster klasse gewesen nach hause gefahren da seien zwei offiziere in einem wagen ihr nachgejagt sie habe einen furchtbaren schreck bekommen und sei dadurch noch kränker geworden so sei sie die treppe zu ihrer wohnung hinauf gelaufen er selbst wenden habe nach seiner rückkehr vom amt die klingel an der tür und dann mehrere stimmen gehört er sei hingegangen und als er dort die beiden betrunkenen offiziere mit einem briefe erblickt habe habe er sie aus dem vorsaal hinaus gedrängt er ersuche um strenge bestrafung nein das müssen sie selbst zugeben hatte der regiments kommandeur zu wronski gesagt den er hatte zu sich kommen lassen dieser petritski macht sich unmöglich es vergeht keine woche ohne irgendeine skandal geschichte dieser beamte wird die sache nicht auf sich beruhen lassen sondern wird weitergehen wronski hatte sofort eingesehen dass dies eine undankbare aufgabe sei und ein duell dabei nicht in frage komme dass man vielmehr alles mögliche tun müsse um diesen titularrat zu besänftigen und die sache damit aus der welt zu schaffen der regiments kommandeur hatte wronski gerade deshalb zu sich bestellt weil er ihn für einen vornehm denkenden verständigen menschen hielt namentlich aber für einen mann dem die ehre des regiments am herzen lag sie hatten nun die sache miteinander durchgesprochen und waren zu dem ergebnis gelangt petritski und kehrdorf sollten sich mit wronski zu diesem titularrat begeben und ihn um entschuldigung bitten der regimentskommandeur und wronski waren beide der ansicht daß wronskis name und das abzeichen des flügeladjutanten auf seinen achselstücken zur besänftigung des titularrats erheblich mitwirken würden und tatsächlich hatten sich diese beiden mittel teilweise wirksam gezeigt aber der erfolg des vermittlungsversuchs war doch noch einigermaßen zweifelhaft geblieben wie das wronski auch seiner cousine erzählt hatte als wronski im französischen theater angelangt war zogen der regimentskommandeur und er sich in das foyer zurück und wronski berichtete seinem chef über seinen erfolg oder misserfolg nachdem der regimentskommandeur alles hin und her erwogen hatte kam er zu dem entschlusse gegen die schuldigen nicht weiter vorzugehen aber dann fragte er des spaßes halber wronski über die einzelheiten seiner verhandlungen aus und mußte lange zeit immer von neuem loslachen als er wronski erzählen hörte wie der titularrat nachdem er sich schon einigermaßen beruhigt hatte bei der erinnerung an die näheren umstände des vorfalles immer wieder in hitze geraten sei und wie er wronski als die letzten redewendungen halbwegs nach versöhnung geklungen hatten ausweichend sich schleunigst zurückgezogen und dabei petritski vor sich hergestoßen habe eine gräuliche geschichte aber höchst komisch gedroff kann sich doch mit diesem herrn nicht schlagen also er ist furchtbar erbußt gewesen fragte er lachend aber wie sich heute die claire macht prächtig bemerkte er mit bezug auf eine neue französische schauspielerin und wenn man sie noch so oft sieht jedes mal ist sie eine andere so etwas bringen doch nur die franzosen fertig 6 die fürstin betsy fuhr ohne das ende des letzten aktes abzuwarten aus dem theater weg kaum hatte sie zeit gehabt in ihr toilettenzimmer zu gehen ihr langes blasses gesicht zu pudern den puder abzuwischen sich zurecht zu machen und den tee in den großen salon zu bestellen als auch schon ein wagen nach dem anderen an ihrem gewaltigen hause an der balschaja marskaya straße vorfuhr die gäste stiegen auf der breiten anfahrt aus und der wohlbeleibte pförtner der vormittags zur erbauung der vorübergehenden hinter der glastür meist seine zeitung las öffnete geräuschlos diese mächtige tür und ließ die ankommenden an sich vorüberwandeln fast zu gleicher zeit traten durch die eine tür die hausfrau mit aufgefrischter frisur und aufgefrischtem gesicht und durch eine andere die gäste in den großen salon mit den dunklen wänden den schwellenden teppichen und dem hell erleuchteten tische auf dem das schneeweiße tischtuch der silberne samovar und das durchscheinende porzellanen teegeschirr im scheine zahlreicher kerzen glänzten die hausfrau setzte sich hinter den samovar und legte die handschuhe ab die gesellschaft rückte sich mit hilfe der kaum wahrnehmbaren diener stühle zurecht und nahm platz wobei sie sich in zwei gruppen schied die eine um den samovar und die wirtin die andere am entgegengesetzten ende des salons um die schöne gattin eines gesandten mit schwarzen scharf gezeichneten augenbrauen in schwarzem samtkleide das gespräch schwankte wie das immer in den ersten minuten zu gehen pflegt zunächst in beiden kreisen unsicher hin und her fortwährend unterbrochen durch das hinzukommen neuer gäste durch begrüßungen durch das anbieten des tees und suchte gleichsam nach einem stoffe bei dem es verweilen konnte sie ist als schauspielerin außerordentlich tüchtig man sieht dass sie kaulbach studiert hat bemerkte ein diplomat in der gruppe um die gattin des gesandten haben sie wohl bemerkt wie künstlerisch sie hinfiel ach bitte wir wollen doch nicht von der nielsen sprechen über die etwas neues zu sagen ist ja ein ding der unmöglichkeit unterbrach ihn eine beleibte dame mit rotem gesicht und blondem haar ohne augenbrauen und ohne chignon in einem alten seidenen kleide dies war die fürstin miarkaya die wegen der naturwüchsigkeit und derbheit ihres benehmens berüchtigt war und daher das enfant terrible genannt wurde die fürstin miarkaya saß in der mitte zwischen beiden gruppen hörte nach beiden seiten hinzu und beteiligte sich bald hier bald dort an der unterhaltung mir haben heute schon drei personen dieselbe redensart über kaulbach gesagt gerade wie wenn sie sich verabredet hätten und sie schienen ich weiß nicht warum an dieser redensart ein ganz besonderes wohlgefallen zu finden das gespräch war durch diese bemerkung gestört worden und man musste auf ein neues thema sinnen erzählen sie uns etwas ergötzliches aber nichts boshaftes sagte die frau des gesandten eine meisterin in derjenigen art der vornehmen unterhaltung die man im englischen small talk nennt sie wendete sich mit dieser aufforderung an den diplomaten der ebenfalls nicht wusste was er zur sprache bringen solle man sagt das sei außerordentlich schwer nur das boshafte sei komisch begann er lächelnd aber ich will es versuchen geben sie mir ein thema es kommt alles auf das thema an ist das thema einmal gegeben so kann man sich leicht darüber ergehen ich denke oft dass die berühmten plauderer des vorigen jahrhunderts jetzt ihre not hätten etwas neues verständiges zu sagen alles verständige ist schon bis zum überdruss abgenutzt das ist auch schon längst gesagt worden unterbrach ihn lachen die frau des gesandten das gespräch hatte so harmlos begonnen aber eben deshalb weil es allzu harmlos war stockte es wieder man musste zu dem sichersten nie versagenden mittel seine zuflucht nehmen zum lästern finden sie nicht auch daß tuschkewitsch etwas an sich hat was an louis den fünfzehnten erinnert fragte der diplomat und deutete mit den augen auf einen hübschen blonden jungen mann der am tische stand oh ja er verrät denselben stil wie dieser salon darum verkehrt er hier auch so viel dieser gesprächsstoff behauptete sich eine weile weil in derartigen andeutungen gerade über einen punkt gesprochen wurde über den man in diesem salon nicht hätte reden dürfen nämlich über tuschkewitschs beziehungen zur frau vom hause in der gruppe die den samovar und die frau vom hause umgab hatte unterdessen das gespräch gleichfalls zwischen den drei unvermeidlichen stoffen gewechselt dem letzten ereignis das sich in den vornehmen kreisen begeben hatte dem theater und dem bekritteln des lieben nächsten und auch da blieb es nachdem es zu dem letztgenannten thema gelangt war bei diesem stehen nämlich bei der verlästerung haben sie schon gehört die maltischewa wohlgemerkt nicht die tochter sondern die mutter lässt sich ein kostüm diable rose anfertigen nicht möglich nein das ist ja ausgezeichnet ich muss mich nur wundern dass sie mit ihrem verstande denn dumm ist sie ja nicht nicht einsieht wie lächerlich sie sich macht ein jeder hatte etwas zur verdammung und verspottung der unglücklichen frau maltischewa beizusteuern und das gespräch kam in munteres prasseln und knattern wie einen brandgesetzter holzstoß der gatte der fürstin betsy ein gutmütiger dicker herr leidenschaftlicher sammler von kupferstichen hatte gehört dass seine frau gäste hatte und kam nun in den salon bevor er in seinen club fuhr unhörbar trat er auf dem weichen teppich zu der fürstin mirkaja heran nun wie hat ihnen die nielsen gefallen fragte er ach wie kann man sich nur so heranschleichen wie haben sie mich erschreckt antwortete sie bitte reden sie mit mir nicht von der oper sie verstehen ja doch nichts von musik lieber will ich mich zu ihnen herablassen und mit ihnen von ihren majoliken und kupferstichen sprechen nun was für ein kleinod haben sie denn zuletzt auf dem trödelmarkte erstanden wenn sie es wünschen will ich es ihnen zeigen aber sie sind ja keine kennerin nun zeigen sie nur ich habe mir einige kenntnisse angeeignet bei diesen leuten wie heißen sie doch nur gleich er ist bankier die haben wundervolle kupferstiche sie haben sie uns gezeigt ah sie sind bei schützburgs gewesen fragte die hausfrau vom samovar herüber jawohl machère sie hatten meinen mann und mich zum diner eingeladen und sagten mir bei tische daß eine source die es gab tausend rubel gekostet habe erwiderte die fürstin mirkaja mit lauter stimme da sie bemerkte daß die ganze gesellschaft ihr zuhörte und dabei war es eine ganz scheußliche source so etwas grünes wir mussten die einladung erwidern und da habe ich eine source für 85 kopeken gemacht und alle waren damit sehr zufrieden ich kann keine saucen für tausend rubel auf den tisch bringen sie ist einzig sagte die wirtin bewundernswert fügte jemand hinzu der erfolg den die fürstin mirkaja mit ihrem reden hervorbrachte war stets bedeutend und stets der gleiche und das geheimnis dieses erfolges bestand darin dass sie zwar manchmal etwas taktlos wie eben jetzt aber immer schlicht und einfach mit sinn und vernunft redete in der gesellschaft in der sie sich bewegte brachten solche äußerungen stets die wirkung eines geistreichen scherzes hervor die fürstin mirkaja selbst konnte gar nicht begreifen woher diese wirkung kam aber sie wusste dass sie sie hervorrief und nutzte dies aus da alle während die fürstin mirkaja sprach ihr zugehört hatten und das gespräch in der gruppe um die frau des gesandten aufgehört hatte so machte die hausfrau einen versuch die ganze gesellschaft zu einer einzigen gruppe zusammenzuziehen und wandte sich an die frau des gesandten mögen sie wirklich keinen tee sie sollten sich zu uns herübersetzen nein wir fühlen uns hier sehr wohl erwiderte die frau des gesandten lächelnd und fuhr in dem begonnenen gespräche fort dieses gespräch war sehr vergnüglich sie waren gerade dabei das kareniensche ehepaar zu kritisieren ihn sowohl wie sie anna hat sich seit ihrer moskauer reise sehr verändert sie hat jetzt etwas ganz sonderbares in ihrem wesen sagte eine ihrer freundinnen die veränderung besteht hauptsächlich darin daß sie alexei wronski als ihren schatten mitgebracht hat bemerkte dazu die frau des gesandten nun was ist dabei sagte einer der herren es gibt ein märchen der mann ohne schatten da hat ein mann seinen schatten verloren und das ist bei ihm die strafe für irgendetwas was er getan hat ich habe nie recht begreifen können wie das eine strafe sein kann aber für eine frau muss es wohl unangenehm sein keinen schatten zu haben ja aber die frauen mit schatten nehmen gewöhnlich ein schlechtes ende versetzte annas freundin warten sie nur sie werden noch den zungenkrebs oder so etwas ähnliches bekommen rief auf einmal die fürstin miachkaya die diese worte gehört hatte frau karinina ist eine prächtige frau ihren mann kann ich nicht leiden aber sie habe ich sehr gern warum können sie ihn denn nicht leiden fragte die frau des gesandten er ist doch so ein bedeutender mann mein mann sagt solche staatsmänner wie ihn gebe es nicht viele in europa mein mann sagt zu mir dasselbe aber ich glaube es nicht versetzte die fürstin miachkaya wenn unsere männer uns nicht ihre ansichten vortrügen dann würden wir die dinge und menschen so sehen wie sie wirklich sind und alexei alexandrowitsch ist meiner meinung nach einfach dumm das sage ich nur ganz leise nicht wahr wie da alles auf einmal klar wird früher als man von mir forderte ich sollte ihn klug finden da habe ich immer seine klugheit zu decken gesucht und schließlich gedacht ich müsste doch selbst dumm sein da ich seine klugheit gar nicht herausfinden könne aber sobald ich mir sagte er ist dumm aber nur ganz leise da wurde auf einmal alles klar habe ich nicht recht wie boshaft sie heute sind ganz und gar nicht es bleibt mir kein anderer ausweg einer von uns beiden muß dumm sein nun und sie werden ja wissen von sich selbst kann man das doch nie glauben niemand ist zufrieden mit seinem vermögen und jedermann ist zufrieden mit seinem verstande zitierte der diplomat einen französischen vers sehen sie wohl sehen sie wohl ganz richtig wandte sich die fürstin miachkaya lebhaft ihm zu aber was die hauptsache ist ich lasse auf anna nichts kommen sie ist eine ganz prächtige liebe frau was soll sie dagegen tun wenn alle menschen sich in sie verlieben und ihr wie ihr schatten folgen aber es kommt mir ja auch gar nicht in den sinn sie zu verurteilen suchte sich annas freundin zu rechtfertigen wenn uns niemand wie ein schatten folgt so beweist das noch nicht daß wir ein recht haben über andere den stab zu brechen nachdem die fürstin miachkaya so annas freundin gebührendermaßen abgestraft hatte stand sie auf und ging zusammen mit der frau des gesandten zum tische hin wo ein allgemeines gespräch über den könig von preußen im gange war wer ist denn da bei ihnen eben verlästert worden die karenins die fürstin hat uns ein charakterbild von alexei alexandrowitsch entworfen antwortete die frau des gesandten und setzte sich lächelnd an den tisch schade dass wir das nicht gehört haben erwiderte die hausfrau und blickte nach der eingangstür ah da sind sie ja endlich rief sie lächelnd dem eintretenden wronski zu wronski war nicht nur mit allen die er da vorfand bekannt sondern kam auch täglich mit ihnen allen zusammen und darum trat er mit jener ruhigen haltung ein mit der man in ein zimmer zu leuten hereinkommt die man soeben erst für einen augenblick verlassen hat wo ich herkomme antwortete er auf die frage der frau des gesandten da hilft nun schon nichts ich muss es gestehen aus der komischen oper im französischen theater ich bin wohl schon hundertmal dort gewesen und immer mit neuem vergnügen es ist ein wahrer genuß ich weiß ich sollte mich schämen aber in der oper schlafe ich ein während ich in der komischen oper bis zum letzten augenblick aushalte und mich himmlisch unterhalte heute er nannte eine französische schauspielerin und wollte etwas über sie erzählen aber die frau des gesandten unterbrach ihn mit scherzhaft geheucheltem entsetzen bitte erzählen sie uns nichts von diesen abscheulichen sachen nun dann will ich es unterlassen und das kann ich ja umso eher als diese abscheulichen sachen ihnen allen bekannt sind und alle würden die komische oper genauso besuchen wie jetzt die oper wenn es nur mode wäre fügte die fürstin miachkaja hinzu von lew nikolajewitsch tolstoi übersetzt von hermann röhl diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil sieben an der eingangstür wurden schritte vernehmbar und die fürstin betsy die wußte dass es frau karenina war warf einen blick auf wronski er sah nach der tür hin und sein gesicht zeigt einen neuen seltsamen ausdruck freudig unverwandt und doch auch zugleich schüchtern blickte er die eintretende an und erhob sich langsam anna trat in den salon sie hielt sich wie immer sehr gerade und legte ohne die richtung ihres blickes zu ändern mit ihrem schnellen leichten festen schritte durch den sie sich von dem gange anderer vornehmer damen unterschied die kleine entfernung zurück die sie von der hausfrau trennte drückte ihr die hand lächelte und sah sich mit diesem selben lächeln nach wronski um wronski verbeugte sich tief und schob ihr einen stuhl heran sie antwortete nur mit einer neigung des kopfes errötete und machte ein strenges gesicht aber im nächsten augenblick nickte sie auch schon rasch ihren bekannten zu drückte die hände die sich ihr entgegenstreckten und wandte sich zur hausfrau ich war bei der gräfin lydia und wollte schon früher zu ihnen kommen habe mich aber dort etwas zu lange aufgehalten sir john war bei ihr ein sehr interessanter mann ah das ist der missionar ja er erzählte in fesselnder weise von dem leben in indien das gespräch das durch annas ankunft unterbrochen war flackerte wieder auf wie die flamme einer im zugwinde stehenden lampe sir john jawohl sir john ich habe ihn gesehen er spricht sehr gut frau vlasiewna ist ganz verliebt in ihn ist das denn wahr daß das jüngste fräulein vlasiewna herrn topow heiratet ja es heißt es sei beschlossene sache ich wundere mich über die eltern es wird gesagt es sei eine liebesheirat eine liebesheirat was haben sie für vorsintflutliche ideen wer spricht heutzutage noch von liebe sagte die frau des gesandten was ist zu machen diese dumme alte mode will immer noch nicht abkommen bemerkte wronski schlimm für die die sich noch nach dieser mode richten ich kenne nur solche glückliche ehen die aus vernunftgründen geschlossen wurden aber wie oft verweht doch auch das glück solcher vernunft ehen wie staub eben deswegen weil jene leidenschaft auf den plan tritt der man vorher keine berechtigung zugestehen wollte erwiderte wronski aber vernunft ehen nennen wir diejenigen bei denen schon beide teile sich ausgetobt haben es ist dieselbe geschichte wie mit dem scharlachfieber man muss es durchgemacht haben dann müsste man ein verfahren ausfindig machen jemandem künstlich die liebe einzuimpfen wie die pocken ich bin in meiner jugend in einen künstler verliebt gewesen sagte die fürstin miachkaja ich weiß nicht ob mir das geholfen hat nein ohne scherz ich glaube um zu wissen was liebe ist muss man sich erst einmal irren und dann den irrtum richtig stellen meinte die fürstin betsy auch noch nach der eheschließung fragte die frau des gesandten scherzhaft sich zu bessern dazu ist es nie zu spät zitierte der diplomat ein englisches sprichwort ja so ist es fiel betsy ein man muß sich zuerst irren und dann den irrtum berichtigen wie denken sie darüber wandte sie sich an anna die mit einem kaum wahrnehmbaren starren lächeln die die die